Er war ja in Medina und drei Jahre später ist er wieder zu Meckel gekommen und dann hat er sie geheiratet. Genau, genau. Aber die ganze Zeit war er nicht da. Deswegen ist sie ja mit ihm aufgewachsen. Aber die ganze Zeit war er nicht da. Das ist ja egal. Ja, die ganze Zeit war er nicht da. Guck mal, dann war sie neun. So, dann war trotzdem ist sie ja mit ihm aufgewachsen. Sie ist ja erwachsen geworden mit ihm. Weißt du, was ich meine? Sie hat ja, sie ist, man sagt ja im Islam, sie ist die größte Gelernte. Nein, sie war bei ihrem Vater. In diesen drei Jahren war sie bei ihrem Vater. Okay, okay. Diese drei Jahre vergessen wir. Wir sagen, okay, wir sehen ab neun, okay? Ab neun. So, ab neun, die war mit ihm. So, die war mit ihm und die ist die größte Gelernte des Islams. Die hat das meiste Wissen. Viele, viele Hadithe sind von Aisha radiallahu anha. Nein, nein, das stimmt nicht. Doch viele Überlieferungen kommen von nicht, also kommen von ihren Worten. Sie sagt immer, sie hat, also viele. Ja, aber das stimmt nicht. Sie hat nur 500 bis 600 Hadithe nur. So, aber man sagt auf jeden Fall, dass sie die größte Gelernte ist, weil sie mit ihm aufgewachsen ist, weil sie alles... Als Frau. Als Frau. Als Frau, genau. Ja. Frauen haben ja viel Wert im Islam. So, Frauen haben ja viel gemacht im Islam. Einen hohen Stellenwert. Die erste Gläubige war ein Frau. Wer zum Beispiel? Khadija radiallahu anha. Wer zum Beispiel? Khadija radiallahu anha. Die war kein Gläubiger. Die war Christen. Khadija hat, nachdem Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung bekommen hat, ist er zu Khadija gegangen und sie hat dann den Islam angenommen. Sie ist die erste Gläubige. Der zweite Gläubige ist Abu Bakr Sadiq, der beste Freund. Und warum hat er nicht geheiratet, als er mit Khadija geheiratet, verheiratet war? Weil er sie... Er hat gewartet, gewartet. Genau, bis sie gestorben ist. Er hat gewartet, gewartet, bis sie gestorben ist. Genau, und dann hatte er erst mehrere Frauen. So, guck mal, ich kann dir sagen, ich kann jetzt sagen, okay, der hat eine andere Frau nicht geheiratet, weil er Khadija so sehr geliebt hat. Weil es wird ja im Islam sagt, über Hadithe wird ja auch überliefert, wie sehr er Khadija geliebt hat, radiallahu anha. So, das ist eine Theorie, die Leute sagen. Andere Leute sagen, man kann auch sagen, vielleicht war es zu dem Zeitpunkt noch nicht erlaubt. Weil, guck mal, der Koran, der wurde über, so wurde in 23 Jahren geschrieben. So, und in der Zeit haben die Menschen, die Sahaba und Mohammed haben immer wieder nach und nach und nach erfahren, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Kennst du dich aus mit dieser Versen, die ich zum Beispiel bisher in Mekka geritten hast, ne? Bisher in Mekka war und diese ganzen Versen, diese mechanischen Versen? Mechanische, was meinst du genau? Wo er in Mekka mit Quraysh, Ahle al-Quraysh gelebt hat und diese mechanischen Versen, kennst du die alle fast? Mechanische, also, aber was meinst du genau? Jetzt alle kenne ich nicht, nein. Ich kenne auch nicht den ganzen Programen. Ja, es gibt mechanische, es gibt mechanische Versen. Achso, ja, und medinische. Ja, ja, und medinische. Genau, ja, weil er ja vertrieben wurde. Er hat ja, er ist ja geflüchtet nach Medina. Ja, genau. Ja, genau. Die mechanische Versen, stand irgendwie ein Vers, wie viel man heiratet oder sowas? Ja, gibt es. Oder überhaupt über Frauen oder überhaupt über Frauen? Ja, gibt es. Es gibt ein Vers, wo halt gesagt wird, dass man vier Frauen heiraten darf, aber man soll das nur, wenn man sagt, ein Mann... Das kam danach? Ja, das kam erst dann danach. So, beim Khedija, sie war ja älter als der Prophet. So, sie ist ja irgendwann mal gestorben. Okay, was zeigt dir, was zeigt dir, ja, aber da ist ein Prophet, normalerweise ist er ein Prophet, aber was zeigt er, er hat andere Frauen nicht geheiratet, bis sie gestorben ist. Was denkst du, warum? Ja, wie gesagt, also entweder... So, lass mal, lass mal, lass mal dein, lass mal, lass mal Prophet, lass mal so, alles an der Seite, denk mal so sachlich. Ja, meine Meinung, sag ich doch, meine Meinung, weil er sie so sehr geliebt hat. Warum? Weil, ähm, es wird ja auch... Also, er hat sie ja sehr, sehr, sehr geliebt. Ne, also die Liebe war sehr groß zu Khedija, Radia, Laha, Anha. Und meine zweite Meinung ist, vielleicht, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt wurde, noch nicht offenbart wurde. Weißt du, noch nicht erlaubt. Okay. Das kann auch sein, weil es gab zum Beispiel Dinge, zum Beispiel, guck mal, als es den Islam schon gab, war zum Beispiel Alkohol noch erlaubt im Islam. Und dann irgendwann mal wurde es verboten. Warum? Weil Menschen auf Alkohol, äh, viele Sünden begangen haben. Man wird hemmungslos, man begeht Sünden. So. Weißt du, solche Sachen. Es, nach und nach, während der Koran geschrieben wurde, wurden nach und nach Sachen Halle gemacht und Haram gemacht. Das bedeutet, da gibt es Widersprüche. Ja. Wo denn? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil du gerade gesagt hast, dass, äh, nach und nach Sachen Hallal und danach wieder Haram gemacht worden sind. Oder anders. Nein, ich meine, nach und nach wurden Sachen Halle gemacht, äh, nach und nach wurden Sachen Haram gemacht. Nicht etwas, was Halle war, wurde Haram gemacht. Ich sage, guck mal, du musst dir das so vorstellen, ne? Stell dir mal vor, Stell dir mal vor, du bist jetzt, ähm, so, du machst, aber sagen wir mal, du bist jetzt Prophet, ne? Ja. So, und dann kriegst, und guck mal, Mohammed hat ja 3,5 Jahre gemacht. Leute, Leute, ein bisschen liken, ja? Ja, 98 Leute, keiner liked. 98 Leute, ja, keiner liked. Ist das so schwer? Wollah, guck mal, seit 2 Stunden hier rede ich über 2,000 Likes, ja? Ja. Egal, guck, ähm, also, also, ich denke mal, ne, ne, guck mal, ich denke mal, ich denke mal, nur aus einem Grund, ne, dass er nicht ein anderer geheiratet hat, es gibt auch zwei Gründe eigentlich gesagt, erst mal hat er christlich geheiratet, und das zweite ist, ne? Das waren keine Christen damals, die waren keine Christen, die, äh, in Mekka, die waren keine Christen, das waren Quraysh, das war ein Volk, äh, Quraysh, und das waren, das waren, das waren verschiedene Gottseinbeter, das waren verschiedene Gottseinbeter. Ja, ja, aber gab es viele, gab es viele. Christentum ist ja, guck mal, ihr müsst ja bedenken, Christentum ist ja, Christen und Juden werden ja im Koran erwähnt, es sind ja monotheistische Religionen, man sagt ja über Juden und über Christen nicht, dass sie in die Hölle kommen, das steht nicht im Koran. Manchmal kommt man mit Verse, die sind ein bisschen, äh, guck mal, ja, warte, ganz kurz, ganz kurz, guck mal, es gibt ja, äh, es gibt ja ein paar Verse, okay, da sagt man so und so über Christen und Juden, aber das sind, guck mal, ich will keinem zu nahe treten, aber, äh, ich weiß nicht, ob ihr daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil es gibt Christen, die glauben nicht daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und ich kenne selber ein paar Christen, die glauben nicht daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist, beispielsweise. Jesus, Jesus ist Gott. Genau, so, ne, auf jeden Fall, ähm, im Koran steht ja, mit den Christen ist ja alles gut, wenn die einfach nur an den Monotheismus glauben, wenn die nur an einen Gott glauben, guck mal, ihr redet ja Arabisch, dann wisst ihr doch selber, dass arabische Christen sagen selber Allah, was heißt Allah? Nein, nein, sagen wir nicht. Ich kenne viele arabische Christen, die sagen Allah. Ich bin arabischer Christ. Ich weiß, das sagen die, das sagen die aus einem Grund, äh, ich könnte ja sagen, es gibt Christen, die ich kenne, ne, die ich kenne, zum Beispiel, die sagen auch Allah, aber das hat mit, mit das, was im Koran nichts zu tun, das ist Gewohnheitssache. Und aus Respekt, ja, 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 und aus Respekt auch, und aus Respekt, damit man nicht auf die Fresse bekommt, da, wenn man Jesus sagt, das ist wirklich nicht falsch. Ja, nein, guck mal, guck mal. Also verstehe mich nicht falsch. Ich verstehe mich nicht falsch. Nein, 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 ja, ja, aber ich bin, ich bin ja, ich bin ja Ex-Muslim, ich war ja, ich war ja kein Christ, ne, und wenn ein, äh, zum Beispiel, Christ vor mir sagt, ja, Jesus ist Gott, ne, und da, wo ich gelebt habe, ne, dann hat er von mir auf jeden Fall was auf die Fresse bekommen. Ne, guck mal, ja, guck mal. Ich war wirklich so streng, glaube ich, dran. Das ist auch bestimmt, dass du in Islam ausgetreten bist. Vielleicht wirklich, sag vor Allah, also ich will dir nicht zu nahe treten, vielleicht hast du Islam einfach nur falsch gelernt, falsch erlebt, weil vieles kommt auf den Islam. Nein, 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 ganz kurz, ganz kurz zu dem Thema Allah, also zu dem Wort Allah. Darf der Arabische Christ mal was sagen? Darf der Arabische Christ mal was sagen? Darf der Arabisch? Allah, weil, ihr habt die Dreipaltigkeit, okay, ihr sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, aber irgendwo sagt ihr auch, es gibt nur einen Gott. Ne, und ich hab euch, ich bin aufgewachsen, ich war auf einer katholischen Grundschule, ich musste immer Gottesdienst gehen und so, vertraut mich, ich kenne den Christentum. Sehr gut, sehr gut. Darf ich jetzt, oder bist du noch nicht fertig? Okay, also guck mal, die Libanesen und die Ägypter, die quasi keine eigene Sprache haben, die sagen, Allah, das stimmt, das ist das Wort für Gott, aber, 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 du musst verstehen, dass Arabisch aus dem Aramäischen entstanden ist. Okay, das bedeutet, die Aramäer waren vor den Arabern da gewesen. So, und das Wort, das Wort für Allah, ne, guck mal, wie vertraut das jetzt klingt. Das heißt, Allah. Genau, Allah. Okay, Allah. Das bedeutet Gott. Oder wir sagen auf Arabisch auch Rab. Hast du bestimmt schon mal gehört? Natürlich. Sehr gut, perfekt, alles klar. Dann haben wir das geklärt. Zweitens, äh, ich hab den Faden verloren, red ruhig weiter, fällt mir gleich ein. Ja, auf jeden Fall, die erste Bibel, die geschrieben wurde, war ja auch auf Aramäisch, stimmt ihr mir dazu? Genau, also Arabisch, äh, Arabisch ist aus Aramäisch entstanden. So, ähm, verdammt, warte, warte, ach so, genau. Genau, also, ähm, das Problem, was viele Muslime bei den Christen sehen, ist, dass ihr denkt, wir glauben an drei Götter. Nein, ich verstehe das schon, äh, was, diese Dreifaltigkeit verstehe ich schon. Verstehst du das? Ja. Ist das denn jetzt ein Gott oder drei Götter? Es ist ja ein Gott und, äh, äh, das ist alles in einem, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mhm, genau. Aber es ist ein Gott, das heißt, wir, die Christen, also ich spreche jetzt nur für mich, für die Christen, wir sind eine monoistische Religion, okay? Das bedeutet, ein Gott. Ja, das habe ich ja gesagt, das ist monoistisch. So, das Problem ist, da verstehe ich aber nicht, warum die Muslime immer sagen, ähm, ihr seid Ungläubige, wenn wir an einen Gott glauben. Ja, weißt du warum? Weil im Islam, äh, haben wir ja Shirk, kennst du ja, ne? Shirk ist, ähm, man sagt, also im Koran steht auch, dass man Allah keinem, äh, beigesellen soll. Machen wir doch nicht. Aha, ich verstehe, guck mal, ich verstehe, was du meinst, weil ich verstehe diese Dreifaltigkeit, ne? Deswegen verstehe ich, was du meinst, wenn du sagst, das macht ihr nicht. Ähm, aber, guck mal, der Koran kam, beziehungsweise der Islam kam, nach, äh, nach Christi, um das Ganze sozusagen wieder, ähm, in die richtige Richtung zu geben. Guck mal, daran glauben wir. Wir haben eine Suche, Surat al-Ikhlas, da steht auch Gott, ähm, dass Gott ein Wesen ist, Gott kann kein, äh, hat keinen gebärt, ne? So was, ne? Also Surat al-Ikhlas ist eine mächtige Suche im Koran, wo genau das erwähnt wird. Dann haben wir noch Surat al-Imran, ne? Also das Haus von Imran, also, ne? Die ganzen Propheten, das ist ja sozusagen das Haus Imran. Und da wird auch, ne? Zum Beispiel Maria, mein Name, ne? Maria. Immer wenn von der Heysa gesprochen wird im Koran, schreibt man immer Heysa ibn Maryam. Warum? Hast du dich das mal gefragt, warum? Genau, warum? Um klarzustellen, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, ne? Weil, guck mal, äh, Maria ist ja eine Jungfrau gewesen. Du hast gerade was gesagt, ich küsse dein Herz. So, ich küsse dein Herz, red ruhig weiter. Ja, also, guck mal, das ist ja auch meine Meinung, ich bin ja Muslima, ich vertrete ja, ähm, ich vertrete ja den Koran, und ich sage auch, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Ich will keine Gefühle verletzen, aber das ist meine Meinung, und für mich ist das auch die Wahrheit. Und ich habe christliche Freunde, ne? Okay, perfekt. Die kennen auch meine Meinung, trotzdem sind wir ja noch befreundet, ist ja alles gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich bitte dich, einmal Zoro 5, Vers 110 aufzumachen. Und kurz vorzuliehen, kannst du das, bitte? Zoro 5, Vers 110. Ja, dann sage ich dir mal meine Theorie. Okay, heute sind euch die guten Dinge erlaubt, und ich, warte mal, meinst du, El Maida, okay, heute sind euch die guten Dinge erlaubt, und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt. Und eure Speise ist ihnen erlaubt. Nein, 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 ich glaube, du bist falsch, oder ich bin falsch. Ich gucke, ich hole meinen Laptop ganz kurz, eine Sekunde. Zoro 5, Vers 110. Ach so, 100, ja, ach so, warte. Ach, ich habe Zoro 5 vorgelesen. Ah, wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Mariams, gedenke meiner Gunst an mir und an deiner Mutter, als ich dich mit dem Heiligen, okay, dazu kann ich dir gleich was sagen, als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, sodass du in der Wiege zu den Menschen sprachst und im Mannesalter und als ich durch die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte und als du aufs Leben mit meiner Erlaubnis etwas schufst, wie die gesteigte Vogels und ihr dann einhauchtest und sie sah, ein wirklicher Vogel wurde mit meiner Erlaubnis und als du den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis haltest und bote mit meiner Erlaubnis. Sehr gut, perfekt. Okay, den Rest muss ich nicht vorlesen. Guck mal, ich kann nichts dazu sagen, ich stimme dir zu. Ja, nein, nein, stopp, was stimmst du mir denn zu? Du weißt doch gar nicht, was ich sagen muss. Doch, dass der Heilige Geist in Jesus ist. Nein, ach Quatsch, nein, da sind wir schon drüber. Das wurde ja schon oft besprochen und die Leute wollen das nicht verstehen. Die wollen das nicht verstehen, aber es ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist in Ordnung. Alles in Ordnung, das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wenn ich jetzt nachgerechnet habe, sagt Allah in diesem Vers viermal mit meiner Gunst. Genau. Viermal. Viermal habe ich jetzt gezählt, als du vorgelesen hast. Jetzt kommt meine Theorie. Ja. Meine Theorie. Wenn ich jetzt den Gott, also Allah aus dem Koran vergleiche mit dem Gott aus der Bibel oder aus der Tora. Du weißt ja, Tora, Altes Testament, Neues Testament, Injil. Er sagt, der Gott aus der Bibel, nicht alle zwei Verse und ich bin der Al-Barm, der quasi, also der Beste oder der Barmherzigste oder der Schlauste. So ist das bei uns. Im Koran ist es ein bisschen anders. Ich glaube, alle zwei, drei Verse sagt er immer und Allah ist allwissend, Allah ist dies, Allah ist das, Allah ist jenes. Stimmst du mir zu? Ja, das stimmt. Perfekt. Das hört sich gut an. Perfekt. Jetzt kommt mein Gedanke. Mein Gedanke ist, wer, was hältst du von Proleten? Du selber. Proleten? Was finde ich denn nochmal Proleten? Proleten sind Angeber. Ach so, ja. Da hältst du nicht viel von, oder? Ich auch nicht. Nein, bei den Menschen nein. Ich auch nicht, ganz genau, ganz genau. Das ist auch keine gute Charaktereigenschaft. Absolut nicht, absolut nicht. Ich denke mal, die gilt für jedes Lebewesen. Also, vielleicht gibt es auch Tiere, die Angeber sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, meine Theorie ist, warum muss jemand, der quasi der Mächtigste ist und der Allwissendste und der Barmherzigste ist, alle zwei, drei Verse sagen, ich bin dies, ich bin super, ich bin toll, also jetzt mit meinen Worten ausgesprochen. Ja, weil, wie ich dir schon gesagt habe, bei Menschen tue ich das nicht, ist das nicht gut. Weil im Islam soll man auch nicht arrogant sein. Das ist keine... Aber ist denn nicht einer der Allahs Namen, einer der 99 Namen, der 99 Namen Al-Muta-Kabbar? Aber das ist... Weißt du, was Al-Muta-Kabbar bedeutet? Nein. Es ist gerade Allah mit den Menschen gleichstellen. Und das kannst du nicht machen. Nein, 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 nein. Das ist mein logischer Menschenverstand. Ich stelle gar nichts gleich. Das ist mein logischer Menschenvergleich. Ich finde, jemand, der arrogant ist, das ist keine schöne Eigenschaft. Stimmst du mir zu? Guck mal. Bei Allah schon. Bei Allah schon. Also Allah darf arrogant sein? Ja, natürlich. Also Allah darf alles. Wenn ich ihn vergleiche jetzt mit dem Gott der Bibel, also oder aus der Tora, dann ist der nicht so arrogant. Sondern er sagt nicht, bete mich an, ich bin der einzig Wahre. Verstehst du, ich meine? Das sagt er nicht alle zwei, drei Verse. Das mag ja sein. Das mag ja sein. Aber guck mal. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Fakt, weil du kannst, Allah ist ein Wesen. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Wir wissen nicht, was er ist. Er ist ein Wesen. Du kannst ihn nicht mit einem Menschen vergleichen. Du kannst nicht sagen, bei einem Menschen toleriere ich diese Arroganz nicht und bei Allah auch nicht. Aber kommt dir das nicht so rüber? Also jemand, der immer sagen muss, ich bin der Beste, ich bin der Tollste, das sagen ja Menschen, die auf Krampf heraus von sich überzeugen wollen. Aber das sagen Menschen, genau. Aber Allah muss niemandem etwas beweisen. Er sagt das. Genau, er muss nichts beweisen. Aber warum beweist er es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder? Warum sagt er in diesem Vers viermalen? Bleiben wir doch mal bei dem Vers. Guck mal. Jetzt lass mich reden. Bleiben wir doch mal bei dem Vers. Okay. So. Guck mal. Bei diesem Vers hat er die ganze Zeit gesagt, mit meiner Gunst, mit meiner Gunst, mit meiner Gunst. So. Was machen die, was machen viele Christen? So. Wenn man sich mit Christen unterhaltet, über Jesus, sonstiges, dann heißt es immer, er konnte aber Wunder machen. Er hat Wunder gemacht. Er hat einen Blinden geheilt. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Und das stimmt auch alles. Und man muss bei dem Koran so verstehen, dass dieser Koran nach dem Christentum kam. So. Es gab Verwirrung. Menschen hatten... Bitte, bitte merkt ihr, was du sagen wolltest. Du hast gesagt, er hat Wasser in Wein verwandelt. Aber ich dachte, Jesus war, oder Isa, a.s.w. war Muslim. Aber erinnerst du dich noch, eben, wo ich gesagt habe, ganz am Anfang, wo wir noch gar nicht über Christentum geredet haben, dass ich dir gesagt habe, wo zur Zeit von Mohammed, sallallahu aleyhi wassallam, war nicht die ganze Zeit Alkohol haram. Es wurde irgendwann mal haram. So. Bei Jesus auch. Also da wurden Verse abrugiert. Also Verse, die erstmal gegolten haben, waren dann später quasi wieder nichtig. Bitte? Nein. Es kann... Guck mal, der Koran wurde in einem Zeitraum von 23 Jahren geschrieben. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Aber du hast ja gerade gesagt, es gab Verse, die haben anfangs gegolten und danach waren die nicht mehr okay. Beim Koran, nein, habe ich nicht gesagt. Okay. Werd ich auch niemals sagen. Ist nicht schlimm. Tun wir mal beiseite, darauf komme ich später zurück. Genau. Auf jeden Fall, der Koran, es wird ja auch gesagt, der Koran wurde für die Menschen leicht geschrieben, zum Verstehen. So, warum wird die ganze Zeit gesagt, wenn man über Isa, wenn man Isa im Koran erwähnt, warum sagt man immer Isa ibn Maryam? Die ganze Zeit, um zu verdeutlichen, Isa ist nur der Sohn Maryams und nicht der Sohn Gottes. So wie auch hier in diesem Vers, ganz Zeit, mit meiner Gunst, mit meiner Gunst. Warum? Weil Isa konnte all diese Wunder mit der Erlaubnis Gottes, meine Gunst, das ist ja mit der Erlaubnis Allahs, konnte er diese Wunder vollbringen. So wie Musa a.s. konnte ein Meer spalten. Sehr gut. Also du vergleichst gerade ein Leben geben, also quasi hat hier ein Vogel quasi Leben eingehaucht mit dem Meer spalten. Also vom Level her, findest du das ungefähr gleich auf demselben? Also es war ja wirklich ein gewaltiges Meer, also es war ja wirklich ein gewaltiges Meer und ich glaube, keiner kann jetzt hier irgendwie plötzlich, also du erzählst, du sagst es gerade so, als würde ein Meer spalten etwas kleines, harmloses sein. Ja, aber der Prophet Mohammed hat ja auch quasi einen Mond gespalten. Für mich ist Meer spalten, Mond spalten ungefähr auf demselben Level, also für mich. Und ein Vogel Leben zu geben ist schon ein bisschen höher. Das ist jetzt, wenn ich versuche jetzt... Das kannst du ja gerne so bewerten, das ist ja kein Problem. Kannst du gerne so bewerten. Also für dich ist das alles gleich ungefähr. Also ein Mond spalten und ein Vogel das Leben geben ist für dich gleich. Glaubt doch auch an den Antichrist, ne? Nein, nein, vergiss das mal Antichrist. Nein, nein, weil das passt gerade, weil wir Muslime glauben auch an den Antichrist und wir sagen, wenn der, bei uns heißt der ja der Jel, wenn der der Jel kommt, dann wird er vor den Augen der Menschen einen Menschen spalten, dann ist er tot und dann wieder zurück verschmelzen lassen, also dass er dann wieder lebt. Das ist ja das, das ist ja fast dasselbe. Jesus hat einem Vogel Leben eingehaucht und der Jel bringt jemanden um und er weckt ihn wieder zu leben. Und ihr seid ja auch Feind des Antichrist. Wir schweifen gerade ein bisschen ab von der, von der, von der Suche, von dem Vers. Also, er steht... Er geht ganz ab, warum ich dieser Livestream mache. Was meinst du? Wir wollten jetzt achten, dass wir einfach wieder zu Muslim machen, jetzt diskutieren wir über Islam und Islam. Ja, ja, richtig, richtig. Tut mir leid, Carlo, Bruder, ich gehe auch gleich raus. Nein, alles gut. Weil die Schwester, die Schwester ist sehr, sehr respektvoll, ich feiere das sehr. Finde ich schön, dass man höflich miteinander diskutieren kann. Jetzt komme ich mal zu meiner Theorie. Also, für mich, für mich, jemand, jemand, der etwas beweisen muss auf Krampf, ne, ist jemand, der nicht von sich überzeugen kann und immer wieder jemand anderen klein machen muss, um sich größer zu fühlen. So sehe ich das. Ja, ich würde gerne mal sehen. ich finde ich finde solche leute nur da alles da guck mal gerade reingekommen sofort schreibt einmal durch also wenn sie mein deutsch schlecht nein kannst perfekt oder nicht ich glaube auch ich glaube der bruder ist flüchtling und er sagt zu mir ist muss vielleicht auf sein niveau wieder zurückgehen tut mir leid oder ich liebe schon seit 20 jahren hier ich komme ich kann nicht auf das niveau zurück egal also wir waren am reden für mich für mich ist jemand der sich immer in den vordergrund stellt jemand der sich nicht behaupten kann und deshalb andere kleinreden muss das ist mein das ist das was bei mir hängen geblieben ist ich habe den koran gelesen weil ich oder nicht alles sondern paar verse und dabei ist mir halt sowas aufgefallen und quasi rein quasi rein gedanklich sind bei mir die alarmglocken angegangen warum muss gott sagen bete mich an bete mich an und immer wieder und immer wieder und immer wieder es ist klar dass es nur ein gott gibt du weißt automatisch dass du ihn anbeten muss und das ist die frage die ich mich stelle ist das ist das so richtig dass man also ist das das was ich von gott erwarte ich kann so ich verstehe deinen gedanken dass hier auch deine meinung für mich meine meinung das ist jetzt nichts handfestes also ich habe jetzt kein hadith oder ein koran fest dazu das ist aber meine meinung und zwar der koran ist ein leitfaden so und der koran ist dafür da dass die menschen sozusagen wissen wie die ihr leben zu leben haben und im koran steht auch oft erinnert euch an mich warum weil der mensch du weißt ja wie der mensch funktioniert schon alleine im alltag keine ahnung wenn ich mich ich bin zum beispiel generell vergessliche person wenn ich mich die ganze zeit an etwas erinnert dann vergesse ich das irgendwann mal und im koran ist das auch so zum beispiel oder im islam meine ich zum beispiel es gibt auch ein hadith das hat jetzt nicht viel was damit zu tun aber einfach nur um den sinn zu erklären den ich gerade erklären möchte es gibt ein hadith der sagt alle söhne adams ne der geht anders der beste unter euch ist der der immer seine seele bereinigt sowie bereinigt man seine seele in dem man im islam in dem man koran liest in dem man betet in dem man sich an gott erinnert die menschen sind vergesslich und der koran wird gesagt wurde leicht das ist eine leichte religion leicht im verständnis leicht in der auslebung okay es mag ja sein dass das für die in für ein individuum schwer ist auszuleben aber so generell gesprochen sind das sind unsere pflichten unsere rebe dass unsere gottesdienste die sind leicht beten dauert nur fünf minuten beispielsweise also je nach gebet das dauert zum beispiel nur fünf minuten das wird alles leicht gehalten und der mensch ist alles aber noch nicht leicht selbst auch gleich guck mal wie lebt guck mal wie lange gibt es schon den koran seit 1445 jahren so also seit so lange gibt es den islam also seitdem mohammed nach medina war seitdem zählt auch unsere islamische zeit also unser kalender entschuldigung ich lache ich lache wegen dem namen liebe liebe zum kälb entschuldigung red weiter alles gut auf jeden fall was habe ich denn gesagt ah ja genau so der koran wurde eigentlich leicht gehalten ist eine leichte religion und man muss den menschen immer wieder erinnern weil der mensch ist vom wesen her ignorant sind vergesslich wir sind konzentriert auf den alltag ich bin konzentriert immer auf meine uni dann vergesse ich dies und jenes oder ich bin konzentriert auf die arbeit und da vergesse ich auch dies und jenes und der koran das sind alles namen von allah allah hat 99 namen die sind alle vom koran kann man die rausfiltern jedes mal wird gesagt allah ist so am meisten du sagst du sagst zum beispiel dass allah sich arrogant also arrogant zeigt im koran das ist ein namen mit der kämpfe ist ja genau das sind ja alles und sind ja alles seine name und die namen sind ja alle im koran aber du sagst nicht zum beispiel dass in all diesen 114 suchen 112 von diesen suchen immer mit bismillahirrahmanirrahim anfangen mit seinen namen arrahman und arrahim damit bist du doch gerade dass er quasi immer wieder bei allem respekt quasi darum bettelt angepriesen zu werden sorry für den ausdruck aber das ist das meint aber er bettelt guck mal nein ich verstehe was du meinst also ich verstehe was du meinst aber er bettelt nicht dass das das verstehst du falsch er bettelt nicht sondern er ermahnt er warnt betet mich an guck mal wir haben fünf säulen des islams und viele wissen nicht dass diese fünf säulen eine reihenfolge haben erst kommt die shahada und dann kommt salat also beten so und diese reihenfolge ist nicht einfach das ist nicht will das ist nichts willkürliches erst mal die shahada also la ilaha illallah dass man nur an einen gott glaubt das ist zum beispiel das wichtigste das ist grundbaustein um muslim zu sein dass man an allah und an muhammad glaubt und dann kommt das gebet weil es gibt ein hadith der sagt das einzige was uns also was uns von den ungläubigen unterscheidet ist das gebet das gebet ist so wichtig dass es also es ist an eines der wichtigsten aspekte vom islam danach kommt und dann kommt pilgerfahrt die frage ist betet ihr auch euren propheten an oder nur allah nein 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 unser prophet ist nur ein mensch wie fängt denn dein fejr gebet an kannst das kurz aufsagen bitte fejr gebet ja wenn du morgens betest ja was meinst du mit der feti hat wie man ich kann nicht von männern rezitieren aber enthält h also das ist wirklich nicht erlaubt für eine frau von männern zu rezitieren aber wie fängt es denn an will mit bismillahirrahmanirrahim nein mit 11 h 9 fett gebet sage ich nicht nein ich sag nur fangen zu beten bismillahirrahmanirrahim und dann kommt alhamdulillahi rabbil alemin das ist 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 vielleicht mal dass man salat auf also bei salat immer bei salat immer macht man das ja das ist okay aber da sagt das schickt man man schickt frieden auf den profeten man sagen also man schickt rieden auf ihn auch wenn du einmal sagst du bist du lillahi wassalat wassalam ala rasulullah aber man schickt aber man betet die nicht an sondern man man schickt das ist so dora für den profeten die frage ist er noch am leben der profet oder ist er tot der ist tot wer hat gefragt ich 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 ach so die stimme war kurz anders mit dem bobby nach so wie in der haus also ist er mit salat ist gestorben bitte was der ist gestorben was man oder wofür sie hinaus okay also bieten keinen toten an wir beten alle an die einzige sünde die nicht vergeben wird ist was ist wenn man gott jemanden wenn man aber jemanden beigesellt und muhammad ist weder sein sohn noch ist er ein gott er wird nicht angebetet die sahaba die sahaba haben sich auch damals vor muhammad sallallahu alaihi wassalam nicht verbeugt also man die machen wir unseren kopf auf dem boden wenn wir beten das hat man bei muhammad nicht gemacht wenn muhammad ist nur ein mensch es erst nur der der rasul also der ja profetheit also der messenger von gott er hat einfach nur die offenbarung verkündet dass es islam geht er hat sein wunder uns gegeben von allah den koran den koran der koran kommt ja von allah das sind ja allahs worte das hat muhammad hat ja nur geschrieben ein einige suchen wurden sogar herabgesandt vom himmel aber sonst nichts erst nur ein mensch und es ist haram kein muslim den ich kenne betet muhammad an weil dann ist er kein muslim weil als ein muslim ist man nur wenn man weil was sagen wir dann unsere schäfer da geht doch ich hätte enden dann lehre in lana wasser du immer dann war rasulullah wir sagen nicht machen mit der gott wir sagen wir haben mit rasulullah der messenger er ist einfach nur das sprachrohr gottes gewesen ja von wem hat noch mit die worte von jibril so von gott über jibril kann es eventuell sein dass sie die brühe nicht gab oder dass sich das eingebildet hat aber wenn du sagst dass es die brühe nicht gehabt dann sagt dann gab es ja nicht an gabriel selber ich glaube daran dass dieser jibril oder vielleicht auch jemand anderes sich gezeigt hat eine schahade ohne moment geht nicht richtig oder falsch genau das bedeutet moment ist allah gleichgestellt nein mann weil das macht ja das widerlegt ja wieder das was ich gesagt habe weil man sagt ja ich bezeuge dass es nur einen gott gibt und ich bezeuge dass muhammad sein messenger ist wie sagt man das auf deutsch damit gesellt man ihm nicht bei weil guck mal du kannst wenn du die schahada das gehört dazu du bist muslim wenn du daran glaubst dass muhammad sein prophet ein prophet ist also der prophet gottes dass er geschickt wurde und er ist auch derjenige gewesen der den islam der den jahre geschrieben hat aber wir können sehr niemanden etwas bei du kommst langsam drauf warum geht die schahada nicht ohne moment warum warum es ist doch nur ein aber guck mal wir sagen ja es ist nur ein aber genau und das sagen wir in der schade da ist ja du ändern la ilaha illallah und es gibt noch ein also es gibt man kann die schade ja auch anders sagen und zwei schade du ändern la ilaha illallah und schade du enna muhammadan abdu war rasulullah ja noch schlimmer nein das ist das heißt sein der diener ist aber jemandem bei gesellt du betest guck mal zum beispiel zum beispiel die jungfrau maria okay die jungfrau maria ist eine sehr sehr wichtige frau im christentum und auch im islam wir beten sie aber nicht an sie ist tot jesus christus gebärt hat verstehst was ich meine sonst wäre das schick karl du bist am schlafen bruder ich trinke kaffee mann ach so okay tschuldigung aber wie kommst du denn darauf dass wir muhammed anbeten also ich verstehe das gar nicht weil das macht kein muslim weil die schahada nicht machbar weil die schahada nicht machbar ist ohne ohne muhammed guck mal im koran spricht man auch von muslimin und mu'minin das ist ein unterschied weil im islam glauben wir nicht dass nur die muslimen ins paradies kommen wir sagen wir wissen nicht wenn es paradies kommt nur allahs feiner weiß dass was wir wissen ist dass nur gläubige an ins paradies kommen mu'minin guck mal wir sind muslimin und andere sind mu'minin so das sind gläubige das wichtigste in dieser in dieser welt in dem diesseits in der dunya ist es dass man nur an einen gott glaubt so als muslim ein muslim bist du wenn du an muhammed als seinen propheten glaubt so ich habe ja eben schon gesagt ich glaube wir sagen jetzt wir sagen ja nicht dass christen in die hölle kommen nur wenn halt wenn die halt begehen so wenn ich das jetzt so sage wenn man halt gott jetzt einen beigesellt aber ganz gut ganz gut gemacht doch gerade schütt bei der schade kennst du johannis den täufer nein aber ich weiß nicht du kannst sogar arabisch warum du willst das einfach gerade nicht verstehen sei ehrlich zu stellen und du bist so nett und beantwortet sie mir außer du willst nicht mehr dann gehen wir gerne zum nächsten punkt mir alles gut aber es ist halt in der helder wird ja klar und deutlich gesagt dass muhammed einfach nur der prophet anlass ist warum weil muhammed ist ja unser vorbild wir sollen ja nach seiner sunna leben er ist ja wir sollen das machen was er gemacht hat na so beten spenden der ist einfach nur unser menschliches vorbild und wir sagen ja nicht dass er gott ist weil das widerspricht sich ja sonst unsere schade wieder würde sich ja sonst wieder widersprechen wenn wir in einem satz sagen la ilaha illallah und dem nächsten satz so aber wir sagen ja nicht muhammed ist dies oder jenes wir sagen muhammed ist sein prophet nur sein gesandter genau das ist das wort was gesucht habe auf deutsch sein gesandter so aber kein muslim kein muslim den ich kenne zumindest und ich kenne ja viele betet muhammed an das wäre haram das ist gegen den islam wir haben wird es uns aber ihr bett ja 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 aber ihr macht ihr macht die sunnah hat diese genau die sind so heilig wie der koran nein das stimmt nicht zum beispiel kann doch nicht hätte auch anziehen und viele gesetze haben wir leben nach der sunnah genau weil wir halt nach der sunnah leben sollen also man sagt ihr auch im koran steht ihr auch wir haben euch el kitab ul hikmah gegeben so die hikmah ist die sunnah sind die hadith aber die hadith sind keine heiligen die starren das ist kein hadith kein hadith da sind keine das steht kein hadith sogar steht ein anderer vers wo steht über hadith aber durchsicht etwas anderes das ist nicht mal hadith aber du darfst eigentlich kein hadith annehmen was koran widerspricht und eigentlich für mich der koran sowieso alles und da rief also es gibt ja 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 ich kenne die alle ich kenne die sie und aber erst mal ich schon koran gelesen und da ist viele viele versen wie komme ich damit nicht klar komme ich einfach damit ist klar das ist ja nicht die sünder sind es noch noch schlimmer aber koran alleine wenn ich koran alleine sonst wäre ich koranite ist aber koran alleine ich kann mit koran nicht alleine nicht klar und dann ja das ist ja bei dir so verdient dann sind ja da so ich habe auch vorhanden solche zu entschuldigen ich habe das auch ich gebe mir dieser verse auf deutsch kann ich nicht lesen aber auf aber ich kann nur auf aber ich habe ich jetzt eine runde ja etwas an medium und an die zuschauer die gerade zu hören wer der meinung ist dass hier quasi der profit angebetet werden soll sollen einschreiben wer der meinung ist dass das nicht so ist soll eine zwei schreiben ist das okay für dich mal hier ich schließe ein vers vor und ich sage dir dann kannst du selber nachlesen oder soll einfach die zuschauer entscheiden ist das in ordnung für die da hat noch nicht vorgesagt da hat noch nicht vorgesagt der schreibt 1 zu 2 ok ganz kurz zu diesem tross tross ja tefsir erklärt koran aber die hätte haben zum beispiel erklärt wie man rudo macht oder die haben erklärt dass frauen wie die frauen sich zu bedecken haben koran steht ja nicht frauen müssen sollen nur hand fuß ja aber in den häditen über die hädice kam das dann ist deswegen sind hädice wichtig und tefsir ja klar ist es zu schnell du und kado ich komme nicht hinterher ich bin dick ich brauche bisschen zeit eine sekunde ist alter mann kurz ganz kurz ich schließe etwas vor und die zuschauer sollen selber entscheiden so gewiss allah und seine engel sprechen den segen über den propheten die ihr glaubt spricht den segen über ihn und grüßt ihn mit gehör gehörigen gruß ja was jetzt genau das ist salat das ist das ist da wenn ich sage mit den engel auf moment genau das ist wenn man wenn du salat schicks auf den propheten wenn du sagst salala das ist dieser fest das ist dieser fest wo er sagt in allahu in allahu melakida soll ohne alle nebene ja 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 und laden aber nur soll alle jungen das lieben ja aber das ist nicht das ist nicht dass man ihn anbeten soll das ist dass du ihm gruß schicken sollst dass du sagst frieden und segen sei auf ihn weil guck mal unser profil machen mit salam warum sage ich immer wenn man muhammad salala ja salat ist so will also wirklich diese das was auch im tajjud macht diese kummer immer wenn man muhammad sagt sagt man ja salallahu alaihi wassallam warum das ist unser prophet er hat einen hohen stellenwert bei uns und wir müssen dem immer frieden oder seien immer frieden und segen auch auf uns salat ist anbeten du kannst doch arabisch miriam ja alleine wenn man sagt salallahu alaihi wassallam salallahu alaihi wassallam dann verstehe ich das ich brauche keine besitze dafür ja weil ich weiß was ich mache das deutscher selbst liebe zum kelp was heißt das denn salallahu alaihi wassallam ja kläm ja kläm ja kläm ja kläm ja ohne südter fassiert bitte weil wir sagen frieden und segen sei auf ihn von gott so das ist so wie wenn ich zum beispiel wenn jemand gestorben ist und ich sag alai rahmoh so gott soll ihm vergeben alai rahmoh man schickt und muhammad so den auch ihr haben bitte das wäre ja noch schlimmer wenn ihr noch sagen würdet muhammad soll den auch soll den auch machen wir aber ja nicht machen wir aber warum bei der schahada warum bei der schahada machen wir bei der schahada machen wir das doch nicht wir machen das wenn wir wollen wie geht denn die schade warte was worauf wird sie noch dass sie dieses salat ist dass wir dieses salat da schicken da sagen wir doch ja ich hätte er noch einmal dann war so lula wo ich bezeuge dass er noch ein gesandter ist er dass noch einmal ein gesandter ist okay warum versucht sich wo haben wir die auf krampf heraus in den vordergrund zu drängen er ist doch nicht er versucht nicht sich auf krampf oft in den vordergrund zu stellen auch wenn ich mit ihr rede maria maria auch wenn ich mit dir rede und dann keine ahnung dann sage ich wollte dich auch bis alle an der bis an der bis an der anebi was bedeutet das soll ja dass man diese schule nicht am tag wo ich mir das manchmal ja manchmal manchmal wo ich mir das am tag zehnmal wie soll ja wie soll ja wie soll ja wie soll ja warum weil guck mal muhammad sallala alle wassallam ist der ich bitte für mich hat den bitte für mich weil das war allah allah will dass ich vor ihm wird lässt sich dass ich bitte dass ich bete und nicht soll ja an der b und ich bin ich habe damals hat man hat man dir damals nicht gesagt macht dual für die menschen auch weil man sagt im islam okay man macht dual für sich selber ja aber man soll auch dual für die menschen machen du sollst du das ist ja das ist ja das ist doch ihr habt beide die ganze zeit so ihr wollt ganz auf diese salya salya nabi und so gehen ganz kurz einfach damit ich einmal so ein bisschen was dazu sagen kann erstmal im islam sagt man immer man soll immer dual für andere machen so es gibt verschiedene dual für jamiat muslimin macht oder jamiat mu'minin beides muslimin wo mu'minin so da machst du immer dual für die warum weil wenn du dual für andere macht gilt das auch automatisch für dich wenn du zum beispiel dual macht das ein muslim oder eine gläubige rechtschaffende werke vollbringen soll und sie macht das dann durch dein dual beispielsweise kriegst ja auch diese hassen als diese belohnungen dafür im islam sagt man immer man soll immer dual für andere machen und unser prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein besonderer mensch zu seiner lebzeit war er der beste mensch der welt so er hat aber so er war wirklich der beste mensch der welt und trotzdem hat er jeden tag hundertmal und gebeten und es gibt auch ein hadith in dem er sagt ganz kurz es gibt auch ein hadith in dem er sagt ich ich würde nur ins paradies kommt mit der gnade gottes so warum weil wir kommen alle nur durch die gnade gottes ins paradies das würde aber den rahmen jetzt sprengen er hat so einen hohen stellenwert wir müssen oder wir sollen diese salat oder sagen damit wir im frieden und segen schicken weil wenn wir das machen dazu gibt es auch ein hadith dann macht jibrill das auch auf uns wenn wir salat sagen sagt jibrill auch auf uns das ist ja kein anbeten das ist kein anbeten das ist du musst das ja sogar nicht mal machen als als muslim es ist gut wenn du das ja machst du solltest es auch machen wenn ich mit meinen freundinnen rede dann sage ich dann auch du musst das machen aber es ist ja keine pflicht es ist aber was gutes warum bei mohammed wird am tag des jüngsten gerichts für seine umma einstehen er wird für seine umma einstehen wird kommen ist und reden warum sollte ich das dann nicht machen aber ich spiele nicht an ich schicke ihm machen für andere wenn ich zum beispiel schon alleine wenn ich jemandem schützt sage aller haftig oder hier auf eure auf eure die in eurem dialekt hatte gaf ja man macht ja auch so du auf andere das ist ja fast dasselbe aber und das ist das was ich nicht verstehe warum machst du da zum beispiel jetzt sage ich hier sage ich bin ex muslim und dann sagst du ja ich werde für dich beten vielleicht findest du vielleicht wird aber nicht recht leiten aber ist ja alles geschrieben wurde das steht alles was mein schicksal ist beschrieben ob du du willst oder nicht nicht all das weiß was ich werde und was ich bin und also das ist ja 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 und das ist das ja was bringt dieser doa wenn mein schicksal geschrieben wurde verstehst du ich meine was bringt mir das dein doa die kann meine mutter jetzt in hach gehen und da nur nur du für mich machen aber es bringt sowieso nicht weil es wurde schon beschrieben mein schicksal wo ich sage ja es gibt keinen sinn was sie was sie damit um mich macht weil manche sagen ja ich bete für dich nicht brauchst du mich nicht du brauchst für mich nicht beten weil mein schicksal ist beschrieben aber du sagst ja das ist genau wie sie gehen ja also du sagst ja dein schicksal ist geschrieben weil gerade in dem moment geht es ja ganz kurz sagt nicht so du musst jetzt muslim sterben werden oder so einfach nur das was du gesagt hast du sagst ja dein schicksal ist schon geschrieben das heißt du gehst davon aus gerade in dem moment dass du als nicht muslim sterben wirst aber das weißt du nicht stell dir mal vor allem so allem du lebst noch 30 50 jahre weiter und dann irgendwann mal nimmst du wieder den islam an das wissen wir nicht weil nur allah entscheidet wer rechtgeleitet wird man kann nur ein machen so man kann sagen alle idee na alle idee in charla so ich kann doch er für dich machen dass du rechtgeleitet wirst von aber nur alle entscheidet ob du recht geleitet wirst und alles ist mit das ist aber mit zug wird auch voll oft bist du manchmal ein bisschen falsch verstanden es gibt glaube ich meine mutter betet hier so anfassen dies über 60 und sie betet und jedes mal wenn ich mit sie rede sie sagt bei jedes mal wenn ich bitte ich bitte für dich du machst das umsonst ist du machst das umsonst du kannst machen was du bist mein schicksal ist beschrieben mein schicksal ist beschrieben ich werde nie wieder ein muslim werde wenn ich als muslim wieder zurückkehre dann bin ich als monarfach dann bin ich bin ich ja noch schlimmer ich meine weil das sagt warum das heißt das kommt doch von anderen da zurückkommst er sagt auch im koran allah hat mein herz versiegelt ich meine also derjenige der nicht mehr an allah glaubt allah hat da ist ein kafer allah hat sein herz versiegelt und das geht ja nicht vor ein volk damals oder so der koran irgendwie hört sich das für mich so an als würdest du eigentlich noch glauben du bist nur grad tief drin weil du sagst selber hat mein herr ich war die verdrung ich war ja ich war ja ich war ja die verdrung ich meine und ich rede ich rede aus respekt mit dir deswegen ich bin ich will dir nicht wehtun ich kann es nicht wehtun alles gut wir haben jetzt festgestellt wir haben jetzt festgestellt dass allah schrück macht weil wir beide anbieten müssen allah und nein 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 okay 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 das ist aber guck mal ich muss nicht darüber nachdenken weil ich verstehe diese ich verstehe das ja ja ich erkläre dir das anbetet als ein gott oder sonstiges ist kein muslim fertig das ist dann ja vier ungläubigen weil das ist schick ja dann frage ich dich ja dann frage ich dich warum in islam darf ich wenn ich bin ich allah wenn ich allah fluche wenn ich allah fluche bin ich ein kafer ne da habe ich drei tage zeit ne drei tage sei da kommt imam und redet mit mir kehre zum islam und dann will er mich überzeugen dann kehre ich wieder in dieser drei tage kann ich ja zum islam kehren aber wenn ich mohammad fluche da gibt es keine wann und aber gibt es keine drei tage nicht mal drei stunden verstehst du was ich meine also dein prophet ist ja hoher als allah weil die sagt jedoch nicht wirklich das niemals vergeben nein wenn ich hier ist profit ja ich bin ich hier vielleicht wird das dir niemals vergeben werden keine ahnung also ich kann noch nicht und nicht unter diesen menschen die überhaupt darauf kommen unseren profiten oder anders das ist das ist das ist wirklich so das ist wirklich so wer ist diese alissa hier redet nicht mal ich brauche mal hier eine schwester oben zwei gegen einen sich unfair du bist raus du bist raus bruder du bist das ist nur dein leib du benutzt du bist gerade nur ausgenutzt ok doch doch ich will ausnutzen ich will mit dir reden ach so ja hier aber hoffnung dass hier eine schwester im islam dieser auslauge nicht ich würde wer also ihr hoffnung ist da hoffnung ist aber ich glaube wenn ich ihn kenne da kommt immer unterstellt er mich über ein mann sagt aber ich muss sagen da macht ist ja da machte da macht immer ein test mit mir oder sowas ich glaube der ist das wenn du das machen dieser kindische sachen ich krieg die sofort runter weil ich ich mag sowas gar nicht ich bin über 41 ich brauche ja alles respektvoll halten was ist salat ja 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 was ist salat woher was ist salat was ist salat maghrib ich finde das kind ich wirklich ach so nein ich finde das kind ich halten sonst macht das ist kein problem ich nehme ihn hoch ich nehme ihn hoch gerne ich nehme ihn hoch und diese kenne ich die sofort runter weiß ich nicht ob das eine schwester oder eine frau ach das ist ein mann ich hab das wäre eine schwester wer spricht hier mutter gibt es nicht im islam ist verboten 100 prozent okay bau wie wo wie weiß man nicht genau bleibt bleibt ganz ruhig genau genau ich bin so nicht sowieso erstens zweitens will ich bleiben bitte bei salat in allahe malaket und salat leidner welche so ist das 33 vers 8 fast fast ich so unter diesem vers auf hoffnung hoffnung die hat der unten ist hat was für mich doch jetzt bin ich da und erklären willst du mich nicht aus ja das ja aber du machst das wieder wie immer du redest du machst du genau wir haben dann bist du beleidigt dann lass mich er hat was gefällt nein ich frage dich erst mal ja ich frage dich erst mal ohne tafasir ohne tafasir was ist salat du hast gefragt lass mich erklären willst du zuhören nicht und dann kannst du nicht der versteht nicht diesen aussagung in kuran salat was bedeutet salat in arabisch ja was bedeutet das ist nicht sagen oder beten kann oder beten kann so was sagt wenn du lest das ist gold ist man die bidнал das heißt die gebete von allah sind barmherzigkeit und die gebete von engel sind vergebung so jetzt wir haben mehrere verse wo man spricht über salat ich nehme euch ich gebe euch ein anderer wo aber sagt sally der sagte in surat in surat so 255 157 dieser also die standhaftigen gläubiger gott macht gott macht gebete auf dem muni also bietet er denn zu wem bietet er an ich habe schon die ganze zeit was du geredet du hast keine ahnung du kannst doch so wie du bist christ ich hab ganz ruhig ja mir auch mir auch ja das ist nicht ein live stream genau einfach schön ja das ist ja das ist ja auch so schwester schwester die stunden nicht wie es da ist da ich du gehst raus da warum weil die sind als heuchler hier siehst du und das das ist was ich finde guck mal wirklich das ist was ich ja verstehen deshalb emotional er liebt seine religion und so er fühlt sich ja kein problem habe ich ihn beleidigt habe ich ihm beleidigt ich habe ihm nur gesagt wegen dieser verse es muss ja nicht mehr die ganze koran vorlesen ich bitte dich ja also das ist einfach nur das ist so wie wenn man jetzt keine ahnung na also die sachen die man sagt ich kann mich zum beispiel halten ich bin ja ich bin ich kann ja ja das ist mal in meinem livestream geben nehmen verstehst du dann soll er einfach so einfach guck mal der sieht mich sofort da kommt immer das ist ja nicht zum ersten mal deswegen habe ich glaube ich vorher gesagt komm lass uns reden und nicht einfach mich bloß stellen du bist heuchler du bist lügner und so weiter ich will verstehen ja ich will verstehen das war's und wenn du sagst allah betet auf menschen oder betet auf allah und das hast du gerade gesagt dann ist das nicht gott weil wenn es gott gibt dann betet nicht vor menschen aber nicht auch wenn du sagst ja allah ist groß allah ist so groß und ein und ein aschoffer sieht wie sieht wie wie heißt das ja wie soll er nicht mal sehen kann ja weil er so klein ist und dann gehe ich auf ihn beten das ist doch nicht mehr realistisch ja ich meine geht ja man betet ihn ja nicht an man man schickt gebete das ist diese ganz kurz in marokko zum beispiel wir haben wir benutzen viel dieses in jedem satz so wenn etwas gutes passiert wenn etwas schlechtes passiert egal was wir sagen immer und was sagt man ja ich wollte nur sagen warum hast du hoffnungen nicht ausreden lassen carlos weil er ist es nicht erklären wenn er mir wenn er sagt allah betet dann dann ist das dann ist das thema ende nein du hast nicht verstanden was er meinte er meinte das war eine frage er hat ja gesagt ja aber ich habe ihm gesagt ich habe ihm gefragt was ist salat für dich und dann muss er ganz so gut und dann noch das haben wir auf meine anfrage ist ja nicht gekommen du denkst du denkst alle betet das medina salat ist auf arabisch wie man es hat mehrere bedeutung nein 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 das wort sind sehen das hat mehrere bedeuten hast kannst du arabisch ja ich kann haben aber guck mal beispiel jetzt isaq salat ne wir beten ja nicht mohammed an wenn wir zum beispiel beten was machen wir wir zitieren versen von dem koran was einzig was sie machen ist allah anbeten wenn wir auf den boden knien und zu schut machen mit unserem kopf auf dem boden was sagen wir das ist der moment wo ein mensch amir dino schrift wenn wir auf dem boden sind mit unserem kopf was sagen wir ins das ist die antwort meine liebe schwester ich liebe dich ich küsse dein herz wenn du sagst wenn du sagst muhammed rasulallah du stellst ihn auf eine ebene mit allah oder vielleicht okay aber du kannst dieses argument vielleicht springen wenn wir sagen wenn wir nun erwähnen würden bevor wir leh ilaha illallah sagen dann könnte ich das könnte das sogar vielleicht grammatikalisch verstehen lürich verstehen was du sagst aber stimmt ja nicht weil wir sagen nicht ich bezeuge dass allah der einzige gott ist und danach sage ich und mohammed ist keine ahnung auch ein gott wir sagen er ist ein gesandter er ist einfach nur sein messenger auf englisch heißt es zum beispiel messenger erst nur der nachrichten bringer er ist einfach nur die sprech das sprechrohr gewesen an die menschen was sagt man sie bieten an ja oder nein nein sie bieten wir wünschen in segen ja segen wofür er ist doch gut aber du machst doch wenn wenn jemand tot ist machen wir immer noch dual für diese person wenn wir an ein grab gehen was machen wir so dass lesen rezitieren wir machen dual für die toten hier betet aber hier sagt ihr betet also hier bietet ihr für den propheten beispiel wenn das ist stopp 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 wenn du sagen würde es jetzt meine mutter meine mutter ist die beste ist das gleiche dann nein weil ich das zusammen zu tun beispiel kommen bleiben wir bei mutter nein nein dass ich meine mutter nicht antun sagen wir jetzt jemand in meiner familie ist gestorben so was mache ich macht nur für die person ist das dann anbieten biete ich dann meinen onkel an mein onkel ist gestorben so ich habe jetzt gerade für den gemacht einer probleme meine sind ja in schaue allah geschaffen an sich es noch mal eine artisanung ist nur am helden mit in der medina medina mit einer medina bieten magina ich blockier euch beide medina ich mag euch beide genau genau wir euch nicht Ich mag euch beide, aber wenn ihr so miteinander redet, dann blockiere ich euch beide, bitte. Carlo, dann amane sie, guck mal was ihr im Chat schreibt. Vergiss das noch. Farah, 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 Rahmahalewaldich, Allahi Khalik. Carlo, Allahi Khalik, nimm mal bitte Hoffnung hoch. Nein, ich nehme nicht Hoffnung hoch. Das macht er, nein, nein, da macht er das immer, da macht er immer, da macht er immer. Nee, ich nehme keinen einen hoch, der mich sofort bloßstellt und sofort als Heuchler nennt, ich nehme ihn nicht hoch. Mit solchen Menschen, deswegen solche Menschen, ich nehme ihn nur, soll er mich fluchen und runtergeht. Hat er mich als Heuchler genannt, ist kein Problem, kannst du dir anhören. Wenn du Beschwerde hast, beschwere dich bei deinem Allah oder deinem Prophet, aber nicht bei mir hier im Leib. Okay, ich gehe dann wieder runter, ich wollte dir nämlich mal sagen, dass du... Okay, Medina, danke, Medina, danke. Ich habe noch eine Frage an dich. An mich? Ja, an Medina, genau. Wenn ihr zum Beispiel die Pilgerfahrt macht, Ja. Wenn ihr die Pilgerfahrt macht, ihr betet ja Richtung Mekka, richtig? Ja. Richtig. Und ich habe ein paar Videos gesehen, wo Menschen auch die Kaaba küssen, richtig? Ja. Richtig. Ist das denn... Was ist das denn? Wie, was ist das denn? Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gemacht und deswegen machen wir das auch. Also hat der Prophet einen Stein geküsst, richtig? Ja, wo ist das denn? Ganz kurz dazu... Das ist ja Götzendienst. Das ist ja Götzendienst. Nein, nein, ganz kurz dazu. Ähm, dieser Stein... Das ist kein... Das ist... Das ist... Das hat keine Bedeutung. Also dieses... Diesen Steinküssen hat keine Bedeutung. Es gibt auch ein paar Lied, da hat Omar ibn Khattab gesagt, ähm, der einzige Grund, weshalb ich diesen Stein... Dieser Stein kann nix machen. Der einzige Grund, weshalb ich diesen Stein küsse, ist... Hast du gerade gesagt, der Stein kann nix machen? Dieser Stein ist nix. Es ist nur ein Stein... Omar ibn Khattab... Hast du gerade gesagt? Okay, okay. Bitte... Ganz kurz, aber... Dieser Stein kann nix machen. Ganz kurz, ganz kurz. Du kannst ja danach... Kannst ja hier machen, ne? Ganz kurz. Omar ibn Khattab, ne? Er kannte Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam und war auf der Zeit, dass er lief. Er hat... Er hat gesagt, dieser Stein... Der ist... Das ist nur ein Stein. Und der einzige Grund, weshalb ich diesen Stein küsse, ist, weil Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam diesen Stein geküsst hat. Und deswegen küssen diese Menschen diesen Stein. Daran zu glauben, dass dieser Stein irgendwas machen kann, Sünden bereinigen kann, oder sonstiges. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist falsch. Das ist... Das hat nix mit Islam oder so zu tun. Omar ibn Khattab hat selber gesagt, guck mal, ich hab das sogar hier. Zweifelsohne weiß ich, dass du nur ein Stein bist. Du kannst niemandem Schaden noch Nutzen zufügen. Wenn ich nicht gesehen hätte, dass der Gesandte Allahs dich geküsst hätte, hätte ich dich nie geküsst. Weil wir Muslime, wir glauben nicht... Der Stein ist doch aus dem Paradies. Der Stein ist doch aus dem Paradies. Und war mal weiß... Ja, der ist ja aus dem Paradies. Deswegen ist er ja auch an der Kerbe. Aber der kann nichts machen. Aber wieso kann er denn nichts machen? Wieso kann er denn nichts machen, wenn er all eure Sünden aufgesaugt hat? Und jetzt schwarz geworden ist? Nein, guck mal, der kann nichts machen. Das ist... Alles, was du hörst über den Stein, dass er irgendwas machen kann, ist falsch. Das ist bitter. Dieser Stein ist vom Paradies. Das stimmt. Aber so Granatäpfel sind auch Früchte vom Paradies. Aber so... Ich küsse jetzt auch keine... Also ich denke jetzt auch nicht, dass ein Granatapfel meine Sünden reinwaschen kann. Das hat... Das ist bitter. Und man muss auch den Stein nicht küssten. Aber dann küsst du den. Das ist kein Muss. Ja, ist so. Du musst ihn ja nicht küssten. Das ist kein Muss. Okay, aber wenn du ihn anbetest und in seine Richtung betest, ist das Götzendienst? Das... Dieser Stein ist ja... Das hat nichts mit der Kerber zu tun. Der ist nur an der Kerber. Die Kerber ist ja... Wurde ja erbaut von Ibrahim. Also von Abraham. Die Kerber gab es schon vor Mohammed. Gab es auch vor... Das ist das Aberglaube. Weißt du, bis wohin Abraham gekommen ist? Maximal bis Babylon. Der hat es nicht geschafft. Dahin. Also die Kerber, daran glauben wir Muslime. Das hat er gebaut mit seinem Sohn. Und... Welchem Sohn? Ja, ich hätte jetzt den Namen gesagt. Ich habe vergessen, welcher von dem Sohn. Einer von seinem Sohn. Also Schwesterherz. Jeden Menschen... Jeden Menschen... Ja, genau hier schreibt einer. Isa ist Gott. Also Abraham war in Babylon im heutigen Irak. Nur, dass du Bescheid weißt. Der ist gar nicht... Der ist nicht... Der ist nicht... Also der Hoffnung sagt gerade, dass der Stein sogar etwas... Der Stein steht in seiner Bibel. Also, dass irgendwie bei euch in der Bibel ein Stein steht, sagt gerade Hoffnung. Ja, ja. Mohammed ist auch bei uns in der Bibel erwähnt. Und tatsächlich, das ist wirklich so. Ja. Als Ahmad, oder nicht? Nein. Als falscher Prophet. Nein. Das ist der Antichrist. Das ist der Dajal. Aber in der aramäischen Bibel... Die erste Bibel, die geschrieben wurde, war ja auf Aramäisch. Und da hat Isa, aleyhi salam, einen Menschen erwähnt, der nach ihm kommen wird. Aber im Guten. Und den hat er Ahmed genannt. Und wie wird Mohammed im Koran auch noch genannt? Ahmed. Okay, okay. Viele sagen nein, das stimmt nicht, weil der nicht Mohammed gesagt hat. Aber Mohammed hat im Koran einen zweiten Namen. Und zwar Ahmed. Genau. Okay, okay. Sehr gut. Wo finde ich diese aramäische Bibel? Also, abgesehen davon, dass das meine Muttersprache ist. Wo finde ich die? Und die, die ich zu Hause habe, da steht nichts von Ahmed und Mohammed und Zakaria und gar nichts. Ja, ihr habt halt auch mehrere Versionen, oder? Okay. Das heißt, diese aramäische Bibel... Hast du das selber gelesen in der aramäischen Bibel? Ja, ich habe nicht aramäische Bibel, aber ich habe wirklich Verse gelesen von der Bibel. Ich versuche dir das jetzt rauszusuchen. Ja, bitte. Ich warte auch gerne eine Stunde. Es ist kein Problem. Ich scheiß drauf, ob ich arbeiten muss oder so. Ich warte gerne. Okay. Ja, ich kann mich ja so lange mit Medina unterhalten. Okay? Okay, guck jetzt. Medina, wie geht's? Alhamdulillah, aber mit mir brauchst du nicht debattieren, weil... Nein, nein, ich debattiere nicht mit dir. Ich wollte nur ein normales, höfliches Gespräch. Also wirklich, wirklich, das Gespräch bisher war sehr respektvoll. Egal, egal. Bis dieser Sucht, Bobby, bis dieser Sucht, bis dieser Sucht, ich rede mit Medina. Ja. Ist das okay für dich? Medina, wie geht's hier? Das ist auch jetzt... Alhamdulillah, gut. Nein, nein, nein. Medina, Medina ist wirklich, also Respekt, wirklich. Ich habe mich noch nie beleidigt, nur am Anfang, bitte. Und deswegen Respekt. Ich habe dich noch nie beleidigt. Ich beleidige auch nicht. Am Anfang schon. Am Anfang schon. Auch Heuschler und Lügner und so weiter. Was habe ich denn gesagt? Nein. Immer Lügner und Heuschler. Inshallah bleibt der Islam ein Dorn in dein Auge. Ja, Inshallah. Ich sage ja nicht, ich will den Islam tot machen, verstehst du? Ich sage ja, ich zitiere nur aus dem Koran. Ich habe heute auch gar nicht gemacht. Nicht, dass du mich wieder Heuschler oder Lügner nennst, ne? Ich mag, wie deine Art ist und das... Medina, hat hier irgendwer beleidigt? Also ich oder jetzt jemand anderes? Nein, nein. Nein, nein. Nein, ne? Nein, nein, nein. Das war eine Frage. Das war eine normale, nett gemeinte Frage. Hat keiner beleidigt, oder? Nein. Perfekt, sehr gut. Okay, redet ruhig weiter. Ich warte auf Mariam. Das Problem ist, Carlo, weißt du, was dein Problem ist? Ja. Du hast dir, dein Iman war schwach und du hast dir so oft diese arabischen Streams angeguckt, wie dieser Mohamed Salih. Und dadurch bist du irre geleitet. Aber wie? Nein. Aber wie? Das ist meine Vermutung. Nein, nein. Aber ich gucke mir den auch an. Guck mal, ich schaue den auch manchmal zu. Aber Wallahi, mein Iman wird durch ihn nur stärker. Weil alles konnte ich widerlegen. Ich schreibe mir ja manchmal Sachen auf, weißt du, und ich überprüfe die. Bis jetzt hat nichts zugetroffen. Ja. Nichts. Subhanallah. Nichts? Was zum Beispiel? Viele Sachen. Nimm mir ein Beispiel. Guck mal, ich bin gerade zu Besuch bei meiner Mutter. Wallahi al-Azim, ich bin gerade zu Besuch bei meiner Mutter, weil meine Kinder zu haben. Und ich habe mir das alles zu Hause aufgeschrieben. Ich kann dir jetzt nämlich keine Quellen nennen. Nein, nein. Alles gut. Alles gut. Bei nächstes Mal. Sehr viele Sachen. Ich sage dir nur, Karl, du streamst dich nicht mehr an. Und inshallah, vielleicht wirst du wieder recht geleitet. Man weiß nicht. Du kannst meine Videos auch, du kannst auch meine Videos in anderen Account auch dir angucken. Das sind deine Imame. Ich sage mal, da hat er ja das Islam verlassen. Aber guck dir die Imame, was über Propheten, was über Propheten reden und was sie sagen. Hör dir da mal an. Wie wäre es damit? Nee, Carlo, ich glaube nicht jeden Schech oder Gelehrten. Man muss sich auch seine Gelehrten aussuchen, weißt du? Nicht Asalham Ahnung. Was als Mann kann ich auch nicht? Als Mann kann ich auch nicht? Als Mann kann ich auch nicht? Ich bin 007. Nein, der ist Hala Rasio Allah. Wer schreibt das? Osman, Hamis. Wer schreibt das? Wer schreibt das? Ich 007. Schreibt Medina so unverschämt. Warum denn? Wer schreibt das? Wer hat das geschrieben? Ja, Carlo, doch so viel Islam haste an deinem Chat. So viele Leute, die den Islam hassen. Unglaublich. Ja, siehst du, damit du siehst, ich habe die alle aus dem Islam. Durch mich sind die alle raus. Glaubst du das? Glaub mir, Carlo, wenn man einen starken Iman hat, geht man nicht so schnell raus. Mustahil. Mir könntest du alles geben. Du könntest mich Quellen nennen, Carlo. Das Gegenteil. Das ist das Gegenteil. Verstehst du? Das ist das Gegenteil. Ich würde bis morgen schnell nennen, ich würde nie in meinem Leben was im Islam treten. Alhamdulillah. Ihr seid, ja, ihr seid, ja, guck mal, Al-Ulmu Bil-Mariyub. Verstehst du? Ihr glaubt ja alle blind. Ihr glaubt alles blind. Verstehst du? Nein, nein, das ist kein Blind. Ihr schaltet eure Koffe nicht. Das ist das ja. Nein. Das ist Blindheit. Glaub mir, Carlo. Das ist kein Problem. Ihr habt wirkliche Blockade in eurem Kopf. Das ist das Problem. Ihr habt ein Blockade in eurem Kopf, ne? Ihr macht nur nicht mal La tush al wa la tush aluna ma fa alallah. Verstehst du, was ich meine? Und da ist, das sagt alles. Sagt alles. Sagt alles. La tush al wa la tush aluna ma fa alallah. Das sagt alles. Reicht? Ich hör mir doch mal auf das Grund an. Seit drei Monaten Carlo. Und Quellen. Warum habt ihr mich noch nicht überzeugt? Nein, du brauchst dich hier nicht überzeugen. Ich suche dich nicht. Es gibt nur eine Wahrheit. Ja, ja, ja. Deswegen. Was überzeugt dich davon? Aber Medina. Medina. Deswegen bist du mein live stream gehst du beim Hamas ala. Du suchst. Deswegen bist du auch mit Respekt. Redest du mit mir Respekt. Weil du weißt, ich beleide niemals. Ich beleide niemals. Und wenn eine mit mir vernünftig rede ich, dann mache ich mich nicht mal lustig darüber. Wirklich. Aber wenn einer mich sofort bloßstellt und mich beleidigt als Heuchler, dann sage ich, ich bin nicht der Heuchler, sondern so und so. Okay, du hast recht Carlo. Aber ich will dir eins sagen. Mir ist aufgefallen bei dir, sobald einer hochkommt, der Ahnung hat, wirst du sofort laut und schmeißt ihn runter. Nein, aber guck mal, das ist mein Livestream. Wenn er hochkommt, dann soll er mir sagen, ich stelle deine Fragen. Und nicht, ich bin nicht in seiner Moschee. Das ist mein Livestream. Wenn jemanden hochkommt, dann sagt Carlo, okay, stell mal deine Fragen. Stell mal deine Fragen. Der kommt hoch, der fragt mich nicht mal, warum bist du aus dem Islam getreten. Komm, sag mal deine Punkte alle. Dann gebe ich ihm die Punkte. Verstehst du? Aber wie betet man Mittag, wie betet man Abend? Ey, das ist doch keine Frage. Ja, weißt du, warum es gibt Leute, die können das nicht glauben. Du kannst mich so lange, ne? Du kannst mich so lange. War ich Muslim oder war ich irgendwas anderes? Also von diesen ganzen Ex-Muslim, angeblichen Ex-Muslim, bist du der einzige, den ich glaube, Carlo. Siehst du? Dankeschön. Glaubst du, Carlo, dass jeder zweite sich heutzutage Ex-Muslim nennt? Glaubst du dem? Sei ehrlich. Ne, guck mal, ich kenne viele. Ich kenne viele auch, die zum Beispiel wirklich andere Glauben haben. Die kommen hier, ich bin Ex-Muslim, ich bin Ex-Muslim. Dankeschön. Sogar die sprechen. Ja, die sprechen Arabisch mehr als ich, wirklich. Die sprechen besser Arabisch. Die Sprache ist ja nicht, aber lesen und schreiben tut er besser als ich. Und dann, nein, ich sag mal so, wenn man sagt, ja, ich bin Ex-Muslim und ich habe keine andere Religion und so weiter, dann ist er nicht eingreifbar. Und deswegen dieser Gemälde? Sicario? Sicario war kein Nein. Nein. Sicario ist Ex-Muslim? Nein. Was ist er denn dann? Der war, der hat gar keinen, der war Christ und hat gar keinen Glauben. Sicario war kein Moslem. Warte, 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 warte. Sicario war Christ? Woher hast du diese Info? Oder ist Christ? Ist Christ. Weil ich ihn oft zugehört habe, in Arabischem Schreiben, der behauptet immer, er wäre Christ. Darf ich ausreden, bitte? Also ich kann dir eine Sache über Christen sagen und speziell die arabischen Christen, okay? Die werden den Teufel tun, als dass sie im Live oder sonst was ihr Glauben beleugnen. Ach. Sag nicht ach. So. Heutzutage, wegen Paar Rosen machen die vieles, glaub mir. Nein, nein. Guck mal, kein Mensch verkauft sein Glauben für Paar Rosen. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Du hast heute, glaubst du, die Debatte verpasst? Du hast heute die Debatte verpasst zwischen Amir Ex-Muslim und Abu Malik, oder? Die war gegen 21.30 Uhr. Da hättest du wirklich was lernen können. Also ich muss sagen, vorher der Amir, der war immer ein bisschen auffällig, aber heute hat er wirklich bewiesen, dass er sehr viel Ahnung hat vom Islam. Wer denn? Amir Ex-Muslim? Der eine der... Der war doch Schiite, angeblich. Wie? War der kein Muslim als Schiite? In meinen Augen sind nicht alle Schiiten Muslime, nee. Okay. Aber die glauben an den Koran, oder nicht? Die glauben an den Koran, aber die beleidigen die Gefährten von Propheten. Mhm. Also nicht alle, aber... Das verstehe ich auch nicht. Also immer wenn ein Schiite auf dem Sunite trifft, da gehen die Beleidigungen los. Das verstehe ich nicht. Ja, aber Medina, Medina, findest du, sei ehrlich, ne? Ich stelle dir eine Frage. Findest du die ganzen Muslime, die Livestream machen, nur wegen Debatten? Und dann sagen die, ja, Jesus, guck mal, dein Gott, guck mal, dein Gott, guck mal, hier, dein Gott, guck mal, er trägt Kampampas, guck mal, er macht sich in die Hose. Also, wie findest du das? Sei mal ehrlich. Äh, Carlo, ich sag dir ehrlich, das schreibe ich manchmal auch im Chat drauf. Äh, schreibe ich auch manchmal im Chat. Soll ich dir sagen, warum? Siehst du? Du musst dir mal die ganzen Chips angucken, was er geschrieben wird. Und guck mal, guck mal, alleine. Du musst auch mal die andere Seite dir angucken, was die machen. Ja, das ist mir egal, was die andere Seite sagt, ne? Aber wenn ich hier, wenn ich hier sage, mein Allah ist der richtige Weg, mein Islam ist der richtige Weg, und Allah ist al-Rahmanu al-Rahim, ne, warmherziger, und so weiter, ne? Dann, und, äh, sagt man im Koran oder im Habit, im Sunnah, darf man niemanden, warte, 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 lass mich ausreden, lass mich. Und wenn die Sunnah sagt, und der Koran sagt, beleidige nie andere Götter, und die machen genau das, ne? Für mich sind die nicht besser als ich, wirklich. Für mich sind die, sind die, die haben keine Religion. Die haben so, die, da sind voll die Gottsanbieter. Für mich, wirklich. Weil ich beleidige hier niemanden. Ich beleidige für niemanden Gott. Guck mal, hast du, du kennst mich seit drei Monaten, hast du einmal gehört, habe ich zum Beispiel Christentum beleidigt? Nein. Nur Muslime, wenn die mich beleidigen. Nur wenn die mich beleidigen. Aus welcher Grund, ne? Aus welcher Grund, ne? Aus welcher Grund, ne? Kommt eine Christ bei dir raus, äh, hoch, ne? Stell dir eine Frage, und dann stellst du sein, sein Gott so klein, ne? So klein, ne? So klein, obwohl es sein Gott, bei dir ist ein Prophet. Verstehst du? Wenn du sagst, Jesus, guck mal, dann Jesus. Ihr beleidigt Jesus? Ja, wenn du sagst, Jesus. Nein, wer beleidigt Jesus? Das ist Jesus. Jesus, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, dass Jesus beleidigt. Dann geh mal bitte, geh mal bitte, geh mal bitte zu Anwar, geh mal bitte zum Liebe zum Hadith. Okay? Das nächste Mal. Ich habe Videoaufnahme, ich habe Videoaufnahme jetzt, ich habe Videoaufnahme von heute, nicht mal eine Minute. Und wenn du dir anhörst, ne? Wenn du dir anhörst, ne? Wenn du dir anhörst, dann wirst du leiser, wirklich, wirst du leiser, weil ich bin mit einem Handy hier, dann bist du leiser, wirklich. Hallo miteinander. Carlo, darf ich bitte bitte? Ja, klar, klar. Medina, ich war gestern live hier, sind drei Muslime mit oben gewesen, wo, also, es war der Redi, Carlo, und man hat drei Christen mit dem Leben gedroht. Drei Muslime haben den Christen mit dem Leben gedroht. Und der andere ist von der Tür rausgegangen, er hat den Adress anzugehen. Er ist nicht gekommen. Aber das, was die drei geschrieben haben, ist unter der Schublade gewesen. Und das macht kein Christen, ob man jetzt leid ist oder das, sagen wir. So was. Ich meine, ISS ist da drin. Aber das sind ja die Menschen, das hat ja nichts mit der Religion zu tun. Ja, nein, weil du behauptet hast, er soll die andere Seite anschauen. Jetzt ist ein Unterschied, ob ich einen Moment mit dem Leben gedroht. Doch, doch, Alisa, das machen die Christen genauso. Nein, aber noch nie mit dem Leben. Dass ich zu dir sage, vielleicht, du, sorry, hast du gesagt, sportlich oder sonst was, oder dass ich Mohammed beleidigt, das hundertprozentig. Kann ich auch schon tun. Dann übersiehst du das, Alisa, auf jeden Fall. Entschuldige, Medina. Ich bin immer drin. Ich sehe dich auch immer drin. Und ich bin immer drin. Ich bin den ganzen Tag drin. Und ich könnte dir jeden live sagen. Jeder. Und wer beleidigt hat. Jeden könnte ich dir sagen. Ich halte mich immer zurück. Ich bin jetzt auch schon lange drin. Ihr habt kein Wort gesehen. Aber das muss ich dir sagen. Und Medina, darfst du mir nicht böse sein. Ich habe nie etwas mit dir. Aber du kommst immer rufen und siehst, der oder der beleidigt, der oder der. Aber dass du beleidigst im Stringdiener. Das muss ich auch sagen. Und ich sehe. Was ich beleidige? Was habe ich denn geschrieben, dass Rebekka drei war? Nicht jetzt. Was habe ich? Sag mir bitte, was ich geschrieben habe. Du beleidigst. Mit was beleidige ich denn? Jetzt ist es vorbei. Das war so. Nein, sag mir das mal bitte. Unterstell mir bitte nichts, Alisa. Ich habe noch nie beleidigt. Das einzige, was ich schreibe, wenn jemand schreibt, Aisha war sechs, schreibe ich, Rebekka war drei. Medina, sei bitte ehrlich. Ich bin ehrlich. Aber bitte unterstell mir nichts. Wenn ich beleidige, ich habe Mohammed schon beleidigt. Könnt ihr was sagen. Ich habe ihn auch schon beleidigt. Ich sage das mal. Ich habe es durch. Ich habe es wirklich durch. Aber guck mal, guck mal, Medina. Warte, Alisa. Alisa, warte. Guck mal, Medina, guck mal. Wenn du siehst, die Christen, in welchen Livestreams, die machen sich lustig über Propheten, über Allah und so weiter. Du machst das gleiche, wenn du auch sagst, Rebekka war drei. Weil Rebekka laut Islam ist genau heilig für euch. Verstehst du? Und du machst dich auch lustig. Und da zeigst du, dass du nicht besser als die. Da zeigst du wirklich. Und warum ist das mit Bladium? Guck mal, ich schreibe Rebekka. 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 Guck mal, wirklich. Und wenn ich jemanden beleidige, bist du die Einzige, die ich beleidigen würde? Weil du nur am beleidigen würdest. Ja, das glaube ich dir. Ja, bei Frauen. Guck mal, unter Frauen, unter Frauen, wenn jemanden beleidigt, bei Frauen und Frauen beleidigen. Ich finde, ich lache darüber. Ist egal, für mich ist das egal, wirklich. Aber das so eine ganze Religion beleidigt. Ich finde das aller, allerläster, wirklich, allerläster. Und guck mal, diese Leute, die mich beleidigen, haben mich dazu gebracht, dass ich ihre ganze Religion beleidige. Wirklich. Diese Leute. Ich war heute dreimal mit drei verschiedenen Accounts bei Hamdi. Wollte ich nur hören, wie er redet. Glaubst du, nur haben die mich gesehen, dass ich hoch war? Nee, im Chat. Nee, ich habe nichts geschrieben, nur wollte ich hören. Sofort. Kelb ibn elkelb. Kelb ibn elkelb. Kelb ibn elkelb. Kelb ibn elkelb. Dann habe ich geschrieben. Was habe ich geschrieben? Sofort gestummt. Sofort gestummt. Und weißt du warum, Carlo? Komm mal, das ist auch nicht gut. Aber wir haben dich auch mehrmals gehört, wie du den Propheten beleidigst. Und Allah. Intaktivfall. Und deswegen, weißt du? Weil jemand kommt hoch. Auch in meinem Livestream. Warte, weil jemand kommt hoch. Und dann schreib mir, deine Mutter, deine Mutter und deine Mutter. Deine Mutter und deine Mutter und deine Mutter. Denn ich kenne keinen Gott. In dieser Sekunde, ich kenne wirklich gar keinen Gott. Auch wenn ein Christ mich meine Mutter beleidigt, ich werde auch das Christentum vom A bis Z beleidigen. Aber bis jetzt, wirklich, habe ich noch nie einen Christ gesehen, der mich beleidigt. Du wirst auch nicht. Guck mal, wie lange ich mache hier. Ja, ja. Ich habe noch nie, wirklich, habe ich noch nie einen Christ gesehen, der mich beleidigt. Carlo, du stehst ja zu den Christen, Carlo. Jetzt sei mal ehrlich zu dir selber. Du hast auch noch nie einen Gott. Du hast auch noch nie einen Gott. Du hast auch noch nie einen Gott. Angeriffen. Doch, vergiss mich. Carlo, du bist doch mit Rüsten. In meinem Livestream. In meinem Livestream. Bitte, bitte, bitte. Ja, guck mal. Nein, ich sage nur Fakten. Warte. Medina. Ich finde, das mit Noah genauso witzig. Das mit Sinneflut, genau mit Noah, ist genauso witzig. Und das rede ich offen. Aber Wallahi, Carlo, ich habe noch nie gesehen, dass du das Christentum angegriffen hast. Noch nie. Du sagst doch immer selber, du hast keine Ahnung. Bobby, 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 in deinem Christentum, ist er nicht Prophet für euch? Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht genau, ja. Adam ist auch ein Vater Adam. Adam ist kein Prophet. Ja, kein Prophet. Aber ich finde das auch, diese Geschichte finde ich wirklich, finde ich wirklich am allerwissigsten. Es ist wirklich, ich bin auch eine Gläubige. Also mit Diener. Du sagst, nein, Carlo, rede nicht oder fängst du an mich zu bladieren und sage ich, geh mal runter. Das ist meine Meinung. Ja, aber das ist meine Meinung. Ich habe mit ihm, einmal, ich habe einmal mit ihm, ich habe einmal mit ihm, das ist jetzt vor zwei Wochen, habe ich gesagt, ey Bruder, wie sieht es aus bei dir? Willst du nicht irgendwie eine Richtung hingehen? Da meint der Herr Bruder, fass mich nicht ab, was für Christentum, lass mich in Ruhe. Der wurde auch sauer. Kein Christ hat den beleidigt. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich sag das überall sogar. Okay. Ich sag das immer auch bei Christentum live. Carlo, kann ich eine Frage stellen, wenn ich runter? Guck mal, guck mal, ich habe einen hier ganz, sehr guten Freund, ne, wirklich. Also wenn ich ihm zum Beispiel Aram, ne, Shlomo zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich suche eine Religion, dann gehe ich zu dem wirklich. Und die haben mich gefragt, willst du nicht? Ich habe gesagt, nein Bruder, ich bin, ich bin von einem Loch rausgekommen, ich lande bestimmt nicht in einem zweiten Loch. Verstehst du? Und das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Sollen die akzeptieren? Die sagen, ja, alles gut, alles gut. Aber ich stelle dir vor, in einem Muslim sage ich, ich bin von einem Loch, ich lande doch nicht in eurem Loch. Da fängt er an mit Löscher, sogar ganze Löscher von meiner Familie. Verstehst du was ich meine? Und das finde ich wirklich nicht. Und das ist der Unterschied. Ja, es ist nicht schön. Nein, nein, nein. Medina, der Carlo, von so vielen muslimischen Kollegen, ich war dabei, ich war dabei, Medina, im Live-Diener. Das ist unter der Schublade gewesen. Ich habe mir gedacht, dass sich die Menschen nicht schämen. Ihm, seine Familie, alles, was sie getroffen haben. Und das kapiere ich nicht ganz. Ich kapiere das von den Menschen nicht, dass sie auf Familie losgehen, auf eine Mutter losgehen. Nein, das ist nicht schön. Weil dann gehen sie auf die Mutter los. Nicht auf ihn alleine. Oder auf die Kinder. Oder auf die Drohe. Und das ist das Schlimmste. Und das läuft in letzter Zeit bei den Muslimen brutal viel ab. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Ich gehe nicht auf euch los. Nur wenn man mich beleidigt. Oder wie der Armin, 19, du kennst ihn sicher, der Abu Quasim, wenn du ihn noch hast. Ja. Du seht, dass Jesus der Teufel ist. Und Maria Hure. Und mir das schreibt. Persönlich. Ich war bei mir fertig. Es tut mir leid. Der Teufel ist bei mir fertig. Also Muslime sagen das nicht, weil wir glauben ja selber an Matematik und Jesus. Auf jeden Fall, Bob, machen wir das noch mit dieser Prophezeiung. Ich schicke halt. Ich wollte nur eine Frage stellen an Carlo, dann wollte ich runter. Da könnt ihr euch weiter unterhalten. Carlo? Ja? Ich habe mal eine Frage an dich. Aber bitte sei ehrlich zu dir selber. Okay? Ja. Findest du nicht, dass manchmal gelogen wird über den Islam? Sei ehrlich. Sei wahrhaftig. Sei wahrhaftig. Es werden manchmal quellen. Doch, doch. Guck mal. Das ist zum Beispiel. Es gab es ein Hadith. Es gab es ein Hadith. Und das habe ich offen. Das waren ober 200 Leute. Da war ich in einem Hadith. Da haben die darüber gelacht. Wo ich glaube, die Tochter vom Prophet gestorben ist. Und haben die gesagt, ja, dann kam der Prophet und hat gesagt, wer gestern keinen Geschlechtsverkehr hatte, soll runter zum Dings. Und da sagte er, guck mal, dein Prophet sagt so und so, geh mal zum Grab. Genau. Ein Beispiel. Und da war ich oben, habe ich gesagt, Leute, verbreitet, das ist eine Lüge. So ist nicht damit gemeint. Das ist jetzt ein Beispiel. Das ist ja nicht die einzige Sache. Aber wo ich live gehe und höre ich solche Hadithe, die zum Beispiel anders stellen, dann sage ich, nein, das stimmt nicht. So ist nicht gemeint. So ist nicht gemeint. Und das wirklich. Und du weißt genau, wie ich stecke. Du bist ja nicht überall, du kannst ja nicht überall sein. Ich kenne ja auch nicht überall. Das ist unglaublich gelogen hier. Unglaublich. Ja, ich weiß. Das sind Islamhasser. Das gibt es. Das musst du akzeptieren. Du kannst ja nicht jedem gehen und sagen, was machst du. Ja, aber du darfst doch nicht wundern, dass die Muslime sich aufregen, weißt du. Und emotional. Ja. Denkst du. Ja, ja. Es gibt es wirklich paar Leute, zum Beispiel manchmal stellen Fragen. Ne, ich stellen Fragen in meinen Livestream. Ne, und die nehme ich nicht an. Warum? Weil die sind Islamhasser. Und Islamhasser will ich nicht in meinen Love haben. Ganz einfach. Weil ich mache solche Livestreams nicht. Wirklich. Weil ich weiß, wohin das führt. Islamhasser seid ihr irgendwie alle, aber das Problem ist, die verbreiten Lüge. Nein, nein. Das ist das Problem. Ich bin Islamkritiker, das ist was anderes. Ich bin Islamkritiker, ich kritisiere, aber nicht hasse. Wenn ich Islam hasse, dann muss ich meine ganze Familie hassen. Und das ist niemals wichtig. Und schmeiß ich niemals ganze Muslime. Guck mal, ich gebe viele muslimische Lives auch. Wenn die mich sehen, Carlo, du bist willkommen, die wollen gerne, dass ich mit dir rede. Wirklich. Und da sind richtige Muslime. Wirklich. Die wollen gerne, dass ich hochkomme. Wirklich. Wirklich. Und ich nehme die niemals. Die. Die tue ich auch meinstuch. Ich sage dir zum Beispiel eine Sache, was ich nicht aufgelegt habe. Ich sage dir nur kurz eine Sache. Diese Farah zum Beispiel, warum ich so, ich mag diese Frau nicht. Ich bin auch mit der nie reden wollen. Die hat einmal erzählt, aus einem Hadith, dass der Vater es erlaubt wäre, mit seiner Tochter Geschlechtsverkehr zu treiben. Es ist doch. Es ist doch. Ja. Wenn das. Das ist was du. Wenn die, wenn die Tochter. Das ist was du. Aber ihr habt den Hadith falsch verstanden. Was bedeutet das? Das ist das Problem. Ihr versteht das nicht. Ich verstehe das sogar. Dieser Hadith. Guck mal, guck mal. Dieser Hadith gab es kaum einmal. Kein einmal. Ihr habt den Hadith falsch verstanden? Ja, ja warte, warte. Dieser Hadith, da warst du auch oben. Hast du dich beschwert? Ich habe, ich habe dir gesagt, Medina, ich kenne diese Fatwa nicht. Ich kenne diese Fatwa nicht. Wenn, wenn, wenn Jakobus das sagt. Wenn, wenn, wenn du das sagst. Ich kenne diese Fatwa nicht. Aber ich kenne andere Fatwa nicht. Aber ich kenne andere Fatwa nicht. Ja, Horus ist ein Islamhafter. Horus ist ein Islamhafter. Kommt. Ja. Ich sag ja. Ich sag ja. Solche Personen zum Beispiel. Ungern nehme ich die in live. Dann wird keiner zu Debatte führen oder so. Bobby ist auch mein Landsmann. Verstehst du? Und wenn ich sage, bitte Bobby. Nicht so. Dann muss er akzeptieren. Und ich finde, Bobby ist ja nicht Islamhafter. Sondern er kritisiere. Er kritisiert und er hat das erlebt. Er hat das erlebt. Ich, ich habe ihm so, ich habe ihm so behandelt, wie er, was er sagt. Ich habe ihm genau so behandelt. So, seine Leute habe ich so behandelt in Irak. Wirklich. InshaAllah. Ich gehe jetzt. Und ich wünsche dir eins vom Herzen. Möge Allah dich recht leiden. Dankeschön. Vom Herzen wünsche ich dir das. Ja, Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ja. Also jetzt noch mal kurz zu dieser Prophezeiung. Danach gehe ich auf. Aber ganz kurz nochmal hier. Also Väter dürfen. Die alte aramäische Bibel. Die alte aramäische Bibel. Da. Ja, meine ich ja mit der Bibel. Also ganz kurz noch. Väter dürfen nicht mit ihren Tochtern Geschäßverkehr haben. Okay. Väter dürfen nicht mal mit ihren angeheirateten Töchtern, also mit ihren Stieftöchtern dürfen die nicht mal Geschäßverkehr haben. Das ist nicht auch mit dem Koran. Bist du Muslim? Warte nur kurz mal. Bist du Muslim oder Christ? Ich bin Christ. Aber, äh, Dings, äh, Karl, ich war schon mal hier im live Toon. Und, ähm, genau. Also ich wollte nur fragen, guck, wie ich war hier im live Toon und du hast, äh, so ein, äh, so ein Hadith gezeigt über, äh, es ging darum, dass die Sonne beten geht oder sowas. Und ich wollte mir jetzt nochmal, äh, seit Tagen, ich wollte es mir nochmal genauer selber durchlesen, aber ich wusste nicht, wo das steht und ich finde das nicht. Kannst du mir bitte nochmal zeigen? Wie schreibt dir das Privatbruder? Welcher Hadith? Äh, ich weiß nicht genau, ob, 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 ich glaube es war eine Sura oder sowas in der Art. Warum, warum geht es? Äh, es ging darum, dass die Sonne, äh, nachts beten geht unter Lars Stuhl. Ach so, ja, okay, warte, ich sag dir, ich sag dir, das ist, warte, ich sag dir sofort. Ja, dankeschön. Seit Tagen, ich blech mir den, ich hab ebay gesucht. Äh, Mariam, hast du die altaramäische Bibel jetzt gefunden? Oder die Quelle? Ja, die Quelle, ähm, also einmal bei Johannes. Also in der Bibel selber? Ja, Bibel selber sogar. Warte, aber die, die können wir doch gar nicht, die können wir doch gar nicht glauben, die wurde doch verfälscht. Guck mal, aber es ist ja, wir sagen ja, also ein paar... Stimmt, ja, oder Lied von Salomon, Song of, Song of Salomon. Ja. Also altes Testament war doch auch verfälscht, oder nicht? Altes Testament? Ja. Ja. Nicht, dass ich wüsste, also nicht, dass ich wüsste, wenn, wenn es verfälscht ist, kann sein, aber nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nur, neues Testament, weil altes Testament ist ja Tora. Mhm, genau. Ja, ja, altes Testament ist Tora, genau. Und das Neue Testament ist das Injil. Genau. Und sogar im Neuen, guck mal, sogar im Neuen Testament bei Johannes. Könnte dem nicht trauen, weil alles geändert worden ist. Genau. Aber da stehen doch auch noch ein paar Sachen, die doch so stimmen. Achso, das heißt, da stehen nur noch Sachen drin, die gut für den Islam sind, aber die... Achso, ich weiß nicht. Nicht, das hast du jetzt gesagt. Liebe zu Kölb, äh, Dankeschön. Das hast du jetzt gesagt, weiß ich nicht. Aber, also ich kann gerne, also entweder hier ein Lied von Salomon, da wird von einem Mohammedim gesprochen. Warte. Es gibt auch verschiedene Videos dazu, ne, also wirklich spannende Videos. Kannst du dir auch gerne angucken. Da wird das auch noch nicht erklärt, da wird auch auf die Grammatik eingegangen. Äh, sag mal, sag mal gerade diesen Vers aus dem Neuen Testament. Was war das, äh, Johannes Evangelium? Johannes 16, Kapitel 16, und dann 12 bis 14. Okay. Ich schließe mal kurz vor, ja? Okay. Also das, warte kurz, hast du das? Wie hast du das? Jemand hat schon eingeschrieben. Ja, so dass ihr es sehen, 28. Ja, genau. Äh, allerdings, aber ich gehe dann jetzt wieder, ne? Ich wünsche euch allen noch einen schönen Süden zu. Okay, gerne. Und wenn ihr schlafen geht, dann auch eine gute Nacht. Danke. Gottes Segen, Bruder, Herr. Gottes Segen. Gottes Segen. Tschau, tschau. Darf ich vorlesen, Mariam? Bist du bereit? Ja. Also das war, was war das Kapitel 16, Vers 12, ne? Ja. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird. Das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. 14 auch? Ja. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er, von meinem wird er nehmen und euch verkünden. Genau. Und jetzt ganz kurz. Darf ich die Rede von Mohammed? Ja, genau. Da, guck mal ganz kurz. Ich schluss doch dein Herz. Wo hast du das Herz? Ja, ja, bevor du redest, sag ich jetzt erstmal ein bisschen was dazu. Bitte. Ich hab ja angefangen, ne? Genau. Also wir, also man kann halt davon ausgehen, dass das von Mohammed ist. Warum? Weil wir haben nämlich auch ein Vers, ne? Suche 53, Vers 3 bis 5, wo steht, er wird, er redet nicht von sich selbst heraus, nicht aus seiner eigenen Lust heraus, sozusagen. Das ist eine Offenbarung, die ihm gegeben wird. Und das, was er von den Engeln gelernt hat, genau. Und das halt, was er von den Engeln gelernt hat, ne? Das passt ja dazu. Und du musst ja bedenken, guck mal, okay, die Bibel, was wir halt sagen, ist, die Bibel wurde verändert. Beispielsweise, dass ihr... Aber dieser Pferd, dieser Pferd ist doch drin. Warte, warte ganz kurz. So, es gibt ja Sachen in der Bibel, die stimmen. So, es gibt ja zum Beispiel auch Verse, wo Jesus als Prophet bezeichnet wird. Oder es gibt doch auch ein Vers, ich kann dir nicht sagen, welcher, so gut kenn ich mich jetzt nicht aus, wo Jesus gefragt wird, wann ist der Tag des jüngsten Gerichts? Und dann sagt er, das weiß ich nicht, das weiß nur mein Herr. So, ich sag ja nicht, die Bibel ist komplett falsch. Es gibt halt Dinge, die verändert wurden. Und weil es verändert, ganz kurz, ich höre dich selber nicht, wenn ich rede, sorry. Dinge, die verändert wurden, kann man ja... Du weißt ja so, du kannst das ja... So, es würde zum Beispiel Schweinefleisch, so, Juden dürfen kein Schweinefleisch essen, wir dürfen kein Schweinefleisch essen. Es wurde von den Menschen ein bisschen verändert. Und das steht ja auch im Koran. So, und dadurch, dadurch, dass ein paar Sachen verändert wurden, okay, aber es heißt nicht, dass alles verändert wurde, weil ich habe ja ganz am Anfang auch erzählt, dass die Sahaba, als die verjagt wurden von Mekka, dass die nach Abyssinien geflohen sind und bei dem christlichen König Zuflucht gesucht haben. Und was haben die gemacht? Die haben bei dem christlichen König, weil warum? Mohammed hat ihnen gesagt, Gott sagt, geht zum abyssinischen König, ihr werdet bei ihm Zuflucht finden. Und einer von den Quraysh war auch in Abyssinien, um den König zu sagen, nimmt ihn nicht an, nimmt diese Flüchtlinge nicht an. So, und dann hat er auch Fitna gemacht, der hat gesagt, die reden so und so über Jesus, die sagen, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, etc. pp. Dann hat der christliche König die angehört. Okay, aber ich feste, du drehst dich gerade im Kreis, du drehst dich gerade wie ein Baby. Nein, du willst, nein, nein, warte, lass mich doch an meinen Punkt kommen. Du dreh mich im Kreis, aber vielleicht finde ich ja mein Ziel, muss mich ja nur ausreden lassen. So, was ist passiert? Er hat, die Sahaba haben dem König erzählt von Maria, von Jesus, dass Jesus bei uns ein Zeichen der Barmherzigkeit ist, von Gott geschickt. Solche Sachen. Das ist ja nicht so, dass wir alles, was in der Bibel steht, abschlagen. Weißt du, was ich meine? Also nur das, was passt und was nicht passt, dann ist verwälscht. Was? Was? Was würde ich dir sagen? Doch, irgendwie schon. Genau, nur das, was passt. Weil natürlich, wir glauben ja, weil der Koran ist ja immer gleich geblieben. Der Koran wurde nicht verändert. Oh Gott. Und natürlich, wie weit? Okay. Also wenn du auf diese Schiene gehen willst, genau, nur das, was passt. Weil alles, was... Also ich kann dir beweisen, dass der Koran verändert worden ist. Okay, ganz kurz, Song von, dann noch Song of Salomon, also das Lied von Salomon. Da wird auf Hebräisch, das kannst du auch recherchieren, von Muhammadin gesprochen. Ja, dazu gibt es... Und Leute sagen, das ist ja im Plural. Und Leute sagen, ja, aber das ist im Plural. Deswegen ist das nicht, wird nicht von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesprochen. Aber das ist die hebräische Sprache, wo ein Im drankommt, im Plural. Dass man... Dass das ein Zeichen von Respekt ist. Das ist eine Grammatik, die Hebräer benutzen. Kurze Frage. Mal eine logische Frage. Ja. Also unsere Bibel wurde verfälscht. Und die wird ja, glaube ich, wöchentlich geupdatet oder jährlich? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Fragen wir mal diese... Diese... Zweimal. Geupdatet. Zweimal wann? Zweimal im Jahr? Nein, nicht zweimal im Jahr. Altes und Neues Testament. Also es gibt zwei Versionen. Nachher, bro chill. Ich weiß nicht, wer gerade redet, aber chill. Also die Updates, wann finden die immer statt? Weil ich höre ja immer wieder mehr Updates als iOS oder mehr Updates als Fortnite. Du ziehst das ins Lächterliche. Es gibt doch das Alte Testament und ein Neues Testament. Also haben wir zwei Versionen von der Bibel, richtig? Nein. Das Alte Testament ist die Thora. Und das Neue Testament ist das Injil. Okay. Und was ist jetzt mit dem Beweis, dass der Koran verfälscht worden ist? Wie willst du das beweisen? Das kann ich gleich beweisen. Ganz einfach. Aber ich... Also eins nach dem anderen. Ich meine Frage ist jetzt... Das ist eine logische Frage. Wenn du jetzt... Oder wenn ihr jetzt hingeht und sagt, boah krass, die Bibel wird immer geupdatet. Die Bibel als Ganzes. Also Altes Testament, Neues Testament. Meint ihr nicht, dass die Christen irgendwie auf die Idee gekommen wären, oh scheiße, diese eine Stelle mit Mohammed oder Mohammedin quasi rauszunehmen? Weil sonst würde ich ja beweisen, dass Mohammed ein richtiger Prophet ist. Ganz logische Frage. Ein Gegenargument dazu, dass man sagt, damit ist der Heilige Geist gemeint und nicht Mohammed. Ja, das ist auch... Also in Johannes Kapitel 16 war das. Ist auf jeden Fall der Heilige Geist damit gemeint. Dafür muss man ein bisschen vorher, ein bisschen nachher lesen. Dann wird das genauer erklärt. Aber sich einfach ein Vers rauszunehmen. Das Coole ist, der Christ kann sich auch nicht rausreden, weil hier gibt es kein Tessir, kein Hadith, kein Wa'if, kein Sahih. Ne? Das ist das. Ja, aber du sagst, das meine ich ja. Also ich weiß ja, dass die Christen sagen, damit ist der Heilige Geist gemeint. Ich kann dir aber beweisen, dass Mohammed tatsächlich in der Bibel vorkommt. Als... Ja, okay. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, weil dann brauchen wir nicht weiter zu reden. Willst du die zwei Hadithe als Gute Nacht mitnehmen? Ja, kurz, aber noch hier einfach zu dem Vers, weil es passt ja, guck mal, hier steht ja, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. So, weil vieles, was Jesus in seinen Lebzeiten, also in seinen präsenten Lebzeiten, für uns lebt er ja noch, in seinen Lebzeiten gesagt hat, hat er ja noch nicht gesagt. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit etc. Wer ist denn unser Helfer? Wer ist denn unser Helfer? Wer ist denn unser Helfer? Darf ich euch? Ganz kurz. Denn er wird nicht auf sich selbst. Darf ich kurz? Wer? Wer? Mohammed, bist du Muslim? Meinst du mich gerade? Ja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. Bist du 222, bist du Muslim oder Christ? Ich bin Christ, Gott segne euch. Gottes segne euch. Hi, aber tut mir wirklich leid, wenn du Fragen hast, ist es okay. Ich habe keine Fragen, alles gut, ich kenne mich eigentlich recht gut aus mit Islam und Christentum, deswegen ist das jetzt kein Fragen-Ding, eher Meinungs-Ding, wenn man mitmachen darf, natürlich nur. Schwester, jetzt habe ich bisher was Falsches gesagt? Nein, nein, ich stehe komplett hinter dir, alles gut. Okay, perfekt, alles klar. Mariam, wo war ich? Genau, bei dem Vers halt noch, bei Johannes. Und hier steht zum Beispiel, er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Und das ist ja auch der Fall gewesen. Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, hat ja über Jesus gesprochen. Er hat ja, als die Sahaba zum Beispiel in Abyssinien waren, haben die auch von Jesus gesprochen. Die haben gesagt, Jesus ist ein Zeichen der Barmherzigkeit gewesen. Sonstiges etc. pp. Wir glauben ja auch an Isa alaihi wasallam, Jesus. Jesus hat ja auch einen hohen Stellenwert bei uns. Er wird auch, wir glauben zum Beispiel daran, dass Jesus am Tag des jüngsten Gerichts auch runterkommt, und, äh nein, vor dem Tag des jüngsten Gerichts und runterkommt und gegen den Antichristen kämpfen wird. Das glauben wir ja auch, also an den der Jelly. Und auch gegen das Schwein? Gegen diese Bestie, meinst du? Ja, also ich, schmeck ich auch immer noch nicht. Ich tote Dame Schweine. Ja, es gibt so ein Tier, was auch kommen wird, und ich glaube, ich will jetzt wirklich nichts Falsches sagen. Bitte korrigiert mich, wenn ich, also die Muslime sollen nicht bitte korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Aber ich glaube, der wird gegen diese Bestie kämpfen und verlieren. Kurze Frage. Verlieren? Okay. Ja, es ist halt alles. Guck mal, ihr seht alles immer so streng, aber Allah ist ein kundesches Wesen und er macht, was er will. Maryam, 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 in der Hadith steht, da töten alle Schweine. Ach so, Schweine. Ach so, keine Ahnung, das wusste ich gar nicht. Was habt ihr so gegen Schweine? Das verstehe ich nicht. Aber Christen, viele Christen, also Christen dürfen ja auch kein Schwein essen. Was man gegen Schweine hat, guck mal, wir dürfen kein Schwein essen. Das weiß ich, das weiß ich, aber warum? Wir dürfen doch Christen auch nicht. Ja, Christen dürfen eigentlich auch kein Schwein essen. Das ist so nicht ganz richtig, weil Jesus quasi gesagt hat, alles was von Gott kommt, ist rein. Nein. Wir machen uns zu viele Gedanken, was sauber ist und was nicht sauber ist. Dabei sollten wir achten, wie unser Herz ist. Ich habe eine Frage an dich, Bobby. Bro, einfach dem anderen. Einfach dem anderen. So, Maryam, dieser Jesus, von dem du gerade redest, der kämpfen wird und verlieren wird oder gegen eine Schweineherde kämpfen wird? Nee, ich meine das nicht, meine Herde. Es gibt so eine Bestie, die am Tag des jüngsten Gerichts wird. Das ist was ganz anderes. Schweine, das weiß ich gar nicht. Okay, okay. Dieser Jesus, von dem du gerade redest, hatte weder laut Koran noch laut der Bibel eine Waffe in der Hand gehabt oder hat jemals gekämpft? Jetzt kommt er nach islamischer Sicht und wird auf einmal kämpfen. Warum hat der Islam so viel mit Kämpfen zu tun? Es ist halt der Tag des jüngsten Gerichts so, ne? Also, beziehungsweise vor dem Tag des jüngsten Gerichts. Und das ist halt der Antichrist. Die sagen, ihr glaubt doch auch an den Antichristen. Bei uns der Antichrist, der Dajjel, wird, sagen wir, die größte Fitna, die diese Welt je gesehen hat. Und keiner ist vor dem Dajjel sicher, außer man ist in Mekka. Und dann kommt Pipapo, alles wird passieren. Und Al-Aqsa wird dann befreit werden von Imam al-Mahdi. Und dann, wenn Al-Aqsa frei ist, kommt Jesus runter. Also Al-Aqsa kommt dann runter auf die Erde und wird gegen den Dajjel kämpfen. Das ist halt auch, also warum hat das was mit Kämpfen zu tun? So, da ist halt der Dajjel. So, was soll man da machen? Soll man jetzt mit dem Hähnchen halten? Ne, ne, Hähnchen halten nicht. Aber ich frage mich halt, also jetzt laut, quasi einfach nur logisch gedacht, Ja, dieser eine Jesus, von dem immer überall die Rede ist, hatte nie eine Waffe in der Hand gehabt und hat immer gepredigt, nicht zu kämpfen, die andere Waffen zu halten. Genau. Und was habe ich eben gesagt, wo ich über die Sahaba geredet habe, wo die in Abyssinien waren, was die über Jesus gesagt haben, dass Jesus die Sahaba muslimus. Also Abyssinien, ich werde gleich meinen Instagram-Namen ändern auf Abyssinien. Ohne Scheiß, du hast mich heute gekippt mit Abyssinien. Das ist deine Lieblingsgeschichte. Ja, weil Abyssinien ist ein wichtiger Aspekt in der islamischen Geschichte und auch in der christlichen Geschichte, muss man sagen. Also Abyssinien ist ein, das ist auch ein krasses Volk. Das sind ja die Äthiopien, das ist ja heute Äthiopien und Eritrea da, auf jeden Fall Äthiopien da, die Hebbischer. Die sind ja auch alle, also es ist ja gemischt dort. Es gibt Muslime und orthodoxe Christen dort. Schwester, schon aus der Ecke weißt du auch, wie der Islam da überhaupt reingekommen ist. Ich weiß die Geschichten, die erzählt werden, aber ich weiß nicht, wie sehr du dich wirklich mit der Geschichte dieser Welt auskennst. Und ich habe eine Frage an dich. Du sagtest gerade, die Menschen werden nur in Mekka sicher sein am jüngsten Tag? Nein, nicht am jüngsten Tag, nicht am Tag des jüngsten Gerichts, wenn der Antichrist da ist. Okay, und was machen die Menschen, die nicht nach Mekka kommen? Das ist ein Test. Guck mal, alles in dieser Welt ist ja ein Test. So, keine Ahnung, ob die jetzt Alkohol sehen. Also nach Islamischer Lehre ist alles ein Test, ich weiß. Ja, ja, nach Islamischer Lehre. Das heißt, dass Gott nur in Mekka die Menschen beschützen kann und der Antichrist kann auf der Rest der Welt dann die Muslime auch angreifen? Nein, guck mal, ich habe das ja nur so gesagt, einfach nur für den Inhalt, also damit das auch richtig vollständig ist, was ich sage. Der Antichrist, wir sagen, das ist die größte Fitna, die die Menschen hier gesehen, also erleben werden. Also Fitna im Sinne von, was ist Fitna? Fitna ist einfach, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel, ich darf keinen Alkohol trinken. Ich glaube, wir wissen alle, was Fitna ist. Nein, weil viele wissen nicht, was Fitna ist, weil viele, also heutzutage beziehen viele Fitna nur noch so auf Streitmacherei und alles so, der macht Fitna. Ich gebe dir auf jeden Fall da recht, dass Menschen heutzutage Begriffe falsch verstehen, aber ich glaube, ich muss auch nochmal an dich ganz stark eine Sache sagen. Ich finde es echt gut, wie du hier die Leute belehrst über deinen Glauben, das ist wichtig, dass wir da verschiedene Perspektiven mit aufgreifen. Aber was nicht gut ist, und zwar, wenn man über andere Religionen spricht und einfach Müll labert, das ist nicht gut. Okay, das kann ich natürlich nachvollziehen, Bisu, da bin ich ganz bei dir, aber das ist ja halt dasselbe, was ja auch hier die ganzen, ich weiß nicht, wie lange du schon in dem Live bist, aber dasselbe machen ja auch die anderen hier mit dem Islam. Und deswegen machst du es auch, dass du es über das Christentum falsch redest, weil es andere über den Islam machen, statt ein Vorbild zu sein und es besser zu machen. Ganz kurz, darf ich ausreden, weil du bist mir ganz wieder ins Wort gefallen, lass das alles bitte respektvoll halten. Guck mal, ich erzähle hier etwa, also ich erzähle nicht mit Absicht oder mit Vorsatz irgendwelchen Müll über den Christentum. Alles, was ich über den Christentum gesagt habe, war hier schwarz auf weiß, stand hier schwarz auf weiß auf Johann und ich habe einfach bei Johannes und ich habe lediglich meine Theorien, meine Meinungen dazu geäußert. Ich habe nicht gesagt, Leute, das ist so, es ist so, okay, außer zum Thema Schweinefleisch, habe ich gesagt, dürft ihr nicht essen, beziehungsweise durftet ihr auch früher nicht essen und alles andere mit Abyssinien, das war bezogen auf den Islam. Hier, also, dass die Sahaba, also die Anhänger von Mohammed, zur Zeit, als der Islam entstanden ist, nach Abyssinien zum christlichen König gegangen sind. So, ich weiß jetzt auch nicht, was genau ich zum Christentum gesagt habe, was falsch ist. Kannst du mir das bitte nennen? Nur kurz, nur kurz, ich weiß nicht, also was genau habe ich denn gesagt, was falsch war? Nur kurz, Kurde, Rojava, du hast hier Mutti und wer beleidigt hier, egal welche Religion. Einfach stummen, warnen ihn und dann stummen. Niemanden blockieren, bitte. Okay? Dankeschön. Ich würde nochmal auf Bobby Valentino zurückkommen. Er hat gesagt, dass vorhin, dass der Koran verfälscht worden ist und wir wollten ja eins nach dem anderen machen. Das interessiert mich jetzt extrem. Ja, okay. Was sind die Beweise dafür? Das interessiert mich wirklich. Ich würde auf eine Aussage von Bisou zurückkehren, weil ich muss Mariam auf jeden Fall Props geben, so wie sie das macht, dass sie geduldig bleibt und ihr Glauben so darstellt, wie sie davon überzeugt ist. Die macht das toll. Die macht das wirklich toll. Also ich glaube, das ist mit seit in den letzten Wochen die respektvollste und wirklich schönste Debatte, in der wir sind. Und wir haben hier Christen und wir haben hier Muslime. Finde ich wirklich toll, wie die Runde hier aufgebaut ist. Kufar auch. Merci, danke. Und nochmal auf Bisou zurück. Bisou hat ja gerade eben von sich... Aber Mohamed, du hast hier Kufar auch, Ex-Muslim auch, Bako und ich, wir sind auch Ex-Muslim. Ist auch in Ordnung. Eigentlich normalerweise, ja, ja, ich will, ich will normalerweise nicht in meinem Livestream eigentlich keine Debatten, aber wenn es Debatten gibt, dann Respekt, mit Respekt geführt, dann habe ich kein Problem damit. Aber wir können auch zum Beispiel, ja, aber unserer Meinung kommen wir auch dazu sagen. Ich und Bako zum Beispiel, wir können auch sagen, wenn ihr damit einfach... Vollkommen in Ordnung. Wenn nicht, ja, wenn nicht, wenn nicht, dann keine Ahnung, warum ich diese Livestream mache, ganz ehrlich. Vollkommen in Ordnung. Ich teile deine Meinung. Du hast ja auch, sage ich mal, vielleicht gegenüber den einen oder anderen ein provokantes Bild, ne? Ex-Muslim. Auf jeden Fall. Da kann sich der ein oder andere auf jeden Fall provoziert fühlen und man merkt trotzdem, wie respektvoll wir hier miteinander umgehen, ne? Bisu hat beispielsweise gerade eben gesagt von sich, das habe ich mir gemerkt, dass die Mariam keinen Müll von sich geben soll und nicht schlecht über den Christentum reden soll, ne? Und nichts, ich sage mal, erneuern oder erfinden soll. Das könnte ich jetzt rein theoretisch auch dem Bobby wiedergeben, weil er sagt, weil der Bobby gesagt hat, der Koran ist erneuert. Also ich muss sagen, ich höre das jetzt so zum ersten Mal. Er wollte noch Beweise aufführen. Welche Beweise hast du denn? Wenn ich sobald ich reden darf, gebe ich sie dir. Ich habe sie jetzt gerade schnell rausgesucht. So, bitte. So, wusstest du, dass Aisha's Ziege ein paar Koranferse gefressen hat? Dass Aisha's Ziege was? Äh, Koranferse über die Steinigung und über die Bruststillen gefressen hat. Das war das zum ersten Mal, ne? Ich höre das zum ersten Mal und weil ich das zum ersten Mal höre, ist das für mich extremst kurios. Ne, ich habe, ich kann das schon lange sagen. Also auch sehr, sehr. Was hat sie gemacht? Es fehlen Verse aus dem Koran und die Ziege war die schuldig, weil die Ziege hat diese Verse gefressen hat. Also, es gibt es auch, ja, es gibt es auch andere Verse, die Besteinigung zum Beispiel. Die Besteinigung, die fehlen auch aus dem Koran und das ist laut Hadith, es ist authentisch auch. Umar hat die, hat die, hat die genannt, ne? Dass der Prophet, äh, mancher Besteinigung hat und haben die Leute nach ihm besteinigt. Und diese Versen, die fehlen auch. Und dass der Koran auch, dass der Koran, dass der Koran auch 20 oder 30 Jahre später geschrieben wurde, vom Asman, vom Asman, vom Asman al-Abfan. Ich glaube, ich habe das, irgendwie mal, habe ich das gehört. Irgendwas für die Ziege hätte was gegessen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das Einzige, was ich sagen kann, so, aber das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung, ähm, nix Handfestes ist, dass, ich kann mir vorstellen, dass diese Ziege vielleicht einfach von Amber geschickt wurde. Damit, vielleicht wollte der nicht, dass diese Verse dann doch, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, also, wenn es überhaupt stimmt, ne? Das mit den Versen jetzt. Guten Morgen, alle zusammen. Hallo. 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 Also, ihr wollt, äh, hallo, ihr wollt einen direkten Beweis, wo ihr nachsehen wollt. Und zwar, äh, ihr wisst, dass, äh, es gibt, äh, verschiedene Koran. Es gibt Hafs, es gibt Wurz, jetzt zum Beispiel Hafs, was in Ägypten benutzt wird. Und Wurz, was in Nordafrika benutzt wird, wie Marokko, Tunesien, Algerien. Und da, bei, äh, Surat, äh, Zuchruf, Ayah 18, steht, dass, äh, bei den, äh, Hafs, bei den Ägypten, steht, dass die, äh, Engel bei Gott, äh, Ibad, Ibad, Allah, also, äh, sind weibliche, äh, Engel, sind, äh, Diener Gottes. Und bei, äh, Lursch, steht, die sind bei Gott, äh, Indallah. Bei einer ist, äh, Ibad, und bei der anderen, äh, Inder. Bei dem einer ist, äh, Diener Gottes, und bei dem anderen sind bei Gott. Das sind schon mal zwei Fehler. Direkt kannst du direkt, äh, suchen. Bei Hafs, der ägyptische, äh, Zuchruf, äh, Nummer 18. Und bei Wurz, Zuchruf, Nummer 18. Da sind zwei verschiedene Meinungen. Sind Diener Gottes oder bei Gott? Entschuldigung. Ja, bitte, Alisa. Carlo, kannst du bitte mit Ihnen sagen, äh, ich hab nicht gesagt, dass Christen nicht beleidigen, ich hab gesagt, dass sie auch, äh, man nicht beleidigt hat, aber ich hab gesagt, dass Christen nicht drohen und auch so unter der Schuhe bleibt beleidigen, so wie man die beleidigt hat und wie man gedraht hat. Und sie fragt da, da, im Stringdiener Hetscher, der Abu Ben, äh, äh, fragt da, mich beleidigen. Ich hab das nicht gesehen. Okay. Medina, Medina, Rahmallah, 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 Allah, Allah, Allah. Bitte, 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 bitte. Und ich bitte euch alle, bitte, entweder mit Respekt oder stimme ich euch. Entweder mit Respekt oder einfach stimmen und ihr könnt nur hören und nicht schreiben. Bitte, Leute. Ja, und nur kurz zu, Maryam, Maryam, der Islam ist nicht der Film, was du alles erwähnt hast, kam in vielen vor und das Film war alles Propaganda. In dem Film gab es keine Suche nach Asa, also Sklavenmarkt und so. Es war alles schön gemacht. Ja, aber das Film war reine Propaganda. Und alles, was du weißt vom Islam, besteht aus diesem Film. Du musst dich ein bisschen Mühe geben. Das Einzige, was ich erwähnt habe, was auch im Film war, das Einzige, worüber ich geredet habe, was auch im Film war, ist das mit Abyssinien. Komma, Bobby, schon wieder Abyssinien. Aber das ist aber auch eine wahre Geschichte. Das stimmt. Dazu gibt es ja auch einen Vergnügen. Ja, aber du merkst, wir Muslime leider, wir lesen nicht, unser ganzes Glauben besteht aus einem Film. Und das hast du wieder, als ich das gehört habe, wusste ich sofort, dass das vom Film ist. Wir sind halt so, wir sind aufgewachsen mit diesem Film und wir glauben, dass... Paco, darf ich fragen, bist du Muslim oder bist du Christ? Ja, ja, aber das ist auch ein schöner Film und so. Ich bin kein Christ, ich war mein ganzes Leben Muslim. Ich bin jetzt nicht mehr Muslim, aber mein ganzes Leben war ich Muslim. Ayat al-Kursi hängt immer noch an mein Zimmer. Ganz kurz, Paco. Ja, das ist kaum... Ich weiß nicht... Der schloss mich raus. Oder wer ist... Hä, wer redet? Auf jeden Fall ganz kurz, Paco. Ich habe nie über den Film geredet. Das Einzige, was ich erwähnt habe, war, dass die Sahaba in Abyssinien war. Und... Wer redet hier? Imam Ahmed 3788, das wurde einmal... Hallo? Wer redet hier? Wer war das? Das ist voll gruselig. Hallo, bist du das? Hallo? Ich glaube, das ist Profi. Auf jeden Fall, Paco, ich weiß nicht, ob du den ganzen Live dabei warst. Ich habe nie über den Film geredet. Ich habe einmal kurz zu einem Kommentar gesagt, der Film heißt Erich Sela. Aber das Einzige, was ich erwähnt habe, war, dass die Sahaba in Abyssinien waren. Und das war in dem Film, das stimmt. Aber das ist auch eine wahre Geschichte. Das stimmt ja, dass das passiert ist. Alles andere... Okay, ich mag den Film, ich habe den geguckt. Der ist auch schön. Aber es ging nicht mal um Themen, die was mit dem Film zu tun hatten. Also, wo es um Sachen ging, die in dem Film passiert sind. Wir haben über Mohammed geredet, dass wir, sallallahu alaihi wa sallam, dass wir Salat schicken. Über solche Themen haben wir geredet. Nichts über den Film. Das Einzige, was im Film war, ist das mit Abyssinien. Ja, aber sonst hast du nie einen Queller genannt oder so. Und ja, verstehst du alles aus deinen Gefühlen? Ich denke, dass es so war. Ich denke, nach meiner Meinung, das funktioniert leider so nicht. So funktioniert es bei uns. Also Gott hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Ja, okay, ich spreche nur mit Beweisen. Hast du recht, hast du recht, Paco. Wir müssen mit Beweisen arbeiten. Ich hätte auch dann Hadith nennen sollen. In dem Moment habe ich, ja, bismahlia, also, ne, alai sallam, habe ich nicht gemacht. Aber, also, wenn ich was Falsches gesagt habe, jeder kann mich korrigieren. Jeder kann mir eine Nasihat geben. Ich bin glücklich darüber. Nein, du bist ein erwachsener Mensch. Mensch, lass keiner dir eine Nasihat geben. Das ist, das macht man nicht. Man kann nicht einen erwachsenen Menschen, dem was zeigen oder so. Du kannst es viel besser. Glaub mir. Ja, aber ich meine, es ist ja gut, wenn man jemandem Nasihat gibt, sagt, guck mal, das ist das, du hast was falsch gesagt, in dem Hadith steht das so und so. Ich habe, also meiner Meinung nach, immer alles, was ich gesagt habe, ist etwas, was ich gelesen habe von Sahih-Hadithen oder vom Koran. So, also, aber wenn ich was falsch gesagt habe, kann man mir das gerne sagen. Ja, aber weißt du jetzt zum Beispiel? Man muss mit Dingens, mit Beweisen arbeiten. Aber das war nicht ein Gespräch von uns. Wir haben einfach geredet. Paco, Bruder, das war nicht, das war keine Debatte. Wir haben einfach nur nett gesprochen, einfach nur mal miteinander uns ausgetauscht. Und deswegen war das nicht notwendig, weil ich habe gemerkt, dass sie nicht quasi 100 Prozent da drin ist. Es bringt nichts, zu sagen, gib mal Hadith, gib mal Quellen, gib mal dies, gib mal das, gib mal jenes. Es bringt ja nichts. Das kannst du nur mit jemandem machen, der auch belesener ist. Und das war, weil der Carlo gesagt hat, hey Leute, ich will hier keine Debatte, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach nett und höflich miteinander sprechen. Ja, höflich miteinander sprechen ist gut. Deswegen wollte ich nicht am Anfang reingehen, weil wirklich, ich möchte nicht über Menschen reden, weil Menschen sind unterschiedlich. Wenn ich die ganzen Moslems auf die Erde nehme, keiner tickt wie der andere und jeder hat eine andere Moral. Aber ich rede nur von Büchern, Büchern und Hadith, also vom Koran und Hadith und da kann mir keiner sagen, nee, das stimmt nicht oder da kann man direkt hingehen und gucken. Wenn ich sage, der Prophet hat ein kleines Kind missbraucht, das steht ja im Hadith, 21 Hadith, oder dass Allah ihr kleinen Kinder erlaubt, das steht ja im Koran. Verstehst du, das können die nicht Nein sagen, aber wenn ich über Menschen rede, natürlich kann ich mich nur ehren und das ist auch rassistisch, wenn ich über Menschen rede. Das geht gar nicht. Aber ja, Ideologie kann ich kriterisieren, wenn ich will. Das Problem ist, sie hat quasi schon angefangen, ich habe da gehört und ich glaube, das war so, deswegen hätte diese Diskussion mit ihr nichts gebracht. Wir sind auch nicht so weit gekommen, weil immer wieder quasi was Neues gekommen ist. Aber was ich, Meryem, weißt du zum Beispiel, dass du den Koran, den du hier benutzt, normalerweise nicht nach Marokko mitnehmen darfst? Wusstest du das? Welche Koran hat sie? Hafs oder was? Hafs, ja. Ja, das ist für Ägypten. Wir haben Wursch, also in Nordafrika. Was passiert denn in Marokko, wenn man den Hafs-Quran bei ihr findet? Weißt du das? Keine Ahnung, aber wenn du sagst, dass Bukhari falsch ist, du kannst fünf Jahre Gefängnis. Das ist nur Bukhari. Das ist nicht Allah oder Prophet. Das ist Bukhari. Wenn du sagst, Bukhari ist falsch, existiert nicht, das ist Bullshit, dann kannst du fünf Jahre Gefängnis. Okay. Aber das, ja, okay, weil dazu habe ich nämlich im Internet keine Quelle gefunden, ne? Wozu? Zu dem fünf Jahre Knast? Ja, oder generell, dass das verboten ist. Ja, das ist wieder die Aussage gebracht. Das ist das, was gerade eben Paco gesagt hat, dass er gerne nicht eine Meinung hören will, sondern Beweise. Und ich höre sowas zum ersten Mal, auch mit den zwei unterschiedlichen Koranen, das höre ich zum ersten Mal und das mit den fünf Jahren Knast über Bukhari, die höre ich zum ersten Mal, würde ich dir empfehlen, dass du dich mal ein bisschen mehr damit befasst, Bruderherz. Weil ich gebe dir jetzt, ich gebe dir jetzt die zwei Quellen, das einmal mit der Ziege und einmal, dass der Koran verbrannt worden ist und neu geschrieben worden ist. Sorry, mein Hingling. Bobby, ich sag mal, Aisha ist in der Islamischen mal etwas kontrovers, ja, etwas ein kritisches Thema, weil es unter den Muslimen, Schiiten, Aleviten und so weiter und so fort, Sunniten gibt, deswegen ist die Person Aisha im, ich sag mal, in der Islamischen mal etwas kontrovers, etwas ein kritisches Thema. Also, lehnst du den Sahih al-Bukhari ab? Ich? Ja. Ich lehne es ab, ja. Okay, wie betest du denn? Und Muslim? Bitte? Und Muslim? Auch. Ja, ich bin nicht... wie alt war der Prophet, als er, als er Prophet geworden ist? Du fragst jemanden, du fragst einen Otto normal, du fragst einen Otto normalen Muslim. Ich bin kein Großgelehrter, ich kann dir keine Hadithnummern oder sonst irgendwas erzählen. Nee, nee, wie alt war er? Mit wem war er verheiratet? Mit Aisha, mit Haditha, das sind die, die ich jetzt erstmal so kenne. Das ist meine Überzeugung. Du weißt nicht, mit wem der verheiratet war? Mit Aisha? Nee, der war mit Haditha verheiratet. Ja, mit Aisha, als er, später kam Aisha, später kam Aisha. Ja, du fragst, mit wem war er verheiratet? Er hatte ja mehrere Frauen. Nein, also, er hatte die ganze Zeit lang, eine von Haditha. Er hatte die ganze Zeit lang, Haditha, und sonst dürfte er nicht weiter heiraten. Er ist, als die gestorben ist, dann hat er angefangen, Frauensammlungen zuzulegen. Habe ich deine Frage falsch beantwortet? Ja, du hast gesagt, er hatte mehrere Frauen. Aber er hatte mehrere Frauen. Warum dürfen denn Muslime vier Frauen haben? Gleichzeitig? Nee, du hast mich nicht verstanden. Anscheinend nicht, nee. Als er, in Rahera, das erste Mal, wie nennt man das, wenn er von Gott angesprochen wird? Prophezeiung. Prophezeiung. Wie alt war er, als er die Prophezeiung gekriegt hat? Wie alt war er? 40. 40, ja? Ja. Mit wem war er verheiratet mit ihm? Und er war auch nicht 40. Er war 40, als er zum Profil berufen wurde. Ja, er war 40. Und das alles steht im Hadith, das steht nicht im Koran. Dieses fünf Gebete, das steht alles im Hadith. Da steht auch im Koran. Und im Hadith werden wir nichts wissen. Wir können uns nicht erklären, wer Seid ist. Weil er war der Adoptivsohn von Propheten. Das wissen wir nicht wissen. Ja, vielleicht sind wir ja Schia. Schia so. Ne? Und? Bitte? Bitte? Schia? Ich habe dich nicht gehört. Schia, Schia. Schiite. Was ist damit? Ach so bist du ja, ne? Also ihr geht ja eh nicht nach... Bist du Sunnit oder Schiite? Ich bin Alhamdulillah Muslim, aber ich bin der Glaubensrichtung Schia ganz genau richtig. Ja, ihr geht ja eh nicht nach... Nein, wir gehen nicht da. Ja, deswegen, die Diskussion mit Hadithen und so braucht ihr ja eh nicht anfangen. Okay, Mariam, ganz kurz. Wir gehen nach der Sunna, aber wir gehen nicht nach Bukhari und immer Muslim und diesen ganzen Werke, die wir... Ja, die meine ich, also die Hadith. Aber dass wir nicht nach der Sunna gehen, das ist verkehrt, nein. Also wir gehen nach der Sunna. Ja. Aber generell, es ist ähnlich bei... Wenn du jetzt Schiite rittst, kann ich dir sowieso keine Hadithe geben. Nicht zu trotz, dass der Prophet Reicher mit sechs geheiratet hatte. Also du kannst mir trotzdem gerne ein paar Hadithe aufzählen, Bobby. Okay, dann gucken wir mal, der Paco war noch am Reden, ich wollte dir nicht ins Wort fahren, Entschuldigung. Ja. Alles gut, alles gut, mach weiter, mach weiter. Dann hast du was zu schreiben, Mariam und Mohammed? Wovon willst du mich überzeugen, was du nicht kannst? Meinst du mich gerade? Ja, du hast ja gefragt. Nein, nein, ich meine, wenn ich dir die Hadithe gebe, bringt dir das ja nichts, weil du sowieso nicht dran glaubst. Dann kann ich dir, dann kann ich dir auch gar nicht beweisen, dass der Koran quasi einmal weg war und da was fehlt und der, sagen wir mal, in Anführungsstrichen auch verfälscht worden ist. Ich habe den, ich habe den, ich habe den, du, schau mal. Bobby, Bobby, als Schoite, als Schoite ist von ihm sowieso, der Koran ist nicht vollständig. Das ist eine Behauptung, die nicht stimmt. Und alle Schoite sagen das? Nein, warum sagt ich das nicht? Doch. Warum sagt das meine Moschee nicht? Wo war ich heute? Nein, da, da Pauschal... Ich weiß nicht, aus welchem Land, aus welchem Land, aus welchem Land, weiß ich nicht, aus welchem Land du kommst, aber Osman, Osman, wie heißt das? Vom Osman nehmen die ihm sowieso nicht an. Die sagen, ja, ist ja richtig, aber da fehlen welche. Da fehlen wirklich welche. Nein, das ist vielleicht wieder eine extremistische Richtung, von den Schiiten, die zum Beispiel auch Sahaba und so weiter beleidigen. Zu dieser Gruppierung gehöre ich nicht. Ich habe auch schon oft gehört, dass das uns beigefügt wird, dass der Koran unvollständig ist. Das ist auch nicht korrekt. Also wir behaupten das nicht. Vielleicht irgendeine extreme in dieser Richtung. Ja, also lehne ich definitiv ab, diese Aussage. Ja. Aber die Aussage nehme ich so an. Derjenige, der austritt aus dem Islam, tötet die. Und bei Schiiten ist das auch so. Ja, das ist aber nicht nur bei den Schiiten so, das ist auch bei den Sunniten so. Das macht es nicht weniger schlimm. Lass mich doch aus. Also du hast eine Frage gestellt, dann würde ich gerne ausreden wollen. Das spielt keine Rolle, ob das in dem Schiitentum so ist oder in dem Sunnitentum. Diejenigen, die Allah den Rücken kehrt, genau, gegen die dürfen wir Krieg führen. Das ist korrekt. Gut. Darf ich fragen, was das heißt Allah den Rücken zu kehren? Gott leitet dich recht. Und sobald du ihm den Rücken zutrittst, das heißt, wenn du zum Beispiel deine Gottesfurcht ablegst und zum Beispiel Gott eine, ich sag mal, eine zweite Person zustellst und Gott nicht ein, und wir nicht eine monotheistische Religion ist, dann sind wir im Krieg. Ganz genau. So steht es im Koran. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Christ Jesus als Gott sieht, ist es ja die Zustellung laut islamischer Lehre einer weiteren Person zu Gott. Ganz genau. Und damit würde ich dann Allah den Rücken zu kehren. Richtig. Und damit hätte jeder Moslem das Recht, mich umzubringen. Das heißt, es gibt keine Freiwähler im Islam. Nein, nein. Wenn ich Moslem bin, darf ich nicht etwas anderes. Ich habe vielleicht keinen Bock mehr auf Islam. Ich will vielleicht Christin werden, ich will vielleicht Atheist werden. Das geht nicht. Du musst einen Korb kleiner gemacht werden. Das kannst du... Also Freiwähler gibt es nicht. Das kannst du nicht. Das kannst du ja machen. Wenn deine Überzeugung ist, dass ich mit dem Islam nicht schlau werde, und du sagst, ich werde jetzt Christ oder sonst irgendwas, dann kannst du das machen. Wie du... Das kennst du nicht. Nein, nein, nein. Du hast drei Tage, Murtet, der wird festgehalten, drei Tage. Schicken dir den Imame, wenn er nicht zurück zum richtigen Weg, wird dein Kopf kürzer gemacht. Sonst nichts. Es gibt keine andere Lösung. Als Moslem darfst du nicht raus. Verstehst du? Du kannst wieder sagen, okay, ich bete wieder und ich bin wieder Moslem. Auch wenn du es nicht willst. Du musst ja lügen. Du willst ja dein Leben behalten. Und Gott akzeptiert dich wieder. Und dann kannst du dein Leben komplett als Heuchler weiterleben. Also akzeptiert dich als Heuchler besser als einer, der aus einer Religion austritt. Verstehst du? Also Paco, Paco, ich ziehe ja heraus, dass allgemein Menschen mit Angst... Also die werden ja dazu mit Angst gebracht, an etwas zu glauben. Und ich bin ja der Überzeugung, dass Freiheit Liebe ist und dass man nur aus freiem Willen auch jemanden lieben kann. Deswegen habe ich jetzt nur nicht den Punkt verstanden, wieso dürfte denn ein Moslem mich töten, nur weil ich nicht an den Propheten Mohammed glaube. Also das verstehe ich nicht. Ich meine, ich liebe euch genauso, auch wenn ihr nicht... Ja, weil der Prophet hat gesagt, der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Das ist klar und deutlich. Es gibt keine andere Lösung. Ich weiß, ich habe auch die Summa gelesen und alles. Ich verstehe nur nicht, was ein Moslem darin sieht. Das würde ich gerne verstehen. Weil ich weiß, es gibt ja auch im Islam liberale Muslime, konservative, es gibt die Radikalen. Und da sagt ja auch jede Gruppierung über ihre... Ja, deswegen reden wir nicht über Muslime. Wir reden nicht über Muslime. Wir reden nur über die Texte. Ja, genau. Und egal. Vielleicht heute bist du ein cute Muslim irgendwann. Du möchtest dich radikalisieren oder was weiß ich was. Aber das ist halt der Islam. Dann findest du immer die Texte, die das erlauben. Lass mich nur antworten darauf. Ich finde es gut, dass wir nicht über die Menschen reden, weil wir sollten uns nicht dieses Recht nehmen, über einen Menschen zu urteilen. Wir sollten eher über das, worauf ja auch dann dieser Mensch sein Wissen hat und zwar auf Sunna und Koran, darauf basierend halt Entscheidungen treffen. Deswegen verstehe ich ja nicht, wie die Entscheidung kommt auf der Sunna. Was ich auch krass finde, ist ja, dass der Koran dann im Textverhältnis eh nur 14 Prozent sind, also das Wort Gottes. Ich frage mich, woher kommt dann der Entschluss, dass ein Christ oder jemand, es geht ja nicht nur um Christen, es geht ja an sich um Menschen, die bewusst Allah als einzig wahren Gott und den Propheten Mohammed als den wahren Gesandten ablehnen, dass sie es nicht verdient hätten zu leben. Und da frage ich mich, okay, und wie kann es dann sein, dass Gott uns aber alle erschaffen hat, wenn es ja nur eine Sorte von Menschen gibt, die es in Gottes Augen verdient hätte auch, zu leben, auf dieser Erde gerade. Es geht nicht mal ums nächste Leben, über das ja Gott persönlich richten wird. Es geht darum, dass Menschen hier auf der Welt schon anfangen zu richten, in Gottes Namen. Und das passiert ja auch auf einem Urtext. Ja, aber das ist ja nicht richtig. 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 Das ist auch nicht richtig bei Gott. Ja, das ist so bei uns im Islam. Bis die ganze Erde sagt, la ilaha alhamdulillah. Was ist Tauhid? Tauhid ist Unification. Also alle müssen einen gleichen Gott. Das Ziel ist ja die Oma. Das ist Tauhid. Ja, genau. Das ist Tauhid. Herr Krass, ich verstehe das immer noch nicht. Leute, Bobi will was fragen. Bobi wollte was sagen. Sorry. Ich wollte was sagen. Ja, alles gut. Oder ich bin müde. Ja, keine Ahnung. Nein, ich wollte nur sagen, zuhören, liebe Muslime, besonders an Meryem und Mohamed. Ich glaube, ihr lernt hier gerade Sachen über eure Religion, die ihr vorher gar nicht wusstet. Ich bin froh, dass mein Glaube, dass ich davon so überzeugt bin. Bin aber auch froh, dass ich mit euch in eine respektvolle Debatte gehen möchte. Aber bringt der Islam diesen Respekt, den du gerade von mir und von Bisu kriegst, und Alisa, bringt der Islam diesen Respekt den Christen und den Juden gegenüber? Eine ernst gemeinte Frage, deiner Meinung nach. Die ernst gemeinte Frage ist das, was Paco gerade eben gesagt hat. Die Religion bei Allah ist der Islam. Okay, also du erwartest Respekt. Wir dürfen den Propheten Mohamed nicht beleidigen, aber er selber, beziehungsweise nicht er selber, sondern Allah, schießt aus allen Rohren gegen Christen und Juden. Dann verurteilt. Normalerweise, wenn wir jetzt hingehen würden und alttestamentarisch leben würden, Auge um Auge, Zahn um Zahn, gäbe es den Islam nicht mehr. Okay, dann kannst du ja, wenn du mit dem Tun und lassen, was Allah subhanahu wa ta'ala tut, Gott ja verurteilen, wenn du sagst, also du kannst das ja machen, stach vor Allah, dann kannst du das ja tun, in deinem Gedankengut, Gott verurteilen, warum bei ihm nur die Religion der Islam ist. Nein, nein, das hast du mich nicht verstanden. Ich meine, weil du hast gerade gesagt, Alhamdulillah, ich habe den richtigen Glauben. Ja, ich bin davon überzeugt. Du bist davon überzeugt, genau. Das ist mein Glaube, nicht mein Wissen, sondern mein Glaube. Okay, perfekt. Findest du aber, es ist allen Menschen gegenüber, die nicht dem Glauben angehören, die gar nichts von Mohamed jemals in ihrem Leben gehört haben, findest du denen gegenüber, dass fair, also der, dass quasi nur der Muslim quasi bevorzugt wird und der Muslim, der eigentlich in die Hölle muss, durch einen Christen und einen Juden ersetzt wird? Okay, steht das in der Bibel dann anders? Akzeptiert denn die Bibel den Islam? Oder ist denn in der Bibel... Oder als die Bibel rauskam, gab es den Islam nicht. Das ist korrekt. Und als die Tora rauskam, gab es den Islam auch nicht. Und genau deshalb... Aber hat man denn gesagt, geh hin und töte, geh hin und jetzt werde ich, ich bin, ich bin, ich, äh, ich, äh, quasi geh jetzt mal hin, im alten Neuen Testament, geh hin und töte den und den. Aber was heißt denn, nicht an Jesus glaubt? Töte den und den. Solatul Bakara hast du ja bestimmt schon mal gelesen, richtig? Weiß ich nicht, Bruder. Ich habe kreuz und quer gelesen. Ich bin allerfamilie. Also, meine Frage ist, meine Frage an euch beide, meine Frage an euch beide, Bobby, Bobby und Mohammed, haben wir noch einen anderen Gläubigen? Ja, nicht, ihr beide, weil ich habe hier keinen Jude. Meine Frage ist, ne, bevor diese ganzen Schriften kamen, waren ja alles Gotzenanbieter und Atheisten und so weiter, ne? Richtig, Götzendiener. Wo gehen die hin? Wo gehen, ja, ja, wo gehen die hin? Götzendiener geht ins Hohlenfeier. Götzendiener sind uns ja alle einig. Warum? Warum? Ja, aber wieso, wieso hat, wieso, wieso hat davor, davor, hat er nicht so ein Kitab abgesangt oder sonst was? Bruder, das sind, guck mal, die haben Götzendiener. Oder waren immer Propheten da? Also, Allah subhanahu wa ta'ala hat ja an jeden Menschen auf dieser Welt ein Buch herabgesangt. An jeden. Sei es die Bibel, sei es die Tora, sei es der Koran. Und der Mensch entscheidet für sich selbst. Ja, aber das ist, aber die Bücher sind seit 3000 Jahren. Ganz genau. Und was ist vorher? Und seit wann gibt es die Menschheit? Wir reden von dieser Menschen, bevor die Schriften kamen. Ja, ja, die Schriften, bevor die Schriften kamen. Ich war ganz kurz, hat mich gefreut, ich muss jetzt gehen. Okay, Mariam, danke, dass du bist willkommen hier, dass du bist. Ja, danke, hat mich wirklich gefreut, also hat Spaß gemacht, war auch sehr cool, war alles aspektvoll, gehalten, so mag ich das. Und ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Genau. Danke. Danke, gut geschickt. Mariam, mach dir ernsthafte Gedanken. Ich, ja, über den Start werde ich mich nur in Bezug auf den Start natürlich weiterbilden. Nein, 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 guck mal, die letzten paar Worte, die hier gefallen sind, ne? Mach dir, mach dir mal, wenn du das nächste Mal im Koran aufblätterst, ne? Frag dich mal bitte, warum Allah und der Gesandte von Allah so einen Groll gegen Christen und Juden haben. Frag dich das mal. Ja, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, im Koran steht auch, wer einen Menschen tötet, das ist so, wie als hätte er die ganze Menschheit getötet. Oh, da muss ich dir antworten. Und man muss sich ja auch die Tessiers durchlesen, das ist zum Beispiel auch verboten. Mariam, Mariam, darf ich dich antworten? Also immer im Kontext lesen, auch genau dort, erst recht, hast du die Vers danach gelesen. Richtig, den danach, und an wen geht dieser Vers? Man nicht töten darf dort, es geht da um Leute, die nicht töten und die keinen Unheil gegen Allah gestiftet haben. Das steht zwischen den Worten noch. Und wenn du weiterliest, dann steht da ganz klar, wen du kreuzigen und schnachst. Man muss das auch immer betrachtet, dass du mit physischen Kontext anschauen kannst. Mariam, Mariam, also ich wollte ja geben. ischer Name, Karlo, eine Sekunde. Karlo, eine Sekunde. Also, Mariam, Lies dieses Vers durch und der gilt an Kinder Israels und B, guck dir mal den Vers danach an. Okay? Und sag du mir bitte, ob du das so gut findest, ob das quasi die Religion des Friedens, also man sagt ja immer, Islam ist die Religion des Friedens, ob das den Frieden widerspiegelt. Ich danke dir und wünsche dir von mir aus schon mal eine gute Nacht, falls die anderen was sagen wollen. Maryam, 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 bevor du gehst, ich habe eine Frage an dich. Die wird nie gehen, wenn wir die ganze Zeit Fragen löschen. Er kennt die Talmud an? Bitte? Die was? Ja, ich frage dich auch, erkennt ihr Talmud als Gott im Bücher? Was ist das überhaupt? Die Talmud von Allah? Aber was ist das denn? Das ist auch Juden von mir. Mohamed, kennst du Talmud? Talmud habe ich noch nicht gehört tatsächlich, nein. Was soll das sein? Ich weiß leider auch nicht, was das ist. Ich glaube, das sind die Kassiere von den Juden. Das sind die Kassiere von den Juden. Ja, genau. Ob wir daran glauben, ist eine Frage. Ja, natürlich. Ob wir an die Hadithe von den Juden glauben, also? Ja. Keine Ahnung. Also ich sehe keinen. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Tora, ja, Injel, ja, aber nicht. Einen Koran, ne? Also Koran ist ja erste Stelle. Rest, Talmud, kennst du, habe ich das erste Mal gehört. Ich wusste nicht mal, dass Juden das haben. Das ist genau wie eure Sinna. Okay, Leute, es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich gucke mir das noch mal alles an. Ja, aber guck mal, nur mein Antwort auf dieser Vers. Dieser Vers kommt aus Talmud und nicht aus anderer, kommt nicht aus Tora oder aus Angel, der kommt aus Talmud. Und Talmud, Allah erkennt die nicht aus Gottes Bücher. Und da kommt da raus. Stell dir vor. Dieser Vers. Ja. Dieser Vers, dieser Vers, ne, dieser Vers, ne, wenn du einen Menschen tötest, du kannst das ganze Menschen, da kommt aus Talmud. Und da weißt du Bescheid, woher das kommt. Das kommt nicht von Allah, sondern von Talmud. Und woher weißt du, wie ist das bewiesen, dass das von Talmud kommt? Kannst du doch nachschlagen. Kannst du nachschlagen, Bruder Herr. Weil das nur in Talmud steht. Und da steht, bevor, vor Islam, also vor Koran, 2000 Jahre. Oder, ja, vor Koran, 2000 Jahre. Okay. Und da stand das. Okay. Und Meryem, eine Sekunde noch. Also, ihr habt jetzt diesen Satz gehört, ne. Bitte guckt den, guckt den Satz danach. Und zweitens, ihr habt wahrscheinlich auch den Spruch, wahrlich die Herzen und nicht die Augen sind blind. Richtig? Mhm. Ja. Gebt den selben Satz und gebt dahinter bei Google Bibel ein. Und dann seht ihr zwei Verse, die stehen in der Bibel. Ich hab die mich gerade nicht aus dem Kopf. Das ist auch von der Bibel geklaut. Ich wünsche euch. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Das ist doch, wir glauben ja auch, dass wir alle an denselben. Ist doch alles falsch. Nein, aber ich meine, das ist ja nicht schlimm. Ich hab ja auch eben gesagt, bei Johannes stand ja, dass er wird Sachen von mir verkünden, dass das miteinander so verwickelt ist. Wir glauben ja auch, dass wir alle an denselben Gott glauben. Ja, aber für mich, Mariam, für mich, für mich, warte, für mich, für mich, wenn das auch im Injil steht, dann ist das für mich, ist das auch nicht vom Christentum kommen, sondern vom Talmud. Für mich. Weil ich bin, ich bin anderer Gläubin, ich glaube an nichts. Und da finde ich auch, das ist ein Fehler. Weiß ich nicht, ob die Christentum Talmud annehmen. Und wenn das in Talmud steht, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich verstehe, was ihr meint. Wirklich, die stehen aus anderen Büchern, aus ganz anderen verschiedenen Büchern. Und da haben die im Koran gefügt. Verstehst du? Und das finde ich, und wenn ich mir das lese, und dann lese ich ein Buch, der vor 2000 hat mit Islam nichts zu tun, hat mit Allah nichts zu tun, hat mit Gott nichts zu tun, dann ist das für mich der Beweis, dass dieser Buch nicht von Allah kommt. Und keiner Muslim hat, keiner Muslim bis jetzt hat mich auf diese Frage, das ist genau, wenn ihr sagt, nee, Mariam, bin du Amran, der ist Amran. Hat ihr euch mal gefragt, wer ist Amran? Das war doch der Bruder von Mose, ne? Oder nee, Amke von Mose, irgendwie sowas war das. Genau, genau. Verstehst du? Und wie gesagt, ihr müsst ihr einfach hoch, ihr müsst wirklich recherchieren und euch Fragen stellen. Da gibt es viele Versen, da gibt es viele Versen auch im Koran, die standfanden nach dem Koran. Aber die haben im Koran gefügt, verstehst du? Und das finde ich alle, wirklich, das ist kein Witz oder so. Hallo, ich versuche das selber. Ich versuche auf diese Aussage wirklich allgemein zu antworten, ohne in irgendwelche Hadithe oder Koranverse einzugehen. Das ist meine Überzeugung und ich glaube, das wäre auch die Überzeugung von Mariam. Für mich, für mich, ich rede mal für dich mit Mariam, für mich macht es gar keinen Sinn, überhaupt nicht Gottes Bild als Mensch zu sehen, ja? Und für mich macht es gar keinen Sinn und ich bin nicht davon überzeugt, einen Menschen anzubeten, ja? Oder dass Gott mal Windeln anhatte oder dass Gott mal Milch von der Brust... Ja, schon wieder, du übertreibst, das ist, du übertreibst jetzt. Ja, aber du bist, guck mal, das macht gar keinen Sinn für mich auch, wenn ein Prophet, du glaubst an deinen Prophet, ne, der vier Jahre später, ne, kam, als er, als er, sein Vater ist gestorben, ist er, vier Mal, warte, warte. Wir reden über Gott, über den Herrscher der Welt, der Allwissende und diese Eigenschaften. Ja, und allwissende, wenn wir Koran lesen, die schreibt dir ja Gott auf. Nein, ich erkenne keinen Gott hier, ich bin gottloser, verstehst du? Ja. Und wenn du hier mit Wissenschaft kommst, ne, also Allah und dem Koran... Das ist ja keine Wissenschaft, Carlo, das ist ja keine Wissenschaft, sondern ich rede ja aus meiner Überzeugung. Das ist meine Überzeugung. Ja, 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 alles gut. Ja, alles gut. Deine Überzeugung wird dich deine Seele kosten, aber das siehst du später. Ich hoffe, dass du und ich, Bobby, Hand in Hand ins Paradies eintreten werden, weil... Nein, Bruder, ich werde dann um dich weinen. Nein, aber würdest du das nicht für mich wünschen, Bobby? Ich wünsche mir... Deswegen mache ich mir gerade diesen Stress. Wir haben halb sieben, ich hätte schon längst schlafen gehen und ausstufen. Ja. Ja, ist ja genauso. Es liegt gegen die Frage. Ich mache mich, ich mache mich um euch Sorgen für euch beide, weil ihr glaubt an was, was ich an das nicht glaube, verstehst du? Ja, Carlo, bist du Atheist? Ihr macht das alles so tun, dass... Du bist glaubenslos, Carlo. Carlo, bist du glaubenslos? Ja, Agnostiker. Du glaubst an keinen Gott? Ja. Okay, hast du mal nach dem Sinn des Lebens gefragt? Also ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, sich selbst und sich damit beschäftigt, muss man doch irgendwie auf eine gewisse Art über das Jenseits nachdenken und was alles danach passiert, nach dem Tod, kommt man nicht in irgendeine göttliche Form zurück? Ja, auf jeden Fall, mein Sinn ist Leben, mein Sinn ist Leben, ist das Leben auf jeden Fall. Und was ist denn nach dem Leben? Wenn ich irgendwo reise, warte, ja, das weiß mir niemand, keiner in diesen drei Büchern. Das weiß keiner, aber man ist ja von gewissen Sachen überzeugt. Ja, das ist ja, weil man daran glaubt. Ja, aber überzeugt braucht Beweise. Wenn ich Beweise habe, bin ich überzeugt, aber keiner hat Beweise. Okay, ich habe eine Frage an Bobby. Keiner hat Beweise. Okay Leute, irgendwie bin ich länger geblieben, sorry. Jetzt gehe ich aber wirklich. Danke. Ja, vielleicht. Okay, Mariam. Mariam, guten Morgen. Danke schön. Guten Morgen, gute Nacht, wie du willst. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Euch auch guten Morgen dann, ne? Ja, Mohamed, schieß los. Ja, tschüss. Mohamed, wir reden ja darum, jetzt nenne ich dich ja schon Mohamed. Wie darf ich dich nennen? Tatsächlich Bobby? Bobby, ja, ja. Ich glaube, du bist konvertierter Christ, richtig? Nein, Bruder, ich bin Aramäer. Nein, nein, nein. Ah, okay, weil du die arabische Aussprache bestens beherrschst. Ja, ja, ich bin in Irak aufgewachsen. Okay, okay. Ich bin aber geflüchtet, muss ich dazu sagen. Ja. Ich bin aber geflüchtet, damit ich quasi mein Leben, also ich habe meine Beine in die Hand genommen und bin gelaufen. Kann man so umgangssportlich sagen, umgangsprachlich. Okay, also wir reden ja über gewisse Basics. Und der Carlo hat ein Wort in seiner Überschrift und zwar über Zeuge. Es geht ja, also du bist ja davon überzeugt, dass du ins Paradies kommst. Ich bin davon überzeugt, dass ich ins Paradies komme. Ich habe die, also die Rechnung geht für mich nicht auf. Ich habe das versucht logisch zu betrachten. Die Rechnung, wenn ich jetzt rechne, ich muss mir den Weg ins Paradies erkaufen oder er wird mir geschenkt. Was ergibt mehr Sinn? Den Fels sich ins Paradies zu erkaufen bzw. sich zu erarbeiten, hat für mich keinen Sinn. Weil, rechnerisch gesehen, wir haben die zehn Gebote, okay? Und gegen ein Gebot, quasi dieses Geschlechtsverkehr, TikTok-Sportlich, Lügen, Betrügen, Klauen. Okay, genau. Die machst du tagtäglich, Bruder. Ja. Die gute Taten kannst du nicht machen. Okay, das heißt? Ich glaube, für mich, die zweite Sache, die ich nicht verstehe, du kannst Gott, also Allah, nur zu bestimmten Uhrzeiten anrufen. Das ist, so wie Jesus das gesagt hat, ich kann immer mit ihm sprechen. Ich muss nicht immer wieder dasselbe sagen, damit ich ihn anrufe. Möchte ich korrigieren? Möchte ich korrigieren? Okay, die eins sagt dem anderen, kannst du ja gleich machen. Okay. Die zweite Sache ist, wenn ich das rechnerisch mache, also wenn ich jetzt hingehe und sage, wir Sünden gegen gute Taten, verliere ich immer. Jeder Mensch verliert. Jeder Mensch verliert. Und da ist jemand, der uns erschaffen hat, da ist jemand, der uns erschaffen hat, der uns erschaffen hat und sagt, hey, du wirst es, du kannst es nicht, keine Chance. Bobby, ich habe es verstanden, ehrlich, ich will dich wirklich nicht unterbrechen. Ich weiß, worauf du benutzt bist. Bro, ich bin ja nicht fertig mit meiner Erläuterung. Jetzt komme ich jetzt zu meiner Theorie. Und ich habe für mich festgestellt, in all drei Religionen geht es um Gottes Sohn. Die Juden haben ihn verpasst, die Christen haben ihn mitgenommen und die Muslime, für die spielt er eine große Rolle. Der wird aber so auf Krampf heraus, das hast du leider vorhin nicht mitbekommen, auf Krampf heraus wird er klein geredet. So, wenn ich jetzt sage, okay, in all drei Religionen, Gott wird klein geredet oder Jesus? Jesus wird klein geredet. Okay. Ja, okay. In allen drei Religionen geht es um die Figur, nennen wir sie mal, Figur Jesus Christus. So, da bin ich ja, dieser Jesus Christus muss ja was ganz Besonderes haben, dass ich quasi hingehe mit meiner, quasi, mit meiner Denkensweise und sage, okay, ich klammere mich an ihn fest, weil diese Person muss ja, oder diese, ich habe keine Ahnung, wie man das nennen kann, dieses Wesen muss ja was Besonderes sein, dass alle sich so ein bisschen um ihn streiten, weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen klammere ich mich viel fest. Ich habe tatsächlich mit dem Koran angefangen, weil ich wirklich auf der Suche war nach dem richtigen Weg und bin wieder bei der Bibel gelandet. Okay. Hast du es? Ja. Jetzt versuche ich, weil du jetzt zu viel erzählt hast, muss ich jetzt für mich nochmal chronologisch nachdenken, wo ich anfange. So, du hast ja gesagt, dass es für dich rechnerisch nicht aufgeht. So, das heißt ja, für mich, ich könnte jetzt beispielsweise zum Christentum konvertieren, ich könnte sündigen, 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 bis aufs Ende sündigen, Jesus nimmt meine Sünden auf und ich bin errettet. Das war eine Frage. Sorry, ich habe nicht verstanden, ich schreibe mir die ganze Zeit irgendwer mit Abyssinien und so, haha, weiter. Also, Mohammed, ich habe dir zugehört, ich bin ja auch Christentum. Sie kann ja antworten, genau, ich bin kurz weg, Bruder. Also, ich höre zu, aber, okay. Wir sind ja eh der selbe, meine Liebchen, Bobby. Also, ganz kurz, so funktioniert es natürlich nicht, wenn du an einen Gott glaubst. Leute, ich weiß nur kurz, ich weiß nur kurz, Leute, wenn jemand ein Muslim will hoch, mit Respekt reden, kein Problem, aber nur mit Respekt. Niemand wird hier bloßgestellt, kein Gott wird hier bloßgestellt, schickt ihm Fragen, ist gar kein Problem, aber nur mit Respekt. Und wenn er beleidigt oder macht andere Religionen lustig, dann kicke ich ihm runter, ganz einfach. So ist richtig, also, Bisu. Ja, weil Mohammed ist allein, Mohammed ist der einzige Muslim hier, ne, und da sind zwei Christen, zwei Agnostiker. Danke, Carlo, das ist sehr lieb von dir. Alisa ist da, aber sie ist ja nur da, weil sie eine gute Freundin ist, deswegen. Also, Bisu, was antwortest du darauf? Genau, ich habe mal eine Frage an dich. Ich meine, wenn du weißt, dass du Scheiße baust und deine Vater oder deine Mutter vergibt dir, du kennst das Gefühl von Reue und das kann nur ein Mensch bekommen, der auch aufrichtig an Christus glaubt. Wenn jemand namens Christ ist und sagt, ich glaube zwar an Christus, aber ich sündige, weil er wird mir eh vergeben, dann hat der Christus nicht verstanden und über diese Menschen sollten wir auch nicht urteilen. Aber wir Christen, die davon überzeugt sind, dass Jesus uns das Heil bringt, wir sind ja auch davon Überzeugung, dass das nur durch Vergebung passiert. Und du hast bestimmt schon das Vaterunser gehört, du weißt selber, wir beten dafür, dass uns Gott vergibt, so wie wir auch unseren Sündigern, unseren Leuten, die uns hier wehtun, dass wir die genau so auch in unserem Herzen wieder einschließen, damit auch Gott uns wieder einschließen kann. Auch wenn wir Fehler begehen, ich bin noch nicht fertig. Jetzt die Sache, ich weiß, dass viele Nichtchristen das Denken haben von, hä, Jesus ist doch eh für eure Sünden gestorben, Lani, könnt machen, was ihr wollt, das wird euch doch sowieso vergeben, so funktioniert das doch gar nicht. Du kannst nicht das Vertrauen eines Menschen ausnutzen, so kannst du noch weniger. Also was denken Menschen, wenn sie Gott versuchen auszunutzen und seine Gnade? Das musst du ja dann mit dir selbst vereinbaren, dass du Gott ständig wieder enttäuschst. Und wenn du das als Mensch hinkriegst und dann noch trotzdem erhoffst, eine komplette Gnade zu kriegen, dann hast du halt irgendwelche Fieberträume, keine Ahnung. Okay. Im kleinen Moment, was ist Exodus für euch? Das ist das erste Buch Moses, im Alten Testament, das Exodus. Nehmt ihr das an? Das Alte Testament gehört genauso zur Bibel, ja. Ja? Ja, weil da ist auch nicht, wenn ich das aufmache, dann sprisse ich nur Blut raus. Ja, aber du darfst, du musst das komplett lesen, damit du es verstehst. Ja, aber das sind ja, glaube ich, Gesetze, oder? Ja, aber stopp mal, stopp mal, das ist dann auch euer Allah, richtig oder falsch? Ich habe keinen Allah. Nein, nein, Entschuldigung, der Allah von Muslime. Ne, ich meine, da steht bei Exodus 21 oder 22, wenn du es klar als Jude hast und so. Darf ich dir darauf antworten, Carlo? Eigentlich hatte ich ja einen kleinen Schluss mit Bobby. Und zwar, Carlo, du darfst nicht vergessen, wie wir Christen dort sehen, das Alte, du weißt ja, wir denken, das Alte Testament ist die Heilige Schrift der Juden und dass das das alte Bündnis auch ist, was das Volk Gottes mit Gott beschlossen hat. Nein, nein, ich habe darüber, Schwester, ich habe darüber nicht gelacht, ich habe darüber gelacht, weil Allah gesagt hat, dein Allah, Paco hat kein Allah. Ja, ich weiß nicht. Paco hat kein Allah, er ist auch agnostic, wie mich. Jeder kann ja glauben, was er möchte, die einen glauben an Allah, die einen an Jesus, die einen an gar nichts, das ist jedem sein Wille so. Ja, nee, ich habe da nicht darüber zu urteilen oder zu entscheiden, aber ich will nur erklärt haben, auch an alle Nichtchristen. Ja, aber das ist kein Glauben, das ist bei uns. Das ist eine Ideologie, auch meiner Meinung nach, aber Menschen glauben. Nein, das ist keine Ideologie, wir haben keine Bücher, wir haben gar nichts. Ach so, du meinst jetzt Agnostiker? Ja, wir sind ausgetreten und fertig, wir sind nur Menschen. Das ist ja auch stimmt. Wir haben keine Glauben. Natürlich seid ihr auch Menschen, Lahn, das macht euch ja nicht so Unmenschen. Du bist genauso ein Mensch, wie ich. Aber wir haben keine Richtlinien, verstehst du? Das ist ja ein Swing. Wir entwickeln uns jetzt, wir haben uns seit den Religionen seit tausend Jahren weiterentwickelt. Aber die Religionen sind stehen geblieben. Ja, das ist auch wichtig. Obwohl, das sind nur Bücher und jede Bücher, irgendwann mit der Zeit sind die abgelaufen. Jeder Mensch, der ein Buch schreibt, irgendwann haben wir ein anderes Wissen, diese Bücher, die klingen so komisch. Also jetzt zum Beispiel die Gesetze von Allah. Also um Paco da zu antworten, ey, ich verstehe dich auch voll und ganz und ich gebe dir da recht. Aber ich denke, man kann nicht heilige Bücher, also was Menschen als heilig beurteilen, als ein normales Buch sehen. Für dich sind das normale Bücher, weil du ja nicht das als ein heiliges Buch abstempelst. Ja, weil das ist komisch, dass alle Götter schicken, kommunizieren mit Menschen durch Bücher. Das ist komisch. Das zeig dich mal. Nee, also bei Christen ist ja nicht der Fall. In diesem Buch ist ja nur festgehalten, was Gott uns gesagt hat, als er auf die Welt kam, was ja viele Menschen nicht glauben, dass Gott auf diese Welt kommen kann. Viele denken, Gott kann nicht kommen als Mensch, weil ein Gott kann ja nicht, ich wiederhole mal Mohammeds Argument, Wir versuchen ihn zu debütieren. An der Brust, das ist ja unmöglich für einen Gott, weshalb Menschen es nicht glauben wollen. Aber das ist ja auch deren freie Wille, das nicht zu glauben. Ihr könnt Gott nicht limitieren. Ihr könnt Gott nicht limitieren. Man kann Gott nicht mit uns vergleichen, aber Menschen wollen es mit Gott vergleichen. Ich bin ja auch zum Beispiel der Überzeugung, ach egal, ich sage das jetzt nicht, weil das ist ja keine Debatte, aber ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ich habe das mit Exodus jetzt nochmal erklärt, das ist ein Gesetz, das mal gültig war für das auserwählte Volk Gottes, für das Volk Israel. Diese Menschen haben das Bündnis mit Gott leider gebrochen. Aber was heißt leider, dadurch ist ja Christus der Messias gekommen und dadurch bin auch ich erlöst worden. Aber sie haben trotzdem Gott zornig gemacht mit ihrem Fehlverhalten vor knapp 3000 Jahren schon. Und ja, das Neue Testament ist das Gesetz für uns Christen, weil wir Christus und seinem Wort auch folgen. Und das, was in Exodus steht, ist ja erfüllt worden durch Christus. Er sagt uns ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist das, was den Alten gesagt wurde. Ich aber sage euch, und dann ist ja die Erklärung, was für uns gültig ist, kann jeder in der Bergpredigt nachlesen, der sich ein wenig mit dem Christentum befassen möchte und verstehen will, an was Christen heute glauben, so wie auch vor 2000 Jahren schon. Das steht alles in der Bergpredigt noch mal zusammengefasst für alles. Darf ich noch was dazu sagen? Ich bin gerade hoch. Okay. Guten Tag zusammen. Ja, bitte aber. Ja, ja, alles klar. Hast du verstanden? Hallo, alles klar. Okay, so. Ich wollte nur irgendwie zwei Sachen korrigieren, die ich mitgehört habe unten. Erstmal einer hat gemeint, der bringt in Wilworscht und Al-Hafz 2, wo er zwei versen. Richtig, richtig, ja. Okay, und er sagte, steht in einem Koran, steht Ibadallah, Knechte Allah, und in einem Koran steht Indar Rahman, also Bay Allah. Richtig? Gut. Das ist ein Sorat Sochrof, ja? 18, ja. Ja, 18, genau, ich kenne das. So, wenn du, ich weiß nicht, ob du dich eingewandert in, jetzt in Koran, wollte ich diese Sache korrigieren erst mal. Ja, zwei Sachen wurden hier erwähnt, und das stimmt überhaupt nicht. Im Koran, der Koran, wo er offenbart wurde, laut dem Hadid, der wurde auf sieben Ahruf, auf sieben Buchstaben heißt das. Und der Hadid heißt, der hat mich auf zwei Buchstaben, und dann heißt es sieben Ahruf, und dann, was er da, was er da, bis ich hin. Und er hat immer, jedes Mal, der Engel Gabriel ist immer zu ihm gekommen, hat er offenbart, und er hat immer, bis er irgendwie auf sieben Ahruf. Was heißt sieben Ahruf? Das ist Al-Kofiun aus Irak, das ist Quraysh, die irgendwie bei Mekka und so weiter. Warum? Weil die haben, jeder hat ihren Dialekt. Du siehst ja, jeder, der arabische Zunga hat, hat einen anderen Dialekt, ja? Bis heute noch, bis von Nordafrika oder irgendwie bei Irak oder Al-Kufa, Al-Kufa in Irak oder in, und andere Sippen, die bei Mekka und in Jemen und so weiter. Und deshalb wurde auf mehrere. Und in Überlieferung heißt das, kam einer, die hat gezitiert und sagte, Omar bin al-Khattab, und dann hat er, Abdullah bin al-Mas'ud, hat er gelesen, und dann sagt er zu ihm, ja, lest du, und dann hat er gelesen. Dann hat der andere gelesen, der sagt, der Prophet sagt, beide sind richtig. Und hier, du hast dich vertan, steht nicht, indallah oder ibadullah, da steht, ibadurrahman, und indarrrahman, ich habe ein Lorch hier, und ich habe ein Hafs, das ist eine Sache. Die zweite Argument, das ist nicht so, stimmt, ich hasse auch. Warte, 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 ne, Moment, Moment, bitte. Nein, ich erinnere nur zwei Argument erst mal, und dann kannst du gleich reden. Ein Punkt hintereinander, ein Punkt hintereinander. Du hast gesagt, das stimmt nicht. Inda ist gleich, ibadurrahman, meinst du oder was? Moment, Moment, du hast gesagt, indallah, richtig? Inda und ibadurrahman, ist gleich? Moment, jetzt, jetzt, guck mal, guck mal, jetzt wiederhol bitte. Du hast gesagt, einmal inda, ist gleich? Ja, ich habe aufgeschrieben, von deinem Mund, habe ich aufgeschrieben, mir. Du hast gesagt, indallah und inda und ibadurrahman, richtig? Ja. Hast du gesagt, sogar nicht? Arrahman, ich habe es dir geschickt. Sag mal bitte noch mal, ich will das hören, bitte. Und die andere, was steht da drauf? Inda. Wer, wer, Inda? Alhamdulillah. Und sage nicht Allah, wenn du ein Wort änderst, dann hast du richtig. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du. Bitte lass mich, bitte. Moment, 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 Moment. Nee, 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 ich lass es nicht gehen. Ich lass es nicht gehen jetzt. Wir haben ein roter Auto, das ein Mensch über die Kreuzung überfahren hat. Der sagt zu mir, nee, nee, das war kein rote Auto, das war ein grüner Auto. Aber er redet nicht von dem Mensch, der überfahren ist. Ich sagte, Inda oder Abda. Das war der Schlüsselpunkt. Aber du sagst, die sind gleich, verstehst du? Ist gut, ich erkläre dir. Das steht in einem, komm mal, das steht in einem Ibadur Rahman und die andere steht Inda Rahman. Also kennst du dich in der Grammatik, in Arabisch? Ich weiß, dass Inda nicht Ibadah. Kennst du dich? Inda ist nicht Ibadah. Oh, ich verstehe nicht. Ibadah, Knecht. Ja, Ibadah, ist egal. Tricks Du Arabisch. Ibadah, ich spreche mich in Arabisch. In Arabisch. Also Ibadah, Rehmann. Ibadah, Rehmann. Ibadah, Rehmann. Ibadah, Rehmann. Wie heißt Ibadah? Ibadah ein Geistgier. Und was ist Inda? Was ist Inda? Töchlich, entspann dich. Pako, rief doch mal bitte. Entspann dich bitte. Ich will nur erklären, ich entspann dich, hallo, bleib ruhig bitte. Und jetzt erkläre ich dir, das ist dieses Wunder im Koran, der wurde auf sieben Buchstaben und wenn Jethil Kufa hatte diese Bedeutung und diese Bedeutung, und deshalb kam er zum Prophet und die waren verzweifelt, der sagte, so habe ich das offenbart gekriegt. So, diese Sache musst du verstehen, wie du nicht verstehst. Nein, ich sag dir was, ich sag dir was, der Koran kannst du kein Buchstaben wechseln. Das heißt, es ist perfekt und kein Buchstaben kannst du versetzen oder wechseln. Und hier haben nahe zwei verschiedene Wörter, verstehst du? Der Mann hat mich gefragt, wo steht es da, dass es Fehler gibt. Ich habe ihm gezeigt, das sind zwei verschiedene Wörter. Das ist kein Fehler. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Guck mal, ich erkläre dir was. Der Koran ist perfekt, man. Verstehst du? In deinem Kopf der Koran ist perfekt, aber hier sind zwei Koran, die verschieden sind. Nein, guck mal, dafür bin ich in diese Sachen eingehen. Du kennst dich ganz wenig. Frag mal, guck mal, lass mich bitte ausreden, danke schön. Guck mal, wenn du fragst Leute, Gelehrten, fragen nicht Leute von TikTok oder so. Und frag mal, und die sollen dir erklären diesen Hadith, und die erklären dir das hier auf 7 Ahrof. Und die erklären dir, die können Bücher von Al-Warsh, Al-Hafz. Und es gibt die anderen fünf Lektüren, die sind genauso richtig. Diesen Satz kennt jeder Muslim, aber nicht einer. Der zweite Argument hat einer unten gesagt, in Marokko, wenn du ein Hafz, du wirst verhaftet. In jeder Bücherei in Marokko, ja, in jeder Bücherei gibt es Hafz und Al-Warsh und andere Äraat. Derjenige, der unten gesagt hat, der hat sowieso leider viele falsche Sachen ausgesagt. In Marokko kannst du Al-Warsh und Al-Hafz. Ich habe zuhause Al-Hafz und Al-Warsh und andere Lektüren. Und jeder Vers wird, du musst zwei Gelehrten, einer von Al-Warsh und Al-Hafz. Und der wird dir erklärt, die ist richtig und die ist richtig. Und irgendwann haben sie sich geeignet auf die Qurayshite Lektüren, weil der Prophet ist in Mekka und die haben sich geeignet und er ist geblieben. Das heißt, diejenigen, die sagen Uthman, hat verbrannt die anderen und so. Nein, weil der Koran war in der Brüste, der war auswendig in der Brüste. Und dann hat er alles gesammelt, die Einheitliche, was alles Sahaba und die Gefährten von der Zeit vom Propheten gesammelt, und dann hat er verbrannt, nicht dass es Uneinigkeit gibt. Und Gott sagte im Koran, Wir haben die Ermahnung offenbar und wir werden schützen und nicht wie die anderen schriften. Aber schön, dass du hochgekommen bist. Was hältst du von einem 54-Jährigen, den kleinen Mädchen heiratet? Nein, nein, nein. Ich antworte sofort. Warte, warte, warte. Lass ihn, lass ihn bitte. Lass ihn. Nein, nein, nein. Ja, aber nein. Erstmal, erstmal, wenn du hast behauptet. Nein, es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Du merkst, du merkst. Das ist hier wiedergeben. Aber ich will nur ein kleines Antwort. Das ist hier geben und nehmen. Ja, du hast hier geben und nehmen. Nur eine Antwort, genau. Nur eine Antwort. Guck mal. Guck mal. Ich erkläre dir genau so, dass es überhaupt nicht stimmt, was du erzählst, aber ich habe mein Argument. Das Thema ist noch nicht zu Ende. Das Thema ist noch zu Ende. Das mit Asma. Weil mein Meinung ist noch nicht zu Ende. Ey, darf man ganz kurz zur Hoffnung. Ich habe mal eine Frage, weil du gerade über die Urtexte des Korans geredet hast. Und das ist ein sehr interessantes Thema. Du erklärst ja hier gerade, dass die Überlieferung so sicher ist, weil ihr darauf vertraut, dass die einzelnen Hadithe suchen, was auch immer in den Herzen der Menschen waren. Sie haben es ja auswendig gelernt. Jetzt habe ich eine Frage. Was macht dich so sicher davon, wenn du die Urtexte, die wurden ja verbrannt, eure Quellen... Moment, du bist ja Christ, richtig? Ist ja egal, was ich bin. Nein, 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 nein. Guck mal, guck mal. Nicht mit mir, ja? Guck mal. Ich sage nur einen Punkt. Guck mal. Wenn du mit einem Artist und einem... Ich habe immer noch nicht geredet. Guck mal. Du kannst ihn nicht fragen. Warum? Weil der meinte, der ist gottlos erstens, ja? Aber wenn ich mit einem Christ, ich kann mit ihm wenigstens reden, ja? Und wenn ich mit dir rede, dann musst du bereit auch zu hören, was in der Bibel ist, ja? Bitteschön. Frag mal. Eine Debatte, Habibel. Hoffnung. Das ist keine Debatte. Wir reden hier nur miteinander. Aber... Guck mal. 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 Habibel. Habibel. Du sagst gerade, brauchst du mir nicht zu erklären. So ist deine Haltung gegenüber allen. Du redest, wirfst was in den Raum. Sobald die Leute antworten, gritschst du rein wie ein Fußballer. Genau, genau. Weil ich weiß, worauf ich nicht rede. Aber okay, du weißt. Aber vielleicht wissen wir auch wovon wir reden. Nee, du redest die ganze Zeit über Koran. Ich bin eigentlich... Gott sei Dank, dass ich hoch bin. Ich kann über den Bibel. Und du musst zuhören auch. So, nicht auf Mohammed alle die ganze Zeit. Dann lass mich bitte ausreden. Bruder, wer redet von Mohammed? Nein, du hast die ganze Zeit über Koran. Seit du zwei Stunden, drei Stunden, wo ich mein Gebet ausge... Bruder, ich habe. Ich habe. Oh Gott, war das anstrengend. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Aber... Warte hier. Hier. Weil... Wenn ich zu Wort nicht komme, dann tut mir leid. Dann könnt ihr in andere Life gehen. Ganz ehrlich. Wenn ihr... Das ist wirklich so. Ich komme doch nicht zu Wort. Er hat etwas behauptet, wenn er sagt, nee. Wenn er sagt, Arbeit und End gleich ist, dann habe ich auch Antwort dazu. Wenn er sagt, Othman und Al-Hafz und Haferlun, dann habe ich auch ein... Ich weiß auch darüber. Okay? Und wenn er an ein anderes Thema geht, nee. Und sofort und lässt er mich nicht reden, dann mache ich einfach... Und dann rede ich hier mit mir selber und rede ich mit Paco hier. Und wir sagen unserer Meinung, bis drei Tage. Solange wir bis wir tot sind, nee. Reden wir darüber. Wer damit nicht einverstanden ist, dann kann in andere Life gehen. Das ist ganz einfach. Das habe ich tausendmal gesagt. Und wenn ich nicht zu Wort komme, dann bitte. Dann rede ich alleine lieber. Die Leute hören mich gerne, nee. Die hören mich gerne. Auch wenn ich nur alleine rede. Wirklich. Siehst du Hoffnung? Das machst du immer. Das machst du immer. Du schmeißt was im Raum, aber du willst meine andere Meinung nicht hören. Das machst du immer. Hallo? Ja, Mohammed. Weißt du, was ich nicht in Ordnung finde? Ja. Der Paco, der Hoffnung ist ja reingekommen. Und hat das korrigiert, was Paco gesagt hat, ne? Okay. Und nachdem... Bist du Araber? Warte, bist du Araber, Mohammed? Ich bin Araber. Ich bin der Sprache aber nicht Millionenprozent mächtig, mein Freund. Also frag mich bitte nicht mit... Ich aber. Aber ich... Aber wir sind. Wir sind. Das ist in Ordnung. Aber ich rede ja nicht über das Detail. Ja, ja. Aber das geht ja nicht darum. Wenn er das behauptet und sagt, Indallah und Abdallah ist das Gleiche, dann ist das seine Meinung. Darüber rede ich nicht. Und wenn ich sage, ja, ja. Wenn ich sage, Abed ist etwas ganz anderes als ein. Kalo ist ja in Ordnung. Kalo ist ja in Ordnung. Ja. Das ist in Ordnung, ne? Der Hoffnung kam rein, ne? Und hat einfach auf das geantwortet, was Paco gesagt hat, ne? So. Wir analysieren das jetzt nicht. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, ne? Nachdem Hoffnung ihn, ich sag mal, gelehrt hat, korrigiert hat oder Hoffnung seine eigene Meinung dazu gegeben hat, hat ja Paco direkt gefragt, ja, wie findest du das, wenn ein 65-jähriger Mann eine 4-jährige, also und dann hat Bobby Valentino gesagt. Ich antworte dir gleich. Ja, okay. Warum ich das gemacht habe. Gleich, bitte. So. Und dann, ähm, direkt den Einwurf gegeben, heiratet ein älterer Mann eine jüngere Frau. Und Bobby hat dann darauf geantwortet, hey, wir sind in keiner Debatte. Anscheinend ja schon, anscheinend ja schon, wenn man keine Antwort mehr darauf hat, wenn Hoffnung darauf geantwortet hat. Also ist es ja doch eine Debatte. Deswegen finde ich das nicht in Ordnung, dass du dann Hoffnung rausgeworfen hast. Da ist es, ist ja anscheinend schon eine Debatte, weil wenn man ja ein, wenn man ja etwas, wenn man eine These aufsetzt, wie Paco das gemacht hat, und das dann korrigiert und ihn dann rauswirft, das ist doch nicht gut. Der Sinn ist, der Sinn ist da dran, ne? Er will, er lasst mich nicht ausreden, ne? Und wenn ein Christin oder ein Christ antwortet, dann sofort sagt er, aber dein Bibel, dann können wir über deine Bibel reden, verstehst du? Nein, nein, er stellt sich darauf ein, wie er antwortet. Er redet manchmal mit mir, anders wie er mit ihm redet. Ja, aber guck mal, ich bin immer noch, ja, Mohammed, aber ich bin hier der Host, wenn ich, wenn ich einen sage, ich bitte ihm auch, ich bitte ihm, bitte lass mich reden, na, und hol dir das mal an. Der hat das nicht gehört. Wenn niemand, ja, ja, doch, doch. Der hat das nicht gehört, ich habe das auch nicht gehört. Mohammed, ich habe ihm das zum zehnten Mal hochgenommen. Ich akzeptiere diese Meinung, es ist kein Problem. Es ist wirklich kein Problem, ich akzeptiere diese Meinung, ne? Es ist kein Problem, aber die Unterhaltung, ne? Es ist kein Debatte, immer noch, es ist kein Debatte. Aber es wurde zu einer Debatte. Ich habe auch meine eigene Meinung, verstehst du, was ich meine? Ja, es wurde zu einer Debatte. Deswegen habe ich die alle gekickt. Ja, hol doch mal bitte die Hoffnung wieder rein. Wenn er hochkommt und will über Islam reden, dann habe ich viele Punkte. Wenn er bereit dafür, dann ist kein Problem. Aber viele Punkte. Und nicht hier sich anhören, anhören, ne? Und dann kommt auf einen Punkt, er hat davon Antwort, ne? Dann will er hoch beantworten und sich wieder sagen, ja, tschüss, guck mal, guck mal, ich habe euch widerlegt. Nein, du hast mich nicht widerlegt. Hey, du hast deine Meinung nur gesagt. Und deine Meinung, erzählt mir nicht. Ich glaube, die Absicht bei Hoffnung ist, dass wir sind hier gerade Moslems und Christen, ne? Und du hast hier ein paar Zuschauer gerade drin, um die 120. So. Und ich kann auf jeden Fall Hoffnung verstehen, dass man nicht mit Thesen um sich wirft, um dann den Zuschauern von einem gewissen Glauben zu überzeugen. Von Thesen, die nicht korrekt sind. Deswegen kommt da in Hoffnung rein und sagt, hey, ich möchte dich korrigieren. Mohammed, ich habe schwarz auf weiß ihm gezeigt, zwei verschiedene Wörter in zwei verschiedenen Koranen. Wörter haben deren Bedeutung. Ein Sklave Gottes ist nicht bei Gottes. Verstehst du? Wörter haben ihre Bedeutung. Das ist schwarz auf weiß. Hat er einen Beweis mitgebracht? Da kommt er mit sieben Huruf, sieben Buchstaben, was weiß ich. Und der Prophet hat gesagt, wie du gelesen hast, ist richtig. Wie der andere gelesen hat, ist richtig. Das ist mir egal. Ich habe ihm zwei verschiedene Wörter in zwei verschiedenen Büchern. Schwarz auf weiß. Verstehst du? Ich habe Beweise. Er hat keine Beweise. Verstehst du? Wer sagt, dass er keine Beweise hat? Er hat angefangen mit sieben... Der Prophet hat gesagt, wie du es gelesen hast. Das ist ja dann anscheinend sein Beweis gewesen. Das ist ein Beweis. Ich habe schwarz auf weiß. Er hat es nicht schwarz auf weiß. Verstehst du? Carlo, hast du keine Anfrage mehr bekommen von ihm? Verstehst du? Und einer, der den anderen fertig macht, der braucht ja nicht zu schreien. Ich habe dich fertig gemacht. Die Leute sehen das. Verstehst du? Er hat doch gar nicht gesagt das. Verstehst du? Aber du stehst auf seiner Seite, weil du fühlst dich verstärkt in deinem Glauben. Nein, nein. Schau mal. Ich sag dir was. Geh mal lesen und dann siehst du es schwarz auf weiß. Verstehst du? Paco, das will ich korrigieren. Schau mal. Ich fand es nicht in Ordnung, dass man ihm ins Wort gefallen ist. Das muss ich sagen. Ich habe versucht ihm zu erklären, der will es nicht verstehen. Verstehst du? Deswegen habe ich angefangen mit Aisha, weil ich kenne diese Leute. Ja. Ich kenne diese Leute. Guck mal, du hattest zwei. Er war ja die ganze Zeit mit in dem Live und er hatte sich zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal diese Grammatik, diese zwei Korane und dann den zweiten Punkt. Als er den ersten Punkt korrigiert hat, hast du ihn nicht... Nein, hat er nicht korrigiert, mein Freund. Er hat es nicht korrigiert. Er hat sein Senf dazu gegeben. Ja, sein eigenes Senf. Ich gebe nicht mein eigenes Senf, das ist schwarz auf weiß. Verstehst du? Paco, schau doch mal. Ich erzähle nicht von meiner Meinung. Paco, Paco. Wie ich das verstanden habe. Verstehst du? Okay, lass mich eine Sache sagen. Wirklich, weil ich kann auch nicht mehr lange drin bleiben. Schau mal. Ich stehe nicht hinter ihm. Ich bin auch nicht bestärkt, weil wir beide Muslime sind. Was ich nicht in Ordnung fand ist, dieser Mann war die ganze Zeit mit drin, hat sich ein paar Sachen aufgeschrieben. Als er reinkam und wollte auf zwei Sachen eingehen. Du hast A gesagt, er wollte B sagen. Punkt 1 ist abgehakt. Okay? Nachdem er... Nein, nein, das ist nicht unsere Methode, mein Freund. Das ist nicht unsere Methode. Lass mich doch mit dir reden. Einer behauptet, ich sage dir, wie es funktioniert. Ich sage dir, wie es funktioniert. Carlo, ist das in Ordnung für dich? Dass ich noch gebrochen werde? Du kannst mich nicht ballern. 1, 2, 3, 4... Nein, wir bleiben bei dem ersten Punkt. Wenn wir das erledigen und dann gehen wir den zweiten Punkt. Verstehst du? Jetzt ist doch gar nicht in Ordnung, was du gerade hier tust. Also überhaupt nicht. Aber Bruder, die sprechen Arabisch. Darf ich reden, Mohamed? Zwei Leute, die Arabisch sprechen. Mohamed, darf ich reden kurz? Wer redet denn gerade? Bitte. Ich, ich, Herr Horst. Ja. Mohamed. Guck mal, ich habe ihm gesagt am Anfang, wenn du hochkommst, dann geben und nehmen. Wenn du sofort auf zwei Punkte eingehst. Erstmal ein Punkt. Und dann soll er uns, ja ja. Und er soll uns einfach ausreden. Wenn, wenn, wenn eine Sache zum Beispiel, wenn eine Sache zum Beispiel mit dieser, mit dieser Arbeit, ne? Wenn zum Beispiel Paco sagt, ja okay, das ist deine Meinung, aber das zählt auch nicht, ne? Dann habe ich auch Antwort dafür. Ich habe Antwort dafür. Okay. Und er soll mich ausreden. Und das habe ich, das habe ich von ihm erwartet. Ja, aber ich habe ihm bitte gesagt, bitte, bitte. Ist doch in Ordnung. Ja, aber ich habe, ich habe ihm aus, wenn es mich aus Respekt, aus Respekt, soll er mich einfach ausreden lassen. Verstehst du? Ich habe auch meine eigene Meinung. Das ist mein Life. Ist doch in Ordnung. Und das macht er immer. Mohamed, du kennst ihn nicht. Der macht er immer. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Und dann sagt er, ihr seid Heuchler und er beleidigt und geht er. Da muss ich dir recht geben. Ich kenne ihn nicht. Ich bin ja das erste Mal in einem Live. Das ist korrekt. Ich kenne ihn nicht. Mond. Ich weiß nicht, wie die letzten Live Sessions waren. Ja, ich bedanke mich trotzdem, dass ich da sein durfte. Ja. Ich danke dir, dass du so respektvoll bist. Definitiv. Das kann ich. Danke, Mohamed. Ich hoffe, du hast kein falsches Bild, weil er hat ja am Ende gesagt, wir reden derzeit über Mohamed. Guten Morgen. Ich habe mich mit der Schwester Maryam nur nett unterhalten, dann hat sie quasi die altaramäische Quelle gesucht, hat sie nicht gefunden, hat dann gesagt, paar Verse aus der Bibel genannt, dann haben wir wieder normal miteinander gesprochen. Also es war von Anfang an klar, weil der Karlo es hasst, dass in seinem Live Debatten geführt werden. Es war von Anfang an Bedingung, dass wir alle nett und höflich miteinander kommunizieren. Also das ist ja auch passiert. Das ist ja auch passiert. Bobby, du meinst wohl eher einen Austausch und keine Debatte dann? Ja, ja, Austausch. Ja, ja. Ja, Austausch ist ja völlig in Ordnung, auch konstruktive Kritik ist in Ordnung, aber manchmal, guck mal, guck mal Bobby, mein Lieber, das sage ich immer wieder. Erstmal guten Morgen an alle. Morgen. Guten Morgen. Eine Beleidigung. Eine Beleidigung. Eine Beleidigung. Eine Beleidigung. Eine Beleidigung basiert nicht nur auf vulgären Sprachgebrauch. Eine Beleidigung beginnt ab da schon, wo der Mensch in einem Unterton redet oder in irgendeinem anderen Ton, als er sonst reden würde. Wo er anfängt, ja wirklich, es fängt schon im Ton an. Eine Beleidigung fängt im Ton und der Art und Weise, wie du mit den Menschen sprichst an. Nicht erst mit der Beleidigung, wo du vulgär wirst. Und Bobby, mein Bruder, da müssen wir ganz ehrlich sein, da seid ihr Christen nicht gerade kleinkariert, was Beleidigungen angeht. Aber ihr seid darin Profis. Profis da mit dem Finger auf anderen zu zeigen, obwohl ihr selber nicht ganz kleinkariert seid, was Beleidigungen angeht. Okay, kannst du mir ganz kurz sagen, wo ich beleidigt habe? Du nicht, Bruder, du nicht, du nicht. Du nicht, auch vom Allgemeinen. Ja, aber Bro, da kannst du auch nicht sagen, ihr Christen. Ja doch, kann ich, Bruder. Nein, kannst du nicht, weißt du warum? Weil du sagst ja gerade du nicht, aber alle Christen oder du sagst die Christen. Darf ich? Bro, da sag doch einige Christen. Okay, einige Christen. Ich revidiere meine Aussage. Ich revidiere meine Aussage, 90% der Christen nicht mitbekommen habe. Bitteschön. Darfst du darauf antworten? Die ich mitbekommen habe, ne? Nicht 90% der Welt, sondern... Also, hier ist ein Live, ich weiß nicht, in welchen Live du dich rumtreibst. Aber auch ein Jahr und seinem Bruder. Bro, willst du, wenn du von den Kommentaren redest, darauf hat man schnell einfluss. Flex ist, Bruder, guck mal, mit Flex, mit Flex. Bruder, guck mal, weißt du, wie der beleidigt wird? Ich nehme ein bisschen Schutz. Ich sage dir ehrlich, ich lasse ihn mir aber nicht tun. Ich sage dir ehrlich, der wird beleidigt. Ich sage dir ehrlich, Flex wird in meinen Augen sogar noch viel zu wenig beleidigt, dieses Stück Scheiße, nachdem, was er alles gemacht hat. Guck mal, aber guck mal, was du gerade machst. Weißt du, was er alles gemacht hat? Ist das Respekt? Aziz, Aziz, bitte. Weißt du, was Flex gemacht hat, was du gerade sagst, der einen Flex beleidigt hat? Wartet, Leute, wartet, Leute, bitte. Aziz, Aziz, bitte, nicht in meinem Live. Bitte, egal. Guck mal, hier in meinem Live wird über niemanden geredet, weil er nicht da ist. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, Bobby. Er wird genauso zurecht beleidigt wie Liebe zum Hadith, der auch kein Benehmen hat. Das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Das Zweite, was du gesagt hast, ich kann dir nur eine Sache sagen. Also laut Bibel ist das Beleidigen falsch. Und wir predigen und sagen allen Christen, dass sie in der Liebe bleiben sollen. Aber Bruder, Bruder, mein Bruder in Adam, okay, wenn ein Christ sich anhören muss, dass Jesus, Pampers, euer Mensch, ihr habt euren Mensch getötet, ihr habt euren Gott getötet, was ist das für ein schwacher Gott? Bruder, da ist bei jedem, gehen dann auch irgendwann quasi die Laternen an, weißt du, was ich meine? Aber ich kann dir sagen, wir haben hier nett und höflich und sachlich miteinander gesprochen. In keinerlei Hinsicht ist es zu einer Beleidigung gekommen. Wie gesagt, uns Christen, die hier sind, oder generell alle Christen, kannst du dich in einen Top werfen. Aber diesen Schuh muss ich zurückwerfen, dass auch einige Muslime sehr ekelhaft im Beleidigen sind. Wen du dir das nächste Mal anschauen kannst, ist dieser Anwar 1811. Guck ihn dir einfach das nächste Mal an, wenn er live ist und bilde deine Meinung. Und die Geschichten haben übrigens mit den Muslimen angefangen. Die haben versucht, auf TikTok Dauer zu machen, haben Christen, die sie nicht bekehren konnten, angefangen, Jesus schlecht zu sprechen. So, die haben aber nicht mit dem Gegenwind von Christen gerechnet. Bruder, die Christen sind nicht wach, die Christen sind nicht am Schlafen, die Christen sind da, Bruder, und die sind stärker da, als ihr denkt. Deswegen, jeder soll sein Ding machen, ne, und eine Sache, die darfst du nicht vergessen, der Flex, der sagt nichts ohne Quelle. Und das ist der kleine Unterschied, den ich persönlich sehe zwischen Christen und Muslime. Der Flex, die Art und Weise, wie er sagt, ich weiß nicht, wie er sonst redet, aber der ist noch nie ohne Quelle gekommen. Und die Sachen stehen nun mal in euren Büchern. Und wenn ihr für diese Sachen, ihr euch schämt, oder die für euch peinlich sind... Guck noch nie mit, warte, wir machen es einfach, er ist noch nie mit richtigen Quellen gekommen, immer noch ein paar Sätze weggelassen. Bro, hast du die Debatte von dem heute gesehen, mit Abu Malik? Von Flex? Nee, Entschuldigung, das war Armin, Entschuldigung, das war Armin, ich bin woanders. Von Flex? Gestern Morgen, gestern Morgen mit Ahmed Ex-Muslim, der eine aus der Syrer, der Murtet. Ah, du meinst den? Ja, den, genau, den, das ist der Boss. Nee, ist er nicht. Okay, er ist kein Problem. Dann ist euer Boss und Entgegner, da will ich nicht wissen, wie schwach eure Argumente sind. Okay, kein Problem, kein Problem. Aber guck mal, ich finde jetzt da, ganz gut. Das ist jetzt wieder das Unterschwellige. Darf ich ausreden? Dankeschön. Hol Ahmed, aber ich hatte auch gerade einen Satz, hol Ahmed ran, hol Ahmed ran und ich zeige dir, dass er mein Schüler ist. Okay, kein Problem. Hast du live? Ich folge dir gleich. Ja. Und ich spreche mit ihm. Okay. Ich wünsche dir, auf jeden Fall, ich wünsche dir, Bruder, also guck mal, nochmal. Ich guck mal, bei einem Respekt, Bruder, ne? Dieser alte Feigling soll nicht wieder weglaufen, wie die letzten Mal. Guck mal, rede das mit ihm, rede das mit ihm, warum redest du es mit mir? Rede das mit ihm. Mal gucken, ob du dieselben, ob du dieselben auf den Tisch legst, wie jetzt. Ja, mach ich schon. Aber du fährst mit ihm. Ich halte mich daraus. Ich versuche immer in der Liebe zu bleiben, so wie all meine anderen Geschwister, die hier sind. Wir bleiben immer in der Liebe. Ich bleib doch auch in der Liebe, Mensch. Ich bleib doch auch in der Liebe, Mensch. Respektvoll. Ich bleib doch auch in der Liebe. Lass mich ausreden. Wenn aber einer seine Grenzen überschreitet, kriegst du oder kriegt ihr die geballte Power des Christentums zurück. Fertig. Okay. Wenn einer seine Grenzen überschreitet, kriegt er die geballte Power des Christentums zurück. Oh nein, da habe ich aber echt Angst vor, Bruder. Okay. Bruder, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke. Gute Nacht, falls du schlafen gehst oder guten Morgen, wenn du arbeiten gehst, ja? Bitte? Gute Morgen, falls du arbeiten gehst oder gute Nacht, falls du schlafen gehen solltest. Ich gehe auf jeden Fall arbeiten, Bruder. Ich bin nicht so ein Harzer. Perfekt. Danke schön. Schönen Abend noch, ja? Ja, dir auch. Jalla, hau ab. Die raus. Wie redest du? Wie redest du, du kleiner Benne? Ey, nicht alle Menschen, die nicht arbeiten, sind auch Harzer. Du solltest auch... Warte, ganz kurz. Wiederhole mal deinen Satz. Zu wem hast du gerade hau ab gesagt? Zu dir, hau ab. Halt die Fresse, du kleiner Dom, Nukla. Äh, babo. Zum Thema Respekt und Anstand oder was? Kleiner Schmamm. Guck doch mal, wie du redest. Zum Thema Respekt, ne? Ja. Warte, äh... Du gehst von den beiden, Leute. Warte, Carlo, tu da ab. Ja, Carlo, tu da ab. Ja, Carlo, tu da ab. Ey, Carlo, kann ich dir Fragen stellen? Klar. Also, ähm, was ich ja gut finde, ist, dass du Agnostiker bist. Das heißt, du hast dich komplett abgesprochen, dass es etwas über uns Menschen gibt, oder? Auf jeden Fall. Jetzt habe ich eine Frage. Setzt du dich auch viel mit so... Muster, also, ich sag mal, grob gesehen Psychologie von Menschen auseinander? Heißt, wie ein Mensch funktioniert? Wie ein Mensch von etwas überzeugt wird? Was, ja. Zum Beispiel, wie meinst du das? Ich meine, es gibt ja in bestimmten Religionen, sagen wir Esoteriker und so zum Beispiel, die koppeln ja komplett ihren Verstand, ihr Bewusstsein ab, dass sie zu einer übernatürlichen Kraft kommen. In ihrer Ideologie, checkst du? Ja. Jetzt, ich frag mich gerade, ich frag mich gerade, ob du als Person, ich verstehe voll ganz, wenn du sagst, ey, ich bin schon aus einem Loch raus, ich bin in das nächste Loch rein, ja, nee, noch eine Religion, wo man mental festgehalten wird. Die Sache ist, aus jeder Religion treten Menschen aus, in vielen Religionen tragen Menschen ja auch Traumata von den Religionen. Hast du ein Trauma von einer Religion? Nein, oder? Oder ja? Ich weiß es nicht. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Jetzt die Frage, traust du dich eines Tages? Denkst du, du wirst im Leben nochmal nach einem Gott rufen oder fragen, wenn es einen gibt? Oder sagst du, es kann gar nicht sein, dass es ihn gibt? Wenn es gibt auch, ich denke mal so, wenn es gibt auch, und nee, wenn es gibt auch, denke ich mir auch, wenn es gibt, aber was ist seine Aufgabe? Das ist ja, aber das ist die Frage, was will er von mir? Ja, was will er von mir? Das ist eine gute Frage. Carlo, ich finde die Frage sehr gut, die ist auch berechtigt. Ich denke eher, das sind fundamentale Fragen und nicht, was kommt. Bist du Esotikerin? Wie heißt du da? Bis du? Nein, nein, um Gottes Willen. Nein. Weil ich wollte auch zum Thema was sagen. Zum Beispiel, ich sage, ich habe, jemand sagt zu mir, es gibt ein Bier im Kühlschrank. Wenn ich hingehe und kontrolliere und finde das Bier, das ist so eine Art Wissenschaft. Ich treibe Wissenschaft. Ich gehe hin und gucke, ja, es ist ein Bier. Wenn ich jetzt aber sage, es ist ein Bier im Kühlschrank und ich gehe nicht kontrollieren, das ist Religion, verstehst du? Eine Frage, eine Frage, hallo. Und wenn ich hingehe und wenn ich sage, es gibt ein Bier im Kühlschrank und gehe hin und finde kein Bier und sage, es ist trotzdem ein Bier im Kühlschrank, das ist Esoterik. Welche Methode bevorzugst du am besten? Ich sage dir ehrlich, deine Vergleiche, die kann jeder Mensch, der logisch denken kann, nachvollziehen. Wenn ein Mensch, der blind ist, aber auch an die Sonne glauben kann, weil er es ja spürt, ist es dann immer noch nur eine Überzeugung oder ist das nicht, ich fühle, dass es die war, also ich spüre, es ist da, weißt du? Du kannst auch die Flasche nicht sehen und anfassen und dann wissen, ey, okay, tamam, diese Flasche existiert. Auch wenn du es nicht gesehen hast, ist es dann immer noch nur eine Religion, sage ich mal für dich, oder nur eine, das, was andere dir erzählt haben und du glaubst es jetzt? Du hast dich selber beantwortet. Wie denn, aber ich meine, du hast ja dann selber gespürt, oder? Ja, bitte. Nur einen kleinen Moment. Ich habe nur eine Frage. Glaubst du an den Zeichen der Zeit, was kommt? Was ist das? Also in den Koran oder im Bibel, da steht noch Zeichnen und ich sollte sie jetzt, also in dem Content steht, ich bin Ex-Muslim, eine Meinung dazu überzeugend. Also ich muss jetzt irgendwas versuchen, sie zu überzeugen, dass es vielleicht der Islam der richtige Weg ist. Okay. Ja, und meine Frage ist es, meine Frage ist es, glaubst du, dass du nach dem Tod den Erbarmenen zu uns, also dass du ins Paradies kommst, oder in der Hölle? Erstmal, beweis mir, dass es überhaupt Radies oder Hölle gibt. Okay, gut. Kann ich dir beweisen. Und zwar... Ja, bitte. Bitte folgt mir alle auf TikTok. As-salamu alaykum. Grüße. Du bist der bester Mann. Ey, Spaß muss sein, okay? Okay, gut. Das war's, gut gesagt. Okay. Leute, folgt ihm bitte. Ich wünsche euch Spaß. Danke, dass du oben warst. Alles TikTok-Sportlich. Nein, nein. Nein, nein, alles gut. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, okay. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ich wollte gerne wissen, wie sind Menschen vermehrt geworden? Also wie am Anfang gab es nur Adam. Ja. Und wie... Inzest. Hm? Durch Inzest. Durch Inzest sind wir vermehrt worden. Glaubst du das? Nein. Ja, siehst du? Ich auch nicht. Ich habe einmal mitbekommen, dass Adam seine Kinder miteinander verheiratet hat. Ja, genau. Und wenn das stimmt, dann ist ganzer Religionsweg von aller Religionen, dann ist das falsch oder nicht? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du jetzt gemerkt? Und dann warte. Und dann der letzte Buch kommt auf die Erde, ne? Der letzte Buch vom Koran, da sagt er, du darfst deine Schwester und deine Mutter und deine Tante und, und, und nicht heiraten. Ist ihm nach ein paar Tausend Jahre eingefallen. Das meine ich einfach. Verstehst du? Warum, 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 vom Anfang an, ne? Du hast Adam erschafft, erschafft doch eine noch andere Familie. Wo ist der Sinn da dran? Warum, warum erschaffst du Adam und Hawa und dann, und dann erschaffen die auch Zwillinge und dann auch Zwillinge und diese Zwillinge töten sich gegenseitig, fängt an mit töten. Die erste Geschichte fängt an mit, ja, ja, verschießt du, was ich meine, fängt schon an, da ist zwei Männchen, ist das Weißwillinger, ne, wegen einer Frau. Guck dir mal das an, ja? Wegen der Affälle ist die Frau schuld. Und wegen Adam und Kinder sind die Frau schuld. Jetzt in jeder Religion ist das verboten. Nein, es ist nicht in jeder Religion verboten, aber zu der Geschichte von Kain und Abel ist es ja begründet, dass der Teufel ja auch schon genauso lange existiert und alles Schlechte wird ja auch irgendwo dem Teufel zugesprochen, oder? Aber ist das da nicht? Also ich verstehe eure Logik 100%, aber versteht ihr da nicht die Logik? Also ich bin Jesida und die Geschichte, was du meinst, finde ich, der böse Wesen existiert nicht, weil wenn ein böse Wesen existiert und wir sagen alle, in jeder Religion, Gott ist der Allermächtigste, dann, warum Gott vernichtet nicht dieser böse Wesen? Der kann doch einfach den vernichten, wenn sowas existiert. Ja, das ist doch sehr, also ich finde es immer wieder toll, wenn Menschen Gott hinterfragen. Glaubt mir, das ist super, behaltet es euch immer bei. Würdest du eine Antwort darauf haben? Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Also ich kann das natürlich jetzt auch nur aus christlicher Sicht und nicht aus der restlichen religiösen Sicht. Also könnte ich es zwar auch machen, aber es dauert zu lang. So, du darfst nicht vergessen, wir glauben ja auch daran, dass der Teufel sich damals, er war ein Engel genauso, Lutz war auch ein Engel, das waren alles Engel und weißt du, was halt bei uns immer wieder eine große Rolle spielt? Der freie Wille. Du kannst niemanden dazu zwingen, dass er dich liebt und respektiert. Du kannst das machen, aber das ist da nicht aus Überzeugung, das ist da nicht aus Herzen. Und Gott hat auch nicht seine Engel gezwungen, ihn zu lieben. So, das ist die Urgeschichte von damals, damals, wie ist damals der erste Krieg im Himmelreich entstanden, rechts, links, Teufel wurde rausgeschmissen, so ist auch Unheil über die Erde gekommen. Du darfst niemals vergessen, dass es immer nur ein Ziel gibt, und zwar, dass der Teufel Menschen und Gott trennt, damit sie in sein Reich kommt. Das ist immer noch das Ziel, woran ja ein gläubiger Mensch, der auch an Himmel und Hölle glaubt, genauso glaubt. Checkst du? Alles schlossen. Sarkaft, Sarkaft, kleinen Moment bitte. Sarkaft, guck mal, ich glaube an Spider-Man. Spider-Man hat in New York gelebt, und da steht alles in den Comics. Verstehst du? So funktioniert die Religion. Ich glaube an Jesus, es steht in der Bibel. Ich glaube an Allah, es steht im Koran. Ich glaube an Yahweh, es steht im Tora. So funktioniert es. Aber keiner geht raus aus diesem Kreis. Verstehst du? Weil die kein Argument haben. Weil es ist nicht wahr. Weil es keinen Beweis gibt. Mein Beweis steht in dem Buch. Verstehst du? In meinem Buch. Und es gibt heute, 2024, es gibt über 4000 Religionen. Wer sagt, wer Recht hat? Einer muss Recht haben, oder nicht? Oder alle haben kein Recht. Wie? Wie funktioniert das? Und solche Fragen mit Existenz und so, das hat man in der Pubertät, mit 14, mit 15, aber als erwachsener Mensch, man hat hinter sich, die ganze Geschichte. Es gibt nur eine Wahrheit. Ja, und das ist deine Wahrheit. Nein, ich meine, das weiß auch keiner. Genau. Es kann sein, dass ich, wenn ich sterbe, empfängt mich der Weihnachtsmann oder Shiva oder was weiß ich was. Oder gar nichts. Aber wer behauptet, dass der Weihnachtsmann Spider-Man oder Shiva dich halt empfangen könnte? Von wo hast du diese Information? Ja, ich wollte nur sagen, wie das funktioniert. Ich glaube an Spider-Man, weil es in Comic steht. Das ist so Kreis, 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 Argumentation. Oder ich glaube an Jesus, weil es in der Bibel steht. Das ist Kreisargumentation. Das ist kein guter Vergleich, denn wir wissen doch, dass Spider-Man, nein, eben nicht, Spider-Man ist eine fiktive Erfindung, um Menschen zu belustigen. Ja, genau wie Allah, genau wie Jesus, genau wie Gott, genau wie alle, alle, genau wie Shiva. Aber wer hat denn wirklich jemals Jesus gesehen? Ich meine, wir haben Augenzeugen, die ja, ich meine, die Jesus gesehen haben, aber wer hat Spider-Man als eine fiktive Gottrolle, die New York beschützt, gesehen? Ich sehe ja nicht, dass ein Jesus, also ich sehe, dass ein Jesus ja gelebt hat. Es gibt genug Beweise dafür, rechtliche Juden, die Römer. Was ist das, warum du sagst, okay, aber es kann doch auch für mich zum Beispiel Spider-Man oder Shiva oder so sein? Wo hast du das her, fragt? Ich sage es dir, warum. Guck mal, Bisu, ich erkläre es dir ganz kurz. Und zwar wären wir jetzt vor 5000 Jahren in Griechenland und wir haben das Meer betrachtet und wir sehen die Wellen und du sagst zu mir, weißt du, wer die Wellen erschaffen hat? Und du sagst, ich weiß es nicht. Und du sagst, es gibt einen Gott, der heißt Poseidon, Gott das Meer, der erschafft die Wellen. Ja, ich weiß es nicht. Aber verstehst du, oder wären wir jetzt in Malte, bei den Wikinger und wir sehen Blitze und du sagst, weißt du, wer die Blitze erschaffen hat? Und ich sage, ich weiß es nicht. Und dann sagst du, es gibt einen Gott, der heißt Torn, wenn es einen Hammer schwenkt, erzeugt der Blitze. Das heißt es nicht, wenn ich nicht weiß, aber heutzutage wissen wir, die Wellen kommen vom Wind. Der Blitz kommt von zwei unterschiedlich geladene Wolken, oder? Verstehst du? Das heißt nicht, wenn ich es nicht weiß, das ist das, das ist mein Unwissen. Lass ihn kurz aufreden. Lass mich, ich bin gleich fertig, meine Freunde, kurz. Das heißt nicht, wenn ich es nicht weiß, dann finde ich einen Gott, der mir das erklärt. Verstehst du? Mit der Zeit, mit der Wissenschaft erklären wir uns alles langsam, langsam, langsam. Okay, ich habe eine Frage an dich. Danke für die Antwort, Praktur Abbas. Warte, bist du, warte, ich bringe deine Wissenschaft an einen Punkt. Du kannst du sagen. Ja, bitte bist du, warte, lass mich doch, lass mich bitte reden. Guck, du sagst, ich soll ihm nicht ins Wort fallen, ich war ruhig, dann fällst du mir zweimal ins Wort. Ich bringe deine Wissenschaft an einen Punkt, wo, wo du nichts mehr sagen kannst. Zum Beispiel bei uns, zum Beispiel bei uns Moslems sagen wir, Allah ist alles und nichts. Okay? Sag mir wissenschaftlich, was ist nichts? Ich kann dir sagen, dass Allah Kinder erlaubt und das ist für mich kein Gott. Sag mir, was ist nichts? Ich sag's dir, ich erklär's dir, dass das kein Gott ist. Der hat Kinder erlaubt. Durch Wissenschaft wissen wir, dass Kinder sterben, wenn man die als Erwachsene eindringt. Wir sagen, und die können kein Babys ertragen. Ehebecken ist so klein, die können kein Babys ertragen. Und die meisten stellen, 80 Prozent sterben. Deswegen haben wir das Alter auf 18. Verstehst du? Und wenn ein Gott, der allwissend, weiß das nicht, jetzt wissen wir das durch Wissenschaft, aber wenn ein Gott das nicht weist und erlaubt es, das ist ein Zeichen für mich, dass es kein Gott ist, hätte er das verboten, dann hätte ich gesagt, okay, der wusste es vorher, das ist bestimmt ein Gott, weil er alle Menschen damals wussten, das nicht. Lass mich kurz ausreden, mein Freund. Okay, rede, rede. Ich will noch was fragen. Zum Beispiel, wir sagen, Allah ist nur, also das Licht, an nur, okay? Also, Allah ist nur das Licht. Beschreibe das Licht und gibt es etwas, was schneller ist als Licht? Dann musst du diejenigen fragen, die darüber schreiben, wie heißt das nicht? Du, 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 du gehst auf, warte, 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 unser Prophet hat diese Nachrichten vom Erzengel Gabriel bekommen und sie wurden in den Koran zum Beispiel geschrieben, okay? Einer der schönen, einer der 100 Namen von Allah ist, Allah ist das Licht, okay? Albert Einstein hat das Licht beschrieben in seinen Eigenschaften mit der Schnelligkeit, aber die Wissenschaft sagt, egal welches Objekt du auf Lichtgeschwindigkeit bringst, okay, wird so eine große Masse haben, du wirst nicht diese Geschwindigkeit überschreiten können, weil die Masse so extrem steigt. Jetzt die Wissenschaft hier in der Schweiz, alle Wissenschaftler auf der Welt versuchen diese Theorie zu widerlegen, wird nicht passieren, warum? Weil Allah hat das Licht erschaffen. Sag mir, warum hat dieses Buch oder dieser Mensch, wo es diese Wissenschaft noch gar nicht gab, schon das vorhergesagt für uns? Willst du mal fragen, soll ich dir antworten? Ja, gerne, also es war ja eine Frage in den Raum. Okay, Surat Yassin, 28, könntest du mir vorlesen? Nein, ich habe gerade keinen Koran da und ich habe mein Abdes nicht genommen und ich liege im Bett und ja, wenn du über Koran liest und über Wissenschaft, dann beantworte mir dieser Vers vor. Und guck mal, was dein Gelehrter sagen, was dein Gelehrter sagen und dann komm hier und rede über Wissenschaft. Gar kein Problem. Ich kann mit überrichten. Es gibt noch ein Vers, nein, ich bin kein Wissenschaftler und genau so, wenn du dieser Vers liest, zum Beispiel, da gehst du auch zu einem Imam und fragst du keinen Wissenschaftler, du fragst deinen Imam, weil angeblich der Imam hat mehr Wissen als der Wissenschaftler und ich finde das, weil wenn ich über ein Tier rede, wo es zum Beispiel auch steht im Koran, die Kuh bekommt ihre Milch vom Bauch, da frage ich doch nicht einen Imam, sondern gehe ich zum Tierarzt und frage ich, ob das stimmt oder nicht. Das ist ein ganz anderer Vergleich. Da gibt es doch, das ist doch Vergleich, doch, doch, weil ich muss die Art, derjenige, der damit studiert hat und Wissen damit hat. Verstehst du? Ich frag nicht einen Imam, der keine Ahnung hat, der liest, das sieht mir nur aus dem Kopf an und sagt mir, Allah sagt das. Hallo, ich hab dir gerade die Grenzen der Wissenschaft gezeigt, okay? Es gibt Grenzen der Wissenschaft, ja, warte, der Grenzen der Wissenschaft, es gibt Grenzen in der Wissenschaft, die sind in der Religion, guck mal, es gibt Grenzen in der Wissenschaft, die sind in der Religion, schon 1500 Jahre vorhergesagt worden. Wie kann ein, das haben die vom Griechen, das haben die nicht vom Prophet genommen, das haben die vom Griechen genommen. Also du würdest sagen, der Koran kommt von den Griechen? Nee, der ganze Koran kommt von dem und dem und dem. Du sagst, das ist ja nicht vom Prophet. Du sagst auch, die Bibel kommt von den Griechen oder was? Warte, dein Koran kommt einfach vom Talmud, kommt vom Torat, kommt vom Christentum, kommt vom Griechen, kommt sogar, sogar kommt vom Alexander, Alexander der Roman. Verstehst du? Und das sagt dein Koran. Wenn du die ganzen Bücher vorgelesen hast, dann weißt du, wo die ganzen Versen, woher kommen. Verstehst du, ich meine? Aber du machst dir ja keinen Gedanken darüber, weil du lest, du denkst, dass es vom Gott kommt. Und das ist der große Punkt. Verstehst du? Du denkst, dass es alles vom Gott kommt, und du liest andere Bücher nicht. Du hast, ihr habt alle ganzen Bücher verbrannt, ihr habt nur Koran. Und das ist von Allah gekommen. Die ganzen Bücher sind schwach. Wir haben eine als mächtig und als Schaffer und so weiter und als wissend und nur der Koran zählt. Nein, 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 nein. Ihr habt die... Nein, nein, nein. Doch, 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 doch. Nein, nein, nein. Doch, doch. Nein, das stimmt nicht. Aber ich habe eine Frage an dich. Ja, das soll ich dir erklären. Erklärst du mir wissenschaftlich, wie das Universum entstanden ist? Wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, dann gehst du irgendwie mit dem Wissenschaftler und du fragst du diese Frage, stellst du ihm die Frage. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe mich die Frage zu stellen. Aber wir können dir antworten, dass im Koran steht, dass die Erde eine Scheibe ist und dass nicht die Erde über die Sonne dreht, sondern die Sonne, sondern die Sonne über die Erde sich dreht. Genau. Und das ist ein Modell, mit dem man vor 5000 Jahren alle Menschen waren einig, dass die Erde in dem Koran die Mittel der Universum ist. Sag mir, wenn du den Koran so gut kennst, wo steht es und wie steht es und lese es mir auf Arabisch genauso, wie es interpretiert ist. Du, ich glaube nicht an Allah. Du musst es wissen, das ist dein Koran. Ja, ist aber klar. Außerdem, dass du aufhörst mit deinen Wissenschaftlern. Nehmen wir an, morgen hast du einen Test, einen Biologietest und erklärst mir die Entstehung von einem Führterusser und dann nimmst du dein Koranbuch und erklärst, wie im Koran steht. Also Samen werden, warte, lass mich ausreden, meine Rischke, die Hälfte noch mal sagen. Nimmst du den Koran auf der Seite und schreibst deinen Test und da steht im Koran, Samen werden in die Frau gelegt und dann entsteht ein Kaugummi, warte, ein Kaugummi, eine Art Kaugummi und danach werden Knochen, Knochen wachsen und die Knochen werden mit Fleisch bedeckt. Also wie viele Punkte kriegst du? Du kriegst sechs, weißt du warum? Weißt du warum? Weil Allah hat das Ei vergessen von der Frau und das Ei ist tausendmal grösser als das Spermier. Verstehst du? Und das Fleisch wächst mit den Knochen gleichzeitig und nicht der Knochen wird später mit Fleisch bedeckt. Du kriegst sechs. Das ist alles falsch. Sechs in der Schweiz ist beste Note. Ja, ja, Deutschland. Ja. Paco, sag mir, wer hat das, oder wie ist das Universum entstanden? Ihr wisst doch alles. Oh Gott, du redest wieder über das Universum. Ihr sagt doch. Ich frage dich, ich frage dich eine Frage noch. Ja. Wie sicher bist du, ne? Ja. Wie sicher bist du, dass diese ganze Koran vom Gott kommt? Ich sag dir so, ich bin mir zu 100% sicher, egal welcher Prophet auf die Erde gekommen ist und in den Herzen und den Köpfen von den Menschen lebt, war eine Nachricht von Gott. Punkt. 100%. Also du glaubst, also du glaubst, dieser ganze Koran kommt von Allah? Egal, ich sag dir so, ich sag dir so, ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder Prophet, der auf der Erde war, nein, ich rede über Koran, ich rede über Koran, weil du muslimisch. Ich sag dir, ich bin mir zu 100% sicher, dass Koran, Bibel, Talmud, alle von Gott kommen. Okay. Und dann, was willst du hier? Hm? Du hast geschrieben, ich bin Ex-Moslem, deine Meinung dazu, ich hab geschrieben, ich überzeuge mich wieder und ich hab gesagt, ich überzeuge dich wieder und will dir sagen, dass, wenn alle drei Bücher von Gott kommen, dass das letzte Buch, was gekommen ist von Gott, okay, dein Buch. Also glaubst du, also glaubst du deinem Gott, dass es Kinder eher erlaubt? Was laberst du, Digga? Glaubst du, ja, ja, doch, doch, Sura 65, Vers 4, du glaubst, du glaubst deinem Gott, dass man Frauen nicht schlagen darf. Guck mal, was du jetzt kommst, guck mal, du, guck mal, ja, siehst du, das ist dein Gott, das ist dein Gott in dieser Punkte. Warte ganz kurz, guck jetzt, weil du keine anderen Mittel hast, weil du keine anderen Mittel hast, fängst du an, gegen mich zu schießen, okay, und du kommst mit den unfairsten Mitteln, gegen dein Gott, weil du hier stellst, du stellst hier dein Allah, allwissend und allgröße und allmächtig und all, und all, 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 allrahman, allrahim, also all warmherziger. Verstehst du, wo, wo ist der warmherziger, mein 1,6, ich hab keinen Respekt, ich bin Gottloser, ich bin Gottloser, ich hab keinen Respekt, wenn, wenn dein Allah, wenn dein Allah mich als Hund nennt, weil ich an seinen Versen nicht glaube, dann, ich hab genauso kein Respekt, wie, wie was im Koran steht. Bruder, wie kannst du keinen Respekt haben? Warum soll ich dein Koran, so, ja, warum soll ich dein Koran respektieren? Allah, geh mal runter. Bruder, es hat nichts damit, geh mal runter, 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 ja, ich hab, ich hab keinen Respekt, aber dein, aber Respekt ist es, wenn Allah mich als Hund nennt, oder Esel, oder Nejes nennt, das ist ja kein Problem für euch, weil das ist ein Allah, er darf das alles machen, verstehst du? Aber ich soll keinen Respekt haben, nur weil dein Allah erlaubt, Kinder eher zu, ne, Kinder eher und Frauen nicht schlagen, und dann sagst du, ja, ich hab kein Problem damit, weil er, weil ich bin überzeugt, dass er dieses Licht vom Himmel kommt, und, und, und. Das ist doch, Alter, bestimmt mit dir nicht. Und dann, darf ich dir was dazu sagen, Carlo? Klar, klar. Ich denke, also, was ich gelernt habe, aus diesen ganzen Debatten, ich glaube, uns ist bewusst, dass viele Muslime ihre Real Religion selbst nicht kennen, also, wir wissen ja, dass sie ihre Sunna nicht komplett lesen, sondern halt nur den Teil, der das Gute erzählt, und das Schlechte wird ja interpretiert von Gelehrten als was Gutes. Verstehst du? Also, das ist ja schon eine krasse Art der Manipulation, wir können diese Menschen nicht mehr urteilen, für das, was sie glauben. Die haben nie was, also die, die gerade freiwillig konvertieren, du weißt selbst, das ist wegen sozialer Erwünschtheit, Gruppenzugehörigkeit, das ist ja, wenn ich Leute frage, die konvertiere, was hat dich eigentlich zu Gott gebracht? Ja, ich habe mich gut gefühlt. Wie, du hast dich gut gefühlt, Lahn? Also, was erzählst du mir gerade? Ich fühle mich auch gut, wenn ich, was weiß ich, Drogen nehmen würde, TikTok-sportlich. Das ist aber die Überzeugung, die Menschen haben, aus Emotionen, nicht aus Logik. Und du kannst ja nicht mit Menschen reden etwas versuchen zu erklären, wenn Emotionen dort Überhand haben. Deswegen verschwende deine Energie dann nicht. Nein, nein, gar nicht. Nein, nein, ich schreibe jemanden, du hast ihn, oh, der ist so überzeugt, du hast ihn Mund umgemacht. Was hast du mich Mund umgemacht? Aber du siehst ja, von was du überzeugst? Guck mal, ich lese dir die Verse vor, Al-Mishrikun Nejas, und die Juden, die Juden, und die Ungläubigen wie mich, und dann noch andere Glaube, also noch dummer als Kuh. Verstehst du? Und du kommst hier und willst du mich überzeugen von deinem Allah? Nein, die Sache ist echt ich darf mich lachen. Und dann noch andere Versen, und dann noch eine andere Versen, wo steht, eine andere Versen, wo steht, Ahfad al-Qirada wal-Khanazir, also die sind die Kinder von Schweinen und Affen. Und dann willst du mich über deinen Gott überzeugen? Die Sache ist, du musst dir ja vorstellen, über mich steht ja nichts anderes drin. Weißt du, was mal eine sehr gute Wissenschaftlerin gesagt hat? Sie hat gesagt, wir müssen uns mit dem Islam beschäftigen, weil er sich ja auch mit uns beschäftigt. Ja, nee, es geht ja wirklich kröpisch, also es geht ja ein 50 Prozent um uns Käfis. Ich will es gar nicht so sagen, weil es ist schon krass, aber ja, und du kannst aber einem Menschen nichts davon erzählen, weil er lebt hier mit uns. Er teilt sein Brot mit Leuten, die Käfis sind, und dann würdest du ihm erzählen, du weißt, dass dein Gott eigentlich will, dass du diese Menschen tötest, TikTok-sportlich, das wissen diese Menschen nicht. Ich weiß, dass meine ganzen Freunde hier, die Muslimas sind, nicht wissen, was in deren Büchern wirklich über Menschen wie mich zum Beispiel oder wie dich drinsteht, dass wir es nicht verdient haben zu leben. Aber Bisou, Bisou, bitte, wenn du sagst, ein berühmter Wissenschaftler hat das gesagt, ein berühmter Wissenschaftler ist kein Beweis, verstehst du? Du hast keinen Namen, aber alle schmücken sich mit Wissenschaft. Die Religion ist keine Wissenschaft, weil die wissen, dass Wissenschaft ist sexy, aber das kannst du nicht mit verbinden. Wissenschaft ist nicht sexy, Wissenschaft ist ein Praktikum. Doch, 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 ja, aber sexy, deswegen schmücken sich alle Religionen und sagen, hier, das ist ein Beweis, dass Gott existiert. Guck mal hier, es ist ein Wunder. Nein, es geht ja nicht gerade um Gottes Existenz. Verstehst du? Und das ist kein Beweis, ein berühmter Wissenschaftler in Amerika, ein berühmter Wissenschaftler in Dings. Es geht nicht um Gottes Existenz, Paco, ey, hör auf, bitte Sachen aus dem Kontext zu reißen. Es geht gerade nur darum, weshalb man sich als Person mit etwas befestigt. Ich wollte nur sagen, das ist kein Beweis, wenn du sagst, in Oxford haben die das gesagt, die Wissenschaftler haben die das gesagt. Aber diese Wissenschaftler arbeiten noch mit Bereichen. Nee, die Wissenschaft, die Studie und Metaphysik am besten. Ja, nee, ich studiere ja auch nur mit Studien. Ich möchte. Und das ist auch richtig so, man sollte sich auf... Ja, dann sag bitte, diese Studie ist hier und hier und dann gehen wir gucken. Weil wir sind... Ich bin selber mein ganzes Leben Moslem. Man hat uns gar nicht erzählt und erzählt und erzählt. Wir haben nie kontrolliert. Und jetzt, wo wir gerade gucken, jetzt kam der ganze Dings raus. Verstehst du? Das ist doch gut. Ich sage ja nichts. Ich sage doch, das ist richtig. Ich spreche nicht gegen dich. Ich sage, das ist richtig, was du sagst. Man sollte auch glaubwürdige Quellen haben mit Wissenschaftlern, wo man die Namen auch kennt und Historikern. Genau, genau. Es geht nicht darum, dass dein Onkel dir was von der Nachbarschaft erzählt hat und du sagst, ja, ich habe das und das gehört. Das geht nicht darum. Ja, also jetzt zum Beispiel. Jetzt wurde er sagt, die Männer dürfen die Frauen schlagen. Kennst du dir das vorstellen? Dein Mann schlägt dich und dann will mit dir schlafen. Das ist irgendwas zerbrochen. Das ist doch zerbrochen. Ja? Also ich spreche ja nicht dagegen. Aber das ist ja seine Entscheidung, dass er das glauben möchte. Und noch krass ist, er weiß ja gar nichts davon. Er glaubt es zwar, aber er weiß selber nichts davon. Ja, nee, was sollen wir da noch machen, Paco? Wir können doch nichts machen. Wir können den Menschen zwar erklären, was da drin steht, aber sie glauben es dir nicht, weil sie glauben eher dem Wissenschaftler, von dem sie den Namen nicht kennen. Aber mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Sein Verstand lässt. Den Nennchen in Ruhe, bis er das, weil es ist nicht vereinbart mit... Entschuldigung. Das ist ja auch das Gute daran, dass er feststand, zu hinterfragen. Ja, guck mal, er sagt zu Propheten, er sagt, ich bin hundertprozentig vom Propheten überzeugt. Guck mal, wusst du das? Das ist Feuerzeug. Ja, normal. Ja, und mit dieser Feuerzeug gehe ich 1500 Jahre zurück, zu dieser Insel, arabische Insel. und habe ich diese Feuerzeug hier. Ich bin auch ein Prophet. Auf jeden Fall. Prophet Carlo, ja, derjenige, der die Feuer erfunden hat, ist der Prophet Carlo. Verstehst du? Und da sind, die waren ja so, verstehst du? Wenn sie glauben, da kam ein Prophet, ein Prophet, der sagte, ich habe den Mund gespalten, ich bitte dich, was soll ich daran glauben? Wenn er sagte, ja, unser Prophet, ja, unser Prophet ist auf einem Borak geflogen, was soll ich da dran glauben? Ja, aber Carlo, die sagen auch, dass die NASA das bestätigt hat, dass er den Mund gespalten ist. ja, auch. Auch, verstehst du? Ja, aber NASA bestätigt, ist durch ein Mensch, das ist ja ein Unterschied, was NASA bestätigt, was durch Naturwissenschaften erklärbar ist, wie du selber sagst, vieles erklärt die Wissenschaft, Gott sei Dank, aber es gibt Sachen, die sind offen, und das ist ja eher das, was man mit dem Glauben denkt, verbindet. ich weiß auch, wenn ich Koran lese, wenn ich Koran lese, da beschreibt zum Beispiel, die Berge ist eine Befestigung vor der Erde, und der Himmel, da weiß nicht mal, was über Universum ist, da weiß ich gar nicht, da steht gar kein Universum im Koran, ne, und der Himmel ist ein Dach vor der Erde, und die Sterne sind ja wie Lampen, und Pfeiler vor Satan, wenn die, wenn die, die klettern ja die ganze Zeit, ne, die wollen ja ein Paradies, und die, und dafür sind die Sterne da, ne, und, und, ja, und die Sonne, Tajri, Al-Mustaqarru Laha, die geht jeden, jeden Tag runter, irgendwo, in Dunkelheit, unter Arsch, wo da, wo Allah zum Beispiel, seinen, seinen Stuhl, und betet, ja, ja, und betet, ne, und dann fragt sie jeden Tag, Allah, ich will wieder zurück, darf ich wieder zurück, sie muss nach Erlaubnis fragen, und dann kommt einer, und will er mich überzeugen, von dieser Religion, mit einem Punkt, will ich mich überzeugen, da gibt es tausende Punkte, wo er falsch liegt. Also, ich bin ja da komplett deiner Meinung, ich meine, deswegen gehöre ich ja nicht dieser Gemeinschaft an, ich habe auch irgendwann im Leben, mich gefragt, ja, nee, wo geht der Weg hin, rechts, links, du hast das gehört, das, man muss nur lesen, und man kriegt auch seine Antworten. Ich respekte jeden, der sagt, ey, das ist für mich nichts, was ich glaubhaft finde, das ist so, ja, okay, tamam, dein Wille, aber wenn sich jemand dazu entscheidet, zu glauben, dass das Töten von Ungläubigen gerechtfertigt sein kann, TikTok-sportlich, dann ist das ja auch sein Wille, was soll ich machen? Ja, nee, was soll man mit diesem Menschen machen? Tamam, glaub das, dass wir es nicht verdient haben, was soll ich noch machen, wenn du das wirklich denkst, dass ich sag, ich hab's nicht verdient, weil ich an etwas anderes glaube, als du, sei du doch glücklich, lahm, dass du die Wahrheit erkannt hast, in deinen Augen. Bro, Bro, du machst dich hier lustig über mein Deutsch, ne, du bist selber Kurde, du kannst die arabische Sprache, jetzt mach ich, jetzt warte ab, jetzt mach ich mich lustig über dich, weißt du, weißt du, wenn du auch im Paradiesland bist, du brauchst einen Dolmarscher, weil du kein, kein Arabisch hast, kein, kein Arabisch kannst, und dein Allah, der kennt nur Arabisch, der kennt kein Kurdisch, du Kurde, okay? Also mach dich weiter über mich lustig, aber wenn es ist, vielleicht komme ich durch, komme ich in dein Paradies, wenn du überhaupt Paradies gibst, ne, weil ich die Sprache beherrsche, ich kenne deine Sprache und du betest einen Gott, der nicht mal auf deine Sprache ist, verstehst du, und auf eine Sprache, die euch seit 1500 Jahren euch schlachtet und dann kommst du mir hier und willst du Islam verteidigen als Kurde, ich bitte dich, Saddam Hussein, du kommst aus Irak, ich weiß, Saddam Hussein, der liest Surat al-Anfal, ne, Surat al-Anfal, liest er vor, und er schlachtet Kurden, 182.000, in einem Tag, und du redest hier über Kurden, über Islam, nur durch ein Vers aus dem Koran, also du redest über Kurden, also wenn du, wenn du dich hier lustig machst, mach dich lustig über dich selbst, Alter, okay, weil ich finde, ich finde dich lustig, wirklich, weil du betest einen Gott, ne, der nicht, du weißt nicht mal, was du da sagst, in Arabisch, wenn du betest, weißt du nicht mal, was du da sagst, jedes Mal, weil du al-Fatih sagst, du beschimpfst die Juden und Christen, du verfluchst sie jeden Tag, ne, 19 Mal verfluchst sie jeden Tag, und du kommst mir und sagst, so, ich will dich überzeugen, was überzeugen, was willst du mir überzeugen, lach weiter jetzt, Carlo, was sagt man denn bei, man muss die, ne, wenn man die Juden und Christen beleidigt, ja, sagt man al-Fatihah, al-Fatihah, gayr al-Makhlubi alayhim wal al-Zalim sind die Christen und Juden und die Fluchen, Allah leitet uns recht, ne, außer die Christen und Juden und die gayr al-Makhlubi alayhim wal al-Zalim das sind die Christen und Juden, die sind nicht rechtgeleitet, aber leitet uns recht. Das ist krass, also, das ist interessant. Ich hab mich noch nie tatsächlich, ich hab mich zwar vieler und dann willst du mich, ja, und dann willst du mich, willst du mich hier überzeugen, Alter, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich will, überzeugt werden, ne, bestimmt nicht von meinem Kurde, übersetzt mir, übersetzt mir, übersetzt mir Ahsanat für Farjah auf Kodisch, du schämst dich für dieses Wort sogar. Das steht im Koran, wenn meine Tochter, das, gebe ich sie im Koran und sie kommt zu mir und sagt sie, was bedeutet Ahsanat Farjah, was soll ich ihr sagen, was soll ich ihr sagen, hast du verstanden, verstehst du das, was soll ich da übersetzen, meine Tochter, siebenjährige, soll das, diese Vers übersetzen, auf Arabisch, was soll ich ihr sagen, kannst du mir das erklären, ja, guck mal, hier, jetzt haben wir Propheten hier. Crazy. Das ist echt interessant, auf jeden Fall. Matti, komm mal hier zurück, komm mal zurück, schick mal eine Anfrage wieder. Asad, ich weiß es nicht, Asad, keine Ahnung, wie du heißt, schick eine Anfrage, ich nehme dich bestimmt nicht, wenn ich dich nehme, dann nehme ich eine Jeside hoch, wirklich, ich nehme eine Jeside hoch und dann macht dich vom A bis Z fertig, fertig, also sei leiser, schicke eine Anfrage, ich schwöre, wenn du eine Anfrage schickst, schicke ich, hole ich eine Jeside hoch, was wir mit Jesiden abgemacht haben, seit 1500 Jahren, ja, und dann kommst du hier und verteidigst das Islamalter, und dann bist du mir bestimmt und private schreiben, ja, ich bin stolz darauf, was wir mit Jesiden, was wir mit Jesiden gemacht haben. Ich weiß, ich kenne euch einzeln, einzeln, diese Rechtsextremisten, ich war eine von euch. hi, hi, hallo siehst du diese siehst du dieser koffer dieser sunniten und schoiten siehst du die hallo in irak gibt es einen jesidischen tempel wo werden sie unterdrückt die haben da ihre moschee ihre freiheit die jesiden können in irak machen was die wollen doch die haben einen tempel da wo sie ihren gott anbeten so wie wir muslime in deutschland moschee haben haben wir auch in irak ihre tempel fragt sie selber verkauft als sklavin glügt nicht ich lüge nicht dann guckte die video die gibt es immer noch warte wenn er das war zu sagen aber die menschen hat alle alle versagen ist es hat auch muslime verraten mit die mette lasst mich nicht ausgehecken mit die ich frage die jeside welche sprache sprechen die kurdisch kurdisch sind die kurden oder sind ja normal sind das konnten sie die hast nur die meisten jesiden hast mich die meisten kurden weil sie muslime sind deswegen ja und was sagen die die jesiden sind die größten die jesiden hetzten gegen gott die jesiden gehen mal runter die jesiden sind auf deinem kopf angebliche angebliche profit angebliche profit darüber dass sie in irak das recht hätten zu beten aber am nächsten sagt er das sind was faschisten und nazis und menschen sprechen das problem ist an sich ja nicht nur in irak im auch in iran afghanistan das probleme mit andersgläubigen die halt nicht ihre religion ausleben dürfen und es ist ja auch keine demokratie erlaubt jan was erwarten menschen die wachsen alle hier aufgenießen die früchte der demokratie dass die alle machen dürfen was die wollen und richten über andere die in einem usf usf du als marokkaner und dann hast du philistinische dings flagge auch noch daneben und dann und dann sagst du stellst du mich als lügner hier ich weiß nicht was kennst du dich aus mit irak ja für euch ist sowieso für euch ist sowieso saddam ist ein prophet geworden ne angeblicher ist da der amir al arab ja halifat al arab ist er für euch richtig kann wirklich halt der bin ich von einem loch ausgeholt vom ein loch ausgeholt und genau ein eid haben die ihm an dem links und dann kommst du ja und da und sagst du karl lügt dann kommen wieder lege mich an ich da sowas zu schreiben die lieben diktatoren ja alles unterwürfel sie lieben ja diktatoren ja an was du glaubst du bestimmt nicht an deiner der sagt ja kinder erlaubt oder frauen töten oder frauen haben die halbe gehirn die sagen ja die sagen ja die frauen haben die gehirn weil die frau ist durch adam aus rippe rausgekommen deswegen ist sie krumm ich stell dir das mal vor ich sag meine mutter du hast halbe gehirn du hast keinen verstand du hast halbe gehirn und halbe iman weißt du was iman also halbe glauben warum weil sie ihre tage bekommt überlegt ja da du weil sie wollen alle erschafft frau und bestraft sie dafür in die hölle zu landen weil sie ihre tage bekommt guck dir das mal an alter und deswegen dürfen die kein auto fahren in saudi arabien bis jetzt ja 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 ich weiß ja weißt du was in saudi arabien ne die imame die haben die haben sich beschwert bei straßenverkehrsamt ja wie es gibt ein hadith die frauen haben die halbe gehirn warum warum bekommen die führerschein stell dir das mal vor wie wie zurückgeblieben sind die menschen als adi ab sadi abadiz otro deke kom mal hoch kom mal hoch und redet mit dieser kurde ich ihn hier mal hoch ne weil er verteilet ja mashallah Wenn ich eine Jeside Frage einstelle, dann hole ich dich auch dazu und dann rede mit einem Jeside über deinen Islam. Kannst du lange warten, mich überzeugen von deinem Gott. Und dann kommen die, warum machst du Hetze? Ich mache keine Hetze. Und dann noch Muslime, Shiiten, Sunniten, seit 1500 Jahren. Ihr seid keine Muslime. Die anderen sagen, nein, ihr seid die Kuffar. Nein, ihr seid Kuffar, nein, ihr seid Kuffar. Seit 1500 Jahren. Nur Kriege zwischen den beiden. Carlo, gibt es denn deiner Meinung nach, also weder du noch, ich glaube mir an den Islam, aber gibt es deiner Meinung nach einen wahren, in Anführungszeichen, Islam, bezügt auf, von welcher dieser Gruppierungen beruht wahrhaftig auf den Koran und auf der Sunna? Was ist deine Meinung dazu, wenn ich fragen darf? Null. Null. Was soll ich an einen Jajujumajuj, das ist unter Zurur Qainain, das steht auch bei Alexander, der Roman. Verstehst du? Ja, gibt es nichts, gibt es nicht. Oder soll ich glauben, der Christus kommt später? Ich glaube es, ja, 100 Prozent. Ja, aber das steht bei uns auch. Ich weiß, du weißt aber auch warum. Nein, aber bei uns tut er nicht die Schweine, bei uns tut er, kommt er extra vor die Schweine zu töten. Überleg dir. Nein, die haben wir schon. Hat nichts anderes zu tun. Ja, das hat nichts anderes zu tun, um ein Schwein. Verstehst du? Ey, ich darf nicht darüber lachen, das ist nicht gut. Ich will es wirklich respektieren, aber was soll ich machen, Lan? Ich will das wirklich nicht belächeln. Ja, wir haben Jibreel, Jibreel und Fkherati. Fkherati, ja. Aussalamu alaikum. Guten Morgen. Gottes Segen. Guten Morgen. Gottes Segen. Damit ich auch alle grüße, sage ich das alles bra. Ähm, ja bra. Ich war die ganze Zeit am Zuschauen, aber da ist einer, ich wollte deswegen hochkommen. bin ich hoch gegangen damit bisschen dass du hörst weil du sagst warum ich gesagt habe soll sich schämen wenn ich verstehe es einfach nicht wenn ich ein kurde sehe und der verteidigt islam denn dann ich weiß nicht bei mir gehen lichter aus weil ich kann das einfach nicht verstehen 0 0 0 bei mir ist auch 0 0 der islam verteidigt bei mir ist wirklich bei mir kabel sind alle auseinander genau das passiert bei mir synapsen synapsen drehen durch ja nie wie kann man das ist für mich wie eine ein lamm das zu einem schlachter geht und freiwillig dahin geht und sagt kommen das ergibt nur sinn da das ergibt null sinn und das hat man auch davor der eine der so frech war weißt du wieder der sich lustig gemacht hat wegen dein deutsch universum und so einfach leute die zum beispiel keine argumente haben ja deine argumente er kann sie nicht widerlegen er kann nichts dagegen sagen dann kommt der und greift dich an das ist einfach typisch das herrschen so genau deswegen war ich weiß wo ich weiß wann ich ihn mir hoch nehmen da geht er nur persönlich deswegen ich kann das ist meine leute ich bin dadurch aufgewachsen glaubst du mir alle glaubst du mir ich bin damit auch gewachsen und froh ja und froh ja wenn ich einige siede gesehen habe und da sagt mir ich bin hier sie so ein haas hatte ich gehabt näher am besten würde ich ihm also auseinander schlagen das ist so ein haas bin ich aufgewachsen ich doch auch wieder ich bin auch genau genau wenn ich ein genau wenn ich eine christse wenn ich ein christse genau wenn ich eine ungläubige sehe schon krass dass eine entwicklung also eine erziehung so sehr beeinflusst werden kann von einer ideologie menschen zu hassen und das ist das warum ich es zum beispiel ablehne weil du bist kein einzelfall carl so geht es ja den meisten menschen und sagt kein haste aus deinem herzen kommt weil du wirklich ein persönliches problem mit einem jesen oder christen hat es ist eine überzeugung dass dieser mensch ist nicht verdient hätte zu leben einfach und ich finde es krass weil du siehst ja was in anderen ländern abgeht von menschen dies wirklich glauben und auch ausnehmen das ist krass das ist einfach ja also da wo ich herkomme zum beispiel in der türkei da waren dörfer also kurden hauptsächlich also fast nur kurden und ja also meine familie wir waren die einzige christliche familie dort aber das gehörte alles uns und die die kurden die da waren die haben auch für uns gearbeitet aber die haben uns trotzdem gehasst obwohl sie von uns gegessen haben janine wir haben den alles gegeben so ja die haben gearbeitet die haben geld essen alles von uns bekommen und die haben uns trotzdem verflucht aber davon mal abgesehen es gab in nebendörfer zum beispiel gab es kurden die halt von der türkischen regierung die heißen kludzi das auf türkisch beschützer heißt das irgendwie die die bekommen geld und waffen ja und die kämpfen dann gegen ihre eigene landsleute gegen kurden ja das sind kurden die werden einfach vom türkischen stadt bezahlt ausgerüstet mit waffen und sagen geht in die wälder sucht die kurden das sind ja terroristen angeblich tik tok sportlich und bekämpft eure eigenen brüder ja und das machen wir zusammen leute alles klar ich habe eine frage also jetzt speziell an die kurden hier drin ihr habt ihr gesagt gehabt wenn ihr wenn ihr kurden seht die zum beispiel den islam verteidigen dann habt ihr dann verspürt ihr so einen hass aber sind nicht die meisten kurden muslime noch leider aber nicht immer nicht meister radikal die radikalen ich nehme ja nicht alle muslime alle muslime sind alle muslime sind ja nicht aber die radikalen verstehst du der kommt hoch du bist ja kurde du hast aus islam verlassen und er nimmt mich auseinander der beleidigt mich vom a bis z ich habe gegen diese leute ja aber das ist weder also das für mich nicht radikals hat einfach nicht nichts mit dem islam zu tun für mich wenn dich einer beleidigt weil beleidigung ist ja oder beziehungsweise grundsätzlich hat für mich beleidigung nichts mit religion zu tun weder mit dem islam noch mit anderen religion meiner meinung nach doch doch weil ich hier zum beispiel ja weil ich hier das suchte wo ihr sie denn vor allem er nähe vor kurden die andere gläubiger sind verstehst du und da kommen ein paar leute die schreiben die beschreiben mich hier als verräter nicht so weil ich islam gegen islam schieße ich finde das einfach falsch was sie mit jesiden was sie mit aller mehr gemacht haben was sie mit ungläubigen gemacht haben und das finde ich falsch dann beschreibt er mich als verräter weil bist du alter ja aber warte mal wenn ihr einziger verräter ist ok hallo aber was ist denn jetzt zum beispiel zum beispiel jetzt ich bin ein muslim okay und was ist wenn ich dir zum beispiel zustimmen und ihr sage ja du hast recht zum beispiel dass man unschuldige menschen tötet die die einem nichts getan haben dass das falsch ist dadurch da würde ja jeder jeder normale mensch würde er dazu stimmen zum beispiel auch jetzt wie ich sage darf ich nur kurz ausführen wie jetzt zum beispiel dieser anschlag was da passiert ist in moskau jetzt vor ein paar tagen ist ja schrecklich ist das da würde ja kein normaler mensch sagen ja ich finde es gut und ich finde das hat auch das ist auch nicht recht zu verdienen mit erziehung oder sonst irgendwas also so habe ich nie meine religion kennengelernt und ich bin nicht ein mensch der keine ahnung von meiner religion hat weißt du muss darf ich jetzt bitte bruder was du gesagt dass jetzt mit beleidigen hat mit islam nicht zu tun muss ich leider sagen das stimmt nicht weil allah beleidigt ja auch verstehst du und alles ist ja der hauptdings im islam wenn er sagt die menschen sind affen und schweine und dies und jenes dann beleidigt er ja die menschen und das kommt also doch aus dem islam also ich kenne keinen anderen gott der menschen einfach so beleidigt oder ja aber warte mal du verstehst ja also zum beispiel sagen wir jetzt zum beispiel kuffar viele viele christen oder andersgläubige kommen ja nicht damit klar oder beziehungsweise sehen das als angriff wenn muslime sagen ja ihr seid kuffar aber kuffar oder kaffir das ist ja keine beleidigung das ist ja eine bezeichnung aber mutter was ist mit den muschereken managers in einem muschereken sagen sagt man noch mal diesen vers in den muschereken netjes dass die muschereken netjes sind also dass die dass die götzen die nah unrein sind ja ist es beleidigung oder nette ich finde dass das auf jede person individuell anzuwenden dann kannst du kannst du sagen in allahe oder solen netjes nein natürlich nicht weil es eine beleidigung ist aber ja aber es gibt ja bei diesen ab wann man zum beispiel ich zum beispiel ich wenn ich eine ehefrau habe und geheilt also wenn ich geheiratet habe eine ehefrau habe und mit ihr den geschlechtsverkehr vollziehen dann bin ich auch nach dem geschlechtsverkehr netjes und muss mich wieder rein machen verstehst du also muss haben wir wenn sie sogar gewaschen sind sind wir nicht warum noch muss er stell dir eine frage muss er in frage bitte wie findest du dass man in christendom steht in den muslimen wie findest du das also mich persönlich mich persönlich würde es nicht stören weil wenn es in ihre glaubens nicht also wenn es im christentum so stehen würde dann würde es so stehen weil mich interessiert ja gar nicht ich glaube ja gar nicht dran also verstehst du was ich meine was eine andere religion von mir hält in bezug auf auf meinen reinheit status noch mal darf ich dir darauf antworten ja muss ich finde es krank dass du sagst ich akzeptiere es dass menschen mich als unrein sehen wegen meinem glauben dass du sagst mir egal wenn christen mich als unrein sehen und betiteln und du weißt auch was darauf folgt von bestimmten gruppierungen wo du sagst nee das sind für mich keine muss was folgt darauf nein nur weil du unrein bis heißt nicht dass du getötet werden darf also wenn ich aber sagt das ja alles sagt das ja wenn ich nicht wo sagt das allah jibril muss ich soll es die götzendiener wenn du auf dich triffst nieder mit den haupt was heißt das ist dass du du jetzt also du meinst gerade ja es ist kriegszeit okay ist dieser vers ist dieser vers für immer gültig oder ist denn nur für damals also allgemein der koran wir glauben was meinst du mit für immer gültig dass du jetzt quasi du musst du an suche musst du an suche 9 fest du musst an alles leute glauben oder nicht an glauben aber musst du an diese suche ist spezifisch jetzt auf diesen vers jetzt musst du daran bis heute glauben oder natürlich klar so aber glauben bedeutet ja nicht dass du glauben bedeutet ja nicht dass du jetzt jeden muss schritt zu jedem muss schritt gehen sollt um ihn töten solltest das ist ja so hat es ja noch nie ein islamischer gelehrter verstanden diese verse was 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 meinst du wenn du wenn du sagst du als muslim der islam wird siegen was meint was meint ihr damit wenn sie sagen dass der islam sie wird jibril nur kurz warte leute jibril warte bitte leute wie geht es ihr bruder wie geht es ihr bruder ja gut danke und bei euch alles gut auch gut danke ich habe eine frage an dich steht nicht im koran steht nicht im koran also bekämpft nicht die musikin oder kuffar wenn ihr schwach seid bekämpft die bernisse sagt doch die wahrheit ich sag doch die wahrheit was sage ich nein hier ist das wichtige punkt also der wichtige ist was der koran macht koran schrittweise enthumanisiert das heißt entmenschlicht diese gläubige ja dann bis zum schluss dann du bist dann wird dir bei dir drinnen keine gnade für ihnen aber wurde oder lass mich bis in erklärt das uns doch bitte ja wenn er sagt wenn er sagt die ihr wenn der koran sagt ihr rede mit ihnen nicht mach mit ihnen keine geschäfte die sind unrein ich werde dir jetzt die felsen wollen gleich ich werde dir nur was mich unterbrechen so kann ich nicht sprechen ich rede bis so jetzt was passiert am ende am ende der muslim ich war auch in ich habe in moscheen gesessen ich habe zugehört weißt du du bist immer so geladen mit diesem hass und so und der imam am ende sagt deine schlechte wirtschaftliche lage indem du weil du bist du du bist deine religion nicht richtig aus du machst keine jihad gott hilft dir nicht so jetzt kommt einer sagen wir so irgendwelche schlechte geheimdienst und kommt zu dir und sagen wir hier das ist deine chance hier bitte schon eine waffe du bist bereit alles zu tun vor deiner region waffe gilt siehst du da ist dein gegner der deinem leben nicht schlecht gemacht hat geh und tu ihm weh und deswegen siehst du passiert so was wie in moskow ja weil da sind die menschen so an meinung kommt es bitte unterbrechen müssen da sind die menschen die so in als in syria die chance sie die chance gehabt haben ihre wut gegen diese regierung und gegen diese ohne gläubige auszuüben guck was eises gemacht hat ja aber aber schon mal überall du bist jeden du bist 24 stunde im fernsehen in der umgelegenheit muss darauf werden die turnier und hass 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 und dann wenn du die chance hast diese hass also ausbrechen zu lassen was kommt okay aber lass mich bitte darauf antworten du sagst ja die ganze zeit dass das der islam quasi dich dazu führt dass du das machst warum ist dann der großteil von den muslimen warum machen die dann sowas verrücktes nicht wie zum beispiel was in moskau passiert ist weil ich kann mir sagen ich habe dich auch ausreden gehört hast eine frage gestellt ja ja nein nein aber das ist ich möchte trotzdem noch zu ende reden das mit quasi ich antworte dir selber darauf weißt du warum würden sie das nicht tun weil die weil die meisten muslime gerade im gegenteil gerade weil die meisten muslime sich wenn sie mit dem sich wenn sie mit dem islam sich beschäftigen dass dann auch lernen und verstehen dass so etwas falsch ist und dass so etwas gar nicht mit dem ist das stimmt nicht muss er muss er warte ganz kurz einen moment dass ich bitte aus ganz gut ist ganz fertig lass mich nur ausführen jubil es gibt im islam es gibt im islam den kampf den jihad es stimmt ja das gibt es aber es an bedingungen geknüpft und damit ist ganz bestimmt nicht das verstehen was ihr darunter versteht okay ich habe verstanden was du meinst ich habe verstanden jetzt lass mich jetzt lass mich kurz antworten guck mal wenn du sagst alle machen nicht mit wegen so und so guck mal ich sage dir warum sie nicht mitmachen im islam ist das für jeden muslim pflicht mitzumachen aber sie machen nicht mit guck mal wenn sie mitmachen weißt du was passiert die anderen sind ja nicht blöd ja das ist ja nur unterstellung die du jetzt russland oder amerika oder irgendwelche länder wenn die muslime alle auf einmal so machen den jihad komplett dann würden die die kurzen in ein tag vier minuten würde putin brauchen um ganze arabische länder auszulöschen mit einer sarmat-pazarmat-raketen das heißt du glaubst daran ich sage dir warum sie das nicht machen sie machen das nicht weil sie nicht die macht dazu haben wenn sie die macht dazu haben ist der islam jeder muslim verpflichtet das zu machen und was zu machen was zu machen und mal sei sei direkt also sagt was du denkst beispiel ich gebe dir beispiel hört so wenn jetzt in deutschland 50 50 ist ne prozent 50 muslime dann sind sie in der pflicht das land sofort zu erobern mit gewalt wenn sein muss sie können natürlich friedlich sagen hey weiß ich das habe ich noch nie gehört das höre ich gerade ja weil du dich nicht auskennt weil du dich nicht so bist mit dass du mir sagst du kannst du ein bisschen arabisch kannst du ein bisschen arabisch ich habe ein bisschen weißt du was bedeutet die hatte da fahrt und die herde talab ja also ich glaube ich der kampf also quasi sich zu wehren soweit ich weiß das ist zu wehren genau und das andere was hast du gesagt sie hat total ab nein das sagt also das wort ist der angriff angriff sie hat das ist der angriff sie hat wenn man bei wann kommt man kommt diese jahre talab zustande aber wo stehen denn diese zwei begriffe von wo hast du diese zwei begriffe jetzt raus warte ich weiß dass meine eigene religion in meinem kopf oder 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 schwester ja aber wenn ich nehme dich runter und dann kommt sofort hoch nur ich schließe dieser vers vor holt doch mal hamdi hoch am dies auch da holt ihn doch hoch und dort und dort und dort kannst du mir kannst du mir diese hadith vorlesen bitte ja wenn man märter oder nam ja so oder mir hat das nafz hau belgas und märte alle schwabaten in der fahr wäre stirbt und hat keinen angriffskrieg gemacht oder hat sich sich selbst da steht nicht an zu sagen das ist gerade platt gelogen was wird der dazwe lest mal noch mal den hadith vor man märter und übersetzt und übersetzt du übersetzt ist gerade mit angriffskrieg invasion razu bedeutet auf deutsch invasion was wir können versionen krieg aber zu also auf was ist denn das heißt als usa irak als usa irak angegriffen ja aber das war eine invasionkrieg das ist zum beispiel gerade angriffskrieg aber andere in bezug auf was wenn du ein angriffskrieg wenn du gerade schon im krieg stehst oder das ist das ist der prophet muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wassallam musa guck mal die kriege haben wir haben wir haben wir haben wir haben einen schulden gibt es rat schläge wie die menschen auf ihre glauben aufpassen damit sie er wird sicher sein dass sie in den in den in berg stehst du ja natürlich jeder du musst es schon abgebaut aber jeder will ins paradies ist ja klar wir muslime wir müssen die musik ich kenne dir ich kenne dir solcher solcher hadith zehn stück rausholen und das sind alles und wer hier leugnet soll er hochkommen sagt nein das stimmt nicht was du da sagst also wie gesagt ich kenne ich kenne ein paar aber ich kenne mich nicht aus jetzt explizit mit jedem hat dies kenne ich mich nicht aus aber was ich weiß ist es gibt im islam auf jeden fall den kampf aber der ist an bedingungen geknüpft und nicht das was diese verrückten is machen oder andere macht wie zum beispiel jetzt sagen wir mal zum beispiel unsere brüder und schwestern in palästin in palästin diese diese leute die 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 dort bekämpft werden und deren häuser eingenommen die seit jahrzehnten getötet werden und misshandelt werden und alles die müssen kämpfen die müssen gegen diese gegen diese sachen kämpfen das ist ihre islamische pflicht und ich stehe hinter jeden einzelnen der das macht weil das sind meine brüder als ein richtiger moslem theoretisch gesehen so jetzt bei der frage nicht nicht jeder nicht jeder muslim ist verpflichtet zum kampf wieso jeder muslim es ist individuell es ist es ist nicht auf jede person einzubeziehen schon zweimal das wort individuell benutzt einmal genau es gibt immer allgemeine guck mal es gibt immer allgemeine urteile im islam ja das und dann gibt es noch mal spezifische auf die person gesehen das kann so dass mich wer bestimmt denn jetzt von euch menschen dann welche allgemein sind oder welche mehr deutlich sind welche individuell sind woher die leute die leute des wissens natürlich und wer sind die leute des wissens gelehrte sind leute des wissens das ist es nicht gut wenn man verneint alles das ist ein hadith das ist ein hat na warte warte ich habe nicht du verneint ich lese diese hadith in meiner muttersprache ich wusste ich weiß was das für mich bedeutet diese hadith ich brauche keinen ein imam mehr zu erklären was diese hadith bedeutet es ist deutlich prophet muhammad sagt mir in meiner muttersprache wenn du nicht an eine invasionen krieg teilnimmt oder sich überlegt das zu tun du bist monatwerk dass wenn du in der moschee bist du musst auch einen gedanken im hintergrund immer haben einen eine andere volk anzugreifen diese mennen von den muschrekin und kuffar damit du immer so wache bleibt in der solle interpretation auf diesen hadith ist mir muss man holen muss haben die warte muss lass mich ausreden muss ich wohl haben die nicht hoch weißt du warum warum die redet was da zwischen dann lass mich ausreden ja haben wir holt was hoch kommt er hoch und dann nimmt er sofort auf und dann beschneidet sein ganze videos und die stellte sich hier als als helder und ich kenne gut der seien seiter und da hat das feier stück zwei videos über mich gestellt und ich habe es in der stelle ist dann kein problem lasst mich ausreden lasst mich ausreden lasst mich ausreden und und das weiterpunkt ich rede mit ihm mit respekt sogar wirklich ich akzeptiere auch hat er gesagt auch am folgen kommst du mein live und lass uns reden kein problem ich gehe zu sein live vom murat mehr weiß wer murat ist abu bakar und der andere ich werde vom a bis z beleidigt ich habe noch da ich war gestern mit der drei account in sein live mit der drei account in sein live die habe mich von alle drei accounts beleidigt und er sieht das also also leute beleidigt gerade nicht da soll nur einfach hören ich wollte nur hören ok aber wenn ich mich beleidigt fühle überall und dann werde ich erstummt ne erstummt und dann blockiert ja aber passen wir leid haben die leiden wir leid haben die du bist du bist nicht ganz einfach zum beispiel der live gemma macht dein eigene live gemma dein eigene live selber wirklich ich komme heute abend gerne zu dir gerne zu dir wir bleiben sachlich ich rede mit dir kein problem aber wenn ich hier ein also erstmal erstmal du bist sagt sowieso sagt sowieso muss er kommt runter das sind alle lügner also kannst du unten wenn du mich nicht ausreden haben die wie gesagt du kannst heute dein eigene live aufmachen ich komme gerne zu dir wenn du wenn du mit respekt mit mir redest ich rede mit respekt bisher seit acht stunden seit acht stunden bin ich hier live keine hat ein nicht mal aller beleidigt oder profit beleidigt oder jesus beleidigt oder keine und in mein life wird auch niemals ich komme mit fakten ich komme mit halte und ich habe hier da sind ja drei ex muslime wir sind ja 34 ex muslime und wir reden darüber wir reden darüber ob du mir hier kommst mit dein anderer meinung sagt das ist deine meinung okay aber wie gesagt heute auch für keinen fall und video ist ja guck mal der lässt mich nicht hoch ich hatte ihm widerlegt das machst du sowieso ich weiß das haben sie du hast uns nicht widerlegt da in deinem video das ist einfach er lässt nicht ausreden er ist dominiert schreit nur lässt kein ausreden und befeuert sich selber indem er sagt guck mal ich hab dich fertig gemacht guck mal zerstört begraben nur sowas denn keine vernünftige argumentation keine kommunikation ist normalerweise normalerweise in einer erzählt wirklich fast nur lügen das ist das problem normalerweise reden kann dann gerne aber das problem ist er lässt nicht reden er hört nicht zu er schneidet er lügt er manipuliert er macht nur diese sachen ja normalerweise was du jemandem ein wenn du jemandem ein surer von koran ein fers ist oder ein hadith und sagt nein das gibt nicht immer sofort runter im schicken sagt guck erst mal und lies koran und lies diese hadith und komm hoch weil du hast ein text stelle mal vor du als du holst ein text von dem grundgesetz und du willst darüber diskutieren und dann kommt einer ein zum beispiel die staatsanwalt oder ein irgendwelche rechts rechtsgelehrter und sagt dir dieser satz gibt es nicht ich erkenne diesen satz nicht dann was machst du mit ihm machen obwohl dieser satz ist schon gemeißelt im grundgesetz und willst du darüber diskutieren und er vermeint den satz dann schickt ihm einfach runter du brauchst mit ihm nicht diskutieren das heißt es gibt keine gemeinsame basis um zu diskutieren und haben die ich war gestern ganz ehrlich ja da war lieber zum hadith da ein christ kam so hoch kam hoch nein dein gott ist so dein gott ist so dein gott ich habe das vor nicht mal ein minuten aufgenommen wenn ich das wenn ich das hier zum beispiel mein eigener account hochlade da werde ich noch mehr hass mehr mehr hast du kannst du und das will ich nicht ich mache das nie in mein life in meiner account ich habe zwei account in meiner account ich lade videos hoch und das wie diese videos was sein imame sagen ich mache das nicht und keiner macht das keine christ keine christ redet über islam sondern imame sagen aus aus moschee sagen diese sagen alle diese hadith und wie die wirklich ein prophet zum wirklich so klein stellen und das ist hier zeigt diese wie im koran etwas und das gegenteil geschrieben zum beispiel über diese christin er nennt sie ahlal kitab ja ahlal kitab du musst an ihren bücher glauben ja weil wir sind teil des korans ja teil dieser alle sind dicker du musst an ihnen glauben deswegen wenn er kommt zu dir wie ich glaube und aber gleichzeitig koran beschimpft sie ohne gläubige so jetzt du bist als muslim so im konflikt muss mit ihnen müssen sie als gläubige betrachten oder als ohne gläubige sind sie muschrik oder sind sie ist ihre gut die gleiches gut wie meins wie koran behauptet ja aber gleich ist zeit ist er sagt sie muss schräg das ist nicht die gleiche gut so jetzt du bist selber nie kommt und weiß nicht was kann man sagen wo tut nur kurz oder nur kurz berlin und diese 47 ich bin ein kurde wenn du sagst also karlow findet sagt dann gut sondern ist unter meinen schuhe auch wenn auch wenn er tot ist ist immer noch mal unter meinen schuhe behauptet dass das ist dann ich habe sechs onkel die stadt dann sind die alle dort was laberst du für scheiße wer macht was war was er macht nur für die lüge ich habe sechs ich habe sechs onkels 69 onkels ne sechs onkels habe ich verloren weil durch saddam und du kommst hier sagt so karlow findet saddam gut wer hat dir das erzählt man das geht darauf nicht ein das sind heuchler guck mal die die radikalen muslime alle verehren saddam aber die schreiben du magst dann guck mal wieder wieder alles verdreht das haben mehrere jetzt geschrieben er findet dann gut auch der von vorhin kein normaler kurde findet saddam gut ja was er getan hat und giftgas und was du wissen willst falls du wissen willst falls du wissen willst mein vater war selber pechmerger wenn du willst mein vater war selber pechmerger und dann werde ich in großer rein wenn ich saddam möge dann bist du alter wer bist du dass du das so was im raum schreibst besser ich finde es sind dann wie es leute da sind die leute ok 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 ich bin nicht so reden wie dort bisher nicht politik weißt du wenn man weg laufen will dann immer so sucht andere themen zum ablenken ja also ich würde nicht in politik gehen weil jeder kennt was saddam was diese alle regierungen im mittleren osten wir sind nur diktatoren ja aber politik und religion gehen hand und hand das ist wichtig dass saddam hat sich legitimität immer geholt ja gegen iran durch religion die schiiten greifen obwohl in irak gibt schiiten aber in arabische welt um unterstützung zu bekommen ich bekämpfe die schiiten und deswegen hat er so unterstützung bekommen damit diese revolution nicht übergeschwemmt an der auf die andere als und danach gegen die kurden wie mit mit den türken hat so weil jetzt jeder muslim in arabischen wird wenn er das wort kurde gehört er hat diese sofort im hintergrund da sind kuffar sind keine muslim also weil diese propaganda in arabischen welt war die kurden sind sie glauben an das feuer sie beten das feuer an und soja also ich persönlich nur als ich nach deutschland kam vor drei und so habe ich erst den kurden getroffen zum ersten mal habe ich ihren kontakt und ich habe gesehen dass sie echt muslim wie wir und ständig warum haben sie immer uns gezeigt da sind kein muslim und das ist die schwestern ich habe nur gesagt ich habe nur gesagt weil ein kurde kam hoch und da sagt ich will dich überzeugen ich habe gesagt alter du als kurde ne saddam hussein hat suratel anfall vorgelesen und 120 182 tausend leute in kurden getötet in irak und du willst mich hier auch überzeugen von was ja von was ich werde ich werde nicht vom ein kurde was auch gar keinen fall auf gar keinen fall und nicht vom ein kurde und dann schreibt er unten ja der liebster damm was habe ich über sandam geredet und eine von dieser leute war mein onkel was redest du da bist du da auch gar nicht in frage kann und das ist ja solche dummen anschuldigen jetzt rechtfertigen ich wollte nur eine sache sagen und dann gehen aber ich wollte niemand unterbrechen das ding ist leute die politik und religion könnt ihr nicht mehr auseinanderhalten weil dafür ist der punkt zu sehr involviert in religion zu sehr involviert in politik meine ich und davon abgesehen ich bin selber atheistin aber carlo kennt meine einstellung ich bin kein freund davon jetzt die ganze zeit eine religion zu thematisieren ich verstehe euren punkt komplett es hilft nur nicht zum beitrag zum diskurs das ding ist es ist wer viel viel besser wenn ihr über den politischen islam also das abgrenzt und darüber redet weil ich bin ich bin ich kritisiere ich kritisiere hier die was sie was die aramäische angetan haben was sie sie denn angetan was die tun juli was auch angetan haben und das kritisiere ich auch die ganze zeit die ganze zeit da ich rede immer darüber dann wird dann kommt ein kurde du bist ein verräter schreibt er mir alter was mache ich hier ja auch nicht hier verräter ich finde das einfach falsch das ding ist nur man darf die momentan keine plattform geben um den irgendwie damit die in ihrer eigenen community recht behalten und dann sagen sie über uns ja schaut mal das sind keine ahnung satanisten wenn man atheist oder agnostiker ist ist man gleich satanist oder ist man gleich kommunist und was weiß ich also einfach also nicht die allgemein ansprechen sondern differenziert auf den punkt was sind die probleme was sind die probleme und normal gläubige es gibt auch normale muslime menschen also moderate muslim es gibt auch moderaten muslim weißt du was ein moderat muslim das ist die die mehrheit in arabische welt ja die menschen die nicht mal beten sind einfach so geboren weißt du sie haben islam als kultur teil ihrer kultur das heißt wenn er morgen früh steht und sagt salam alaikum wenn er was kauft und ist sagt alhamdulillah nur das so irgendwann kommt die zeit er sagt ich will zu meinem gott zurückzukehren wie ist mit mir genau passiert und dann habe ich mich intensiv ich habe angefangen zu beten jeden tag ab und zu wenn ich die gelegenheit habe in die moschee auf der arbeit immer in pause gehen und beten und dazwischen durch lesen weißt du und hören solche geschichte solche habe ich und so und dann irgendwann kommt fängst du an du hast bestimmt deine eigene moral ja die nicht von die zum beispiel für mich toten ist eine rote linie frauen wie man mit den frauen umgeht für mich ist sehr wichtig die frauenrechte und dann fängst du an zu herauszufinden dass in deiner religion in deiner religion toten ist nicht nur eine rote linie die frauen haben keine rechte und so weiter ja es gibt sachen die sind und ist klaverei ist nicht verboten zum beispiel gott beschäftigt sich mit dem mit dem alkohol aber ihm ist egal ob die sklaven befreit werden dann kommst du zum prophet eine profe der als signale zur menschheit geschickt du findest heraus der hat sich tot er hat bevor den zu toten er hat gefoltert dann so dann dann da hast du jetzt selbst mit ihr einkommen ist ja ja warte was ist nur bis eine sekunde und dann bin ich fertig und dann bekommst du zu zeitpunkt wenn du diese religion aus oben willst dann du bist automatisch erstmal zahler fest und dann terrorist weil du musst alle deine ganze umgebung von deinem ganze umgebung des distanzieren musst du dich distanzieren ja oder du tritt ist aus ich habe die zweite wahl getroffen ich bin raus ich will nicht diese muslim der luke und im hintergrund wunsch sich immer im islamischen stadt zu leben und ich weiß die absicht von ist am stadt die ganze welt zu beherrschen und diese menschen die an diese islamischen stadt nicht folgen wollen entweder des jahre zahlen oder getotet werden und für das klappt das ist ein ziel das ist 100 prozent muss ich dir genau zustimmen hat das wollte ich genau sagen entschieden ganz kurz schwester ohne gott wer sich richtig ein muslim der sich richtig mit dem islam beschäftigt richtig intensiv die schriften versteht er tritt entweder aus islam raus oder er wird er sprengt sich in die luft irgendwann verstehst du diese zwei sachen gibt es im islam weil wenn du ein wahrhaftiger mensch bist und das studiert richtig da rein gehst in die materie ja und das verstehe man kann nur diese zwei sachen dabei rauskommen meine liebe die wieder wie der bruder gesagt hat ja es gibt diese möglichkeit auch noch wenn man ein sich selber belügt wenn dieser sagt die gedanken hat aber die nicht umsetzt und diese zwei möglichkeiten bleiben nur verstehst du das und wenn ich wenn ich jetzt ganz kurz schon das wort habe weil viele schreiben ja du warst letzte mal mit haben die sehr nett und so ich bin nett ich passe mich immer mein gegenüber an leute er war nett zu mir ich habe nicht mit ihnen geredet wir haben fast eine stunde geredet ja und das hier sagt ich habe mein name wieder geändert guck mal ich habe dann mein bild weg gemacht für euch ihr habt mich trotzdem mit anderen normale bild auch beleidigt alles mögliche und warum soll ich dann euch entgegen kommen wenn ihr so seid versteht ihr das und fragen haben die kennt die arabische sprache oder kann kann er haben und können wir vielleicht auch zu wort kommen wenn es möglich ja aber nur die frage antwort weil ich kenne nicht ob er arabisch da kommt da kommt da kommt da kommt aus den tunesien da kommt aus tunesien glaube ich aus tunesien ja ja also in tunesien und hier ja ja die schreiben auch hier hier du redest du bahamas du stehst hinter israel nein ich stehe nicht hinter israel ich bin mit menschheit ich finde es alle von beiden seiten nicht gut ganz einfach ich bin von beiden seiten nicht gut für mich sind die menschen wenn die kommen und du machen so was ne und dann sagen die allah hat war da 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 kritisiere ich da kritisiere ich einfach da muss da sage ich was dagegen weil das ist unmöglich ich komme aus palästina und ich kann dir sagen was ja ohne gott bitte schon entschuldigung ganz gut also erstens carlo danke für deine streams und solche streams brauchen wir auf jeden fall damit wir die religion diese sage ich jetzt mal diese negativen sachen auch ansprechen und wenn wir zum beispiel die religionen ansprechen und sagen in der religion ist so und so heißt nicht dass alle muslime sprich alle menschen das befolgen und alle menschen sind schlecht das muss man unbedingt unterscheiden und klar selbstverständlich jetzt gibt es doch liberale muslime die die sind integriert die sind liebevoll und aber sie leben wirklich sie leben nicht islamisch würden diese muslime islamisch leben sie würden ganz anders sein das heißt diese muslime nehmen ihre religion nicht so ernst aber was meinst du nicht islamisch ich habe ich habe da ein verständnis problem ist islamisch die beten nicht fünfmal am tag die fasten nicht bedecken nicht zum beispiel viele frauen bedecken sich nicht wie der islam es so verlangt oder was weiß sich was die halt das machen verstehst du diese ganzen sachen oder viele sagen auch wir sind gegen die scharia und so weiter wobei ein muslim muss eigentlich die scharia akzeptieren und diese dinge und deswegen haben wir sprechen und karte spricht auch die religion an ja und wir sprechen nicht die menschen an wir sprechen nur die menschen an wenn zum beispiel muslime radikalisiert sind wenn die muslime uns bedrohen ja und so weiter zum beispiel karl erwähnt ja auch viele dinge wie die muslime mit ihm umgehen also nicht alle natürlich selbstverständlich werden und wenn er bettet und es sind solche dinge es ist wichtig zu erwähnen wir müssen das erwähnen weil das ist das gehört auch in der gesellschaft die religionen das christendom der islam gehört in der gesellschaft normal dazu und solche dinge müssen angesprochen werden ein beispiel sage ich dir über diese muslime es gibt viele videos im internet wo einer geht in einer seiner eigenen sprache ein schimpfwort sagt und sagt zum beispiel einem deutschen oder einem engländer kannst du dieses wort sagen und er sagt dass das ist ein schimpfwort und alle lachen und dieser mann ding das ist wichtig witzig ne und genauso im koran diese leute sie beten und sie lesen koran aber sie haben das auswendig gelesen sie wissen sie wissen nicht was sie lesen sie verstehen nicht was sie sagen und wenn du kommst und er denkt er lesbar im gebet man sagt immer was gut ist er denkt wenn er was diese verse zitiert er sagt was gut ist etwas gutes vor gott so ein gebet und wenn du ihm sagt guck mal du hast gerade gebetet sagt tote alle ohne gläubige sagen nein du luchst das kann nicht wahr sein so was gibt es nicht im islam ja und wenn du uns und die zeige liebt er liebt so er verneint das weil er ist ein guter mensch in sich aber er weiß nicht was er liebt und das habe ich dazu ein gutes beispiel geben sie denn bis zu türkin nein ich bin kurde ach so bist du muslimer nein ich bin artiste ach so weil ich wollte ein beispiel was der hut der bruder gesagt hat zum beispiel ja weil es gibt ja viele muslimer zum beispiel du liest denn was vor aus hat dies oder so und dann sagen die das stimmt nicht beispiel ich dachte jetzt du wärst türkin oder so wegen dann hätte ich dir gute beispiel jetzt nennen können aber das kann man auch trotzdem machen weil jetzt wenn du jetzt kein kopftuch zum beispiel trägst oder viele muslimer tragen ja keins aber zum beispiel mohammed sein wort ist ja bis heute gültig oder was im koran und was halt gesagt ist ja ist ja allahs wort so besser gesagt und wenn er sagt eine frau die kein kopftuch trägt nur aufgrund dessen kommt sie mindestens 500 jahre in jammer also was was verstehen dann diese muslimers nicht darunter wenn man das lied und das stimmt nicht oder was auch immer aber das steht da drin ja ganz kurz wenn ich ganz kurz diese sache das ist eine glaubensangelegenheit ob sie jetzt ob eine muslimer entgegen geht oder paradies geht das ist eigentlich sage ich jetzt mal zwischen sie und ihr glauben wenn eine muslimer meint sich daran zu halten weil sie befürchtet in der hölle geworfen zu werden was auch immer es ist ihre ihre eigene sache aber es geht um dinge wie in der gesellschaft zum beispiel der islam erlaubt kinder ehe erlaubt frauen zu schlagen ja das heißt wir wie andersgläubigen andersdenkenden wir werden das auch mitbekommen und dagegen sind wir versteht ihr was ich weiß aber ganz kurz wurde ich bin sofort fertig wenn die aber in ein unter scharia sagen wir mal dann ist das nicht ihre sache sondern sie ist dann gezwungen hijab niqab und so zu tragen sie ist gezwungen wenn sie nicht macht zum beispiel ein beispiel iran keine chance du entweder du musst das tragen oder du kriegst halt der probleme gefängnis etc aber wir reden wir reden wir reden hier und wir reden hier über deutschland was im iran passiert das interessiert gar keinen ganz ehrlich nein nein aber du musst ein ein bisschen ein bisschen tiefer die sache gehen zum beispiel wie der islam fängt an zum beispiel es gibt hadith von der prophet hat gesagt ich habe einen blick auf die hand auf diese hölle geworfen und ich habe gesehen die meisten menschen die drinnen sind sind die frauen okay das ist eine sache dann kommst du zum koran er sagt dir wenn du auf der toilette aus der toilette rauskommen oder zurückkommst oder die frauen beruht dann mach abtest ja und dann kommen hat diese sagen die frauen und der schwarze hund und in der esel unterbrechen das gebiet das ist so entmenschlichung von einer frau jetzt der muslim er hat in seinem hintergrund ein mensch der mit ihm lebt aber eine grund dieser mensch so könnte sein dieser mensch diese der grunde sich in die hölle bringt deswegen er erfüllt gegenüber dieser mensch der frau abstoßen ja diese frau so lange sie an seiner seite ist eine gefahr dass er in die hölle wegen ihr landet ja und das ist das problem was passiert immer schlechte beispiele über die frauen und dann der mann wird so programmiert der mann wird programmiert dass diese frau ist eine gefahr so lange er hat sie an seiner er muss sie so eine schränken wie möglich damit sie nicht der grund sein vor seine untergang ja da habe ich nur kurz etwas einwerfen und heute ich gebe schon mehr aus zu ich war nie religiös ich habe mich inhaltlich also ich kann natürlich die ganzen fakten und so weiter aber ich habe mich inhaltlich nie wie ihr mit versen und was weiß ich beschäftigt halte ich auch für mich als atheist nicht nötig das ding ist nur ihr müsst den menschen die chance lassen sich zu reformieren und wenn wir sie ständig angreifen dann sind sie ständig in einer defensivhaltung und radikalisieren sich dadurch mehr also ihr sie werden die sich reformieren wenn das darf man das darf man absolut nicht korrekt erstens das ist ja ja es ist gut ich bin in einem ich bin in einem brennpunkt aufgewachsen ich habe immer noch kontakt zu den leuten mit denen ich zur schule gegangen bin ich bin mit muslimen zur schule gegangen die teilweise zu lehmann so und was weiß ich sind es gibt jetzt mittlerweile viele von denen haben sich weiterentwickelt viele sind von diesem von dieser extremen sind immer noch nach wie vor gläubig viele tragen immer noch nach wie vor kopftuch das ist nicht das problem aber diesen die haben nicht mehr diese extreme haltung wie vor jahren weil man denen die möglichkeit gelassen hat dinge selber zu recherchieren dinge objektiv selber zu betrachten und sie waren ständig in einer angriffsposition also in einer defensivposition wo sie angegriffen werden und sich gar nicht entfalten können versteht ihr was ich meine ja absolut ich verstehe das aber steht dann fragt man dann die gelehrten ob das noch muslime sind für sie wenn sie so sich verändern ob die dann noch muslime sind aber die gelehrten sind doch egal weil die wachst du kannst du ich bitte dich du kannst du nicht sagen dann sagt doch gleich der koran ist egal du kannst du nicht sagen die gelehrten sind egal wartet 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 guck mal ist ja klar dass nicht 100 prozent der muslime gewalttätig sind die meisten sind friedlich aber derjenige jetzt den grausamkeit tun will hier zum beispiel wie in russland passiert ist der hat hat die texte die den den das erlaubt verstehst du ja wie gesagt ich habe ich kenne ich würde mich natürlich das geht nicht 100 prozent sind extremisten und werden was tun oder ja klar die meisten wollen nur ein gutes leben für deren kinder da sein aber einer wenn ein bisschen manipuliert wird in moschee weil was ist ein extremist das ist ein bisschen lieferant der wird die liefern der wird die liefern der wird sich in die luft springen lassen oder und das sind nicht alle natürlich nicht alle aber derjenige der das macht der findet die texte die das unterstützen verstehst du der kommt nicht vom kopf oder oder die mit dem schwarze flagge die haben texte die das erlauben verstehst du die machen das aus dem kopf die kommen ich immer mit beweise sehr gut dann wäre ja aber das ist das problem die es gibt sie haben keine kompromisse das heißt sie sie setzen sich nicht ein um eine lösung zu finden sie wollen zum beispiel ich als ballisten ist sage dir unsere problem in palästina wir haben besatzung aber wir haben auch hamas hamas ist für uns eine gefahr ja weil sie wollen keine lösung und das nutzt israel aus und zeigt die welt ja sie wollen keine und setzt ihre politik weiter mit siedlung bau besatzung verstehst was meine zum beispiel hamas was sie glauben hamas will keine islamische stadt wird keine kämpft nicht um die freiheit von palästina ist eine wie man sagt eine halte stelle vor dieses großes ziel das ist so islamische stadt überall in der welt und sie fühlen sich nur ein teil diese großen projekte ja sie sind jetzt in palästina hamas warum warum haben wir zum beispiel wird jeder militärische mann wenn er rechnet es gibt lärm irgendwo in am hintergrund das ist der da oben ja hallo stimm dich kurz ja du musst dich stummen kurz weiter zum beispiel hama sie haben texte allah hat ihnen koran gesagt wenn ihre richtige gläubig sind und ihr hört euch an religion richtig und wäre wenn ihr auch nur zehn leute wäre und mit einer sieg er konnte ganze armee besiegt verstehst du diese menschen haben echt diese texte geglaubt deswegen haben sie gefühlt sie haben ein paar klaschen kauf bei rakete und sie haben diese starke glauben dann alle wird an ihrer seite und sie können gegen eine armee oder gegen einen atomischen bewaffneten land gehen die in ihrem krieg ja und können sie dieses land besiegen und was haben sie gemacht sie haben uns und das gang die ganze menschen in gas dagegen die mauer gefahren und die glaub mir ich sitze manchmal im live und diskutieren mit leute mit dieser ideologie sie haben nicht mal ein kleines mitgefühl oder mitleid über diese opfer sie sagen ja die sind alle hier sie gehen sowieso in paradies verstehst du sie fühlen sie haben kein mitleid vor diese kinder die sterben das ist ein problem für sie menschen zählen nicht auch völlig bei dir das ist radikalismus der wirklich auch angesprochen werden muss und thematisiert werden wie gesagt ich bin nur dafür die differenzierung dass man nicht alle in einen kopf wird und das differenziert damit die menschen nicht ständig in einer defensivhaltung sind weil wenn einfach wenn eine gruppierung ständig in einer defensivhaltung ist hat sie keine möglichkeit sich zu entwickeln das ist mein einziger punkt was ich sage ich will nur einen kleinen satz und bin ich fertig gestern war einer hat mit uns haben drei stunden diskutiert am ende er hat nur einen satz gesagt und das hat uns alles erklärt warum der in gas wir haben gefragt wo ist aber du hast alles gemacht was alle von dir verlangt und trotzdem hast du keinen sieg lang na wo ist aber und dann am ende gesagt das problem nicht anders bremwand wir haben uns an unserer religion nicht richtig dran gehalten als der fehler er denkt dass er war nicht richtig der muslim deswegen alle hat ihm den sieg das heißt nächstes mal wird er das weiter versuchen wenn er denkt er ist jetzt besser gläubiger er geht noch mal gegen die mauer versteht ihr hallo genau die sache das ist doch so schau mal die muslime zum beispiel imame wenn die wenn die wenn die muslime in moscheen gehen ja und die prediger die erwähnen nur die schönen dinge des islams ja die erwähnen nicht die negativen dinge und solche streams ist ja erst recht wichtig damit man das auch erwähnt damit die muslime dann selbst recherchieren weil ich meine das sind ja ihre quellen weiß was ich meine und es sind deswegen viele muslime fangen dann an zu reflektieren nachzudenken zu sagen das und das ist nicht menschlich das passt nicht mit meiner moral und so weiter erst recht wegen solcher streams und das ist sehr sehr wichtig finde ich weil die muslime wenn du einen muslim sagst ja wie ist der islam natürlich wird er sagen der islam ist perfekt das ist von allah und so weiter klar da wird ja nichts negatives sagen aber nur die wo die wo keine muslime sind die können reflektieren und sagen weil die die lesen den koran sozusagen oder die lesen den islam mit anderen mit augen der vernunft mit augen der verstand versteht was ich meine und da können sie eher reflektieren und gucken und können auch besser kritisieren und sagen schau mal da ist ein fehler da ist ein fehler das ist falsch das ist unmenschlich und so und so sind wir hat quasi eine hilfe für sie darf ich mich auch dazu äußern ich bin die ganze zeit also am warten ich würde auch erst mal einen schönen guten morgen ich bin muslim und möchte da auch gerne mal als muslim meine perspektive zu euch äußern es gibt ja die ganze zeit hier im gespräch die der islam ist nicht immer friedlich der islam ist immer nicht so scheinheilig wie man ihn immer erfragt und kennt das stimmt nicht der islam ist selbst gegen die ganzen extremisten die selber hier irgendwas machen was aber nicht zu der religion gehört ja dazu gehört zum beispiel die is dazu gehört zum beispiel bestimmte gruppen von den hammers und so weiter und so fort ich will jetzt nicht detailliert auf alle eingehen aber um mut damit ihr das so erst mal objektiv sehen könnt ihr müsst ihr erst mal auch als nicht muslime erst mal den islam verstehen ja der moslem der es versteht und der das so aufnimmt wie er es aufnehmen soll sieht ja den winkel ganz anders als die nicht muslime ja da wird ganze zeit geredet das hier die frauen keine rechte haben dass hier irgendwie die kopftuch verpflichtung ist und so weiter und so fort erstens es gibt kein zwang in der religion ja auch der moslem wird irgendwann für seine taten bußen und das vor allem ob er es in guten gemacht hat ob er sich an die religion gehalten hat oder nicht ist es nicht so dass nicht nur die nicht muslime bestraft werden auch die muslime werden gestraft und ich finde es nicht schön wenn alle hier nur eine richtung reden in die richtung dass der islam so schlecht ist und dann sagt man immer aber es gibt es ja auch da drin ein paar leute die sind gut ja man kann nicht den islam als allgemein schlecht machen und die die paar leute die irgendwie nach eurer richtung sagen ich mal denken gut darstellt und den rest als nicht gut sehr schön sehr schön geredet bruder aber leider alles falsch sagen als araber und ex muslime das spielt keine ahnung gibt es wirklich im islam keine freie dinge dass du sagst es gibt kein zwang im islam ja es gibt es auch keine ich kann auch niemanden zwingen ich lese dir ich lese dir ein und du sagst ob das ist fang oder nicht er sagt im koran ihr habt eure religion wir haben unsere religion aber dieser satz darf ich mal frage welche religion du hast du bist muslim oder ex muslim ich habe ich nicht verstehe ich war muslim ich bin okay okay aber sagt im koran lanyu minu hatta juhakkimu kafima shajara bainahum wo er kuna dinu kulluh lilleh das heißt du wirst nie ein richtiger gläubiger sein bis du gottes die gesetz einfuhrt und diese ganze gesetz wird von allem also diese ganze sagen wir dein ganzes leben von all das heißt diese kontrolle von religion muss überall in der welt das ist dieser sinn das heißt solange du kein gottes gesetz einfuhrt du bist kein richtiger muslim jetzt kommt das muss ich dann einführen damit ich ja das war die sporen genau das ist du musst nicht einführen er hat eure religion und ich habe meine religion was du einführen du muss gehen und den menschen den islam dektonieren hier es gibt eine religion heißt islam die menschen sagen dankeschön wir haben mitbekommen wir werden uns überlegen dann kommst du nach wo nach einer woche zurück und wer habt ihr euch entschieden wollt ihr muslime sein oder nicht wir sagen nein dann sagt okay dann müsst ihr jetzt mir sehr bezahlen dann würde sie sagen nein wir wollen nicht bezahlen wir werden zu viel zu welcher zeit redest du zu damaliger zeit oder zu jetziger zeit okay ist der koran nur vor damaliger zeit nein 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 du kannst ja du kannst ja nicht 1400 jahre mit dem jetzigen zeit mitgleichen damals war ja noch in diesem zeitraum noch krieg zustände und da ist es auch wenn ihr zum beispiel nicht muslime im krieg gefangen hält und die lassen den islam annehmen dann lasst sie leben oder sie sollen zehn weiteren analfabeten das lesen und schreiben beibringen dann sollen sie wieder weiter freigelassen werden das haben wir jetzt nicht du kannst ja das nicht angleichen nein das stimmt nicht was du sagst der koran diese verfassung ist vor jeder zeit und in jedem jahr der koran der ist für ewig die kannst du nicht mehr in dieser jetzigen zeit anwenden in diesem jahr wie damals warum weil du schwach noch bist ja leider das hat mich noch nicht der mensch ist sowieso schwach erschaffen das ist was andere teile von koran nicht aus oben nein nein guck mal du darfst ja als muslim so wie du gesagt hast du darfst ja keine fernst gar keine buchstabe nichts ablehnen was sie haben beinhaltet ist genau und aber sagt dir im koran du bist kein richtiger muslim solange du nicht gottes gesetzvoll was was muss ich denn wenn ich ausgeschlossen nach deiner meinung oder falsch reden was muss ich denn jetzt nicht mehr folgen ja also wenn du nicht mehr folgen ja also wenn du nicht mehr folgen das was falsch verstanden bitte schon dran ja in ihr lotos war hier was falsch verstanden ich muss mit die schwach seid sein nicht nicht die menschheit sondern militärisch ich war ihr habt die kraft nicht deswegen er macht das nicht mehr liebe der leitende das stimmt warte warte doch doch also und so macht ja nicht weil ihr schwach in militärisch seid ihr schwach du musst das zuhören jesus hat mit menschen ich war nicht das steht aus dem koran danke du hast jetzt zwei verse im koran 1 4 haben am anfang als prophet muhammad war schwach und hatte keine militärer hat nur mit wort er hat gesagt ihr habt eure religion und ich habe meine religion ja wenn ihre glauben wird das ist eure problem okay später ist er ist stark dann aber hat ihm gesagt hat er konnte dino kunde bekämpft alle ohne gläubige bis diese bis dieser religion nur also bis sie an gott glauben bis nicht ein befehl ein befehl g und bekämpfe das ist ein befehl imperativ in arabische sprache verstehst du ein befehl dann bringt auch den rest dieses vers ist und sagt dazu noch bringt die um die euch umbringen wollen oder euch das land oder das nehmen wollen was euch gehört es ist ja im islam nur erlaubt wenn es kriegzustand ist ja und im kriegzustand wirst du nicht dein feind schokolade und kaffee anbieten das ist das ist das stimmt nicht das ist nur wenn du im kriegzustand du hast das recht sich zu verteidigen deswegen ist islam attraktiv vor jungen männer ja es lande ich darf mich auch nach dem islam wenn zum beispiel jemand jetzt in der jetzigen zeit ich rede jetzt so wie du das nicht nur gut ich erzähle bis ende dann bist du dran das was macht islam attraktiv vor jungen männer weil islam sagt wenn jemand dich haut hau ihn zurück alle gibt dir das recht das ist schuld und als mensch alle akzeptieren nicht wie christentum linke seite und rechte seite nein hau zurück das ist sehr gut so macht islam aber später islam sagt dir wenn du kraft wenn du stark bist du hast du eigene armee deine pflicht gottes wort über alle zu bringen ja du gibst ihnen drei möglichkeiten entweder in islam akzeptieren oder jizia oder krieg das musst du tun das heißt die hat den islam jihade talab das musst du tun solange du bist du schwach heißt die hat die hatte dafür bist du stark jihade talab bist du in anderer stufe ja also gibt es nicht sitz erhol dich und bau dein land wird deine wirtschaft und sei stark wirtschaftlich nein du bist im jihad ila jao mit dien du bist im jihad du bist im kampf bis tag des der gerechtigkeit ja carlo bitte nimm mal die pocahontas sie ist auch palästinenserin sie kann vielleicht auch was dazu sagen hallo ich habe eine frage und zwar wann ist ein krieg für die muslime weil viele muslime meinen ja krieg ist auch wenn man in einem land zum beispiel den islam bekämpft guck mal ich sag so dazu ja wenn du es jetzt so auf alles ziehst da muss ich auf alles eine anfrage machen also eine antwort geben beispiel bestes beispiel jetzt hier in deutschland gibt es krieg frage ich dich mal haben wir krieg zwischen muslime und das ist genau ich stelle die frage hier weil wir hier in deutschland haben wir auch meinungsfreiheit spricht man darf die religionen alle religionen kritisieren damit auch den islam und viele muslime sind auch der meinung wenn man den islam nur kritisiert nicht beleidigt nur kritisiert dass dies auch einen ein krieg sein sollte was mich schließt du dazu laura darf ich ganz kurz ergänzen deine frage der islam ist mit deutschland im krieg weißt du auch warum es gibt es gibt die länder dara al-salam und dar al-salam und dar al-salam guck mal weißt du was das bedeutet wenn islam in deutschland nicht herrscht dann ist das das haus des krieges also seid ihr mit deutschland im krieg mein lieber mit der ganzen westlichen wo der islam nicht herrscht wo ist der haus des friedens dara al-salam ist da wo der islam herrscht verstehst du also das darf ich auch was dazu sagen stimmt schon wieder nicht mein lieber nein also guck mal ich bin selber hier geboren und aufgewachsen ja ganz neutral ich bin weder in einem islamischen land aufgewachsen noch habe ich dort die religion gelernt oder sonstiges ja und ich bin aus berlin also raum berlin ist sehr groß sehr viele deutsche sehr viele deutsch konvertierte und so weiter und so fort wenn du mit denen sich unterhält da sagt keiner ich bin irgendwie überzeugt werden oder so die kommen aus eigener wille weil die selber die religion erforscht haben ja und kriegzustand in deutschland muslime mit nicht muslime weil es kein muslimisches land ist und so weiter und so fort das gibt es hier nicht es gibt es hier bestimmte gruppieren sage ich mal die im namen des islam das ausnutzen um diese ganze reibereien gegen die nicht muslime zu machen und aufeinander zu hetzen ja da musst du richtig objektiv gucken ich kann nicht als muslim sagen nee das stimmt nicht der der nicht muslim der hat kein recht nein ich muss objektiv gucken wie denkt er und wie kann ich ihnen davon von meiner seite aus die religion nahe bringen ohne dass er es falsch versteht ja das reden ist a und o wenn ich jetzt hier anfangen wenn ich anfange hier nur zu sticheln dann werden wir uns auch nur gegeneinander aufsetzen und ich meine frage ich habe noch keine richtige antwort bekommen also meine frage ich habe mit absicht diese dinge was du gerade erwähnt hast nicht erwähnt sondern ich meine lediglich den islam nur kritisieren ja ist es dich persönlich jetzt für dich persönlich als muslim weil da hört man ja viele meinung deswegen frage ich dich persönlich als muslim wie stehst du dazu ist es für dich auch quasi ein krieg also mit nein für mich ist das kein krieg ich guck mal die chance du kannst meinetwegen auch von morgens bis abends den islam kritisieren das ist deine angelegenheit zwischen dir und dein herrscher werde ich irgendwann dafür zur rechenschaft zieht ja ich als muslim kann die nur sagen guck mal das ist so und so und so das ist nicht so gemeint du musst mal richtig das erforschen nicht nur immer das gucken was du dir eigentlich gucken möchtest sondern wenn du den islam kritisiert viele muslime kritisieren auch den christentum ja dann kann ich nicht da doppelt moral machen und sagen nee nee der islam ist nur der richtige und der rest ist falsch wir sollen ja die religion untereinander respektieren wir sollen nicht beleidigen und wir sollen nicht uns beleidigen lassen ja damit ich nicht dein gott beleidige und du nicht mein gott beleidigt sollen wir auf beste art mit euch umgehen so wird es uns überliefert ja 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 nie so wird es euch nicht überliefert so denkt du lass mich mal bitte ich widerlege es dir auch das ist auch kein problem warte mal bitte warte mal bitte wenn wir jetzt tief in den islam geht der islam erlaubt dir was ganz anders das heißt du musst hart gegen was meinst du mit ganz anders definierter das sind ja auch gesagt dass man immer ganz ganz ungläubige und gläubige sind schlimmer als das wie und solche dinge also das ist eher der islam das was du gesagt das ist deine persönlichkeit das was du gesagt hat ist viel besser als der islam der ungläubige haben im kern aber der ungläubige ist derjenige der der wort alles aus dem koran und dem was er gesagt hat mich annimmt der islam im kern der islam im kern solltest du direkt zu sagen der ist viel schlechter als du deine persönlichkeit du als mensch bist viel besser als der islam wenn du so denken würdest das problem das problem hauptproblem ist das was er sagt ist ja nicht falsch das hauptproblem ist ja dass die schriften sich widersprechen im islam das ist das hauptproblem du wie man schon vorhin gesagt dass die medienische und mechanische zeit das ist der unterschied das ist ja diese schizophrene weil es sich genau im nächsten dings direkt widerspricht und dass derjenige der das jetzt wie er verschönern will nimmt diese verse ja mechanische wurde keine macht hatte der andere nimmt die medie verstehst du was ich meine und die widersprechen sich deswegen kann der radikale die eine schöne verse lassen moment moment der friedliche kann die nehmen und der radikale nimmt die das gegenteil verstehst du was ich meine und das ist das problem aber das ist speziell so gemacht aufgrund auch der tapir damit du den leuten hilsandt in die augen streuen kannst mit den schönen versen und wenn du an der macht bist dann kommen die schlechten versen und das ist das problem und das müssen wir doch müssen wir doch ganz kurz an den chat leute könnt ihr bitte leiten 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 das ist sehr wichtig ich danke euch so jetzt und noch mal zu diesem einen der gesagt hat radikale muslim und der normale muslim radikal gibt es gar nicht im islam ja wie man wie man es auslebt und darstellt das ist dann radikal wenn man es falsch macht ja aber das hat nichts mit der religion zu tun meinen ich kann ja auch nicht er kann ja auch nicht die christin oder die die radikal christen sagen und so weiter und so fort wenn das leute sind die sowieso im kopf bläm bläm sind wir reden ja vom islam du kannst ja den buch vom gott nicht als radikal darstellen wenn du so sie sagen wer ist bläm bläm wenn er die verse nimmt und sie umsetzt wie kannst du sowas sagen dann sagst du doch gleichzeitig dass der dass der vers also aus dem koran dass der bläm bläm ist wenn du sowas sagt also wenn wenn du gerade reden wenn der wendet wenn der jenige das so auslebt wie er es versteht und stehe ohne dass er die überlieferung hat dann ist er dumm was gibt denn da falsch zu verstehen wenn diese verse direkt tötungsbefehle sagen guck mal wann wann wird dann befohlen zu töten dann frage ich dich persönlich man soll befohlen direkte tötungsbefehle wie kannst du sie waren wird das bevor ich will nur das wissen nicht nicht sagen tötungsbefehle wann wird das wohl zu welchen sich schon waren ist allzeit allzeit er ist für ewigkeit bis allzeit und lebe ich aber sagen die war die sache bekämpft und das kreuz und dann wird das erst aufhören mit jizia und dies und das bist ja mal die arme fasst also hör auf bitte nein guck mal du sagst bis mit schall kommt bis und blies getötet wird du hast es jetzt auf so einen vers gezogen was eigentlich nicht dieses vers ist was zu mir eigentlich darlegen sollte wann soll der der muslim sage ich mal ja wann soll der muslim laut seinem buch töten nein stimmt nicht guck mal da wenn du das schon immer sagst hast du schon die einen knockout gegeben der islam befindet sich denjenigen zu töten der nicht muslim ist bis die welt ist der glaube komplett dem islam unterliegt alles guck mal da hast du selber den koran nicht mal richtig gelernt und willst hier einsagen dass es so für ewig ist moment es gibt hadith von dem prophet mohammed sagt ja wir haben jetzt koran gesagt nicht okay willst du nicht dem prophet mohammed hadith akzeptieren wir wir folgen nicht jeder hadith weil nicht alle hadith sind authentisch eine erklärung wie du diese wer ungerechtigkeit sieht ja dann muss er sich also mit hand angreifen das heißt um das zu ändern wenn er das nicht kann dann mit seiner worte das heißt befehle also empfehlung geben wenn er das trotzdem nicht kann seinem herz ja und das ist genau du siehst zum beispiel diese ungläubige das sind für dich unrecht das was passiert weil sie an gottes wort nicht glauben denn du bist verpflichtet gegen sie zu kämpfen wenn du nicht kannst das heißt du hast nicht diese waffen um das zu tun dann musst du gehen und ihnen dauer machen bitte glaubt an gott an glaubt an gott wenn du nicht kannst dann musst du in deinem herz in deinem gebet immer ich wünsche dass sie alle zum gut kehren und der was ist ein daran verkehrt wenn man jemanden den geraden normalerweise sollte das umgekehrt wenn das nach logisch aber normalerweise das ist nicht geht dich gar nicht an stehst du das geht dich gar nicht an was passiert so denn noch mal jetzt du hast ja den hadith gelegt was sagen und dann würde ich auch runtergehen und zwar würde ich nur einmal ganz kurz dem palästinenser hier der auch im stream ist eine frage stellen und zwar ich bin ja auch palästinenserin ich bin christin und komme aus einer muslimischen familie und lebe noch so dazu dass wir alle so rechtsextrem und gefährlich sind und meine frage an dich wäre wie kannst du dir das denn erklären dass die palästinensischen christen die in palästina und auch in gaza leben zum beispiel unter dieser besetzung auch leiden also wieso ist das so wenn du ja sagst dass das ja alles nur von der hamas ist nein guck mal man muss das ist so diese zeitliche geschichte auch in betracht nehmen in palästina es gab nie zwischen palästinenser sowie burgarkriege das heißt muslimen gegen christinnen oder gegen palästinenserische juden sowas gab es nie wir sind ein volk deswegen als wir immer nur als palästinenser getreten wir hatten teilweise erfolg in unserem kampf vor der freiheit und demokratie und unabhängigkeit ja wir konnten erreicht erreichen diese ostloben diese plo diese ostlo frieden abmachen so aber irgendwann tauchten unsere gesellschaft diese hamas gruppierung ja sie hat diese palästinenserische sagen wir kampf idealisiert islamisiert ja wenn du siehst was sie wenn sie etwas tun was nennen sie zu fahren als aqsa als aqsa flut aqsa alles geht um aqsa um diese miche ja sie erwähnen nicht das ganze palästina für ihnen ist haifa und akka ist keine keine jetzt sage dir ja wenn es doch so wäre wird dass sie doch so rechtsextreme und alles auf dem islam bezogen ist dann wird es doch in gaza durch eine kirche und nicht ein christen geben das also das spricht doch gegen das das ergibt das muss mir dann mal ein paar lichten erklären alle christen in gaza in palästina stehen ganz klar zu ihren muslimischen brüdern wie du es gerade selber gesagt dass zwischen uns gab es noch nie krieg ob wir an jesus glauben oder an allah glauben das gab es noch nie wie kann man dann sagen wenn die ja aber stell dir vor ich stell dir vor wenn das sie sagt die wahrheit was wäre ja aber man muss ja 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 es gab sie sagt die war es gab es keinen krieg zwischen dem jahr und die nicht inskriebe juli ja warte doch juli ich stell dir vor dass das passiert wäre was wäre dann steh dir vor wir reden doch von jetzt genau weil du meinst ja das ewig also muss noch von jetzt nicht ganz einfach hier noch bist du bei der finanzer ja jelo jelo ist palästin an sarie looking nein ich bin türke kodisch aber ja okay dann wenn sie fragt weil ich palästinenser ich komme doch mal ich komme aus hebron ja in hebron gibt es keine christin aber es gibt der wie eine kannst du dir was bedeutet ja so ein neben uns ist diese stadt bett lachen alle muslime wenn sie feiern und so sie gehen zu bett lachen ja weil diese stadt ist offen weil da ist es gibt so was zwischen uns diese hass nicht deswegen auch ein radikaler muslim ein radikaler muslim bis jetzt kommt nicht auf die idee eine christ anzugreifen weil er ist noch dagegen nicht dektoren jetzt weil wir haben anderes problem wir haben die besatzung wir sind jetzt beschäftigt mit der besatzung ja aber im täglichen leben es gibt diese hass zwischen uns nicht verstehst wir sind dafür nicht wir sind nicht wie die andere vorgabe aber guck mal aber jetzt ja ja aber jetzt ja guck mal aber jetzt haben wir sind so und die kultur hast du dir mal die frage gestellt wie sie sind also unterschiedlich aussehen wir waren wir sind wir waren schon immer multi kulti als volk unabhängig davon haben was wir geglaubt haben ja jetzt ich finde dass leute ich dann gehe ich auch raus und ich habe die privat geschrieben und ich würde würde mich frei schreiben ich habe nur dir einen satz einen satz sagen damit du weißt vor dir was passiert jetzt kam eine fraktion oder eine bewegung in unserer volk hat das ganze islamisiert und hat ein ein wie man ein slogan ihre slogan heißt du kannst das lesen auf ihre grüne fahne all islam islam ist die einzige lösung ja so jetzt diese hat hat geschafft israel zu vernichten ja zu vertreiben dann kommt jetzt diese slogan zum einsatz verstehst du und dann du hast keine chance mehr das ist falsch wie du das siehst das ist deine angst die du hast aber so wird es nicht kommen und du weißt also wenn du palästinenser bist ich hoffe ich hoffe dass nie ich jetzt dazwischenreden muss aber wir haben thema verfehlt jetzt geht die richtung politik das thema ist genau das thema es ist genau das thema das gerade man ist an den palästinensern sieht weil die palästinenser sind ein sehr altes volk und sie sind ein sehr gemischtes volk und sie haben viele religionen in sich und sie halten zusammen und das ist der punkt und jeder der mir kommt und sagt aber mosleme und vor allem immer alle in einen topf wirft im christentum gibt es auch radikal ich meine ich verstehe ich verstehe die kohann das total ich bin auch mit ihr nur es geht einfach darum dass die muslime die meisten muslime laut sind und wenn sie laut sind dann müssen sie nun mal auch mit gegenwehr rechnen ja weil nicht alle denken so wie sie viele muslime dominieren gerne sei es länder sei streams sei es meinungen ja und es sind solche dinge wenn die muslime sich zivilisiert verhalten und sich integrieren und auch andere akzeptieren und meinungen also die meisten nicht alle es gibt auch korrekte unter den muslimern so dann ist es in ordnung dann würde die welt nicht quasi die muslime so schlecht ansehen aber die muslime sind nun mal zu laut und es darf nicht sein das ist hochmut die christen sind genauso laut guckt ihr das doch mal an politik ist oder nicht die politik wenn ihr euch dann mal ein bisschen der christen ist auch nicht immer ich bin christin auch wenn mir das jetzt hier leute unterstellen dass ich glaube aber ich glaube ich glaube kein wort auch muss doch auch von der kennt mich und er weiß ganz genau dass ich christin bin und er erkennt auch meine einstellung aber ich finde schlimm weil genau diese debatten führen zu spaltung und das ist genau das was diese menschen wollen dass wir uns untereinander das ist kein debatter das ist hier ist kein debatter das ist einfach unterhalten und geben nehmen das führt dazu dass leute sich angekommen eine religion ist doch was persönliches es ist was emotionales du bist palästinenserin ja seit hamas aufgetaucht bei uns es gibt die zwei völker in palästina jetzt es gibt die bruch amass und die pro plo und du und du haben wie viele mal haben diese blo also abbas oder arafat oder diese mit hamas gesessen und trotzdem keine für alle keine einheit regierung geschaffen weißt du warum ich weiß warum ja warum weil die menschen endlich im freien leben wollen und nicht mehr unter besetzung die peter warum warum ich meine warum die palästinenser warum die palästinenserin du hast mich falsch verstanden warum die palästinenserische regierung in ramallah hat mit hamas in gaza keine vereinbarung bis jetzt erreicht seit 19 jahren warum weil die ramallah die menschen ramallah die haben was da nicht haben wollen nein weil es geht um islamische stadt hamas will islamisches land islamische staaten gründen die anderen sagen wir können damit nicht leben deswegen kommen sie zueinander nicht die isis selber kritisiert die hamas genau dafür weil sie keinen islamischen staat machen weil es in gaza kirchen gibt christliche gemeinden das wird unter einer scharia so nicht geben wie ist es in gaza und die muslime mit den christen weihnachten zusammen feiern das sind weiter weißt du ich will nicht viel über das aber ich will dir sagen darf ich kurz reden guck mal ich wäre es da dass du am anfang hast du gesagt warum leben wir in frieden christin und christin und die muslime erlebt leben weil sobald die euch angreifen zum beispiel die christin dann sind die die werden vom alle bezeichnet die sind er es leute jetzt welche so ich meine und das will keiner das will kein philistiner auch dass sie dass sie hamas als es leute angesehen und jetzt haben wir sind die noch nicht immer als erste leute aber der hamas wurde doch von israel gegründet sei dummer leise als kurde sei dummer leise als kurde man dort mehr wenn du mir sagst ich bin kurde aus türkei und dann und dann hältst du darunter diejenigen leute die einfache statue von saddam russen da irgendwo auf die straße sind wir jetzt in politik oder sind wir jetzt in religiösen aber aber ja aber dann bitte nicht persönlich werden nicht schau mal du als kurde aber das ist das guck mal du holst mich hoch damit ich rede und wie verbietet es mir mein mund ein satz einsatz ich verstehe ja genau solche leute warum soll ich leise sein und mich nicht äußern dazu ist doch der stream nein dann äußere dich dann mal außer dich erstmal aber was den kurden angetan wird was sind was in türkei angetan was in ihrer kurden angetan was ja und was passiert in gaza in deinem palästinensischen land warum äußerst du dich dazu nicht warte aber das passiert immer noch das hat das warte in surien was mit kurden angetan haben und die er sie denn das war vor zehn jahren das war vor zehn jahren das passiert immer noch keine rede darüber von welchen wurden redest du von der terroristische partei der pkk oder von den neutralen kurden du bist du bist auch du bist auch nein ich bin ja 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 ich wollte was sagen das problem das problem ist dass die nicht friedlich miteinander leben das ist der islam der islam will eine flagge holen da soll seine schwarze flagge rausholen unter soll er sein schwarze flagge rausholen auch gegen wieder gegen jazinen bekämpfen gehen ja guck mal ist es in der lorde für uns als palästinenser nur kurz aber das sind dann gerne wird zu dem vor uns als palästinenser ist es deutlich und das hat netanyahu selber gesagt netanyahu hatte 2009 10 in in kinesi dieser hat eine rede gehalten um zu zeigen seine seine regierung im programm netany hat gesagt wer gegen palästinenserische stadt ist muss hamas und unterstütze und das was meine regierung macht das hat er dort wörtlich so gesagt ja ja israel hat er kann die einzige chance um eine palästinenserische stadt zu verhindern und eine erkennung verbar ist ist eine islamische bewegung zu unterstützen in das wollen genau was und da haben sie das geht an das hamas ein projekte und ein israeli projekt ist und das ist doch das gleicht sich doch wieder auf die ganzen anderen extremistischen ist und deswegen kämpft israel jetzt gegen hamas weil sie die gemacht haben das ist doch nur wer wer sagt denn dass israel wird dass die hamas gegen israel kämpft ich sehe nur das volk palästinensische volk leiden ich sehe mal die hamas sich zwischen den kindern verschlägt meine liebe denke ich versteckte ich bin nur die kinder da alles ist zerbombt worden wo verstecken die sich ein bruder in krankenhäuser zwischen kindern zwischen nein sie verstecken das leute ich gebe euch ich gebe euch mal eine sache bitte da könnt ihr mal alle drüber überlegen es gibt ein land in zentral europa südost das ist aufgeteilt auf islamisch orthodox christ und katholiken und die haben seit 35 jahren keinen frieden der nächste krieg ist vorprogrammiert könnte mir sagen welches land das ist egal welche art von kriege sei es muslime gegen christen juden gegen christen beide parteien sind immer schuld beide parteien haben blut in die hände beide parteien töten kinder unschuldige der krieg ist widerlich ja versteht ihr was ich meine da könnt ihr nicht sagen ja israel ist besser ja hamas ist besser ja dies besser nein keiner ist besser alle sind mörder ganz einfach ich hab dich noch mal was gefragt was ich noch komisch finde ja zum beispiel israel und hamas und so beide sind religiös beide sagen ich glaube an einen gott und wir streiten hier nein die sind schlecht nein die sind gut nein die kinder leiden die kinder und beide seiten sind schlecht beide die sind in europa du lebst und du sprichst ziemlich gut deutsch von münchen nicht mal 450 km haben wir auch ein palästina ein israel und ein syrien weißt du das was willst du jetzt genau sagen ich will keine fragen sag was du willst bosnien 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 mein lieber bosnien hat moslems katholische christen und katholische orthodoxe dieses land ist seit 35 jahren im kriegszustand im kriegszustand die haben drei präsidenten die haben zig kantone und die hassen sich wie die best ja aber das ist doch jetzt die religion ja aber das ist doch jetzt mit dem ich glaube ich habe ja aber das hat es mit dem ich glaube dass es ist mit dem ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube du nennst dich opus de dein programm ist doch jetzt klar oder ja keine ahnung wie kommst du wie kommst du nach bosnien ich verstehe das gerade eben nicht weil du weil du gerade deutsch sprichst und das ist das wollen die islamisieren was dann eben zwei millionen moslems was weil ich deutsch sprechen ich habe gesagt Gotteswerk 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 das bedeutet das ist das also Gotteswerk dein Gott warte mal opus warte 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 dein Gott dein Jesus möchte dass man dass man sowas macht oder was Lass mich ganz kurz bitte ganz kurz zu diesen Sachen was hast du verstanden was hast du gerade eben gesagt dieses Krieg den Krieg befürworten oder was habe ich dich richtig verstanden Ich bevorworte den Krieg, ich habe dir gesagt, ihr hättet die ganze Zeit über Palästin und ihr ist die ganze Zeit dran. Nein, lass doch mal ausreden. Nein, du hast meine Frage nicht verstanden. Du hast meine Frage nicht verstanden. Ich möchte meine Frage dir nochmal stellen, damit du meine Frage verstehst. Warum stellst du deine Frage? Warte, ich habe dich richtig verstanden. Ja, so habe ich das zumindest verstanden, dass dein Gott Krieg haben möchte, oder was? Okay, nochmal. Du plapperst mir die ganze Zeit rein und wenn du mich ausreden lässt, es gibt ein Land in Europa, das hat sehr große Probleme mit dem Christentum und dem Islam. Und wir wussten nicht, wo es herkam, bis nicht die Organisation El Mujaheddin, genau das gleiche, wie der Herr Palästinenser vorhin gesagt hat, sich den Islam auf die Fahne geschrieben hat. Dann ist der Krieg bei uns richtig losgegangen. Deswegen, das wollte ich damit sagen, vorher gab es kein Problem zwischen den Christen und dem Islam. Keine Probleme, 500 Jahre lang nicht. Frebenica, was ist damit? Frebenica, weißt du, warum das? Das ist eine politische Sache gewesen. Ach du, ja. Hallo, ganz ehrlich, das ist hier Thema Islam und dass Christen hier versuchen, die eigene Religion als heilig darzustellen und so. Weißt du, was ich meine, Carlo? Ich meine, das ist hier Thema Islam. Warte ganz kurz, ich bin am Reden. Das ist hier Thema Islam und damit wir die Dinge im Islam vielleicht besprechen. Carlo, ich weiß ja nicht, das ist hier dein Stream, was du hier zulässt, das ist deine Sache. Aber dass man was jetzt hier hört, ist ein bisschen so Doppelmoral, verstehst du, was ich meine? Ich komme nicht zum Reden. Aber okay, Carlo. Ich komme nicht zum Reden. Ich komme nicht zum Reden. Ja, gut. Ich habe eine andere Meinung. Ich habe eine andere Meinung. Jeder hat eine andere Meinung. Und jeder kann seine Meinung sagen und einfach okay, okay. Aber mein, unser Thema ist, dieser ganze Problem, woher kommt das? Mein Problem ist, wo kommt das, dieser ganze Problem? Ist das vom Christen oder vom Muslimen, vom Islam? Ist das vom Christentum oder vom Islam? Darf ich ganz kurz was sagen? Klar. Guck mal, ich denke, also wie der Opus gerade gesagt hat, ich denke auch, das Hauptproblem, also ich sehe das so, weil ich auch, die Schriften sagen das auch. Das Hauptproblem, finde ich, ist der Islam, weil der nicht mit anderen Religionen, er will einfach beherrschen. Er will herrschen. Und deswegen gibt es meiner Meinung nach so viele Kriege, weil er halt die anderen Glauben nicht akzeptiert. Also Christentum hat nichts gegen Juden oder gegen Beispiele oder weißt du, was ich meine. Und das ist meiner Meinung nach das Problem. Das stimmt ja. Zum Beispiel Libanon war friedlich, bis Palästinenser reingelassen wurden und dann gab es Bürgerkrieg. Was der jetzt sagt, jetzt mit Bosnien und so, das ist auch so, weil der Islam auch wirklich immer wieder herrschen will. Er will herrschen, verstehst du? Und das sagt er. Der Islam muss siegen. Guck mal. Die Frau ist die ganze Zeit woher rein da waren. Sag mal, was hast du denn für eine Kultur? Halt Maul. Ja, ja, genau. Zeig doch weiter, Islam. Komm, gib mir weiter. Hallo, Bruder. Hallo, was ist denn da oben? Junge, wo ist denn dein heiliger Geist? Wieso rastet ihr hier so aus? Ihr könnt doch ruhig reden, hey, ruhig. Nicht abdrehen. So. Ganz ruhig. Ich fang, ich fang, wir sind hier drei Ex-Muslime, wir können darüber reden. Es tut mir leid, alle. Lara tut mir wirklich leid, aber ich brauche Ruhe. Hut, hut. Wie geht's dir, Bruder? Ja, geht's gut. Also ich wollte das nicht politisieren, weißt du, weil... Ja, ich auch nicht, ich auch nicht, ich auch nicht, wirklich, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht, wirklich. Aber das ist der Beweis, guck mal, wie... Sorry, Lara, 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 das war, ja, Lara war aus Versehen. Sorry. Ja, der Beweis ist, wie Gott oder Allah oder Jesus haben die Menschen mit Hass gefüllt, weißt du, gegen sich. Und das ist, guck mal, wir können... Ich komme hoch, Lara, ich habe dich eingeladen. Ja, wir können als Menschen einen anderen reden, aber wenn das um Gott geht, dann wir hassen einen anderen. Aber hut, hut, hut ist es immer so in unserer Life, wenn wir über Texte reden, da kommen die immer Palästina, irgendwas, Hauptsache nicht über Texte reden, das wollen die nicht, verstehst du? Das ist eine Taktik von dir. Ja, der kommt immer. Ja, ja, das ist immer so. Und was texten wir über Palästina und warum beide Christen so? Kommt immer ein Muslim, oder guck mal die Palästina an, guck mal Gaza an, guck mal. Ja, es ist ja nicht nur Gaza. Keiner hat seit zehn Jahren über Jemen gesprochen, da sind über fünf Millionen Leute. Keiner spricht darüber. Keine Muslim habe ich gehört, dass überhaupt was in Syrien passiert. Die haben fast 17 Millionen, sind geflüchtet aus diesem Land. Keiner spricht darüber. Das ist eine alte Geschichte, das ist kein Problem. Russland, die Ukraine, das ist eine alte Geschichte. Ich wollte sagen... Ja, Jemen sind beide Muslime, das ist eine alte Geschichte. Verstehst du? In Irak, Schöiten, Sunniten, das sind Muslime. Keiner spricht darüber. Aber wenn es um Religion geht, dann kommt jeder mit seiner eigenen Meinung. Verstehst du? Und das finde ich krank. Ja, ich wollte nur diese Buchhante einen Satz sagen, aber sie war weg, habe ich nicht geschafft. Um ihr zu beweisen, dass es diese Ziele von Hamas ist nicht eine, um Palästina zu freien. Sie haben Kämpfer aus Gaza geschickt nach Syrien, um an diesen Bürgerkrieg heranzuteilen. Kannst du dir vorstellen? Da gehen Palästinenser aus Gaza und sie gehen in Syrien. Hodod, Hodod, Hodod hat eine israelische Flagge auf Toilette und er schickt ihnen eine Frage. Guck, ich bitte dich, soll ich dich annehmen oder was? Du denkst wirklich nicht, dass ich dich annehme und hier kommst du hoch und sagst du, ja, nur Israel, nur Israel, nur Israel, nur Israel, schmeißt du auf Juden. Ja, dein Koran redet auch über Juden seit 1500 Jahren. Ja, und wäre dieser Nichtbuch gekommen, wäre dieser Welt ganz in Frieden vielleicht jetzt. Na ja. Alles gut. Ja, aber Hodod, ich profitiere, dass du hier bist, weil du so gut bist in diesem Koran. Was heißt, Mischarri ghassigin, idä wakab? Mischarri ghassigin, idä wakab? Ja, das ist, ich muss den ganzen Fersken vergessen. Kul hauud b-Rabb al-Falak, Mischarri mei-Falak, Mischarri nackfathat, Fil-Wakab, Mischarri ghassigin, idä wakab. Ja. Also für mich tut mir leid, aber als Araber, ich verstehe nur Bahnhof von diesen Sitzern. Ich auch. Ja, als Araber, da sind diese Sachen, die im Koran, weil Allah sagt, im Koran ist es arabischer Koran. Ja. Und dann, du sagst, ghassigin, idä wakab, ja, aber was, ghassigin bedeutet, wenn diese Sonnenuntergang, aber wakab, ich weiß es nicht. Ich hab's gelesen, tefasera, und es steht in Italien, weil von dem Mann, wenn er bei einem anderen Mann reingeht. Ja, ja, normalerweise, wenn man den Ständer bekommt, ja, diese, ja, ghassigin in der Wakab. Ja, aber wenn du sagst, Sonnenuntergang, vielleicht es geht um, wenn du stehst und betest, ja, du musst eine Fantasie hier, freien Lauf lassen. Ja, aber die Tafasir sagen was anderes. Ja, es ist so, und das ist, verstehst du, das ist das Problem. Jetzt wird, ich frage, als Muslim habe ich immer gefragt, was hat Prophet Muhammad, alaihi salam, gesagt, über diese Sätze, über diese Verse? Wo ist seine Erklärung? Ja? Assalamu alaikum. Guten Tag. Wa alaikum salam. Ich will euch nicht nerven, oder was weiß ich, einfach, aber was ist dieser Bild, warte, was meinst du, warte, nein, nein, erst mal, was ist mit diesem Foto, was du als Profilbild hast? Ich stehe auf Toilette, weißt du? Ja, du stehst auf Toilette? Ja, gefällt mir sehr. Ah, okay. Das ist nicht, weißt du, du machst zum Beispiel, und was machst du, warte, wenn ich hier, wenn ich hier, warte, du hast hier geschrieben, du machst Hetze, du machst Hetze, was machst du mit diesem Foto? Ich hätte niemanden. Was machst du mit diesem Foto? Was machst du mit diesem Foto damit? Ist das kein Hetze? Ich stehe auf Toilette. Ist das kein Hetze? Nein, wieso? Nein? Nein. Und warum? Du bist ja Muslime, ne? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wo ist dein Allah seit 1948 bis jetzt? Er sagt immer, Allah wird uns helfen. Wo ist er? Hör zu, ich bin nicht reingekommen, weißt du, oder du hast mich nicht reingetan. Nein, nein, dann reden wir, wenn du an Allah glaubst, dann lass uns über Allah reden. Wo ist dein Allah seit 70 Jahren? Wo ist? Im Himmel. Überall. In jedem Baum. Im Himmel. Aber ich sehe, aber ich sehe, aber ich sehe, ich sehe, ich sehe dein Allah, dass er nur Israel hilft und nicht Philistina hilft. Siehst du das auch? Ja. Nein. Siehst du? Doch? Ja oder nein? Musst du dich entscheiden. Weißt du was? Ich sage dir so etwas. Hör mir richtig zu. Ihr hetzt die ganze Zeit über Islam. ganze Zeit. Okay. Was geht mich an Israel? Was machst du mit deinem Foto? Ich stehe auf Toilette, weißt du, weißt du, warum ich habe die Foto mit Toilette, dass dein Kopf geht rein? Ja, okay. Jetzt kannst du unten liken und bitte liken und tippen bitte. Ja? Dann mache ich auch, was ich will und dann stehe ich auch darauf, was ich hier gerade mache. Gott, ey. und solche Menschen. Siehst du? Ja. Solche Menschen. Ja, aber schau mal, laut islamischer Logik, Allah ist ja überall, die Muslime behaupten, Allah ist überall alt. Also das heißt, Allah ist auch quasi in der Kacke drin, tiktok spottlich, in der Toilette drin. Also wenn sie meint, diese Toilettenfetisch und so, da hat sie auch Allah-Fetisch, dass Allah in der Toilette drin ist, kann man auch gerne akzeptieren, wieso auch nicht. Ja, jetzt eine Frage, ja, eine Frage. Wenn sie sagen, Allah ist überall, ja, die Erde ist Kugel, eine Kugel, ja, alle wissen, sehr verfolgen. Früher war, sie haben gedacht, ist sie eine, eine Scheibe, deswegen, wenn sie sagen, Allah ist in dem Himmel, das heißt, er ist die gleiche Zeit, er kann überall alle Kugeln. Aber jetzt wir wissen, dass die Erde ist eine Kugel. So, wenn sie, wenn Allah in der Nacht, weil im Koran steht, sagt er, in der Nacht kommt er runter, damit er guckt, seine Gläubige, was sie brauchen, Essen und so, damit er sie hin, oder ihre Gebete anhört. So, jetzt, wenn er in Deutschland, ist es Nacht, aber in Australien ist es Tag. Jetzt, wenn er ist hier unten, bei uns. Da dreht sich um den Kreis die ganze Zeit. Da dreht sich um den Kreis die ganze Zeit. Da ist gar nicht oben. Das heißt, der Mensch, der in Australien am Tag kann tun, was er will, Allah wird ihn nicht sehen, weil er ist bei uns momentan. Oder ist Allah wie eine Luftballon? Alles gut, ob sie. Ich packe mal nicht. Sorry, mein Lieber. Ja, alles gut, alles gut. Die kennt dich ja nicht. Normalerweise morgens, weil ich morgens normalerweise nicht so bin, aber wenn einer anfängt, Sachen zu vermischen und dann mir gegen den Kopf werft, mich als Sekte bezeichnet, oh Gott, dann werde ich sauer. Aber neulich, ich bin in Sturm und ich höre dir euch gerne zu. Alles gut, alles gut, Obsti. Ich werde dich auf jeden Fall besuchen. Da gibst du mir einen Kaffee, auf jeden Fall. Glaub mir. Wir müssen uns doch mal treffen, Hagen. Der Mustafa ist nicht gekommen. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich weiß. Er hat mir auch gar nicht geschrieben, damit du bescheid warst. Doch, der hat dich angeschrieben, gestern Abend. Der hat dich gestern Abend, wo du gesagt hast, dass Deutschland gegen Holland spielt, gegen Niederlande. Ja. Du bist kurz weggegangen von Eddie und dann kam er, dann hat er mich gesehen und dann ist er schnell raus. Da habe ich gefragt, wo warst du denn? Ich arbeite immer noch. Wo bist du? Ich warte auf dich. Ist er sofort verschwunden? Ich warte immer noch auf meine Massage. Weißt du, Nackentherapie. Ja, genau. Also, warum bist du Ex-Moster im Kalu? Erzähl mal bitte. Ich würde es gerne mal wissen, aber ehrlich. Warum willst du mich überzeugen? Ich will es verstehen, ich meine, du bist ein Kurde, du hast das Buch gelesen und du kamst in Zweifel, aber das ist ja immer noch, viele Leute sind ja in Zweifel, aber warum hast du aus dem Zweifel? Es gibt ein Video, es gibt ein Video bei mir hier auf dieser Account, und da habe ich gelesen, wo steht, wo steht in einem Buch, dass wir Kurden aus Dschinn erstanden sind. Verstehst du? Wir hatten, wir haben ja acht Sklaven ja damals genommen und wir hatten und diese acht Sklaven, die hatten irgendwas mit Dschinn in den Dings in der See gehabt haben und diese aus dem See, die Dschinn aus dem See rausgekommen und die hatten mit diesen acht Sklaven acht Sklaven was gehabt und da sind wir Kurden erstanden. Verstehst du? Und das erzählt die Geschichte von unserer Kurden. Verstehst du? Und das ist laut Islam. Also wir sind vom Dschinn erstanden und deswegen da steht auch da da steht auch da Kariduhum Lijibal. Deswegen Kariduhum deswegen heißen wir Kurden. Verstehst du? Krass. Krass. Und Leute, Leute, ich erzähle keine Geschichte. Das ist ein Video und da steht welches Buch das ist kein scheöthisches Buch, das ist kein das ist kein Witz da steht und als als ein Buch wo er Prophet darüber redet und das ist kein Lüge. Geh mal, wer sagt hier Carlo, du lügst, geh mal meinen Kanal und guck dir dieses Video an. Guck dir und geh und google dieses Video und guck dir an, von welcher von wem, von Suniten oder Shuiten ist das dieser Buch. Krass. Carlo, ich möchte dich vom Islam überzeugen. Soll ich anfangen? Soll ich anfangen? Nein, ich brauche einer. Toll, schau mal, ich bin sehr überzeugend. Ihr seid doch Männer, ihr seid doch Männer, der Islam ist doch Männer dominierend und Hurri Lanes und so, reicht das euch nicht, den Gender? Und dann so Riesen-Genitalien und so weiter? Also ich meine, hä, klingt das nicht so verführerisch für euch. Sag mal, du als Frau, wie willst du denn mit deiner Palme rumrennen? Was? Das tut doch weh. Eine Palme. Hallo? Also in Gender ist ja alles möglich. Die Menschen sind da riesig, außergewöhnlich. Also ich meine ja nur, ich weiß ja nicht, Carlo, also so, es ist nicht verführerisch für euch, so ein paar mehr Frauen zu haben und was weiß ich hier was. Sagt mal so eure Meinung dazu. Also ich weiß ja nicht, ne? Lara, ich sag, ich bin ehrlich, guck mal, um was geht es dort eigentlich? 72 Jungfrauen, ein Akt mit einer Jungfrau, also mit einer von diesen Hurri Lanes dauert eine halbe Ewigkeit und dann wieder, die ist wieder zugenäht und dann, und dann davon hast du 72 und dann gibt es vier Flüsse, eine aus Wasser, eine aus Honig, ich mag nicht so Honig und weil ich halt das ist für Bienenkotzer und was gibt es noch? Milch und Saufen. Saufen, Bumsen, Saufen, Bumsen und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Paradies, das ist nichts für mich, ich hab das alles gehabt, verstehst du? Ja, aber das ist doch wirklich was anderes. Man geht oben und die trifft einen Zuhälter. Die Erfrau. Dieser Zuhälter bietet ihr sein Zuhälter. Rot, 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 du kannst doch dieser Vers, wo steht, inne Ahle Jannah, fahkihun, fahkihun, fahkihun und so, ich hab dieser Vers, ne, und danach ein Vers, zum Beispiel am Wasser, ist es, die betreiben nur am Wasser, die betreiben unter Bäumen Noch dazu, während du beim Arbeiten bist und du hast links und rechts und so nur FKK und dann kommt eine Wolke und guckt, was normalerweise regnet eine Wolke. Wasser, ja, aber im Paradies regnet Frauen. Und die Ehrfrau darf zuschauen, was der Mann macht und sonst nichts. Nein, die Ehrfrau verwaltet diese Sexualität. Diese Prinzessin Nummer 17, du bist dran, komm rein. Ja, dann hättest du jetzt so einen scheiß Ehrmann hier auf der Erde, den du gar nicht leiden kannst, dann triffst du dich nochmal oben für die Ewigkeit. Krass, also das heißt, selbst in Diener gehen wir Frauen leer aus. Auf jeden Fall, da gibt es keine Nigerianer oder... Das ist ja alles nur für den Mann, die Dünja ist für den Mann. Ja, deswegen für mich besser in die Hölle zu landen, dann werde ich die Chance haben, einmal einen Stein zu treffen, Haken Newton, Bach, Strauss, diese alle Idioten, diese alle Kuffare kennenzulernen, weißt du? Auch Muslime, ne? Auch die Muslime sind in der Hölle. Ja, ja, alle, alle, weil Allah schwört, alle gehen drinnen und dann... Also das heißt, die Hölle vereint uns wieder dann quasi. Genau. Umzeh, du bist ein Christ, du darfst hier gar nicht mitreden. Nein, überzeugt mich, hallo? Diskriminierung. Nein, nein, für dich geht sowieso nicht. Willst du Muslim werden, dann komm, ich sag dir. Wenn du Muslim bist, glaub mir, ich bring dich zum Islam, ich bring dich zum Islam innerhalb von... Gib mir drei Tage, ne? Ich überzeug dich. Und dann gibt es Ghilman auch, Ghilman. Ghilman, das sind junge Männer, so richtig, junge sexy Männer, die ohne Haare, also sie haben keinen Bart und so, weiße Haut, wie Glas. Wie kleine Kinder, wie kleine Kinder. Wie Perlen, wie Perlen, ja. Wie bist du raus von Islam überhaupt? Was? Wie bitte? Was, Maria? Warum bist du überhaupt... Du bist sehr leise, man versteht dich gar nicht. Ja. Hallo? Ja, hörst du mich jetzt? Also ich höre es nicht schlecht, ich weiß es nicht. Ja. Frag mal, warum die Karlo überhaupt von Islam raus ist. Was war die Grund? Warum? Was war die Grund? Ich wollte keine 72 Frauen im Paradies haben. Der eine hätte sie zu suchen. Deine Stimme ist gar nicht da. Maria? Ja? Bist du Muslimin oder Christin? Ich bin ich. Ah, das ist ja was. Das ist ein schüchterner Mensch, das ist der sich bekannt, was er ist. Schämst du dich, was du bist oder was? Nein, ich schäm mich nicht. Ich bin so erschaffen und das belebe ich bei der Mann. Ich wollte nur den Mann fragen. Ja, was bist du für eine Religion? Schau ich aus, ob ich eine Religion habe. Du hast keine Religion? Wir sind hier alle Ex-Muslime. Du kannst jeder diese Frage hier stellen. Nicht nur mich. Ja, okay, warum seid ihr überhaupt raus? Ja, und was bist du eigentlich? Ich bin ein Mensch wie euch, aber ich glaube nicht selbst. Also du hast keine Religion? Ja, das ist gut. Ja, ich kann dir sagen, Maria, das ist ein Prozess. Es passiert mit dir mehrere Sachen im Leben. Aber du hast immer diesen Anstoß von Anfang an. Das heißt, es passiert etwas. Bist du Schuld dran? Nein, nicht Schuld dran. Das hat mit Schuld nichts zu tun. Zum Beispiel für mich war die erste Sache, die mich ein bisschen so, dass sie in mir Zweifel gemacht hat. Ich war auf der Arbeit, also in Palästina und wir haben Pause gehabt. Und da war ein religiöser Mann, Imam von einer Moschee, hat auch mitgearbeitet. Und seine Moschee war neben dieser Arbeit. Und dann in der Pause hat er gebetet und dann hat er mit uns gegessen. Und dann haben sie ihm so Fragen gestellt und so. Und ich war damals so 16 Jahre alt oder so. Also ich habe in den Ferien gearbeitet. Und dann habe ich ihm gefragt, was sagt, was ist die Frau im Islam? Und er hat mir einen Satz, mit einem Satz geantwortet, das hat mir Schock gemacht. Bis jetzt, ich vergesse diesen Satz nicht wörtlich. Er hat mir gesagt, die Frau ist nur eine Schüssel, damit der Mann sich in dieser Schüssel entleeren kann. Verstehst du, was er gesagt hat? Das ist die Frau im Islam. Und alle um ihn herum haben gelacht. Und nochmal, für mich war Schock. Ich habe sofort meine Mutter, meine Schwester, meine Tante und dann so gedacht. Und dann dachte ich, das ist krank. Und so fängt eine Sache an in deinem Leben. Dann irgendwann, wie ich gesagt habe, irgendwann habe ich angefangen zu beten. Und das war ein bisschen später, vielleicht 10, 15 Jahre. Und ich bin zum Gott gekehrt. Und dann habe ich angefangen herauszufinden, Sachen im Koran, die mir nicht passen als Mensch. Taten von einem Prophet, die ich als Mensch nie akzeptieren kann. Wenn ein Prophet, Allah sagt im Koran, wer eine Seele totet, ist wie er die ganze Menschheit getotet. Und wer eine Seele rettet, ist er wie die ganze Menschheit rettet. Und in andere Stellen, ich gucke, dieser Prophet Mohammed hat getotet. Ja? Das ist Mord. Ja? Wenn ein Prophet eine Seele totet, dann hat er verloren, Prophet zu sein. Dann ist er wie ein anderer Mensch. Ja? Dann ist er kriminell wie die anderen. Und dann, wie kann Gott, der selber gesagt hat, wer eine Seele totet, wie er die Menschheit getotet. Wie kann er selber seine Gläubigen und Anhänger befehlen, zu Toten, Kriege zu machen? Warum macht er das nicht selbst und legt die Menschen in Ruhe? Warum braucht er Menschen, um diese Taten einzuführen? Verstehst du? Und so fängt er an. Irgendwann kommst du zu einem Punkt. Du bist immer im Gedanken so beschäftigt, beschäftigt. Du bist im Konflikt. Du fängst an zu zweifeln. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Du musst dich entscheiden. Entweder lebe, wie er Allah will. Dann muss ich auf jeden Fall nicht mehr hier in Deutschland sein. Oder ich muss Salafist sein. Und ich muss kämpfen und Dschihad machen. Oder Hass in mich und warte, bis die Chance kommt. Ja? Oder ich will damit nicht mehr zu tun haben. Und ich habe entschieden. Und also diese eine Sache, was sie mich, diesen Stoß gegeben, den Islam zu verlassen, dass als ich eine Tochter bekomme, das war nur ein paar Stunden vorher, ich habe gehört, ein Imam heißt Asad Suna in der arabischen Welt. Das heißt Löwe der Suna. Ja? Der ist so mächtig in der arabischen Welt. Das heißt Ashaq al-Hawain. Jeder kann gehen und gucken. Ashaq al-Hawain. Er, guck mal, in Ägypten gibt es eine Arbeitslosigkeit, viele Arbeitlose. Ja? Sie haben ein wirtschaftliches Problem. Er gibt seinen Rat aus islamischer Sicht, er gibt seine Lösung oder die islamische Lösung für diese Arbeitlosigkeit. Was ist die Lösung? Er sagt, wir sind arbeitlos, weil wir kein Dschihad machen. Stellt euch mal vor, so sagt er wörtlich. Wir greifen ein Land mit fünf oder zehn Millionen Menschen an. Wir toten die Männer, wir nehmen die Frauen, die Kinder, Sklaven. Jeder Kämpfer, jeder Mujahid kommt zurück mit Frauen mit fünf, sechs Kopf, sagt er, Sklaven. Er verkauft eine, zwei Sklaven und behält die drei und geht mit dem Geld und kauft für seine Familie Essen und seine Kinder. Ich habe das zugehört. Zum ersten Mal habe ich sowas gehört. Ich habe, ich war schockiert. Ja? Statt den Menschen zu sagen, er muss fleißiger arbeiten, er muss lernen, jeder muss Ausbildung machen, jeder muss sich einen Beruf sein, er muss ehrliche Steuern bezahlen und so können wir diese wirtschaftliche Problem überwältigen? Nein. Unser Problem war, weil wir kein Dschihad machen. Und das war für mich die Zeit gekommen, dass ich meine Tochter, weil ich wollte zum Krankenhaus, ich habe eine Tochter bekommen, also neu geboren, ich will sie zum ersten Mal. Ich habe gesagt, ich muss meine Tochter schützen vor diesem Teufel. Und ich habe mich selbst gespürt, dass meine Kinder nie von Islam was bekommen oder was holen. Und ich bin aus dem Islam raus. Ich dachte, ich will mit dieser Religion nicht mehr zu tun. Holt heute eine Frage, wie kam es dazu, dass du Atheist geworden bist, ungläubig, nicht mit Religion zu tun haben wolltest? Also wie kam es dazu, dass du gar nicht an Gott glaubst? Ja, weil dann kommt dazu, ich mag Doku gucken, ich mag über unser Planet und so. Besonders wenn man über das Universum, über diese Galaxien liest. Leute, da sind so riesig. Jetzt kommt die Frage, ist Gott in unserem Universum drin oder ist er außerhalb des Universums? Versteht ihr, was ich meine? Dieser Gott, weil laut Islam oder dieser Gott ist so klein, so winzig, er sitzt hier oben uns. Aber wenn man so weiter das Universum betrachtet, unsere Galaxie, die Milchstraße und die anderen Galaxien und das ganze Universum, wie groß ist das? Dann kommt, ist Gott jetzt im Universum mit drin oder ist er außerhalb des Universums? Ja? Laut Religion, er ist über uns hier, hört uns über siebte Himmel und er sitzt auf dem Wasser. Laut Wissenschaft, er existiert gar nicht. Versteht? Und so, ich habe mir gespart, diese Springen von Religion zu anderen, weil ein arabischer Philosoph hat einmal gesagt, habe ich gelesen, es gibt keine Religion, die verdient hat, seine Religion, also mit ihm zu tauschen, mit dieser Religion zu tauschen. Das heißt, du wirst keine bessere Religion als deine eigene Religion finden. Ja? Deswegen, ich habe diesen Sprung sofort, also ich habe mir Zeit gespart. Ich war einfach. Und jeden Tag kommt vorbei an mir, ich bin mehr überzeugt, es gibt keinen Gut, wirklich. Es gibt echt keinen Gut. Ja. Ja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin ja selber auch ohne Gott nahe, ich bin ja ungläubig und auf jeden Fall. Bei mir war das auch so, ich habe den Islam verlassen, indem ich tatsächlich mich sehr informiert habe, mit anderen Mythologie mich befasst habe. Es heißt, griechische, ägyptische, viel gelesen, viel gehört, Dokumentation etc. pp. Auch mit Kulturen habe ich mich beschäftigt und so weiter. Und für mich gibt es auf keinen Fall keinen Gott. Gott ist nur ein Gedanke. Und wenn man zum Beispiel, ich persönlich habe auch so eine Erfahrung gemacht, wenn man zum Beispiel Muslime fragt oder Christen fragt, was ist Gott, wer ist Gott. Jeder erzählt dir den eigenen Gott. Die erzählen nie einen Gott aus der Bibel oder einen Gott aus dem Koran, sondern wie sie es vorstellen. Hier ist zum Beispiel ein Zeichen, dass jeder, der an Gott glaubt, ist nur ein Gedanke. Mehr ist es nicht. Oder viele, die an Gott glauben, glauben sie, weil sie kein Wissen haben, zum Beispiel. Viele wissen nicht, wie das Universum entstanden ist oder leugnen die Big Bang Theorie oder leugnen die Evolutionstheorie und so. Das heißt, ich weiß es nicht, also muss es Gott gewesen sein. Immer dieses Muss und Muss. Also für mich, ja, ich habe jetzt auch, wenn man mich jetzt fragt, würdest du jetzt an Gott irgendwann mal glauben? Nein, denn ich habe gar keinen Grund, an einen Gott zu glauben. Ja, ich habe das Wissen, was ich möchte, was ich habe. Für mich, die Logik geht vor. Logik hat mit Gott nichts zu tun und das ist meine Einstellung. Leute, sorry, ist mir vorhin die Internet ausgegangen. Tut mir leid. Ja, deine Story wollte ich, wo ich die angehört habe. Ich finde ja echt traurig und richtig dramatisch von Seele her. Ja, ich verstehe die jetzt, warum du oder mehrere ausgetreten haben, weil kein vernünftiger Mensch mit richtigem Verstand würde das machen. Das ist eins. Und die zweite, ich habe ja mitgekriegt über die Zeit, die Religion bringt die Nutzung unter der Erde, mehr nicht. Aber wenn du Mensch bleibst und mit vernünftiger Verstand, da kannst du noch leben, kannst du noch was erreichen. Ja, das Problem ist, in dieser Welt, es gibt es nur nicht die Ukrainer oder Israel mit Afghanistan und Kriege oder so. Es gibt viele, viele Länder, wo Krieg hat, wo wir wahrscheinlich noch mal die Namen gehört haben. Meine Frage ist, die alle anderen sind keine Menschen oder was? Warum soll man nur die helfen und die alle anderen nicht? Oder überhaupt keine? Nein, nein. Darf ich was sagen? Ja. Erstmal hallo. Ich stehe hier seit, keine Ahnung, fünf Minuten oder so, aber ich habe meine Gelegenheit nicht gefunden, euch zu begrüßen. Ja, da hast du gerade dieses Thema aufgemacht mit Afghanistan, Syrien, also ich komme aus dem Irak. Das Problem ist bei uns, wir machen unseren eigenen Krieg. Also jetzt zum Beispiel im Irak, es war so, die haben eigene Iraks Bürgerschaft. Iraks Leute haben im eigenen Land selber Krieg begonnen. Stellt euch das mal vor. Wow. Wenn Leute, so andere Leute, die sich jetzt das Ganze anschauen, sagen, da habt ihr selber Schuld, daran seid ihr selber schuld. Und deswegen, das ist bei uns ein bisschen anders, als man sich das Ganze vorstellt. Man sagt immer Terroristen, Terroristen. Nein, das sind keine Terroristen. Das sind unsere eigenen Landesleute gewesen. Unsere Nachbarn. Stellt euch das mal vor. Genau. Das ist einfach, und nicht nur in Irak ist das so, sondern auch in Syrien, Afghanistan. Ja. iPhone X, iPhone. Ja. Kurz noch, aus welcher Stadt kommst du aus Irak? Ich komme aus Mosul. Ich auch. Sehr gut. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die Geschichte. Man denkt immer, Terroristen, die kommen von anderen Ländern. Stimmt. Die kommen von anderen Ländern. Die kommen von Syrien zum Beispiel. Die kommen aus, keine Ahnung, aus Pakistan. Ja, nehmt kein Land. Nehmt kein Land. Nehmt kein Land. Ja, also viele Länder. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Und ja, die machen eigenen Krieg in eigenem Land. Und deswegen denken Leute, okay, das ist jetzt aber selber schuld. Tja, das mit eigenem Land ist ja Quatsch eigentlich, weil man muss ja nicht bekriegen, man, wie in jedem Land muss, Regelungen, Gesetze da sein und fertig. Aber das Problem ist, mir tut ja leid, die Milliarden Kinder, unschuldige Kinder, wo in ganze Welt verloren geht, nur für die Kopfstur, für die Große, ja. Das finde ich ein Quatsch. Muss nicht sein. Man kann, die Erde ist groß, man kann friedlich einfach leben miteinander. Egal, welche Hautfarbe man hat oder welche Sprache. Das spielt keine Rolle. Mensch ist Mensch für mich. Und das mit die, wie sagt man das, mit Glaube, Kirche, bla bla, ganze Kacke hier, das bringt nur Ärger. Mhm. Mehr nicht. Ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, aber das Ding ist, viele Leute, also da bin ich mir sicher, vollkommen sicher, dass sie, viele Leute, sie wollen einfach andere Menschen akzeptieren. aber sie dürfen das nicht. Das ist das Problem. Dann muss sie, dann muss ja die Menschen entscheiden. Entweder bin ich für meine Nachbarin, ja. Für, also sag mal so Nachbarin oder für meine Familie, was ich mitgebaut habe. Oder bin ich für mein Glauben. Eine muss fallen lassen. Man kann in Hand nicht zwei Melonen halten. Das kann nicht haben dauert. Eine muss fallen. Ja. Äh, das Ding ist, bei diesen Menschen, sie werden von Kindheit, von ihrer Kindheit, bis sie aufgezogen werden, also bis sie so 20, 30 Jahre alt werden, wird immer gesagt, ey, das ist eine Religion. Wenn ihr diese Religion nicht wahrnehmt, dann werdet ihr verbrannt in die Hülle. Dann habt ihr keine Verwandten, habt ihr nichts. Und deswegen sind sie auch so gebildet worden, von Kindheit, bis sie, ne, bestimmter Alter ankommen. Ja, und da hat sie drin, da habe ich verstanden, ja. Genau. Und deswegen können sie sich auch nicht entscheiden, ob Religion wahrzunehmen oder die Menschlichkeit. Das ist... Die Schöne ist manchmal die Liebe. Die Liebe von der Familie oder von Mama, Papa, Kind oder sonst was, ja. Die überwindet sehr, sehr oft, ca. Das Religion, ja. Manche sagen, ach komm, leg mir am Arsch. Ich habe die Schnauze voll, von den Sohn dahin zu gehen und das zu machen. Und was mir erzählt, ich bin selbst Vater. Ich kann selbst mich kümmern um meine Familie. Und Sklauze will ich auch nicht sein bei irgendeinem Penner. Also, sag mal so jetzt. Aber viele hat die Angst, weil manchmal, es gibt die Essen nichts da. Die Essen auf dieser Welt ist die größte Krankheit, was gibt es beim Menschen. Weil wenn du kein Essen hast, dann tust du alles. Ob du siehst, okay, dein Kind hat was zu essen. Aber das Problem ist, die Große, die Imane oder sonst bla bla sind so weit gekommen, die Menschen zu manipulieren, weil die kennen sie so aus. Da kommen mir diese paar Schriften vor und sagst, pass auf, du musst das machen, das machen nach der Schrift. Und du bekommst für uns so viel Geld ungefähr, ob du Familie nähern kannst. Obwohl die Menschen alleine, kann sie sein Brot her schaffen. Aber viele hat die Füchte dann noch nicht so frisch. Und das kapiere ich nicht. Warum soll man wir, alle für uns, Sklaven lassen für ein paar Euro? Obwohl, wenn du auf der Straße gehst. Ich weiß, du hast einen Schloss bekommen. Sorry. Ich musste dich gucken. Sorry. Keine Ahnung, diese Leute, ey. Katastrophe. Ja, ich war noch nie Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, damit du zufrieden bist. Alhamdulillah, einfach nur eine Frage. Ich habe nur eine Frage. Bist du Sunnite aus Mosul? Ne, zum Glück, ich bin gar kein Muslim. Aber was waren deine Eltern? Meine Eltern sind auch keine Muslime. Also wir sind eine neutrale Familie, sozusagen. Okay. Fiyadiyah. Das nennt sich auf Arabisch Fiyadiyah. Hm? Bitte? Okay. Ja, ja. Und hast du in Mosul gelebt? Ja, ja. Ich habe mit Mosul gelebt. Ja, mit Mosul. Ja, ja. Genau. Okay. iPhone? Ja. Genau. Bist du Moslawi? Ich bin Moslawi. Ich bin Moslawi. Ja, Alabi. Ayuni. Alle Falabi. Ja, das Ding ist, guck mal, ich bin erst hier in diesem Live. Ich habe leider keinen Akku mehr. Ich habe nur... Alles gut, alles gut. Du kannst mich folgen. Du bist immer willkommen. Ja. Vielen Dank, Carlo. Ich habe dir gefolgt. Aber das Ding ist, ich bin erst in diesem Live gekommen. Und ich habe, keine Ahnung, ein paar Leute gehört. Ich so, hey, was ist jetzt bitte mit diesen Leuten los? Weil da kam vorhin eine Frau rein mit dieser israelischen Flagge auf Toilette symbolisiert oder so. Ich dachte mir, wie kann man sowas machen? Also das ist jetzt... Die sprechen über Palästina, die sprechen über, was weiß ich, aber sie sprechen nicht darüber, dass sie vor, sage ich mal, 700, 800 Jahren dieser Gaza, was sie jetzt auch nennen, von Juden hergenommen haben. Also, wie sagt man das? Das wird... Das ist... Ja. Das ist... Darüber redet keiner. Darüber redet keiner. Aber in dieser Zeit, guck mal, wo Palästina erst Israel angegriffen haben und so viele Leute getötet haben, Anfang Oktober war das. Aber... So viele haben gefeiert. Aber alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wissen wir alle. Schau mal, du kommst aus dem Irak. Warst du schon mal in Palästina? Ich war noch nie in Palästina. Ja, dann... Warum redest du zum Beispiel? Ich rede nicht über den Bulgarischen Krieg in Irak, weil ich war noch nie in Irak. Ich rede hier, weil ich sehe, was passiert und was es genau in unseren Ländern passiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, was es in Irak passiert wird, dann weiß ich ganz genau, dass das Gleiche auch in Palästina ist. Nein. Es ist nicht das Gleiche. Nein. In Palästina ist anders. In Palästina ist anders. In Palästina haben die kein... Guck mal, die haben kein Schiiten. Was in Irak ist, zum Beispiel, was Mosel erlebt hat, ne? Das ist alles wegen Sündung Schia. Ich meine, weil wir Sunniten sind und ab da ist fast viele Schiiten sind. Ja, aber was hat ein Christen mit Sündung Schia zu tun? Hatten Jesiden mit Sündung Schia zu tun? Ja, die sind Gefahr. Ja, die sind Gefahr. Das sind Gottesanbieter für die Muslime. Verstehst du? Genau wie Jesiden. Die sind auch Gefahr. Verstehst du? Ich meine, und das ist das ja. Ja, auf jeden Fall... Nur Demokratie beschützt die Minderheiten und nicht die Religion. Genau. Und wo ist Demokratie da? Zum Beispiel. Aber nicht bei uns. Ähm, Carlo? Ja? Ihr habt gerade so schöne Argumente rausgeholt über das Thema Islam und so. Und so schöne Verse und solche Hadithe habt ihr rausgenommen. Aber eins habt ihr vergessen. Also das, was mir eingefallen ist. Habt ihr das vergessen? Ähm, hast du schon mal was von... äh, Nikah al-Wadar gehört? Oh... Bedeut, mal ganz, ganz im Koran. Über 30 Mal steht Nikah, Nikah, Nikah. Welche willst du davon haben? Nein, nein, das ist jetzt Nikah al-Wadar. Ja, ja, wirklich. Ja, aber wirklich. Such mir, such mir ein Vers. Such mir ein Vers im Koran, das spricht über eine Frau ohne Nikah oder ohne Farjiha. Gibt es nicht. Entweder ninte als Nikah oder Farjiha. Nikah, Farjiha, Nikah, Farjiha. Was ist los? Oder nicht? Oder ist das nicht so? Ja, ja, und Farjih und so. Aber ich meine... Entweder Farjiha oder Nikah. Aber, Bruder Carlo, der Mann, er war nie Muslim, nie Christ, nie... Ich weiß nicht, wie will er über Religion reden? Ich meine... Ja, ich war... Das war auch der erste, was ich meine. Nein, also... Da kommt aus Mosel, dass er ohne Religion da lebt. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Da ist... Neutral, ja, ist... Also... Ich sag mal so, das ist das ja. Seine Eltern, ich weiß nicht, wie alt die sind. Auf jeden Fall, ne. Deswegen, vielleicht haben die Saddam erlebt, Saddam-Kriege erlebt. Die haben ja seit 80er... Seit 80er, weil man... Weil man Irak erlebt, ne. Ich bin auch 81 geboren, ne. Wo man... Ich bin... Ich bin geboren mit... Mit erster Krieg eigentlich gegen Iran, ne. Und wenn man diese ganze Geschichte... Nicht da an... Geschichte anhört. Denn irgendwann an, wie da wird man radikal oder tritt man aus dem Islam. Wirklich. Ja. Und das ist... Iphone... Ich will dir eine Frage stellen. Ja. Du warst in Mosel, ja? Ich war in Mosel. Ja. War irgendwelche Straße... Haben sie dir gesagt, du darfst diese Straße nicht passieren, weil du zum Beispiel ungläubig bist? Und das ist nur Vorregläubige? Also... Da muss ich ehrlich sein. Ich war... Als ich noch im Irak war, war ich klein, weil ich... Ich war noch ein Kind, ne. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Also... Ich war... Keine Ahnung... Ich... Wir hatten... Okay. Dein Vater hat dir erzählt, dass es gab eine Straße... Wir... Als Beispiel bestimmt... Dein Vater war Sunni, ja? Wir waren... Wir Sunniten, dürfen wir diese Straße nicht passieren. Das war nur für Schiiten. War sowas? Nein. In Mosel gibt es keine Schiiten. Ja. Aber in Palästina gibt es solche Straßen. Es gibt die Straßen für Palästinanser und es gibt die Straßen für Juden. Eine Palästinanserische Stadt heißt Hebron. Es gibt die Straßen, die durch die Stadt gehen. Die Häuser von Palästinanser sind zugeschweißt. Damit sie nicht auf die Straße zu müssen, müssen sie über die Dächer gehen, auf die andere Häuser springen, auf die andere Seite. Weil diese Straße ist nur für Juden gedacht. Ich sage dir, darfst du über sowas nicht reden. Wenn du nicht in Palästina warst, rede darüber nicht. Ganz kurz, der da oben mit den Herzen. Kannst du dich bitte stimmen? Weil Hintergrundgeräusche, den Chat, das stört das. Vielleicht dich stummen, wenn du nicht redest. Der ganz oben, der mit den Herzen und der Sonne. Der Kurde. Ja, genau. Einmal stimmen vielleicht. Man hört hinter. Hallo? Ja, genau. Ja, das war eine sehr gute Frage, was Huthuth, glaube ich, gestellt hat an mich. Aber wie gesagt, wenn mein Vater drüber, wenn mein Vater fängt an, darüber zu reden, wie es dort war. Und also auf jeden Fall sehr radikalisch und die wollten niemanden akzeptieren. Und werden sie auch nicht. Deswegen sind wir jetzt auch hier. Ja, also kein Wunder, dass wir hier sind. Deswegen ist es auch schwierig. Aber ich war in Mosul. Ich war in Mosul. Nein, was ich damit erreichen will. Wenn du auf Palästina und Israel ein Problem, du sollst erstmal neutral sein. Und beide Seiten hoch. Und dann treffe deine Entscheidung. Du darfst nie eine Seite nehmen. Nein. Und ich unterstütze mich. Weil wenn du sagst, ich will leben, ich bin Mensch. Aber ich unterstütze Israel. Aber Israel ist eine Besatzung. Verstehst du? Wenn du sagst, ich bin religiös und ich will kämpfen, aber ich unterstütze die Palästina, weil meine Religion mir das sagt. Ich sage dir, das ist falsch. Weil es gibt Israeli, die da geboren sind. Sie haben keinen anderen Platz in der Welt. Ja? Deswegen, man muss neutral. Du musst immer als Mensch gucken. Ich bin Palästina und ich sage dir, ich will keinen Krieg. Ich will, dass mein Volk mit den Israele zusammen in Frieden leben, weil das geht nicht so weiter. Verstehst du? Und ich sage, warum ich bin gegen Hamas? Weil Hamas, weil ich bin als Palästina, ich weiß, Israel wollen zum Beispiel das ganze Land nehmen und uns vertreiben. Wir sind nicht stark. Wir haben die Kraft, uns zu verteidigen nicht. Hamas bringt uns immer in einer Situation, dass sie greift an und macht uns, sie bringt uns den Tod. Verstehst du? Sie gibt den Israelen den Grund, uns zu vernichten. Ja? Und deswegen, ich bin gegen das. Nein, also ich, schau mal, ich will ja auch nicht gegen eine Seite werfen und eine Seite unterstützen. Nein, natürlich nicht. Aber ich rede hier von Haq. Weißt du? Ich rede hier von Haq. Ich sage... Ja, aber das heißt, wenn wir Haq, dann lass uns kurz vor Moses zurück zu unserem Vater Abraham. Und dann wir sagen, er kam aus dem Irak. Dann bitte. Da, sagt das alte Testament. Da ist diese Quelle des Teufels gekommen. Verstehst du? Du kannst nicht sagen, ich fange nur jetzt ab 3.000 Jahre oder ab 2.000 Jahre. Nein. Dann musst du, wenn du sagst, ich will zur Geschichte zurückkehren. Es gab auch vorher Geschichte. Die Geschichte fängt nicht an erst vor 2.000 Jahren oder 3.000 Jahren. Komm mir bitte nicht von Palästinenser, von, keine Ahnung, eine Geschichte seit 3.000 Jahren oder so. Nein, das ist, das alles, das alles ist innerhalb, keine Ahnung, 600 Jahren oder so passiert. Ja, aber da gab es auch einen Menschen, da gab es auch viele Menschen, die nicht Juden waren. Da waren nicht alle Juden. Verstehst du was ich meine? Dann werde ich jetzt auch nicht von Juden. Ja. Also, ja genau, aber der hatte, der hatte, ja auf jeden Fall, da hat er recht, also vollkommen recht hat er. Man soll ja nicht von einer Sache sprechen. Aber damit, aber damit hat immer die Religion angefangen. Damit. Verstehst du? Genau. Dann guck dir erstmal an, wo hat diese Religion angefangen. Verstehst du? Boah, schwierig, das ist jetzt äh. Ja. Warum, warum sage ich, ich glaube an diese drei Bücher nicht. Weil da gab es immer nur Kriege, 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 Kriege. Mehr, mehr gab es auch nicht. Gibt es überhaupt eine Glaube, wo es keine Kriege fördert? Fenix, du lebst in Deutschland, ja? Ja. Richtig. Ja. Was für dich besser, Menschengesetze wie in Deutschland oder Goethe-Gesetze, egal welches Gott das ist? Natürlich, ich würde gerne einen Glauben finden, wo ich meine Hoffnungen, oder sage ich mal, das wäre dann in Beziehung zu, zwischen mir und der Hoffnung. Ja, wenn jeder Mensch hat seine Hoffnungen, oder nicht? Sind das Leben, oder? Wie sind das Leben? Ja, du bist doch jung. Ich bin zu erkennen, du bist jung. Du musst eigentlich strahlen von Hoffnungen. Ja. Weil du jung bist. Ja? Ja. Ja, und warum suchst du so Hoffnungen? Bist du jetzt verzweifelt, oder? Nein, ich bin nicht verzweifelt. Nein, 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 ich bin nicht verzweifelt. Nur, es ist ja so, ich sage, ich will jetzt erstmal erkennen, ob es wirklich die ganze Geschichte gibt, das mit Gott, Religion und so weiter und so fort. Weil es kann ja nicht sein, dass jeder hier, die, sage ich mal, an einen Glauben glaubt und dann hier irgendwelche Faxen tut. Ja, aber brauchst du es in deinem Alltag? Jetzt zum Beispiel, wenn du deine Arbeit richtest, oder wenn du mit deinen Kindern bist, oder wenn du eine Frau heiraten willst, brauchst du einen Gott, oder der dir zeigt, was gut oder schlecht, dass du niemandem zu Schaden kommst? Nein, nein, nein. Warum brauchst du unbedingt eine Macht, die über dich steht und über dich richtet? Warum? Ich verstehe nicht, weil du weißt, in unserem Gehirn sind mehr Synapsen, als die ganzen Sterne im Universum sind. Genau. Ein Gehirn, ne? Es kann sein, dass dieses ganze Universum existiert nur in deinem Gehirn. Das ist auch eine Möglichkeit, verstehst du? Warum muss ich mich immer einem unterordnen, der über mich herrscht oder wie andere, die lieben in Saddam, weil er eine Diktatur ist, die brauchen einen, der über denen steht. Warum kann man nicht einfach glauben, dass ich an mich selbst glaube, ich glaube an dich, weil wir müssen zusammenleben in einer Gesellschaft und nicht einer, der Moslem ist, der denkt, dass ein anderer Moslem in Afghanistan sein Bruder ist, aber sein eigener Bruder, wenn er den Islam nicht verlässt, ist er nicht sein Bruder. Verstehst du? Mhm. Dieser Zusammenhalt, obwohl der noch nicht von gleicher Kultur oder gleicher Blut oder so, der hält ihn für seinen Bruder, aber das eigene Blut, das eigene Bruder erkennt er nicht als Bruder. Der wird neben den Afghanen stehen, dass er seinen Bruder umbringt. Und ich habe Leute gesehen, die ihren eigenen Bruder umgebracht haben, weil die anderen waren Islamisten und der Bruder war halt im Militär oder Soldat oder Polizist. Das ist auch schon mal passiert. Guck mal, es gab, Entschuldigung, es gab einen in Ägypten, es gab diesen islamischen Bruder, den Muslimen. Ahmada Ake war der Führer oder der Boss von dieser Seite. Weißt du, was hat er einmal im Interview gesagt? Es ist aufgenommen. Er sagt, mir ist lieber ein Muslim aus Andonesia als Präsident in Ägypten als ein ägyptischer Christ, dass er mich regiert. Verstehst du, er ist Ägypter und der köptische Christ ist auch Ägypter. Und er sagt deutlich, mir ist lieber meine Präsident, ein Muslim aus Indonesia als ein köptischer Christ, als sein Nachbar Christ. Sehst du, was die Religion halt mit ihm gemacht hat? Ja. Äh, Phoenix, ich habe eine Frage. Möchtest du vielleicht darauf eingehen oder kann ich eine Frage stellen? Äh, ja, keinen Moment bitte. Äh, ich will erst mal drauf eingehen. Ja, ähm, da hast du recht, Religion. Ich meine, guck mal, wenn ich jetzt hier in Deutschland schaue, so Christen, sage ich mal, oder generell Europa. Wir hatten auch im Irak, äh, Aramäer, äh, bei uns. Wir hatten, äh, also in unserer Stadt waren Aramäer, waren Orthodox, waren viele andere Leute als Muslime. Und, äh, ich finde sowas, ja, also das ist ja der Unterschied zwischen beiden. Und deswegen will ich ja auch erst mal verstehen, wieso es gibt welche Leute, die das zu unterstützen, obwohl das eigentlich nicht stimmt. Mhm. Genau. So, jetzt kannst du, äh, fragen, oder Gott? Ja. Ähm, glaubst du, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Ja. Wie spürst du dazu? Glaubst du? Äh, bist du gottgläubig? Hm, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Kannst du das genauer beantworten? Ja, ich bin gottsgläubig. Oh. Oder sagst du, ich weiß nicht, ob Gott existiert? Doch, doch. Also, ich glaube daran, dass das, äh, ein Gott existiert. Mhm. Und wie sie, kannst du mir deinen Gott mal erklären? Ist es ein Gott, der alles und jeden erschaffen hat, der über uns wacht und uns irgendwelche Vorschriften gibt, äh, Dinge zu machen, oder wie sieht dein Gott aus? Also, wie stellst du ihn vor? Äh, ja, also, wie ich, wie ich das jetzt so, äh, bisher, äh, verstanden habe, äh, es ist ein Gott, der hat uns allen erschaffen und, äh, ja, aber er hat die, also, der hat diese Tätigkeiten nicht uns zu befehlen, was wir tun, was wir nicht tun, sondern, äh, er hat uns dafür gehören gegeben, dass wir beide voneinander entscheiden können und, äh, äh, am Ende des Lebens wird das Ganze dann, äh, berechnet sozusagen, also, dann wird, äh, ja, Taten... Also, bist du, also bist du dann ein Deist? Was heißt denn Deist? Also, Deist heißt, du glaubst an einen Gott, der uns einfach erschaffen hat, der hat sozusagen uns diese Welt überlassen, hier können wir quasi unseren Willen ausleben, sag ich jetzt mal, und dann irgendwann mal im Jenseits wird dann eventuell urteilen. Ganz genau, und, ähm, also, ich sag immer, das Leben ist so wie eine Prüfung. Wir müssen durchgehen und dann irgendwann wird's auch benotet. Okay, ganz kurz, ganz kurz, jetzt gehst du in der religiösen Schiene, jetzt bist du in der religiösen Schiene. Ja, ja, warte, ja, ja, ich sag dir, du bist doch Sunnit, du sagst nein, du bist Sunnit. Nein, 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 ich bin kein Sunnit, ich bin überhaupt kein Muslim. Ach so. Kalo, Kalo, Kalo. Aber schau mal, warte, ich möchte genau ausführen, das geht noch, weil das ist wichtig, ich möchte nur verstehen, wie... Bitte, bitte. Okay, danke. Ähm, deswegen stelle ich die Fragen, weil, wie gesagt, jeder definiert ja Gott anders und so, und möchte seine persönliche Ansicht gerade nur verstehen, wenn ich darf, Kalo. Ähm, also, aber wenn du jetzt sagst, dass angeblich dieser Gott uns prüft und so, jetzt gehst du in der religiösen Schiene. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Wie kommt dann dieser Gedanke, wie kommt jetzt dieser Gedanke bei dir? Ist es jetzt tatsächlich, weil du mal Sunnite warst oder, ne, du kanntest von Sunniten halt, dass diese Welt eine Prüfung ist? Oder wie kommt jetzt dieser Gedanke zu dir? Nein, 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 also, äh, ich bin noch nie Sunnite gewesen oder so, also, ich bin religiös von mir selber aus, aber, ja, das ist dann... Aber woher hast du diese Gedanken? Bitte, Mali, stimmen, wenn du nicht redest. Mali, einmal stimmen. Oh, sorry. Danke. Ähm, wie kommst du, aber wie kommt dieser Gedanke, dass diese Welt eine Prüfung ist? Weil, das kennen wir halt nur von den abrahamitischen Religionen. Das ist ja nicht einfach so. Also, das musst du, denke ich mal, von irgendwo das gehört haben. Wie kommt dieser Gedanke? Ich hab das von nirgendwo, äh, gehört, aber wenn, wenn die, sag ich mal, äh, was man hier auf die Erde tut, ne, schlechte Taten, so wie Urte Taten werden voneinander, äh, sag ich mal, äh, berechnet, dann ist das eine Prüfung sozusagen. Man, man lebt hier, man, sag ich mal, handelt es. Mhm, weil ich habe, äh, für nichts, ich habe nämlich ein Problem mit diesem Art, Gott, sag ich jetzt mal, Wesen, ja Gott, wahrscheinlich Gott genannt, dass er uns Menschen prüft, weil, wenn ich, wenn jetzt mir Gläubige sagen, dass Gott uns angeblich prüft, ja, ja, nicht, also angeblich für mich, für euch eine Prüfung, dann sehe ich hier einen, 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 einen schlechten Gott, ja, der sitzt oder fliegt, oder was weiß ich, irgendwo im Himmel, ist irgendwo, ja, oder auch unten, keine Ahnung, oder überall, ja, und der chillt irgendwie und lässt uns hier mit einer Prüfung, ja, das heißt, wir haben hier einen Satan, wir haben hier noch uns selbst, ja, wir bekämpfen uns, was macht er? Ja, der chillt, guckt einfach zu und wartet, bis dieses Jenseits kommt, ja, und dann irgendwann denkt er sich, warte mal, jetzt werde ich urteilen, ne, aber erst mal müssen die Menschen leiden. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist nicht schön, also, das ist kein guter Gott, wenn man an so einen Gott glaubt. Naja, aber das alles hat ja auch einen Grund, warum das so ist, ne? Ja, ja, ja. Das Problem, er prüft nicht alle Menschen. Er prüft nur bestimmte Menschen, die im Mittleren Osten meistens. Ja, weil Phonix ist ja kein Muslim, ne, und er erklärt aber so einen, ja, abrahamitischen Gott, deswegen wollte ich halt verstehen. Das hat doch nichts mit abrahamitischen, oder was weiß ich, zu tun. Ja, weil, glaub, deine Erzählungen, das ist halt so eine Beschreibung von einem abrahamitischen Gott, deswegen. Nein, nein, vielleicht, das haben sie... Phonix, iPhone, ist das dein Foto auf deinem Profil drin? Das ist mein Foto, ja. Warum dein Schnurrbart ist weg? Äh, das ist nicht weg, sondern die sehen so aus. Weil das ist so... Das ist Sonne, das ist Sonne. Ja, das ist genau Sonne. Nein, nein, die sehen so aus. Nein, es ist nicht weg. Es passiert nie mit meinem Schnurrbart, nie. Jetzt macht Spaß beiseite, ne? Guck mal, bei mir ist der Gedanke einfach, es muss ein Anfang alles geben. Aber ich wollte noch einen Punkt bitte zu Ende machen, da bin ich sofort still. Warte, Mali, Mali, warte kurz. Ja, ich bin da jetzt an. Also, links, ja, ja. Ja, der Code hat auch noch nicht geredet, deswegen. Da hat auch jemand gewartet, wirklich. Achso, okay, nur den Satz, okay? Also für mich ist es so, wenn wirklich ein Gott existieren sollte, dann verlange ich, dass Gläubige mir Gott beweisen, außerhalb ihrer Religionen, mit Rationalität, mit Fakten beweisen. Also zum Beispiel, wenn die Wissenschaft sagt, die Evolutionstheorie existiert, das ist alles bestätigt und so weiter. Ja, der Big Bang Theory ist alles bestätigt. Ja, das heißt, wir sehen Fakten, wir sehen Beweise, wir sehen die Forschung, etc. Und so weiter, aber für einen Gott, mir persönlich fehlen auch die Beweise oder ein Leben nach dem Tod. Ja, mir fehlen einfach nur diese Fakten, diese Beweise. Ja, das heißt nur Glaube. Okay, wenn Gläubige meinen, ich glaube daran oder ich habe Hoffnung, was auch immer, in Ordnung. Aber wenn Gläubige sagen, ich weiß es, ja, und dieses Wort, ich weiß es, das muss schon wirklich bewiesen werden. Versteht ihr, was ich meine? Also so denke ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob du auch vielleicht Beweise verlangen möchtest. Keine Ahnung, musst du selber mit dir aufmachen, aber ich persönlich denke so auf jeden Fall. Ja, also ich habe jetzt keinen Grund, an Gott zu glauben, aber okay. Hallo zusammen, darf ich darauf kurz antworten? Dann bin ich auch schon wieder weg, weil ich habe leider nicht viel Zeit. Ja, klar. Und zwar möchte ich gerade mal erzählen, ja, was ich darüber denke. Ich bin Christin und ich habe zum Beispiel, mein Mann ist Italiener und ich bin Halbitalienerin und ich habe auch so, wir haben letztens über diese Evolutionstheorie gesprochen und der größte Wissenschaftler ist Italiener. Also eines der größten Wissenschaftler, der schon sehr, sehr alt ist, ist Italiener. Und er, also ich wollte das nicht glauben, er hat letztens, also mein Mann hat mir da ein Video gezeigt, wo er selber das ganze Leben lang geforscht hat, also geforscht und gesucht hat und wollte Gott, also das Gegenteil beweisen, dass es Gott nicht gibt. Selbst er hat gesagt, es muss, jetzt wo er alt ist, es muss einfach einen Gott geben, weil das alles viel zu komplex ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber für mich persönlich, das wäre jetzt das, was mein Mann gesagt hat. Und das war nicht ein Wissenschaftler, das sind mehrere Wissenschaftler. Genau, genau. Und Esther, was ich frage, dazu noch. Aber ich wollte, Moment, ich war noch nicht fertig. Ich persönlich für mich zum Beispiel, das ist ja eine Glaubenssache auch. Und es gibt ja auch im Alten Testament, 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, wurde er prophezeit in der Tora von 40 Propheten, die sich nicht gekannt haben. Die haben sich nicht gekannt. Und das Ganze hat einen roten Faden ergeben. Da, wenn man sagt, okay, ich möchte mich auf die Suche machen, kann man das machen. Also ich persönlich habe mich auf die Suche gemacht und habe wirklich entdeckt, dass es die Wahrheit ist. Aber das liegt natürlich an jedem selber, ob er das machen möchte. Aber die Evolutionstheorie hast du nicht gelesen. Oder ob er direkt, Moment. Die Evolutionstheorie hast du nicht gelesen. Die Evolutionstheorie ist mir einfach zu, ganz ehrlich, da mache ich mich zum Affen. Weil es ist Fakt, dass zum Beispiel ein Tisch muss gebaut werden von jemandem. Nein, ein Haus muss gebaut werden. Du liest nicht die Evolutionstheorie. Warte mal, darf ich zu Ende reden? Ja, lassen wir uns bitte ausreden. Das ist sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Vielen Dank. Selbst eine Kathedrale muss viele Menschen haben, damit die gebaut wird. Also alles muss etwas haben, wie es entstanden ist. Und für mich persönlich ist es einfach so, dass es eine Sache von Willen und Glauben ist. Ob man sich einfach die Mühe mal macht und sagt, okay, gut, ich kenne diese Bücher. Ich möchte jetzt einfach mal, unabhängig von, keine Ahnung was, weil wir Menschen sind wirklich so. Wir Menschen denken immer, wir wissen alles besser. So war ich zum Beispiel. Ich habe eine Person an meiner Seite gehabt, die hat mit mir über Gott geredet. Und ich habe gedacht, die kriegt Pluspunkte in ihrer Kirche, wenn die mich mit in ihre Kirche schleppt. Was will diese Frau? So bis irgendwann, aber das ist eine zu lange Geschichte. Ich habe auf jeden Fall nachgelesen, habe gedacht, okay, ich möchte das jetzt wissen. Und für mich hat das alles jetzt im Endeffekt einen Sinn ergeben. Aber es ist natürlich einfach eine Sache von suchen, von wissen wollen, von offen, wirklich auf das Herz zu öffnen. Und ich finde wirklich, also viele sind ja immer auf der Suche nach der Wahrheit. Und es gibt nur eine Wahrheit. Und wenn man die von ganzem Herzen sucht, dann findet man die. Okay, ich bin fertig. Ich habe jetzt hier gequatscht. Ja, also erstmal sehr, sehr wichtig. Du hast gerade eben einen Wissenschaftler erwähnt. Wie heißt denn dieser Wissenschaftler, dieser italienische? Ja, da muss ich meinen Mann nochmal fragen. Keine Ahnung. Ich habe den aber gespeichert, weil ich habe den ja irgendwie auf YouTube gesucht. Und hat dieser Wissenschaftler dein Gott bestätigt? Oder sagt er einfach eine Macht, wie eine Macht, ein Wesen? Oder sagt er tatsächlich, Jesus Christus hat er bestätigt als Gott? Nein, nein, nein. Er hat nicht meinen Gott bestätigt. Absolut nicht. Aber das ist auch wieder so eine Sache, die ja selbst Atheisten sagen, dass die Kreuzigung stattgefunden hat. Also das Ganze hat ja stattgefunden. Aber dieser Mann hat nicht meinen Gott bestätigt. Er hat gesagt, es muss einen Schöpfer geben, der da über allem steht, sozusagen. Alles in Ordnung. Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die sind auch gläubig. Die nennen sich auch Christen, Muslime. Die sagen Agnostiker. Die spielen einfach nur gottgläubig. Alles spielen gut. Aber eine Sache, ich weiß jetzt nicht, ob du auch so denkst, aber ich betone es jetzt mal so. Ihr Religiösen, sei es Christen oder Muslime. Ihr sagt meistens so, ja, aber der Wissenschaftler, der Wissenschaftler. Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber ein Wissenschaftler ist für uns kein Maßstab. Das heißt, wenn jetzt ein Wissenschaftler von mir aus auch Jesus bestätigt hat, das ist für mich kein Maßstab. Dann hat er halt für sich Jesus bestätigt. Für mich ist es jetzt kein Grund, nur weil dieser Wissenschaftler angeblich einen Gott irgendwie bestätigt hat und überzeugt ist, dass es einen Gott geben muss. Ja, ich betone dieses Muss. Heißt ja nicht für mich, dass dies jetzt ein Beweis ist. Das ist jetzt seine Aufmerksamkeit, seine Meinung, sein Wissen eventuell, seine Überzeugung, sein Glaube. Das interessiert mich nicht. Ich persönlich, ich muss nicht an einen Gott glauben. Ich brauche keinen Gott. Ja, richtig. Das kann jeder selber entscheiden, natürlich. Unnötig. Und ja, aber wie gesagt, genau. Das wäre ja so wichtig. Ich habe mal eine Frage. Ganz kurz, Moment, ein Moment. Ich wollte nur was zu Religionen sagen, ganz kurz. Religionen für mich persönlich haben Menschen gemacht. Für mich persönlich haben Religionen die Menschen erfunden. Ja, die streichen ja. Und genau deswegen gibt es Kriege. Das ist für mich ganz klar. Das wollte ich nur mal sagen. Also ich bin nicht, dass ich sage, ich bin jetzt ein Mensch, der eine Religion hat. Ich für mich persönlich folge Jesus Christus. Und es steht nirgendwo drin, dass der eine Religion ist oder das was weiß ich, was mit der Kirche. Nein, das haben alles Menschen gemacht. Und da geht es nur um Geld und um Macht. Und wie man sieht, die katholische Kirche ist unglaublich reich. Und es heißt nicht, dass wenn man an Gott glaubt, dass man einer Kirche angehören muss oder religiös sein muss. Das ist was ganz anderes. Das ist jetzt meine Meinung. Und wie man sieht, machen Religionen auch nun mal Kriege. Das ist nicht Gott, der sagt, töte Menschen, sondern wir Menschen machen das, weil wir Religionen gemacht haben. Aber es gibt viele Christen, die folgen ja der Kirche. Ich glaube, das sind die Orthodoxen und so, die nennen sich ja auch Christen. Die sagen auch, die kommen mit Beweisen von der Bibel und so. Was sagst du jetzt? Sind das für dich auch Christen oder sagst du, das sind keine Christen? Oder sagst du, ich urteile nicht, das ist Gott überlassen? Oder wie sprichst du dazu? Ich urteile nicht über diese Menschen, das ist nicht mein Recht, aber diese Menschen sagen, die Kirche rettet dich. Das sind Menschen, die sagen, nur die Kirche rettet dich. Und ich persönlich sage, wenn ich an Gott glaube, dann rettet mich Gott und nicht ein Gebäude oder irgendwelche Priester oder irgendwas. Also das ist meine Meinung. Ja, aber du bist die Christen, ja. Du bist Christen? Ja, sie ist Christen, meinst du dir? Ja, ich folge dem Jesus Christus, genau. Ja, aber du sagst die gleiche Zeit, dass Religionen haben Menschen gemacht, normalerweise an deiner Stelle. Ja, Bruder, guck mal, was ich dazu sagen kann, guck mal, der beste Beispiel ist, zum Beispiel, ihr habt ja von Moslems schon mal gehört, dass sie sagen, der Islam war schon immer da und ist nicht erst vor 1400 Jahren gekommen, weil das Wort Muslim ja einfach nur Gottesergebene heißt. Jesus war, also Isar war ein Gottesergebene, Adam war ein Gottesergebene. Das sagen nur Muslime. Das ist nur eine Bezeichnung, das ist nur eine Bezeichnung. Nein, 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 nein. Das Wort Muslim gab es ja schon immer, weil es heißt ja nur Gottesergebene, das heißt die ganzen Menschen, die Feuerwehr waren auch Gottesergebene. Nein, 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 nein. Warum? Das heißt Murmün und nicht Muslim. Das heißt Murmün, nicht Muslim. Ja, und Murmün, der glaubt an einen Gott. Muslim heißt Gottesergebene, okay, wenn an einen Gott glaubst, was bist du denn? Ein Gottesergebene, hä? Das ist ja die Definition von dem, was du gerade gesagt hast. Muslim, Malé, Malé, sehr, sehr wichtig, weil Sprache ist auch wichtig. Ich kann zwar kein Arabisch, Hut, Hut kann das, denke ich mal, bestätigen. Carlo kann auch Arabisch, Papu, ich glaube, du kannst auch Arabisch. Muslim bedeutet nur ergeben. Jetzt Frage an dich, woher kommt jetzt dieses Gott ergeben? Das heißt einfach nur ergeben. Und wenn ihr Muslime meint, Jesus war ein Muslim, dann ist er halt ergeben worden an seinen Vater, den christlichen Gott. Also das heißt, nur ihr sagt, das Muslim bedeutet, Gott ergeben. Aber in Wirklichkeit bedeutet das nur ergeben. Ich weiß nicht, ihr Arabisch sprechende, da habe ich recht. Also so habe ich das zumindest verstanden. Ich kann kein Arabisch sprechen. Jetzt guck mal, Abraham hat Gott gefragt, zeig mir ein Wunder. Er sagt ihm, hast du nicht geglaubt? Er sagt, doch, aber ich will nur sicher sein. Guck mal, er redet mit Gott und er hat trotzdem Zweifel. So, jetzt, was Allah sagt, zeigt ihm, wie er so Fokus-Bokus hat vor ihm gemacht. Und dann hat ihm Gott gefragt, Aslamt, hast du dich aufgegeben? Das heißt, diese Diskussion hast du aufgegeben? Und von hier kommt, das Bizarik hat er, Sammakum Allah al-Muslimun. Das heißt, ihr habt aufgegeben. Keine Diskussion mit Gott mehr. Einfach, ihr nehmt alles, was Gott euch sagt. Ich gebe auf. Und deswegen bist du Muslim. Verstehst du? Von aufgeben. Von hier kommt es. Von Islam. Aufgeben. Und nicht von Salam. Frieden. Verstehst du? Du sagst nicht, du sagst, As-Salam, Friede sei mit euch. Aber nicht Islam sei mit euch. Das sind zwei verschiedene Worte. Deswegen habe ich das ja vorhin gesagt, dass das Wort Muslim eine Bezeichnung ist. Aufgeben. Das ist ein touristischer Wach. Der Islam ist einfach die letzte Offenbarung. Aber guck mal, die Tora, die Bibel, die Tora und der Koran kamen alle von der gleichen Existenz. Nur die wurden falsch. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Nein, nein, mein Leiter. Das stimmt nicht. Wieso stimmt das nicht? Leute. Ich habe meine Frage auch die ganze Zeit geredet. Ich habe auch zugehört. Mali. Wie weißt du denn? Warte, warte, Bruder. Ich habe eine Frage. Lass mich nicht kicken, Mann. Bruder, ihr redet die ganze Zeit. Warte, nein, eine ist vor dir. Er hat noch gar nicht geredet. Ja, Bruder, aber ihr sagt was zu meiner Sache und ich will darauf antworten und ihr lasst mich nicht ausreden. Das ist auch, Bruder, das ist kein Hackballer. Ja, warte kurz. Nein, der ist auch Muslim, Mann. Du bist der einzige, äh, denkst du, du bist der einzige Muslim, hier ist? Nein, auf jeden Fall nicht, Digga. Kurdo, Kurdo, bist du da? Guck, er redet doch gar nicht. Kurdo. Der ist eingeschlafen. Ja, es gibt keinen Hack. Guck mal, Mali, wenn du etwas sagst, nur einen Punkt, dann lass uns erstmal den Punkt richtig besprechen und dann springen. Bring nicht mehrere Beispiele, dann wir laufen hinter dir, um das zu belegen. Ja, ich sage mal, du hast das Wort Muslim und Gott ergeben und ich als Araber, ich habe dir erklärt, das heißt aufgeben, das heißt Gott, vor Gott, du bist ein schwacher Mensch, du hast keine Chance, etwas dagegen zu tun, mit ihm zu diskutieren, du musst dich aufgeben. Das heißt unterwerfen, unterwerfen. Okay, okay, ich gehe mit dir mit, wir sagen, es heißt ergeben oder unterwerfen. Jetzt kommt es darauf an, wem unterwirfst du dich denn? Was unterwirfst du dich denn? Gott. Du unterwirfst dich Gott. Ich unterwerfe mich selber. Ich unterwerfe mich selber. Mali, Mali stimmt eben nicht. Aber du bist ja kein Muslim, du kannst das doch gar nicht sagen. Ja, ja, eben, aber das kannst du jetzt... Warum willst du das Wort jetzt selber interpretieren als Nicht-Muslima? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Erste Sache. Ja, aber die zweite Sache will ich was, wenn er schon so schön sagt, dass wir die Punkte step by step besprechen. Ihr habt vorhin was gesagt, mit das im Koran stehen sollte, dass man die Ungläubigen umbringt und so. Ihr achtet ja gar nicht auf die Herabsendungsgründe. Ihr reißt das einfach aus dem Kontext der Herabsendungsgrund. Wir können selber lesen. Ja, der Herabsendungsgrund für diesen Vers war, dass Ungläubige zuerst die Muslims angegriffen haben. Daraufhin kam der Vers runter, dass die Muslims sich dagegen wehren sollen. Hast du Soret As Saif Schwert Fers gelesen? Soret As Saif? Ja, das heißt Soret Bararar, hast du gelesen? Mali, du erzählst Unsinn. Ganz einfach. Damals wollten die Khuraish Mohammed zwar raus haben aus Mekka und wollten ihn vertreiben. Bloß ist er vorher abgehauen. kam nie zu einem angriff so dann ist er nach medina gehen und dann hat er euer angeblicher bester mensch der eigentlich ein scharlatan mörder und krimineller ist die man ein paar jahre wenn man ihn vorher erwischt hätte irgendwann nächsten baum aufgehängt hätte gesagt er hat die kriege begonnen er hat so klar und deutlich und ihr habt immer wieder der kriege gegen die christlichen reiche bekommen also die also du willst sagen der islam ist schuld also zum beispiel an dem punkt ich will immer zeigen das sind einige jugend gemacht warte warte ist hitler prophet ist hitler prophet nein hitler ist kein prophet einen menschen umgebracht in der gesamten zeit als er ein profit war jetzt ich werde dir zeigen wie viele menschen hat er getötet und das mit mir wenn du so redest die ganze zeit dann kicke ich nicht runter ganz einfach an wieder lasst du leute mal wie heißt das was hast du gelernt wie was habe ich gelernt was hast du gelernt das wird auch oder mara geht auch und ich bin kein araber kannst du nicht mara geht auch und oder was wird auch und ich kann nicht schlachten doch kann ich ja wie heißt aber hast du nicht auf du lernst der hat aber kommen und du lässt sich um das was war oder nicht zu allererst damit du weißt worum es geht also ich bin ich will dir den punkt ob er diese verteidigung sie kriege in arabische sprache heißt was wird auch dazu er bedeutet invasion nicht mara bedeutet die schlacht ich bin schweizer bedeuten invasion verstehst du das heißt wenn ich sage in meine arabische geschichte das heißt die invasion krieg von ort in was das heißt wer hat wem verstehst mein arabisch lehrer sagt immer eine ganz ganz schöne sache die ich dir jetzt sagen kann und zwar wenn man arabisch als muttersprache hat es ist entweder ein segen oder ein fluch und ich sagte auch wieso weil sehr viele menschen machen diesen fehler dass sie den koran auf arabisch lesen und dann selbst interpretieren alles von ortal hat extra die also nicht den aus schweden reden darf ich jetzt antworten oder darf ich jetzt antworten oder nicht also von ortal hat extra die arabische sprache genommen da sie so komplex ist weil sie exakt bedeutet dass ich mich doch erstmal ausreden und dann kommandoliert während ich noch mal reden bin und das ist das ist dieses langsamer ich habe ich das bedeutet subhanahu wa ta'ala soll ich dich kicken ich hab keinen bock wirklich gucken ich hab wirklich kein bock auf sowas und alleine durch und mal gar nicht mehr du hast du nie die schweite war weiß gott was morgen du bist also sei leise bei gott ihr hetzt nur sagt mir sagt mir ist man ich frage dich mal in frage hast du hast du mutter geheiratet oder noch nicht ich ergeben würde würde ich machen weil allah supernaut hala weiß was am besten für seine schöpfung ist und es ist ein surat an nissa 24 erwähnt weil da steht und euch sind verboten die verheirateten frauen wenn die feier und verheirateten frauen mit verboten sind was ist dann mir logischerweise ich will das mein koran im arabischen gibt es für das wort 3.700 begriffe für das wort schlange 800 begriff wer sagt ihr das selbst interpretiert war mein bestes alter war hoh dort wo dort er redet vom eine solle mutter an kohann sowie der die schüler die schüler wurde haram aber im koran dieser halal deswegen ist bei schweiten habe nicht alle nicht haben heißt bei sonne heißt miss jahr verstehst du ja das ist so sie beschimpfen sich gegenseitig aber beide wollen nicht zugeben dass es gibt prostitution in islam verstehst du sie würde nicht zu geben das ist keine prostitution sondern alles supernaut hala weiß was am besten für seine schöpfung ist zu einer entschuldigung wenn ich zu einer note sage ich heirate dich du heiratest mich lass uns zusammen ich gebe ihr 50 euro falsch im gleichen fest steht drin und tue das nicht für die huerei also das widerspricht erstens den kärz zweitens geben wir den fern 4 24 dann warte mal deine stunden bis ich das ja aber warte ich will ich will was ergänzen dazu und zwar weil du hast gerade etwas gesagt dass prostitution das ist einfach guck mal wie viele muslime oder wie menschen während vor der tat sind mit diesem vers davon quasi hätten die tat sind nicht begangen und wir wissen alle was dann noch eine große sünde ist das ist ja extra deswegen da die frau kriegt eine brautgabe darf sich aussuchen was sie kriegt und dann habt ihr halt eure gelüste das ist also also warte mali mali warte findest du findest du also wenn du jetzt heirat ist vor drei stunden oder vier stunden oder sechs stunden nein du verstehst du hast du hast die gleichen rechte mit dieser frau wie als wärst du mit ihr verheiratet aber es heißt nicht dass ihr verheiratet seid du drehst das um ja es geht nur um die rechte mit der frau du hast da habe ich bitte etwas sagen was hier ganz wichtig ist sehr gut ich habe das sogar im fernsehen gesehen wir haben das sogar gezeigt wie du eine halbe stunde heiraten darfst mit einer frau bei den schien es ist nicht zum heil da gab es sogar das gab sogar ein bericht wie die menschen den frauen geld geben die jahre lassen und so weiter braut ja aber nach einer halben stunde dürfen sie sich scheiden lassen die haben da ich habe die doch gerade gesagt ich habe dir gerade gesagt du hast die rechte also du darfst die taten mit dieser frau ausführen wie als wirst du mit ihr verheiratet aber es heißt es ist nicht das gleiche wie eine hat heirat es ist nicht der gleiche maßstab aber du hast die gleichen rechte das heißt das ist keine sünde für dich wenn du dies und das mit der frau tust weil die frau selber damit das ist ja es steht im koran es war der ist und dann sage eine frau ich schlafe hier und falls du schwanger bist von mir dann du bist wie meine frau du hast die gleiche rechte wie meine frau nein dafür gibt es ja bestimmte voraussetzungen die darfst du ja selber ja nicht machen hallo schönen guten morgen die runde also ich muss mal jetzt halt doch mal einfach mal kurz deinen mund huthut will jetzt huthut wollte uns das gerade mit der mutter erklären und du springst immer dazwischen und lässt ihn nicht aus der hatte ich gefragt was heißt du konntest nicht darauf antworten jetzt will er uns mutter erklären und du redest immer dazwischen hier sind 170 leute die haben das recht zu erfahren was da drin steht und er kann das erklären also sie jetzt sei doch mal leise spring doch nicht immer rein du hast doch sowieso keine ahnung ja guck mal wir wissen alle dass muhammad und seine bande hatte nichts zum schreiben und nichts zum lesen also sie haben keine stifte und keine papiere das heißt wenn jemand was machen wollte war diese ehrenwort ja hast du gerade gesagt muhammad sallallahu aleyhi wassallam konnte nicht schreiben und lesen nein sie haben nichts diese das heißt keine stifte gar nichts jeder keine papiere sie wissen nicht was ich sage dir und wieso hat er probiert am donnerstagsunglück gesagt jetzt bringe mir ein stück und papier ja sie haben diese donnerstagsunglück ja das heißt sie hat denn nicht jeder hatte in seiner tasche so wie wir jetzt haben weil ich will auf diese mutter kommen jetzt verstehst du ja so jetzt wie wird mutter also legitimiert ja also wie wir die prostitution legitimiert jetzt du gehst du hast ein zettel in deiner hand ja du gehst zu einer frau du schreibst ich will mit dir mutter machen in der drei stunde du schreibst das mit hand du unterschreibst und dann sie unterschreiben das gilt als vertrag ja diese ehe diese möglichkeit gab es früher nicht das heißt die früher als die muslime und muhammad und seine freunde wollten das tun sie haben das mündlich getan sie haben eine frau von der straße angesprochen wollen wir sicko sicko machen ja komm ja und sie haben ihr geld und es gab die frauen heißt die frauen die mir ja diese frauen gab das heißt es gab es gab so sex häuser ja ich komme moment ich gehe den hot hot recht okay und fertig okay der hat recht weil dadurch entstehen keine sünden kinder und fertig okay egal was sie sagt das steht einfach drin und fertig du ob du sagst es stimmt nicht oder stimmt es ist juckt keinen trotzdem steht es drin und fährt das euro und andere weise es steht drin fertig das ist ja extra dafür auch noch gedacht damit keine sünden kinder entstehen okay erstens zweitens zweitens mit das schaust zweitens du redest von prostituierte mal voraussetzung dass du ein mit einer prostituierte schlafen kannst du mit in dieser auf diese art und weise geht gar nicht warum weil die schon davor mehrere andere hatte okay fertig das ist ein punkt nummer 1 punkt nummer zwei wenn ihre periode stattfindet geht es erst recht nicht okay das bedeutet du kannst nicht mit einer prostituierte sowas machen warum weil sie schon die sie müsste 60 tage rein sein du brauchst mir nicht zu erklären okay okay erstens ist beim 1 dann erstmal deutsch und dann tue ich hier hineinfügen okay und was salam alaikum ich gebe dir recht bruder ich bringe mich christian herz ist meine erste stelle zweiter stelle guck mal okay so jetzt darf ich reden gottes segen ich wollte nur kurz was sagen dass wir also das mit dass hitler und jetzt ist herausgegangen wo er gesagt hat dass hitler ja viel schlimmer war die muslims haben mit denen zusammengearbeitet das ergibt gar keinen sinn dass er sagt ja der westen ist so schlimm dass es immer das regt mich ein bisschen auf wenn die muslime immer damit kommen dass der westen so schlimm war und westen bedeutet gleich christentum obwohl es gar nicht wahr ist und dass sie verstehen nicht verstehst du das ist eine profit ja wenn ich über gott und profit rede das heißt da sind ganz anders als ich sie mit vergleiche mit jenkins khan oder mit mussolini oder mit adolf oder mit george bush oder ich rede über gott und seinen profit ja da sind ganz andere sache und daher kommen ja warum er hat nur 100.000 getötet aber er hatte 200.000 getötet ja es so vergleicht man profit mit anderen menschen ja das ist auch sie vergleichen mohammed mit irgendwelchen priester die auch einfach nur menschen sind und die sündigen können das hat nichts mit jesus zu tun das hat nichts mit der bibel zu tun was sie lehrt wenn irgendwelche menschen sündigen das ja er hat gesagt dass die frau muss mindestens zwei monaten also kein geschlechtsverkehr damit sie als reingeht dann kann er mit ihr geschlechtsverkehrt ja was mohammed selber nicht getan hat mohammed selber nicht getan hat als er banne korreide angegriffen hat der razue heißt razue invasion krieg ja also nicht verteidigung razue banne korreide heißt invasion kriege er hat diese safia als sklaven genommen er hat ihre vater ihre onkel ihre ehemann getötet und am glück nach nicht mal nach zwei drei stunden unterwegs er hat mit ihr geschlechtsverkehrt ja er hat er hat nicht mal auf arabisch er hat nicht sichergestellt dass sie nicht die schwanger vor ihm sein das heißt wäre später safia schwanger wenn man wusste nicht dieses kind sein oder von ihrem ehemann der gerade eben getötet oder von wem ist diesem kind allein das mohammed heiratet aber dann wenn jemand seine tochter die zwölf ist heiraten will und er sagt nein sie ist zu jung ist komplett doppelmoralisch er gibt gar keinen sinn ganz kurz an den chat leute wo sind die likes was ist lustig wer ist wer ist wer ist hier wer ist wer freund gemeint ohne gott oder es gibt kein gott oder so irgendjemand hat doch was gemeint ja okay ich hoffe du sagst du sagst es gibt kein gott oder sonstiges was diese betrifft okay ich will euch mal was fragen du hast augen zum sehen nase zum riechen okay und zum atmen okay zum trinken essen du hast ein verstand der die gott gegeben bitte mal okay du hast ein verstand der gott dir gegeben hat wir sind hier alle ohne gott wir sind hier alle gottloser nur lisa ist ja ich glaube und sonne weiß ich nicht ob die christin sind aber lisa auf jeden fall christin und sonne weiß ich aber recht sind alle hier ohne 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 gott nicht nur aber er hat mir gestellt er hat mir die frage gestellt ich kann ja kurz darauf eingehen so ist ibrahim wenn du dich mit der wissenschaft auskennt aus kennen würdest dann hättest du nicht behauptet dass etwas aus dem nichts entstanden ist denn das behauptet keiner punkt 1 punkt 2 lass mich ausreden ich bin noch nicht fertig immer chillig okay also die nächste sache ihr falls du ein muslim bist oder auch christen ihr habt eure götter aus dem nichts erschaffen ja also das heißt ihr habt eure götter aus dem nichts erschaffen und wir haben nichts aus dem aber du hast mir immer noch nicht beantwortet doch ich habe jetzt mir antwortet wie ist dein körper wie ist dein körper wie ist dein körper schau mal du hast verhaftet du hast die sorde für was gibt's im mondkondom aber ey guck mal kurze fassung lass mich mal bitte ausreden kurze fassung aber du hast noch nicht verstanden was ich gesagt habe das ist das problem interessiert mich doch nicht was du sagst es interessiert mich doch nicht warum kommst du hoch interessiert mich doch nicht was du sagst interessiert mich doch nicht was du sagst schick ihm runter schick ihm runter warum fragt mich das sehr respektlos wenn man sagt zu jemandem das interessiert mich doch ganz kurz ganz kurz lisa lisa es geht einfach darum das sind halt immer wieder die kandidaten die keine argumente haben und meinen dann irgendwie persönlich zu werden aber das kennen wir sowas nämlich eh nicht persönlich also nach und daher alles gut also er muss aber dann wusste nicht dass wir alle 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 hat ihm alles gegeben zunge auge nase aber für dann hätte vergessen sein gehirn ja das problem ist die meisten werden einfach dort in diese religion reingeboren deswegen wollen die ja auch immer sehr viele kinder haben und dann wird das einfach denen reingetrichtert und dann darfst du keine andere wahrheit akzeptieren das ist ja auch wenn man mit vielen muslimen redet die werden angerufen von irgendwelchen anderen moslems sagen du darfst nur über deine religion reden wenn du wissen hast wenn du mehr gelehrt bist das ergibt gar keinen sinn das sieht man alles also sie dürfen gar nichts hinterfragen obwohl sie dann sagen man darf hinterfragen das ist ja okay und kannst du mal was fragen gleiches gilt doch im christentum lisa oder nein wir dürfen hinterfragen wir sollen hinterfragen ist das so ja okay und kannst du mal was fragen gleich du willst ja schon wieder andere thema hier draus machen oder aber nein aber guck mal hier ist eine christin ja dann lisa geh runter aber nicht warum kannst du über alles reden aber nicht nie über das thema ich verstehe ich nicht egal wo du hoch gehst du redest nie über das thema ich habe eine frage ich verstehe ich verstehe die türen die hat ja reicht ich verstehe das auch nicht wieso nach christen dann muss diese ich sehe ich nenne es immer doppelmoral aber okay aber wir müssen eine sache verstehen das ist hier carlos stream wenn carlo dann christen hoch holt und die christen dürfen zum beispiel den islam auch kritisieren was ich zum beispiel nicht nicht unterstütze in meine streams dann ist es carlos stream und wir haben das zu akzeptieren und respektieren weißt was ich meine wenn wir zum beispiel hier eine anfrage schicken und hier mitreden möchten also so sehe ich das aber das ist im endeffekt carlos stream und er entscheidet ja man kann einfach kommen meine schuld leute die können deren meinung sagen aber sobald die zu debatt dafür dann kriege ich die alle runter das einfach weil man kann ihre meinung sagen und das war es wenn ihre meinung ja aber meine meinung ist meine meinung ist das sind alle gleich für mich und das fragt keiner wir sind hier zum beispiel 55 ex muslime von uns ist der gleiche meinung für mich sind die alle bücher gleich ganz genau alles was da steht ist der gleiche video kann ich was kann hallo ja klar ja klar okay dankeschön ich habe das bisschen mit gehört und ich würde gerne fragen warum ist kein gott gibt oder geben müsste warum gibt es gott nicht also warum kann es gott nicht geben das ist hier eigentlich auch nicht das thema also ich wurde vorhin halt angesprochen ich weiß gar nicht wieso ich meine angesprochen wurde weil ich okay also carlos thema ist hier islam er ist ex muslim und ich weiß nicht carlo was möchtest du jetzt möchtest du über gott jetzt reden oder ich weiß keine ahnung wenn es gott gibt ich weiß nicht wenn es gott gibt auch es spielt keine rolle für mich aber es gott gibt oder nicht und wenn es gott gibt will er was von mir oder nicht das ist die frage aber was was ist jetzt denn der zweck hier noch mal ist vielleicht bin ich jetzt ein bisschen daneben okay bist du gläubig ich bin gläubig ja bist du muslim christ ich bin alhamdulillah muslim du bist alhamdulillah muslim dann nenn mir bitte gründe weswegen ich an Allah glauben sollte ich wollte erst mal wissen warum es Allah nicht geben müsste nein nein warte mal bitte du bist ja gott gläubig das heißt du bist überzeugt dass Allah existiert aber ich habe doch eine frage gestellt jetzt erst oder dann anders gesagt erstens für mich existiert Allah nicht weil Allah ist nicht Existenz und eine nicht Existenz kann ich nicht beweisen so Punkt was sind deine Beweise dass er nicht existiert Allah ist sie nicht eine nicht Existenz für mich und eine nicht kann ich dir den Beweis geben der Beweis ist im Koran erste Seite bis letzte Seite das ist der Beweis dass es Allah nicht gibt okay warte warte wir guck mal dieses durcheinander du hast uns doch gefragt ich habe nicht die andere ich habe dir geantwortet Allah ist für mich nicht Existenz eine nicht Existenz kann ich nicht beweisen kannst du auch nicht verlangen du glaubst an Allah dass Allah existiert Allah hat uns alle und jeden erschaffen kannst du mir bitte logische Gründe nennen wieso ich an einen Allah glauben sollte Moment mal das ist das meine Frage ist noch nicht ganz geklärt Moment mal okay dann sagen wir so an was glaubst du denn wie an was glaub ich also an Götter glaub ich nicht also an Götter glaub ich nicht also an Götter glaub ich nicht lass mich doch du guck mal du stehst eine Frage dann lass doch auch antworten ich glaube nicht an Götter ich glaube nicht an Religionen ich glaube nicht an Dschins an Geisterwesen an den rosa roten Elefanten an Zeus und diese ganzen Märchenfiguren glaube ich nicht ja okay und an was glaubst du glaubst du glaubst an Evolution dann da bleibt ja nur noch das Er will dich zu einem Punkt bringen sie glaubt an nichts ich weiß wo dort die Sache ist Evolutionstheorie ist kein Glaube erstmal dazu die nächste Sache ist wenn du keine Ahnung von Evolutionstheorie hast oder Big Bang Theorie oder Wissenschaft dann bitte nicht reden Okay ich hab keine Ahnung okay und was was aber irgendwas irgendwas muss ja sein was du irgendwie denkst hast du nie gedacht was mach ich hier wie bin ich hingekommen Okay also erstens was meine Persönlich schau mal ich denke so das Wissen nehme ich selbstverständlich von der Wissenschaft ja was ich weiß ich persönlich ich weiß nicht ich weiß nicht wie die Welt entstanden ist ich weiß nicht wie die Menschen entstanden sind und für mich ist es auch in Ordnung Warte 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 ich weiß wie ich gekommen bin ich werde ihn beantworten Okay gleich nach mir du für mich ist es auch in Ordnung mit diesen Fragezeichen zu leben das heißt wenn ich sage ich weiß nicht wie das Universum Welt entstanden ist oder erschaffen ist was auch immer ich werde jetzt nicht einen Gott suchen oder finden und sagen warte mal ich weiß es nicht also muss es Gott gewesen sein Weil das wäre dann auch ein bisschen ja sehr sehr naiv so zu denken meine Meinung Okay also also die Wissenschaft was die Wissenschaft sagt nimmst du an also daran glaubst hast du gesagt ne an die Wissenschaft Ja das ist kein Glaube das muss eigentlich jeder akzeptieren das musst du akzeptieren aber wenn du das ablehnst dann weiß ich nicht dann bist du halt sehr ignorant Nein aber was sagt denn die Wissenschaft Aber was sagt denn die Wissenschaft Woher alles entstanden ist Also wir Menschen ich sage dir wir Menschen zum Beispiel meine Mutter war hübsch angezogen mein Vater hat sie gesehen und sagt wow du bist sehr hübsch sie haben Siko Siko gemacht Und wo sind die hergekommen? Auch mein Großvater hat meine Großmutter Siko Siko gemacht und dann mein Vater hergekommen Dann gehen wir mal ganz nach Anfang Dann kommen wir zu Allah Welcher Gott hat mit welchen Gotten Siko Siko gemacht damit Allah kommt Okay und bevor die Erde war wo ist das Universum hergekommen was sagt die Wissenschaft Also bevor die Erde gekommen war nichts Erstmal Gott hat die Erde geschaffen dann die Himmel und dann entstanden alle Galaxien und Universum siehst du wie dieses Schwachsinn in der Region Sona da würde ich eine Frage stellen Aber weißt du was ich Ich finde es nur komisch du stellst du stellst Fragen aber du antwortest keine Fragen von uns Also das heißt noch einmal Jetzt haben wir versucht alles mögliche zu antworten Warte mal Carlo ich finde es nur gerecht weil Muslime machen das gerne Christen auch aber Muslime eher Kannst du mir bitte drei Gründe nur drei Gründe nennen logische Gründe wieso wir einen Allah glauben sollten Nur logische Gründe mehr möchte ich nicht Vielleicht überzeugst du mich ja Ne ich bin nicht drauf scharf dich zu überzeugen ich wollte nur ein paar Fakten klarstellen Du bist nicht drauf scharf du kannst es nicht erklären Du bist Muslime ja Du bist Muslime ja Okay Jetzt ich werde dir einen Namen nennen ich will dass du mir kennst wer ist dieser Mann Abdullah bin Saad bin Abissar Kenne ich nicht Siehst du Warum schreib den Namen und lese wer war diese Person Muss ich kennen Ja das ist sehr ein sehr wichtiger Person Weiß ich das das ändert nichts an meiner Religion Das wird sehr viel an deiner Religion Erzähl mal da bin ich mal gespannt Okay dieser Mann Als Mohammed Verset zitiert von Koran er hat sie geschrieben Ja er war Katib Ein Mohammed Katib Wahi Ja Also ich werde jetzt die Geschichte glauben dass Mohammed hat Koran geschrieben Okay obwohl ich daran nicht glaube aber ich nehme das an Er hat den Koran nicht geschrieben Erzähl weiter Ja er hat Dieser Mann heißt Abdullah bin Saad bin Abissar Er ist der Bruder von Usman Usman der dritte Kalife Ja Was hat er dieser Mann gemacht Mohammed gibt ihm ein Pferd Er zitiert ihm ein Pferd um zu schreiben Zum Beispiel Mohammed Am Ende des Verses sagt Mohammed Wakanallahu sami'an alim'a Geht dieser Mann was schreibt Wakanallahu qawiyan aziza Zum Beispiel Okay Er ändert diese Pferde So Nach einiger Zeit Dieser Mann ist weggeflohen Und er hat so gesagt Ich habe den Beweis Mohammed Ist kein Prophet Ja Er merkt nicht was er sagt Ich habe selber mit eigener Hand das geschrieben Manche Verse von mir selber geschrieben Und wenn er so Koran sagen kann und Prophet behaupten Dann ich bin auch ein Prophet wie er Weil ich habe selber Wir wissen nicht welche Verse hat er rein in den Koran gesteckt Bis jetzt ja Aber So jetzt Mohammed Er hat das nicht vergessen Er war immer Er hat immer Leute hinter diesem Mann Um ihn zu ermorden Ja Er hat Mordbefehl gegeben Ich will sein Kopf Ja So jetzt Also jetzt Ja Ach so entschuldige Ja Also ich will ihn zum Gott schicken Ja Und dann Als er zu Maka gekommen Dann Dieser Mann Hat sich versteckt Bei seinem Bruder Osman Dann Osman kam Als Vermittler Schlichter Bitte verzeih ihm Er macht Er wiederholt das nicht wieder Aber er war jahrelang ungläubig Er ist aus dem Islam rausgetreten so jetzt der Prophet Mohammed hat gesagt ok, bring ihn, damit er so um Verzeihung betet und ich bete und ich werde ihm verzeihen dann kam dieser Mann, stand neben Usman Prophet Mohammed guckt ihm, aber er hat sein Wort gegeben und er zwingt mit seinen Augen zu seinen Leuten, die neben ihm sie haben nicht verstanden, was er will so als sie weg waren er hat ihnen gesagt, war bei euch kein einziger Mann, um ihn zu schicken in den Himmel er sagt, wir haben nicht verstanden was du sagst, er sagt er sagt, ich habe für euch mit meinen Augen gezwingt, damit ihr ihm das tut, ja aber guck mal, was wichtig ist, dieser Mann er hat erlebt wie der Prophet Koran zitiert, er fälscht das direkt und schreibt von sich selbst, er liest das danach vor dem Prophet nach der Prophet merkt nicht, dass dieser Vers geändert ist ja so jetzt, Mohammed hat den Fehler verstanden später, dann hat ein anderer Vers zitiert, was hat er gesagt er hat gesagt wenn wir einen Vers löschen oder vergesslich machen bringen wir besser als sie verstehst du dieser Mann hat Islam zerstört darf ich was dazu sagen bitteschön wo steht das wer erzählt sowas ich habe dir den Namen von dem Mann schreib den Namen und geh vor wer ist dieser Mann warum soll ich ihm glauben weißt du warum ich bin Araber als ich egal wer was ist guck mal, du hast mich gefragt warum du willst nicht hören warum ja ich höre ich will den Unterschied zeigen zwischen mir und dir ich bin Araber als ich Muslim war ich habe mir Zeit genommen um was zu lesen ob er meine wie ist dann entstand meine Religion wo hat den Prophet was hat er gegessen was hat er getan wie hat er sich verhalten ist er nicht meine Prophet ich wollte wissen was Gott will von mir was will Allah von mir genau wie kann ich Allah zufrieden mit mir machen interessiert das nicht hast du keine Interesse zu wissen ob Mohammed getotet hat oder nicht dann hast du Hadith genommen oder aus hast du keine Interesse zu wissen ob deine Prophet getotet hat oder nicht war er arm oder reich hat er einen Sklaven befreit oder hat er ein Kind adoptiert oder nicht guck mal warte mal lass mir was sagen ich akzeptiere diese Lieberlieferung nicht was jetzt erzähl mir Mohammed vom Koran ja aber dieser Mann guck mal dieser Mann wenn du nicht akzeptiert was erzähl ich dir vom Koran wie Mohammed im Koran geschrieben ist erzähl mir das nicht von Hadithen wie Mohammed im Koran geschrieben wird genau wie er da ist ein sexsüchtiger Mann wo im Koran steht das ja welches Surah ja Allah sagt ihm surat al-ahzab 50 warte warte surat al-ahzab 50 mach dein Koran auf hast du kein Koran du bist Muslim ohne Buch du bringst mich zum Namen ok welche Surah so hast du niemals gehört an Allah ja'la ma tukfi benafsi hm welche Surah sag mal warte ich muss die holen rausnehmen und dann sag ich dir weil es ist so lange her als ich ja surat al-ahzab 50 geht auf 50 und 51 nein ich will diese Surah das Allah gibt zu dass Mohammed ganze Zeit überlegt wie er die Frau von seinem Schwiegerkind bums ja und er aber er hält sich zurück verstehst du er hat Lust drin er will die Frau von seinem Schwiegersohn haben und Allah gibt sie zu im Koran von seinem Stiefsohn ja Stiefsohn ich kenne das ich weiß was du meinst adoptiv 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 meine ich ich weiß was du meinst und was verstehst du darunter ich verstehe er war der Prophet und beschäftigt den ganzen Tag denkt wie er die ganze Universum zurecht das ist Blödsinn dieser Vers genau was ich sage Koran ist Blödsinn dieser Vers bedeutet das nicht was du was du sagen willst du gibst falsche Informationen mein Freund dann sag mir was ist die Wahrheit die Wahrheit diese Vers diese Ayat die Wahrheit ist dass erstens geht es damit du weißt das bestimmt auch warte erstmal die Frage geht es um eine Frau oder nicht es geht um eine Frau aber es geht auch um was anderes aber wie reicht du musst doch wissen worum es da geht um welche Frau geht es geht um viele Frauen im Koran siehst du du sagst selber es geht um viele Frauen das was ich sagen will Prophet Mohammed laut Koran war Sex Maniac wie man sagt du lässt mich nicht reden das geht nicht das geht nicht du musst mich auch reden lassen bitteschön so er steht viel über Frauen zum Beispiel über die Frau von Moses er steht über die Frau von Anissa er steht so viele Frauen über Frauen nein steht nicht steht nicht bleib bei dem Vers bleib bei dem Vers wir bleiben bei dem Vers darf ich kurz erzähl darf ich kurz ich habe vor mir Sura Tel Ahzab 50 lese mir vor und 51 bitte Ahzab Ahzab Welche Vers 50 und 51 Die Sura ist 33 Ahzab ist Nummer 33 und Vers 50 und 51 dazu lese mal auf Deutsch dass man jeder versteht wenn du sagst ich gucke warte ich gucke 50 ne ok genau ok hier steht ich kenne das soll ich das jetzt alles lesen oder was ja ja bitte lass mich dasselbe in mir lesen dann antworte ich drauf ja nein nein lese was du da liest lese das was da steht bitte ok schließt ich lache über euch das lustig ah ja das sind 160 Leute oder 170 Leute die wollen auch nicht kriegen was es geht Töchter deiner Tanten väterlicherseits die Töchter deiner Onkel mütterlicherseits und die Töchter deiner Tanten mütterlicherseits die mit dir ausgewandert sind auch eine gläubige Frau wenn sie sich den Propheten ohne Gegenforderung schenkt und falls der Prophet sie heiraten will dies ist dir vorbehalten unter Ausschluss der übrigen Gläubigen wir wissen wohl was wir ihnen hinsichtlich ihrer Gattin und dessen was ihre rechte Hand besitzt verpflichtend gemacht haben damit für dich kein Grund zu bedrängnis besteht und Allah ist allvergeben und abahmeherzig und jetzt was hast du darunter verstanden ich habe darunter einiges was hast du darunter verstanden nein sag doch ich weiß ich weiß ja da muss wir hier guck mal ich hudhud ich hudhud Eddie Paco ne ohne Gott wissen das alles hundertprozentig was sie was ihre Aussagen was hast du darunter verstanden das will ich ja 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 Carlo nur eine diese Vers was ich gesagt habe genau in der gleiche Sura gegenüberseite steht 37 diese Vers ist ein Beweis dass Mohammed hat tags und nacht von einer Frau geträumt er war sechs besessen von ihr verstehst du gleich an 37 37 in diesem auch vor bitte ja aber ich hätte gern gewusst was er verstanden hat von was er gelesen hat dass man sieht wie viele Muslime das lesen und nicht verstehen ja ja er schämt sich weißt du jetzt die Frage akzeptiert du dass einen Prophet Mulkiamin das heißt Sklaven besitzt akzeptiert du sowas was akzeptiert du dass deine Prophet Sklaven besitzt kann oder darf wer Profit als Sklaven befreit siehst du wie also Maria sein Sklaven ich war auch so ich lese er hat Sklaven besitzt aber ich habe verstanden er hat Sklaven befreit verstehst du das ist so und jetzt ich habe Sklaven er hat Sklaven besitzt das heißt waren seinen Eigentum hat bei mir Klick er hat ich sage er hat Sklaven befreit warum sagst du er hat Sklaven besitzt was hast du was hast du in dieser Vers verstanden weil dieser Vers geht nur um ihn was er darf und da steht da steht in im rat mu'min da steht auch das ist eine Frau wenn sie Lust hat auf den Prophet einmal da steht in dieser Vers wenn sie einmal Lust hat mit dem Prophet Bunga Bunga machen und einfach ohne Heirat ohne Seuge heiratet er die er kann die heirat männer will nein ohne geschenk wo steht das wie ohne geschenk wo steht das dass sie heiraten da ist so eine frage jetzt du gehst auf die straße ja kommt eine frau warte kommt eine frau zu die nicht die ganze nein ich gebe dir ein beispiel damit ich dir diese frau näher bringe kommt eine frau zu dir hübsche frau und so du bist sehr attraktiv willst du mit mir bitte ins bett gehen so jetzt du gehst mit ihr ins bett ist das sinner oder nicht nein nein ich sagst ich persönlich darf weil ich habe mein eigenes gesetz geschrieben allah hat mir gesagt wenn eine frau zu dir auf die straße kommt und sagt ich will mit dir schlafen du darfst das und das ist mein eigenes gesetz und du zeigst dein eigenes buch und eigenes gesetz und genau so war er hat und geh und lese im internet lese die tafassir vom ibn kathir von allen tafassir und lese auch die 51 was du vorgelesen hast und lese auch das tafassir und dann siehst du was er behauptet und die frage ist ja weil dieser weil dieser vers geht nur um prophet nach 1500 jahre was soll ich mit dieser vers nach 1500 jahre was geht mich das an was prophet damals was er sich zum beispiel was er sich erlaubt hat was soll ich damit ich werde dir noch ein beispiel damit ich dir zeigen nur ein beispiel und damit er versteht damit er sich vorstellen kann wie war es stell man vor du lebst 20 jahre du isst jeden tag zwiebeln 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 ja und irgendwann gibst du schmeißt diese zwiebel weg verschwindet und du findest dich in einem samstags gemüse und obst markt wie wirst du dich verhalten noch mal ich habe das gar nicht zugehört stell dir mal vor du isst jeden tag zwiebeln jeden tag 20 jahre lang und eines tages das leben hat sich gedreht und du bist frei und du findest dich befehl ich will dir ein beispiel geben von ein thema wir sind die bau nein das gehört ich will dir sagen wir können das alles noch klären wir müssen erstmal was ich mit dieser frau angefangen habe zu reden mit diesen mädchen ok dann lass uns zum pferd was dann lass uns zurück oder wolltest du ob Gott existiert also wollen wir nicht über deine Prophete sprechen wir sind von so vielen sachen rüber gesprungen bevor wir überhaupt irgendwas geklärt haben so nein nein aber weil bei euch du bist überzeugt das gibt wegen diesem buch ich finde ein lück ihr wollt immer fragen fragen wenn ich was frage noch nicht mal richtig geredet und dann kommt ihr wieder das geht nicht so deine frage leute leute